Prolog. Atme einfach, sagte meine Mutter immer. Zehn kleine Atemzüge. Fühle sie. Halte sie. Liebe sie. Jedes Mal, wenn ich vor Wut schrie und mit dem Fuß aufstampfte, mir aus Frust die Augen ausweinte oder vor irgendetwas Angst hatte, versuchte sie mich mit diesen Worten zu beruhigen. Wirklich, jedes Mal. Mit den immer gleichen Worten. Sie hätte sich dieses verfluchte Mantra auf die Stirn tätowieren lassen sollen. Das bringt doch nichts, rief ich darauf immer. Ich habe den Sinn dahinter nie kapiert. Was sollen zehn kleine Atemzüge schon ausrichten? Warum keine großen Atemzüge? Warum zehn? Warum nicht drei oder fünf oder zwanzig? Und während ich mich weiter reinsteigerte, lächelte sie nur ihr sanftes Lächeln. Damals verstand ich es nicht. Jetzt schon. Erstes Stadium. Angenehme Taubheit. Kapitel 1. Ein leises Zischen. Mein Herzschlag dröhnt in meinen Ohren. Etwas anderes höre ich nicht. Ich bin mir sicher, dass mein Mund sich bewegt, dass ich nach ihnen rufe. Mom? Dad? Aber ich kann mich selbst nicht hören. Viel schrecklicher ist, dass ich sie nicht hören kann. Ich drehe den Kopf nach rechts und sehe Jenny. Ihr Körper ist an meinen gepresst und wirkt seltsam verrenkt. Die Wagentür auf ihrer Seite ist viel näher, als sie es sein dürfte. Jenny? Ich bin mir sicher, dass ich ihren Namen laut ausspreche. Sie reagiert nicht. Ich schaue nach links, wo alles nur schwarz ist. Es ist so dunkel, dass ich Billy nicht sehen kann. Trotzdem weiß ich, dass er da ist, weil ich seine Hand spüre. Seine große, kräftige Hand, die meine Finger umschließt. Aber sie ist vollkommen reglos. Ich versuche, sie zu drücken, doch meine Muskeln gehorchen mir nicht. Ich kann nichts tun, außer den Kopf hin- und herzudrehen und eine gefühlte Ewigkeit lang meinem gegen meine Rippen hämmernden Herzen zuzuhören. Ein schwacher Lichtschein. Stimmen. Ich sehe das Licht und höre die Stimmen, die sich aus allen Richtungen nähern. Ich öffne den Mund, um zu schreien, aber mir fehlt die Kraft. Die Stimmen werden lauter. Die Lichter heller. Ein rasselndes Keuchen jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken. Es klingt, als versuche jemand mühsam ein letztes Mal Atem zu holen. Dann ertönt dreimal hintereinander ein lautes Klick, so als würden die Schalte einer Flutlichtanlage angeknipst werden, und plötzlich strömt von allen Seiten grelles Licht ins Wageninnere und bringt schonungslos alle Details zum Vorschein. Die zerschmetterte Windschutzscheibe. All das verschwindet auf einmal, und ich falle, stürze hintenüber in kaltes Wasser und sinke immer schneller und schneller der Dunkelheit entgegen, vom Gewicht eines Ozeans niedergedrückt, der mich in einem Stück verschlingt. Moment. Ich öffne den Mund, um Luft zu holen. Wasser dringt in meine Lungen, flutet mich. Der Druck auf meinem Brustkorb ist unerträglich. Es ist, als wolle er jeden Moment bersten. Ich kriege keine Luft. Ich kriege keine Luft. Zehn kleine Atemzüge, höre ich meine Mutter sagen, aber ich schaffe es nicht. Noch nicht einmal einen. Mein Körper zittert. Er zittert. Hallo? Wachen Sie auf, Liebes. Ich öffne schlagartig die Augen und sehe ein ausgeblichenes Sitzpolster vor mir. Es dauert einen Moment, bis ich wieder weiß, wo ich bin und mein hämmerndes Herz sich etwas beruhigt hat. Sie haben gekäucht und nach Luft gerungen, sagt die Stimme. Ich schaue in das von tiefen Falten zerfurchte Gesicht einer älteren Frau, die mich besorgt ansieht und mir ihre knorrigen Finger auf die Schulter gelegt hat. Mein Körper reagiert sofort auf die Berührung und zieht sich reflexartig in sich zusammen, ohne dass ich etwas dagegen tun kann. Sie nimmt mit einem mitfühlenden Lächeln ihre Hand weg. Entschuldigen Sie, ich dachte nur, ich sollte Sie lieber wecken. Ich schlucke und schaffe es, ein... Danke... zu krechzen. Sie nickt. Muss ein ganz schöner Albtraum gewesen sein, sagt sie, während sie sich wieder auf ihren Platz im Bus hinter mir sinken lässt. Ja, muss wohl. Meine Stimme klingt jetzt wieder so ruhig und unverbindlich wie immer. Leise füge ich hinzu, kann es kaum erwarten, endlich aufzuwachen. Wir sind da! Ich rüttle Levy sanft am Arm. Sie brummt etwas und schmiegt den Kopf ans Fenster. Es ist mir ein Rätsel, wie sie so schlafen kann, aber sie hat es geschafft und die letzten sechs Stunden leise vor sich hin geschnarcht. Eine dünne Speichelspur schlängelt sich ihr Kinn hinunter. Sehr sexy. Levy! sage ich ungeduldig. Ich muss aus dieser Blechkiste raus. Sofort! Als Antwort bekomme ich einen »Lass mich nicht schlafen!« schmollmund. »Olivia Cleary«, herrsche ich sie an, während die anderen Fahrgäste in den Gepäckablagen über den Sitzen kramen und ihre Sachen zusammensuchen. »Jetzt komm endlich! Ich muss hier raus, sonst dreh ich durch!« Eigentlich will ich sie gar nicht so anschnauzen, aber ich kann nicht anders. Enge Räume machen mich echt fertig und nachdem ich jetzt 22 Stunden in diesem verfluchten Bus saß, bin ich kurz davor, die Notausstiegsluke im Dach aufzureißen und panisch nach draußen zu klettern. Endlich dringen meine Worte zu ihr durch. Levy öffnet blinzelnd ihre blauen Augen und starrt einen Moment verschlafen auf den Busbahnhof von Miami. »Wir haben's geschafft!« fragt sie gähnend und setzt sich auf, um sich zu strecken und sich die Umgebung draußen genauer anzusehen. »Oh, sieh mal! Eine Palme!« Mittlerweile stehe ich mit unseren Rucksäcken im Gang. »Ja, toll! Palmen! Juhu! Los, raus hier!« »Außer du bist scharf drauf, noch einen Tag hier drin zu verbringen und den ganzen Weg bis nach Michigan zurückzufahren.« »Das bringt sie auf Trab.« »Als wir aussteigen, lädt der Fahrer gerade das Gepäck aus und im nächsten Moment entdecke ich unsere beiden pinkfarbenen Koffer. Unsere Leben, all unsere Habseligkeiten sind auf je einen Koffer reduziert. Mehr konnten wir auf die Schnelle nicht zusammenpacken, als wir vor Onkel Raymond und Tante Dala geflüchtet sind. Was soll's, sage ich mir, als ich meiner Schwester einen Arm um die Schulter lege und sie kurz an mich drücke. Wir haben uns. Das ist alles, was zählt. »Puh, ist das hier heiß!« sagt Levi genau in dem Moment, in dem ich spüre, wie mir kleine Schweißperlen den Rücken hinunterlaufen. Es ist noch nicht mal Mittag und schon jetzt brennt die Sonne wie ein glühender Feuerball auf uns herunter. Das ist etwas ganz anderes als die herbstliche Kühle, die wir in Grand Rapids zurückgelassen haben. Levi zieht ihren Kapuzenpulli aus und erntet anerkennende Pfiffe von ein paar Skatern, die sich nicht um das Betreten-Verboten-Schild für diesen Teil des Parkplatzes scheren. »Kaum hier und schon dabei, Typen aufzureißen, Levi?« necke ich sie. Sie errötet und versteckt sich hastig hinter einem Betonpfeiler. »Dir ist schon klar, dass du nicht wie ein Chamäleon mit deiner Umgebung verschmelzen kannst, oder?« »Oh, oh, der in dem roten Shirt steuert direkt auf uns zu.« Ich schaue über die Schulter in Richtung der Jungs. Levi reißt entsetzt die Augen auf, bevor ihr klar wird, dass ich bloß Spaß mache. »Oh Mann, Casey!« zischt sie und boxt mich in die Schulter. Levi kann auch nicht damit umgehen, dass sie sich im Laufe des letzten Jahres in eine umwerfende Schönheit verwandelt hat, nach der sich alle Jungs die Köpfe verrenken. Ich muss grinsen, als ich beobachte, wie sie an ihrem Shirt herumzupft. Sie hat keine Ahnung, wie wunderhübsch sie ist, was mir als ihrem Vormund auch ganz recht ist. »Von mir aus kannst du gern so unbedarft bleiben, Levi.« »Es wird mein Leben viel einfacher machen, wenn sich daran, sagen wir, für die nächsten fünf Jahre nichts ändert.« Sie verdreht die Augen. »Okay, Miss Sports Illustrated.« »Ha, ha.« Aber in Wahrheit hat sich das Interesse dieser Idioten mittlerweile tatsächlich teilweise auf mich verlagert. Zwei Jahre intensives Kickbox-Training haben mir einen gestellten Körper beschert, der in Kombination mit meinen rotbraun glänzenden Haaren und eisblauen Augen eine Menge unerwünschter Aufmerksamkeit auf sich zieht. »Livvy ist ein 15 Jahre altes Abbild von mir. Dieselben blauen Augen. Dieselbe schmale Nase. Derselbe helle irische Teint. Der einzige echte Unterschied ist unsere Haarfarbe. Würde man uns ein Handtuch um den Kopf wickeln, könnten wir glatt als Zwillinge durchgehen. Sie hat das seidige Schwarz unserer Mutter geerbt und obwohl ich fünf Jahre älter bin, ist sie fünf Zentimeter größer als ich. Man braucht also keine Intelligenzbestie zu sein, um sofort zu erkennen, dass wir Schwestern sind. Aber genau hier enden unsere Gemeinsamkeiten auch schon. »Livvy ist ein Engel. Ihr treten die Tränen in die Augen, wenn sie ein Kind weinen sieht. Sie entschuldigt sich, wenn jemand anderes sie andrempelt. Sie arbeitet ehrenamtlich in Suppenküchen und Büchereien. Macht jemand irgendetwas Dummes, sucht sie für ihn nach Entschuldigungen. Dürfte sie schon Auto fahren, würde sie für Insekten bremsen. Ich bin nicht wie Livvy. Vielleicht bin ich früher mal mehr wie sie gewesen, aber jetzt nicht mehr. Wenn sie eine Sonne ist, bin ich die drohende Gewitterwolke, die sich davor schiebt. »Casey!« Ich drehe mich um und sehe Livvy an einem Taxi stehen. Sie hat die Wagentür geöffnet und schaut mich strahlend an. »Ich glaube nicht, dass Containern so viel Spaß macht, wie es immer heißt.« Sie wirft die Taxitür zu und zieht eine Grimasse. »Aber Busfahren schon, ja?« Gereizt zerrt sie ihren Koffer über den Bordstein zu mir zurück. »Echt jetzt?« »Fünf Minuten in Miami und du fängst schon an rumzuzicken?« »Willst du dich vielleicht wirklich aus Müllcontainern ernähren?« Ich halte ihr mein Portemonnaie hin. »Verdammt, Livvy!« »Mit den paar Kröten, die da noch drin sind, kann ich uns gerade noch bis Sonntag durchbringen.« Sie wird rot. »Tut mir leid, Case. Du hast recht. Ich bin einfach ein bisschen durch den Wind.« Sofort habe ich ein schlechtes Gewissen. Livvy ist keine Zicke. Im Gegenteil. Ja, wir kriegen uns manchmal in die Haare, aber das ist immer meine Schuld. »Livvy ist das, was man ein braves Kind nennt. War sie immer schon. Pflichtbewusst. Ausgeglichen. Mom und Dad haben ihr nie etwas zweimal sagen müssen. Als Moms Schwester uns nach ihrem Tod bei sich aufnahm, hat Livvy alles getan, um ein noch braveres Kind zu sein. Der Schuss ging nach hinten los. Und zwar gewaltig. »Komm hier lang!« Ich hacke mich bei ihr unter und drücke kurz ihren Arm, bevor ich den Zettel mit der Adresse auseinanderfalte. Nach einer langen und umständlichen Unterhaltung mit dem älteren Mann hinter dem Ticketschalter, der fast klischeehaft ein Silbenrätsel vor sich liegen hat, zeichnet er mit einem Bleistift drei Umsteigestationen auf einem Stadtplan ein und kurz darauf sitzen wir in einem Linienbus, von dem ich nur hoffen kann, dass er nicht in Richtung Alaska unterwegs ist. Ich bin froh zu sitzen, weil ich völlig erschlagen bin. Bis auf ein zwanzigminütiges Nickerchen im Bus habe ich seit sechsunddreißig Stunden nicht mehr geschlafen. Müde und mit tausend Sorgen im Kopf würde ich die Fahrt viel lieber schweigend verbringen, aber Livvy knetet nervös die Hände im Schoß und macht mir damit einen Strich durch die Rechnung. Was ist los, Livvy? Sie runzelt die Stirn und zögert. Livvy! Meinst du, Tante Dala hat die Polizei gerufen? Ich drücke beruhigend ihre Knie. Mach dir deswegen keine Sorgen. Alles wird gut. Sie werden uns nicht finden und falls doch, erzählen mir den Cops, was passiert ist. Aber er hat nichts gemacht, Case. Wahrscheinlich war er zu betrunken, um zu merken, dass er in meinem Zimmer gelandet ist. Ich schaue sie fassungslos an. Nichts gemacht? Hast du schon vergessen, dass dieser widerliche alte Dreckskerl seinen Ständer an deinen Oberschenkel gepresst hat? Livvy verzieht den Mund, als müsste sie sich gleich übergeben. Er hat nur deswegen nichts gemacht, weil du sofort rausgerannt und in mein Zimmer gekommen bist. Hör auf, dieses kranke Arschloch auch noch in Schutz zu nehmen. Ich hatte die Blicke gesehen, die Onkel Raymond dir zuwarf, als ihr Körper sich letztes Jahr zu verändern begann. Süße, unschuldige Livvy. Ich hätte ihm die Eier zerquetscht, wenn er in mein Zimmer gekommen wäre. Und das wusste er. Aber Livvy? Ich hoffe einfach, dass sie uns nicht suchen und zurückbringen. Ich schüttle den Kopf. Das wird nicht passieren. Ich bin jetzt ein Vormund und irgendwelcher juristische Papierkram interessiert mich nicht. Du bleibst bei mir. Punkt. Außerdem hasst Tante Dala Miami. Schon vergessen? Dass sie die Stadt hasst, ist noch untertrieben. Tante Dala ist eine sogenannte wiedergeborene Christin und verbringt jede freie Minute damit, zu beten und dafür zu sorgen, dass alle anderen auch beten oder zumindest wissen, dass sie beten sollten, um nicht in der Hölle zu landen, sich Syphilis einzufangen oder ungewollt schwanger zu werden. Sie ist davon überzeugt, dass Großstädte die Brutstädte allen Übels in der Welt sind. Sie als fanatisch zu bezeichnen, wäre ebenfalls untertrieben. Nein, Tante Dala würde keinen Fuß nach Miami setzen. Es sei denn, Jesus höchstpersönlich würde hier eine Versammlung abhalten. Livy nickt und senkt die Stimme zu einem Flüstern. Meinst du, Onkel Raymond hat rausgekriegt, was wir gemacht haben? Wir könnten dafür richtig Ärger bekommen. Ich zucke mit den Achseln. Kann dir doch egal sein, ob er es rausgekriegt hat. Fast wünsche ich mir, ich hätte nicht auf Livys Flehen gehört und wäre zur Polizei gegangen, um denen von Onkel Raymond's kleinem Besuch in ihrem Zimmer zu erzählen. Aber Livy wollte nichts von einer Anzeige wissen und wir hätten es garantiert mit der ganzen Bandbreite zu tun bekommen. Leute vom Kindernotdienst, Jugendamt, Anwälte. Möglicherweise wäre der Fall sogar in den Lokalnachrichten gelandet. Das wollte keine von uns. Uns reichten die Erfahrungen, die wir nach dem Unfall gemacht haben. Und wer weiß, was mit Livy passiert wäre, immerhin ist sie noch minderjährig. Wahrscheinlich hätte man sie in eine Pflegefamilie gesteckt. In meine Obhut hätte man sie jedenfalls definitiv nicht gegeben. Es gibt zu viele Gutachten, in denen ich als emotional instabil eingestuft wurde, als dass man mir jemanden anvertrauen würde. Also haben Livy und ich eine Abmachung getroffen. Ich würde ihnen nicht anzeigen, wenn sie mit mir kommen würde. Gestern Abend hat sich dann der perfekte Zeitpunkt ergeben, um uns aus dem Staub zu machen. Tante Dala war auf irgendeiner Exerzitienveranstaltung, die die ganze Nacht dauern sollte, sodass ich nach dem Abendessen unbemerkt drei Schlaftabletten in Onkel Raymonds Bier auflösen konnte. Der Idiot hat das Glas, das ich ihm so zuvorkommend eingeschenkt und gebracht habe, tatsächlich angenommen. Seit ich vor fast zwei Jahren herausgefunden habe, dass er unser Erbe an einem Blackjack-Tisch verjubelt hat, habe ich keine zehn Worte mit ihm gewechselt. Trotzdem ist er nicht misstrauisch geworden. Gegen sieben lag er schnarchend auf der Couch und wir hatten genügend Zeit, uns unsere Koffer zu schnappen, seine Brieftasche und Tante Dala's unter der Spüle versteckte Spardose zu plündern und noch am selben Abend in den Bus zu steigen. Die Sache mit den Schlaftabletten und dem Geld ist vielleicht ein bisschen heftig gewesen. Andererseits ist Onkel Raymond selbst schuld. Das alles wäre nicht passiert, wenn er sich nicht als widerlicher Pädophile entpuppt hätte. Hundertvierundzwanzig lese ich die Hausnummer laut vor. Das ist es! Wir stehen tatsächlich vor unserem neuen Zuhause, einem dreistöckigen Apartmentgebäude am Jackson Drive mit weiß verputzter Fassade und kleinen Fenstern. Es wirkt gepflegt und hat etwas von einem Strandhaus, obwohl wir eine halbe Stunde vom Meer entfernt sind. Wenn ich tief einatme, kann ich fast einen Hauch von Sonnenmilch und Algen in der Luft spüren. Levy fährt sich durch ihre wilde, dunkle Mähne. Wo hast du das Apartment nochmal gefunden? Bei www.brauche-dringend-eine-wohnung.com Witzle ich. Nachdem Levy Tränen überströmt in mein Zimmer gestürzt war, wusste ich, dass wir schleunigst aus Grand Rapids verschwinden mussten. Ich durchsuchte das Internet, wurde fündig, mailte dem Vermieter und bot ihm sechs Monatsmieten im Voraus und in Bar an. Der Verdienst von zwei Jahren, in denen ich überteuerten Starbucks-Kaffee ausgeschenkt hatte, weg. Trotzdem ist das hier jeden einzelnen ausgeschenkten Tropfen Kaffee wert. Über ein paar Stufen gehen wir auf einen gewölbten Toreingang zu. Das Foto in der Anzeige sah toll aus, sage ich und greife nach der Klinke, aber das Tor ist abgeschlossen. Gut, die achten hier auf Sicherheit. Warte! Levy drückt auf den gesprungenen Klingelknopf zu ihrer Rechten. Es ist nichts zu hören. Anscheinend ist er kaputt. Während wir darauf warten, dass uns jemand reinlässt, unterdrücke ich ein Gähnen. Drei Minuten später lege ich die Hände um den Mund und will gerade den Namen des Vermieters rufen, als sich schlurfende Schritte nähern und ein Mann mittleren Alters vor uns auftaucht, unrasiert und in zerknautschten Klamotten. Sein Gesicht ist leicht schief, er hat kaum noch Haare auf den Kopf und ich könnte schwören, dass ein Ohr größer ist als das andere. Er erinnert mich an Sloth aus Die Goonies, einem Filmklassiker, jedenfalls laut unserem Vater aus den 1980er Jahren, den er unbedingt mit uns anschauen wollte. Sloth kratzt sich seinen ausladenden Bauch und sagt Nichts. Ich wette, er ist genauso intelligent wie sein Filmzwilling. Hi, ich bin Casey Cleary, stelle ich mich vor. Wir sind die neuen Mieter aus Michigan und suchen nach Mr. Tanner. Er heftet den Blick auf mich und mustert mich von oben bis unten. Ich lobe mich in Gedanken dafür, eine lange Jeans angezogen zu haben, um das große Tattoo auf meinem rechten Oberschenkel zu verdecken falls er es wagen sollte, mich nach meinem Äußeren zu beurteilen. Dann richtet sich seine Aufmerksamkeit auf Livy, wo sie für meinen Geschmack einen Tick zu lange verweilt. Seid ihr Schwestern? Unsere rosa Koffer haben uns verraten, stimmt's? Gebe ich ohne nachzudenken zurück. Schaff deinen Hintern durch dieses Tor, bevor er merkt, was für eine Klugscheißerin du sein kannst, Case. Glücklicherweise ziehen sich Sloth Mundwinkel nach oben. Können Tenner zu mir sagen. Hier entlang. Livy und ich tauschen einen entsetzten Blick. Sloth ist unser Vermieter? Er öffnet das lautquietschende Tor und bedeutet uns, ihm zu folgen. Nach ein paar Schritten bleibt er wieder stehen, dreht sich zu mir um und streckt mir die Hand hin, als wäre ihm der Gedanke erst jetzt gekommen. Ich starre wie gelähmt auf die fleischigen Finger, unfähig, seine Hand zu schütteln. Warum erwischt mich das jedes Mal aufs Neue so eiskalt? Livy springt beherzt ein und greift lächelnd danach und ich trete ein paar Schritte zurück, damit niemand auch nur ansatzweise auf die Idee kommen könnte, ich hätte irgendwas mit der Hand dieses Typen zu tun. Oder mit der Hand von wem auch immer. Livy ist eine Meisterin darin, mich aus solchen Situationen zu retten. Falls Tenner irgendwas aufgefallen ist, lässt er sich nichts anmerken. Stattdessen führt er uns durch einen von struppigen Büschen und vertrockneten Blumenbeeten gesäumten Innenhof, in dem ein verrosteter Grill steht. Den Hof kann jeder hier benutzen. Er macht eine ausholende Geste. Wenn ihr grillen, euch sonnen oder einfach entspannen wollt, dann ist das genau der richtige Ort. Ich mustere die mindestens dreißig Zentimeter hohen Disteln entlang der traurig aussehenden Beete und frage mich, wie viele Leute diesen Ort wohl entspannend finden würden. Dabei könnte es hier richtig nett sein, wenn sich jemand darum kümmern würde. Muss am Vollmond liegen, murmelt Tanner, als wir ihm zu einer Reihe dunkelrot gestrichener Türen im Erdgeschoss folgen, neben denen jeweils ein kleines Fenster eingelassen ist. Die anderen Stockwerke sehen genauso aus. Wie meinen Sie das? Außer euch habe ich letzte Woche noch jemanden per Mail ein Apartment hier vermietet. Die gleiche Geschichte. Braucht dringend eine bleibe, kann nicht warten, zahlt in bar. Schätze jeder hat irgendwas, vor dem er wegläuft. Tja, vielleicht ist Tanner doch cleverer als sein Film Zwilling. Ist heute morgen erst angekommen. Er deutete mit dem Daumen auf Apartment 1D, bevor er zu der daneben liegenden mit einem goldenen 1C gekennzeichneten Tür weiterschlurft und seinen gigantischen Schlüsselbund rasselnd nach dem passenden Schlüssel absucht. Okay, dann erzähle ich euch jetzt mal, was ich allen meinen Mietern erzähle. Es gibt nur eine Regel, aber wer gegen die verstößt, kriegt sofort die Kündigung auf den Tisch. Haltet Frieden, schmeißt keine wilden Partys mit Drogen und Orgien und Verzeihung, aber was genau versteht man in Florida unter einer Orgie? Sind Dreier okay? Und was ist, wenn es dabei etwas handfester zugeht? Sie müssen nämlich wissen, dass... Beginne ich und handle mir einen finsteren Blick von Tenner und einen schmerzhaften Hieb ins Schulterblatt von Livy ein. Er räuspert sich und fährt dann fort, als hätte ich nichts gesagt. Keine Kleinkriege, weder familiäre noch sonst irgendwelche. Für so einen Mist fehlt mir die Geduld und ich werfe euch schneller raus, als ihr mich anlügen könnt. Verstanden? Ich nicke und muss mich schwer beherrschen, nicht den Titelsong von Familienduell vor mich hinzusummen, als Tenner die Tür aufstößt. Hab es selbst geputzt und gestrichen, ist nicht mehr taufrisch, aber für eure Zwecke sollte es reichen. Es ist ein kleines, spärlich eingerichtetes Apartment mit einer grün-weiß gefließten Kochnische im hinteren Teil des Raums. In der Mitte steht eine braun-orange geblümte Couch, deren Hässlichkeit durch die frisch gestrichenen weißen Wände noch hervorgehoben wird und die sich mit dem billigen waldgrünen Teppich und dem in der Luft liegenden Geruch nach Mottenkugeln zu einem authentischen 70er-Jahre White-Trash-Ambiente zusammenfügt. Aber vor allem hat das, was ich sehe, nicht das geringste mit den Fotos in der Anzeige zu tun. Tja, Überraschung! Tanner kratzt sich den erkrauten Haarkranz an seinem Hinterkopf. Ist nichts Besonderes, ich weiß. Da drüben sind die beiden Schlafzimmer und dazwischen ein Bad. Ich habe letztes Jahr eine neue Toilette installiert, also... Sein schiefes Gesicht wendet sich mir zu. Wenn das alles ist... Er will sein Geld. Mit angespannten Lächeln hole ich einen dicken Umschlag aus der Vordertasche meines Rucksacks. Während ich ihm die sechs Mieten im Voraus gebe, wagt Livy sich weiter in das Apartment hinein. Tanner schaut ihr hinterher und kaut nachdenklich auf seiner Unterlippe. Sie ist noch ganz schön jung. Wissen eure Eltern, dass ihr hier seid? Unsere Eltern sind tot! Es kommt so grob heraus wie beabsichtigt und verfehlt seine Wirkung nicht. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Tanner. Er wird blass. Oh, ähm, das tut mir leid. Ich tue nichts, um das unbehagliche Schweigen zu beenden. Stattdessen schiebe ich die Hände unter die Achseln, um noch einmal klarzustellen, dass ich nicht vorhabe, irgendwelche Hände zu schütteln. Als er auf dem Absatz kehrtmacht und aus dem Apartment flüchtet, seufze ich Er will mich genauso schnell loswerden, wie ich ihn. Die Waschküche ist im Keller, ruft er über die Schulter zurück. Ich putze sie einmal die Woche und erwarte von meinen Mietern, dass sie mithelfen, sie sauber zu halten. Wenn ihr irgendetwas braucht, ich wohne in 3F. Er verschwindet und lässt den Schlüssel in der Tür stecken. Ich gehe zu Livy, die gerade das Medizinschränkchen in dem für Hobbits konzipierten Badezimmer inspiziert. Es ist so klein, dass ich immer nur eine Person darin aufhalten kann. Neue Toilette, alte, eklige Dusche, murmle ich und zeichne mit der Fußspitze die Risse in dem schmuddeligen Fliesenboden nach. Ich nehme das Zimmer hier. Livy quetscht sich an mir vorbei und läuft in den Raum, der rechts vom Bad liegt und bis auf eine Kommode und ein schmales Bett mit einer gehäkelten pfirsichfarbenen Tagesdecke leer ist. Das Fenster ist schwarz vergittert und zeigt zur Straße. Bist du sicher? Es ist winzig. Ich muss mir das andere Zimmer nicht ansehen, um zu wissen, dass das hier das kleinere der beiden ist. So ist Livy denkt immer zuerst an die anderen. Kein Problem, ich mag kleine Räume, gibt sie grinsend zurück und versucht wie üblich das Beste aus der Situation zu machen. Tja, wenn wir wilde Orgien feiern wollen, wirst du nicht mehr als drei Typen auf einmal hier reinkriegen. Das ist dir doch klar, oder? Livy wirft ein Kissen nach mir. Sehr witzig. Mein Zimmer sieht genauso aus wie ihres, nur dass es einen Hauch größer ist und ein Doppelbett mit einer unfassbar hässlichen gestrickten grünen Überdecke darin steht. Ich seufze enttäuscht. Tut mir leid, Livy. Das alles hier hat absolut nichts mit dem zu tun, was in der Anzeige stand. Zur Hölle mit Tenner und seinen gefakten Fotos. Ich lege den Kopf schräg. Meinst du, wir können ihn dafür verklagen? So schlimm ist es nicht, Case, sagt Livy schnaubend. Das sagst du jetzt, aber wenn wir erst mal mit den Kakerlaken um unser Brot kämpfen. Du hast vor zu kämpfen? Du? Ich bin geschockt! Ich lache. Es gibt nicht mehr viel, was mich zum Lachen bringt. Livys Versuche, sarkastisch zu sein, gehören aber definitiv dazu. Wenn sie die Kohle spielt, endet das meistens damit, dass sie wie eine Radiosprecherin klingt, die mit dramatischer Stimme den Plot eines schlechten Krimis wiedergibt. Es ist ätzend, Livy. Gib's zu! Aber jetzt sind wir nun mal hier und etwas Besseres können wir uns im Moment einfach nicht leisten. Miami ist scheiß teuer. Ihre Hand schiebt sich in meine und Es ist die einzige Hand, mit deren Berührung ich klarkomme. Die einzige, die sich nicht tot anfühlt. Manchmal fällt es mir sogar schwer, sie loszulassen. Es ist perfekt, Case. Bloß ein bisschen klein und mottenkugelig und grün, aber wir haben es ziemlich nah zum Strand. Genau das wollten wir doch, oder? Sie streckt seufzend die Arme über den Kopf. Und was jetzt? Heute Nachmittag melden wir dich erstmal in deiner neuen Schule an, damit dein riesiges Gehirn nicht anfängt zu schrumpfen. Schließlich musst du später mal ein Mittel gegen Krebs erfinden, stinkreich werden und mich finanziell unterstützen. Ich klappe meinen Koffer auf und wühle durch meine Sachen. Ich muss mich in einem Sportstudio anmelden und danach finde ich heraus, wie viel Kornbeef und Dosenmeiß ich von dem Geld kaufen kann, das ich bekomme, wenn ich mich an irgendeine Straßenecke stelle und meinen schweißgebadeten heißen Körper vermiete. Livy schüttelt nur den Kopf. Manchmal hat sie Probleme mit meinem Humor. Ich glaube, sie fragt sich in solchen Momenten, ob ich das, was ich so von mir gebe, nicht vielleicht doch ernst meine. Ich bücke mich, um die Decke und das Bettzeug von der Matratze zu ziehen. Aber vorher muss ich alles hier erst mal von irgendwelchen krassen Bazillen befreien. Die Waschküche im Keller ist nichts Besonderes. An der Decke entlanglaufende Neonröhren werfen kaltes Licht auf den blau-grünlichen Betonboden. Ein blumiger Duft schafft es nicht wirklich, den moschusartigen Gestank in der Luft zu übertünchen und die Geräte haben ihre Glanzzeit bestimmt schon seit 15 Jahren hinter sich und werden wahrscheinlich mehr Schaden als Gutes an unserer Wäsche anrichten. Aber nirgendwo ist auch nur eine Spinnwebe oder Fluse zu sehen. Während ich unsere Bettwäsche und Decken auf zwei Maschinen verteile, verfluche ich die Welt dafür, dass sie uns dazu zwingt, überhaupt erst in fremden Bettzeug zu schlafen. Von meinem ersten Gehalt kaufe ich Neues, nehme ich mir vor. Nachdem ich eine Mischung aus Wasch- und Desinfektionsmittel dazugegeben habe, stelle ich die Temperatur auf die höchste Stufe und wünschte, es gäbe ein Programm, das kocht garantiert jede Scheißbakterie aus der Wäsche heißt. Das würde Die Maschine will sechs Viertel Dollar Münzen pro Waschgang. Ich hasse Münzwaschautomaten. Livy und ich mussten in der Mall fremde Leute anquatschen, ob sie uns die fünf und zehn Cent Stücke aus Tante Dalas Sparbüchse wechseln. Als ich das Kleingeld herauskrame, stelle ich fest, dass es gerade reicht, um die Maschine damit zu füttern. Ist noch eine Maschine frei? Ertönt Ich fahre zusammen und lasse vor Schreck meine letzten Dreiviertel Dollar Münzen fallen. Zwei kann ich dank meiner guten Reflexe auffangen, die dritte rollt auf dem Boden in Richtung Waschmaschine. Ich lasse mich auf alle Viere fallen und hechte ihr hinterher. Aber ich bin nicht schnell genug. Shit! Eine Wange auf den Boden gepresst, spähe ich unter die Maschine und halte nach etwas silbrig glitzerndem Ausschau. Meine Finger müssten gerade so in den schmalen Zwischenraum passen. Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun. Ach nein, gebe ich genervt zurück. Wer außer einem Psycho oder Vergewaltiger schleicht sich in einer Waschküche an eine Frau heran? Bleibt die Frage, ob er ersteres oder letzteres ist. Wahrscheinlich sollte ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen. Tue ich aber nicht. Es ist nicht so einfach, mir Angst einzujagen und außerdem bin ich im Moment sowieso viel zu sauer, als dass noch irgendeine andere Gefühlsregung in mir Platz hätte. Soll er doch versuchen, mich anzugreifen. Er wird sich den Schock seines Lebens einhandeln. Und wieso nicht? frage ich mühsam beherrscht. Haltet Frieden, hat Tenner uns eingeschärft. Mit Sicherheit hat er damit vor allem mich gemeint. Weil wir hier in einer feuchtkühlen Waschküche in Miami stehen, dem Lieblingsort von fiesen, achtbeinigen Krabbeltieren und diversen anderen Kriechzeugs. Ich weiche zurück und unterdrücke ein Schaudern, als ich mir vorstelle, wie ich meine Hand unter der Maschine hervorziehe und als Zugabe zu dem Viertel Dollar noch eine Schlange dazu bekomme. Es gibt nur wenige Dinge, bei denen ich ausflippe. Kleine, hervortretende Augen und ein in sich windender, schuppiger Körper zählen definitiv dazu. Lustig, wie ich gehört habe, treiben sich hier auch gern fiese Zweibeine herum. Man nennt sie Perverslinge. Sollen eine echte Plage sein. So wie ich hier in meinen kurzen schwarzen Shorts vornüber gebeugt auf dem Boden Knie, muss er eine nette Aussicht auf meinen Hintern haben. Nur zu, du widerlicher Mistkerl. Genieß es. Das ist nämlich alles, was du kriegst. Und wenn ich auch nur den Hauch einer Berührung auf meiner Haut spüre, zertrümmere ich dir die Kniescheiben. Er lacht leise. Eins zu Null für dich. Willst du nicht vielleicht langsam mal wieder hoch kommen? Seine Worte lösen ein Kribbeln in meinem Nacken aus. In seiner Stimme klingt ein unerwartet erregender Unterton mit. Ich höre ein Geräusch, das wie Metall auf Metall klingt, als er hinzufügt, dieser Perversling hat noch einen Viertel Dollar übrig, den er dir geben könnte. Tja, wenn das so ist, gehörst du zu den Perverslingen, die ich am liebsten, beginne ich und greife nach der oberen Kante der Waschmaschine, um mich daran hochzuziehen und diesem Idioten ins Gesicht zu schauen. Natürlich steht genau an der Stelle die offene Waschmittelflasche, die ich natürlich mit der Hand umstoße, worauf sich deren Inhalt natürlich über die halbe Maschine und den Boden ergießt. Mist, fluche ich und lasse mich wieder auf die Knie fallen, während das dickflüssige grüne Waschmittel in jede Ritze sickert. Wenn Tenner das sieht, wirft er mich auf der Stelle raus. Die Stimme des Perverslings senkt sich zu einem Flüstern. Wie viel wäre dir mein Schweigen wert? Ich höre Schritte näher kommen. Instinktiv nehme ich eine Position ein, aus der heraus ich ihm das Kniegelenk auskugeln und ihn Höllenqualen leiden lassen kann, genau wie ich es in meinem Sparring Training gelernt habe. Ein Schaudern läuft über meinen Rücken, als vor mir ein weißes Laken zu Boden sinkt. Mit angehaltenem Atem warte ich geduldig, bis er an mir vorübertritt und links neben mir in die Hocke geht. Das nächste, was ich sehe, sind zwei tiefe Grübchen auf die blauesten Augen, die mir je begegnet sind, mit einem kobaltfarbenen Ring um die hellblaue Iris. Ich blinzle. Sind das da in der Mitte türkisgrüne Sprenkel? Ja! Mein Gott! Der blaue Betonboden, die angerosteten alten Maschinen, die Wände, unter der Intensität seines Blicks löst sich alles um mich herum auf, meine aus Kratzbürstigkeit bestehendes Schutzschicht zerbricht und wird mir mit einem Ruck vom Körper gerissen, sodass ich in Sekunden Bruchteil bloß und verletzlich vor ihm kauere. Hier! Mit dem Laken können wir alles aufwischen. Ich brauchte sowieso noch Waschmittel, sagte er mit einem jungenhaften Grinsen, während er mit seinem Laken über den Boden wäscht. Warte, du musst nicht! Ich verstumme. Auf einmal tut es mir unglaublich leid, ihn als Perversling betitelt zu haben. Er kann kein Perversling sein. Er sieht viel zu gut aus und ist zu nett. Ich Idiotin werfe hier Viertel Dollar Münzen durch die Gegend und er wischt mit seinem Laken mein verschütteltes Waschmittel vom dreckigen Boden auf. Mein Sprachzentrum scheint blockiert zu sein. Jedenfalls bekomme ich keinen Ton heraus, während ich die muskulösen Unterarme von Typ, der doch kein Perversling ist, anstarre und spüre, wie sich eine prickelnde Hitze in meinem Unterleib ausbreitet. Die hochgerollten Ärmel und geöffneten obersten Knöpfe seines Hemds lassen einen Hammer Oberkörper erahnen. Gefällt dir, was du siehst? fragt er spöttisch. Ich lenke ertappt den Blick zu seinem grinsenden Gesicht zurück und spüre, wie mir das Blut in die Wangen schießt. Zur Hölle mit diesem Typen! Im einen Moment klingt er wie ein barmherziger Samariter, höchsten wie ein durchtriebener Verführer. Aber das Schlimmste ist, dass er mich dabei erwischt hat, wie ich ihn regelrecht angegafft habe. Mich! Die keinen Blick an die durchtrainierten Körper verschwendet, die mir jeden Tag im Fitnessstudio begegnen. Aber gegen seinen scheine ich aus irgendeinem Grund nicht immun zu sein. Ich bin gerade erst eingezogen. 1D. Ich heiße Trent. Er schaut unter unglaublich langen Wimpern zu mir auf, sein markant schönes Gesicht von zerzausten goldbraunen Haaren umrahmt. Casey! Ich räuspere mich. Das ist also der andere neue Mieter, unser Nachbar, der auf der anderen Seite unserer Wohnzimmerwand lebt. Casey! Wiederholt er. Ich liebe es, wie sein Mund sich bewegt, wenn er meinen Namen ausspricht. diese Lippen. Mein Blick bleibt an ihnen und an seinen perfekten weißen Zähnen hängen, bis ich spüre, wie mein Gesicht unter einer weiteren Hitzewelle explodiert. Verdammt! Casey Cleary 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 wird wegen niemandem rot. Ich würde dir die Hand geben, Casey, aber Trent hält grinsend seine waschmittelverschmierten Handflächen hoch. Okay, das war's. Die Vorstellung, seine Hand zu berühren, ist wie eine Ohrfeige, die mich aus dem seltsamen Bann reißt, mit dem dieser Trent mich belegt hat und mich in die Realität zurückkatapultiert. Ich kann wieder klar denken. Tief durchatmend kämpfe ich darum, meine Schutzschilde zu reaktivieren und eine Barriere zwischen diesem fast schon überirdischen Wesen und mir zu errichten, damit nichts mehr in mir auf ihn reagieren und ich mein Leben weiterleben kann und erst gar nicht in irgendetwas verwickelt werde, das mit ihm zu tun hat. So ist alles viel einfacher. Und um mehr geht es hier auch nicht, Casey. Es ist bloß eine Reaktion. Eine seltsame und untypische Reaktion auf einen Typen. Einen unfassbar sexy Typen, aber letztlich nichts, worauf du dich einlassen willst. Danke für den Viertel Dollar, sage ich kühl, richte mich auf, schiebe die Münze in den Schlitz und starte die Maschine. Das ist das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem ich dir so einen Schreck eingejagt habe. Er richtet sich ebenfalls auf und stopft seine Wäsche in die Maschine neben meiner. Falls Tenner irgendwas merken sollte, nehme ich es auf meine Kappe. Ist ja wirklich zum Teil auch meine Schuld. Zum Teil? Er schüttelt leise lachend den Kopf. Wir stehen jetzt so nah nebeneinander, dass unsere Schultern sich fast berühren. Zu nahe. Ich trete ein paar Schritte zurück, um mehr Abstand zwischen uns zu kriegen. Es endet damit, dass ich seinen Rücken anstarre und bewundernd registriere, wie sich der Stoff seines blau karierten Hemds über seine breiten Schultern spannt und wie perfekt seine dunkelblaue Jeans sich an seinen Hintern schmiegt. Er dreht den Kopf und sieht mich mit einem Ausdruck in den funkelnden Augen an, der Gedanken an Dinge in mir weckt, die ich an ihm, für ihn, mit ihm tun will. Ungeniert lässt er den Blick über meinen Körper wandern. Dieser Kerl ist ein wandelnder Widerspruch. In der einen Sekunde noch unglaublich ein überwältigend heißer Widerspruch. In meinem Kopf schrillt ein Alarm los. Ich habe Livy versprochen, dass ein für allemal Schluss ist mit One-Night-Stands und dieses Versprechen habe ich gehalten. Seit zwei Jahren lasse ich sämtliche Typen links liegen und jetzt stehe ich am ersten Tag unseres neuen Lebens hier vor diesem Adonis und würde ihn am liebsten auf die Waschmaschine zerren und mich rittlings auf ihn setzen. Auf einmal fühle ich mich extrem unwohl in meiner Haut. Atme einfach Casey, höre ich die Stimme meiner Mom im Kopf. Zehn kleine Atemzüge. Wie immer nützt mir ihr gut gemeinter Rat nichts, weil er keinen Sinn ergibt. Das Einzige, was Sinn ergibt, ist die Flucht anzutreten und dieser zweibeinigen Versuchung nicht in die Falle zu gehen, und zwar sofort. Rückwärts begebe ich mich zur Tür. Ich will solche Gedanken nicht. Ich brauche sie nicht. Und du? In welchem... Ohne das Ende seines Satzes abzuwarten, drehe ich mich um und stürze die Treppe hoch, um mich in Sicherheit zu bringen. Ich hole erst wieder Luft, als ich oben angekommen bin, lehne mich an die Wand und schließe die Augen, heiße die Schutzschicht willkommen, die sich um mich schließt und wieder die Kontrolle über meinen Körper übernimmt. Kapitel zwei Ein zischendes Geräusch, grelle Lichter, Blut, Wasser, das über meinem Kopf zusammenschlägt. Ich ertrinke. Casey, wach auf! Livys Stimme reißt mich aus der erdrückenden Dunkelheit zurück in mein Zimmer. Es ist drei Uhr morgens und ich bin schweißgebadet. Danke, Livy. Kein Problem. Sie legt sich neben mich. Livy ist meine Albträume gewöhnt. Es vergeht kaum eine Nacht ohne sie. Manchmal wache ich von allein auf. Manchmal wecken meine Schreie Livy und manchmal hyperventiliere ich und sie muss mir kaltes Wasser ins Gesicht spritzen, um mich zu wecken. Heute Nacht nicht. Heute Nacht ist eine gute Nacht. Ich bleibe still liegen, bis ich höre, dass ihr Atem ruhig und gleichmäßig geht und danke Gott dafür, dass er sie mir nicht auch noch genommen hat. Alle anderen hat er sich geholt, aber Livy hat er mir gelassen. Ich stelle mir gern vor, dass er es war, der dafür gesorgt hat, dass sie an diesem Abend eine Grippe bekam und deswegen nicht zu meinem Rugby-Spiel mitkommen schopfte Atemwege und eine laufende Nase haben sie gerettet, haben einen einzigen Lichtstrahl gerettet. Am Morgen stehe ich früh auf, um mich von Livy zu verabschieden, die heute ihren ersten Tag in der neuen Highschool hat. Hast du den ganzen Papierkram eingepackt? frage ich. Ich habe sämtliche Formulare als ihr gesetzlicher Vormund unterschrieben und sie schwören lassen, bei der verabredeten Version zu bleiben, falls irgendjemand Fragen stellen sollte. Ich weiß nicht, ob... Halte dich einfach an das, was wir besprochen haben, Livy. Dann klappt das schon. Ganz wohl ist mir dabei nicht, um ehrlich zu sein. Mich auf Livy zu verlassen, wenn es ums Lügen geht, ist ungefähr dasselbe, wie von einem Kartenhaus zu erwarten, einem Sturm stand zu halten. Livy würde nicht einmal dann lügen, wenn ihr Leben davon abhänge. Was in diesem Fall auf gewisse Weise zutrifft. Sie schiebt sich den letzten Löffel Cheerios in den Mund, greift nach ihrer Schultasche und streicht sich ungefähr zum hundertsten Mal die Haare hinter die Ohren. Es ist eine ihrer vielen Gesten, die verraten, dass sie schrecklich nervös ist. Du schaffst das, Livy. Denk einfach immer daran, dass du sein kannst, wer du willst. Versuche ich, ihr Mut zu machen und streiche ihr über den Arm, als sie sich zum Gehen wendet. Als wir damals zu Tante Darla und Onkel Raymond gezogen sind, habe ich die Aussicht auf eine neue Schule und neue Leute, die nichts über mich wussten, als winzigen Trost empfunden. Ich bin so naiv gewesen zu glauben, dass mir mitleidige Blicke erspart bleiben würden. Aber Gerüchte verbreiten sich in Kleinstädten wie ein Lauffeuer und schon bald fing ich an, die Mittagspause auf der Toilette zu verbringen oder die Schule ganz ausfallen zu lassen, um den Getuschel aus dem Weg zu gehen. Doch jetzt sind wir Welten von Michigan entfernt. Wir haben eine echte Chance, noch einmal von vorn anzufangen. An der Tür bleibt Livy stehen, dreht sich zu mir um und sieht mich stirnrunzelnd an. Ich bin Olivia Cleary. Ich versuche nicht, jemand anderes zu sein. Ich weiß, damit will ich nur sagen, dass hier niemand etwas über unsere Vergangenheit weiß. Das war eine weitere Bedingung, die gestellt habe, dass sie mit niemandem über unsere Vergangenheit sprechen wird. Wir sind nicht unsere Vergangenheit. Ich bin ich und du bist du und das ist auch genau das, was wir sein müssen, erinnert mich Livy, bevor sie geht, und ich weiß genau, was sie gerade denkt. Ich bin nicht mehr Casey Cleary. Ich bin eine leere Hülle, die zynische Witze macht und nichts fühlt. Ich bin ein Mädchen, das nur so tut, als wäre es noch Casey. Bei meiner Suche nach einem Apartment habe ich nicht nur darauf geachtet, dass es in der Nähe eine gute Schule für Livy gibt, sondern auch ein passendes Fitnessstudio für mich. Nämlich eines, in dem keine bleistiftdünnen Mädchen in stylischer Sportswear herumhüpfen und neben den Gewichten in ihr Handy plappern. Ich wollte einen Kampfsportclub und so bin ich auf The Breaking Point gestoßen. Das Breaking Point hat ungefähr dieselbe Größe wie das O'Malley's in Michigan, weshalb ich mich sofort zu Hause fühle, als ich reinkomme. Die Beleuchtung ist gedämpft. Es gibt ein Boxring und ein Dutzend von der Decke hängende Boxsäcke, die unterschiedlich groß und schwer sind. Die Luft ist durchdrungen vom vertrauten Geruch nach Schweiß und Aggression, dem Nebenprodukt einer 50-zu-1 Frauenquote. Ich atme tief ein und genieße das Gefühl der Sicherheit, das mich durchströmt. Als ich vor drei Jahren aus der Langzeit Reha entlassen wurde, nach intensiven physiotherapeutischen Maßnahmen zur Reaktivierung meiner rechten Körperhälfte, die bei dem Unfall zerschmettert wurde, meldete ich mich in einem Fitnessstudio an. Ich verbrachte täglich mehrere Stunden dort, stemmte Gewichte, machte Ausdauertraining. Übungen, die meinen geschundenen Körper stärkten, aber nichts für meine kaputte Seele taten. Eines Tages sprach mich dort ein muskelbepackter Typ namens Jeff an, der mehr Piercings und Tattoos als ein abgehalfterter Rockstar hatte. Du nimmst dich bei deinen Workouts ganz schön hart ran, sagte er. Ich nickte, ohne mich dafür zu interessieren, in welche Richtung die Unterhaltung gehen könnte, bis er mir seine Karte reichte. Kennst du das O'Malley's ein Stück die Straße runter? Ich unterrichte dort an ein paar Abenden die Woche Kickboxen. Wie sich wenig später herausstellte, war ich ein Naturtalent. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte ich mich zu seiner besten Schülerin, was wohl auch daran lag, dass ich sieben Tage die Woche trainierte. Das Kickboxen hat sich für mich als perfekter Bewältigungsmechanismus erwiesen. Bei diesem Sport kann ich jeden Kick und jeden Schlag als Ventil für meine Wut, meine Frustration und meinen Schmerz benutzen, kann die ganzen unterdrückten Gefühle auf eine Art rauslassen, die nicht destruktiv ist. Zum Glück gehört das Breaking Point zu den günstigeren Clubs. Es gibt keine Aufnahmegebühren und man kann seinen Beitrag monatlich bezahlen. Ich habe genug für den ersten Monat zur Seite gelegt. Mir ist klar, dass ich das Geld lieber für Lebensmittel ausgeben sollte, aber ein Verzicht aufs Training ist für mich keine Option. Die Gesellschaft ist besser dran, wenn ich regelmäßig Dampf ablassen kann. Nachdem ich mich angemeldet habe und kurz herumgeführt wurde, stelle ich meine Tasche neben einem freien Boxsack ab und spüre prüfende Blicke auf mir. Wer ist der kleine Rotschopf? Weiß sie nicht, was das hier für ein Club ist? Sie fragen sich, ob ich einen weise etwas taugt. Wahrscheinlich schließen sie schon Wetten darauf ab, wer es als erstes schafft, mich unter der Dusche zu nehmen. Sie können es ja mal versuchen. Ich ignoriere die Blicke, die anzüglichen Kommentare und das spöttische Grinsen, während ich mich dehne, damit ich mir nach den drei Tagen ohne Training nichts zerre und lächle dabei still in mich hinein. Großspurige Vollidioten. Nachdem ich ein paar Mal tief durchgeatmet habe, konzentriere ich mich auf den Bockssack, dieses gütige Etwas, das all meinen Schmerz, Kummer und Hass widerspruchslos absorbieren wird. Und dann lasse ich alles raus. Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen, als grauenhafte Altherren Metal Gitarren Riffs durch mein Zimmer dröhnen. Ich schaue auf meinen Wecker. Jipp, sechs Uhr, pünktlich auf die Minute. Das ist jetzt schon der dritte Tag in Folge, dass ich von diesem unerträglichen Krach geweckt werde. Haltet Frieden, brumme ich tennas mahnende Worte vor mich hin und ziehe mir die Decke über den Kopf. Schätze, dazu gehört nicht die Tür meines Nachbarn einzutreten und seine Boxen gegen die Wand zu schmettern. Was nicht heißt, dass ich keine Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Ich taste nach meinem iPod, einem der wenigen Dinge, die ich außer Klamotten bei unserer eiligen Flucht eingepackt habe, und scrolle durch die Playlist. Na bitte! Hannah Montana. Vor ein paar Jahren hatte meine beste Freundin Jenny mir diesen furchtbaren kleinen Mädchenpop mal aus Scherz heruntergeladen. Scheint, als würde das Album schließlich doch noch für was gut sein. Ich schiebe den Schmerz weg, der mit den damit verbundenen Erinnerungen in mir hochsteigt, drücke auf Play und drehe die Lautstärke auf Maximum. Die verzerrten Bässe prallen von den Wänden meines kleinen Zimmers ab. Möglicherweise wird der Lautsprecher das nicht überleben, aber das ist es mir wert. Dann fange ich an zu tanzen. Ich springe wie eine Verrückte durchs Zimmer, schwenke die Arme durch die Luft und hoffe, dass die Person nebenan Hannah Montana genauso sehr hasst wie ich. Was machst du denn da? ruft Livy, die in zerknautschten Pyjama und mit strubbeligen Haaren ins Zimmer gestürmt kommt und zu meinem iPod hechtet, um ihn auszuschalten. Ich erteile unserem Nachbarn bloß eine Lektion dafür, dass dieser Idiot mich schon wieder mit seiner Schrottmusik geweckt hat. Sie runzelt die Stirn. Du weißt, wer nebenan wohnt? Und woher weißt du, dass es ein Typ ist? Weil eine Frau niemals so einen Scheiß hören würde, schon gar nicht um sechs Uhr morgens. Oh, davon habe ich in meinem Zimmer gar nichts mitbekommen. Sie mustert einen Moment stirnrunzelnd die an die Nachbarwohnung grenzende Wand. Das ist ja grauenhaft! Ich ziehe eine Braue hoch. Sag ich doch! Vor allem, nachdem ich gestern Nacht bis elf Uhr gearbeitet habe. Meine erste Schicht in einem Starbucks in der Nachbarschaft. Der Laden hat verzweifelt jemanden gesucht und dank meines ehemaligen Chefs, eines vierundzwanzig jährigen Muttersöhnchen, namens Jake, mit einer Schwäche für den hart gesottenen Rotschopf, konnte ich ein erstklassiges Zeugnis vorlegen. Ich hatte mich klugerweise ihm gegenüber immer von meiner besten Seite gezeigt. Das hat sich ausgezahlt. Nach kurzem Zögern zuckt Levi mit den Achseln, ruft Party und stellt den iPod wieder auf volle Lautstärke. Wir zischt Livy, als ich nach der Türklinke greife. Fragend drehe ich mich um und sehe, wie sie den erhobenen Zeigefinger wackelt, genau wie unsere Mutter es früher getan hat, wenn sie ein Hühnchen mit uns zu rupfen hatte. Du hast es versprochen, schon vergessen? Das war der Deal. Wir fangen hier von vorn an. Neues Leben. Neue Casey. Ja, klar. Und weiter? Könntest du bitte versuchen, dich nicht wie eine Eiskönigin aufzuführen und mehr wie die vorher Casey zu sein? Du weißt schon, die Casey, die sich nicht jedes Mal in eine Betonmauer verwandelt, wenn jemand versucht, ihr näher zu kommen. Ich meine, wer weiß, vielleicht können wir uns ja mit dem einen oder anderen hier im Haus anfreunden. Versuche es doch wenigstens. Du willst dich mit alten Knackern anfreunden? entgegne ich. Wenn das so ist, hätten wir auch zu Hause bleiben können. Aber ihre Worte treffen mich wie eine spitze Nadel direkt ins Herz. Bei jedem anderen wären sie an meiner teflon beschichteten gerade abgeperlt. Das Problem ist, dass ich nicht mehr weiß, wer die vorher Casey war. Ich erinnere mich nicht an sie. Ich kenne sie nur vom Hören sagen. Wenn sie lachte, sollen ihre Augen geleuchtet haben. Wenn sie auf dem Klavier Stairway to Heaven spielte, soll ihr Dad feuchte Augen bekommen haben. Sie soll viele Freunde gehabt haben, die sie gern umarmte und angeblich hatte sie ständig mit ihrem Freund Händchen gehalten. Die vorher Casey ist vor vier Jahren gestorben. Übrig geblieben ist nichts als ein menschlicher Scherbenhaufen. Ein Scherbenhaufen, der ein Jahr lang in der Reha verbrachte, bis der gebrochene Körper repariert war, der dann mit einer gebrochenen Seele entlassen wurde. Ein Scherbenhaufen, dessen Noten in den Keller fielen, der für ein Jahr in eine Welt aus Drogen und Alkohol abdriftete. Die Nachher Casey weint nicht. Sie vergießt keine einzige Träne. Ich glaube, sie weiß gar nicht, wie das geht. Sie ist verschlossen. Sie erträgt es nicht, irgendwelche Hände anzufassen, weil ihre Berührung sie an den Tod erinnert. Sie lässt niemanden an sich heran, weil der Schmerz ihr überall hin folgt. Der Anblick eines Klaviers versetzt sie in taumelnde Benommenheit. Den einzigen Trost findet sie darin, aus riesigen Sandsäcken die Scheiße herauszuprügeln, bis ihre Knöcheln rot und ihre Füße wund sind und ihr Körper, zusammengehalten von zahlreichen Metallstangen und Schrauben, sich anfühlt, als würde er sich auflösen. Die Nachher Casey ist mir vertraut. Ich bin mir sicher, dass ich sie für den Rest meines Lebens nicht mehr loswerde. Aber Livy erinnert sich noch an die Vorher Casey und Livy zuliebe versuche ich, mein Bestes zu geben. Ich zwinge meine Mundwinkel zu einem Lächeln. Es fühlt sich seltsam und fremd an und Livys Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wirkt es wohl eher wie das Zähnefletschen eines Kettenhundes. Okay, seufze ich, dreh mich wieder zur Tür und lege erneut die Hand auf die Klinke. Warte! Gott, Livy! stöhne ich. Was denn noch? Hier! Sie reicht mir ihren schwarz gepunkteten rosa Regenschirm. Für den Fall, dass es ein Serienmörder ist. Ich muss lachen. Ein Geräusch, das mir seltsam fremd ist, weil ich es nicht oft von mir gebe, aber es kommt von Herzen. Und was soll ich damit anfangen? Ihn pieksen? Sie zuckte mit den Achseln. Besser als ihn windel weich zu prügeln, wie es dir am liebsten wäre. Okay, okay, vielleicht schauen wir erst mal, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Ich beuge mich zum Fenster neben der Tür, schiebe den dünnen Vorhang zur Seite und halte nach einem ergrauten Mann in einem zu kleinen, ausgewaschenem T-Shirt und schwarzen Socken Ausschau. Ein winziger Teil von mir fragt sich plötzlich, ob es vielleicht dieser Trend aus der Waschküche ist. Seine funkelnden Augen haben sich in den letzten Tagen mehrmals ungebeten in meine Gedanken geschlichen, aus denen ich sie nur unter größter Anstrengung wieder vertreiben konnte. Einmal habe ich mich sogar dabei erwischt, wie ich total psychomäßig auf die Wand zwischen unseren Apartments gestarrt und überlegt habe, was er wohl gerade macht. Aber die Musik kommt von der anderen Seite, also kann er es eigentlich nicht sein. Stattdessen schwingt vor unserer Tür ein seidiger weizenblonder Pferdeschwanz hin und her. Im Ernst? Murmel ich und mache die Tür auf. Vor mir steht Barbie. Kein Scherz, eine lebensechte, 1,80 Meter große, durchtrainierte, blonde Sexbombe mit vollen Lippen und riesigen lavendelblauen Augen. Sprachlos lasse ich ihre winzigen Baumwollschorts auf mich wirken und bestaune das Playboy-Logo auf ihrem Tanktop, das sich über ein beachtliches Paar Brüste spannt. Gott, die Dinger sind so groß wie Heißluftballons. Die sind definitiv nicht echt. Eine weiche Stimme, die mit gedehntem Südstaaten-Akzent spricht, reißt mich aus meiner Trance. Hi, ich bin Nora Matthews von nebenan, aber alle nennen mich Storm. Storm? Storm von nebenan mit Medizinbällen anstelle von Brüsten? Ich höre ein Räuspern und merke, dass ich sie immer noch anstarre. Hastig lenke ich den Blick zu ihrem Gesicht zurück. Schon okay, der Arzt hatte die Spendierhosen an und hat mir während der OP einfach noch ein bisschen mehr drauf gepackt, scherzt sie mit einem nervösen Kichern, was Livy mit einem erstickten Husten quittiert. Unsere neue Nachbarin, Nora alias Storm, mit den gigantischen falschen Brüsten. Ich frage mich, ob Tanner ihr auch den »Keine Orgien Frieden halten« Vortrag gehalten hat, als er ihr die Schlüssel aushändigte. Sie streckte ihren sehnigen Arm aus und hält mir die Hand hin, worauf ich mich sofort versteife und angestrengt versuche, nicht zurückzuzucken. Genau das ist der Grund, warum ich es hasse, neue Leute kennenzulernen. Würde es in diesen virenverseuchten Zeiten, in denen wir leben, nicht reichen, sich einfach zuzuzwinkern und dann weiterzugehen? Ein rabenschwarzer Kopf schiebt sich in mein Blickfeld, als Livy an mir vorbeiechtet, um Storms ausgestreckte Hand zu ergreifen. Hi, ich bin Livy. Ich schicke meiner Schwester ein stummes Dankeschön dafür, dass sie mich mal wieder gerettet hat. Das ist meine Schwester Casey. Wir sind neu in Miami. Storm schenkt Livy ein makelloses Lächeln und wendet sich wieder mir zu. Es tut mir wirklich leid wegen der Musik. Sie weiß also, dass ich die Gegenaktion angezettelt habe. Ich hatte keine Ahnung, dass nebenan wieder jemand eingezogen ist. Ich arbeite nachts, muss morgens aber früh raus, um mich um meine Kleine zu kümmern und das ist das Einzige, was mir hilft, um nicht im Stehen wieder einzuschlafen. Erst jetzt fällt mir der erschöpfte Zug um ihre Augen auf. Jetzt, wo ich weiß, dass ein Kind beteiligt ist, bekomme ich sofort ein schlechtes Gewissen. Shit! Ich hasse es, mich schuldig zu fühlen, vor allem wegen jemandem, den ich gar nicht kenne. Levy röspert sich und wirft mir einen Du hast versprochen, dich nicht wie ein Miststück aufzuführen Blick zu. Oh, natürlich, verstehe. Nur geht es vielleicht auch ein kleines bisschen leiser und nicht ganz so 80s-mäßig, sage ich. Die Schwäche für ACDC habe ich von meinem Dad geerbt. Ich weiß, nicht sehr cool. Sie grinst. Ich nehme gerne Musikwünsche entgegen. Alles außer Hannah Montana, bitte. Sie hebt flehend die Hände, was Livy diesmal mit einem Kichern quittiert. Mami? Eine Miniaturausgabe von Storm in einem gestreiften Schlafanzug kommt angesaust und klemmt sich hinter die wohlgeformten langen Beine ihrer Mutter, von wo aus sie zu uns hochspäht und uns daumenlutschend mustert. Sie ist so ziemlich das hinreißendste kleine Mädchen, das ich je gesehen habe. Mia? Das sind unsere neuen Nachbarinnen Casey und Livy. Das ist Mia, stellt Storm uns ihre Tochter vor und streicht ihr liebevoll über die dunkelblonden Wellen. Hi! sagt Livy in diesem typischen Tonfall, der für kleine Kinder reserviert ist. Freut mich, dich kennenzulernen! Egal, in was für einen Scherbenhaufen ich mich verwandelt habe, kleine Kinder besitzen die Macht, die schützende Eisschicht um mein Herz kurzzeitig schmelzen zu lassen. Kleine Kinder und knuddelige Welpen. Hallo Mia! begrüße ich sie lächelnd. Mia weicht zögernd zurück und schaut zu Storm auf. Fremden Leuten gegenüber ist sie ein bisschen schüchtern. Entschuldigt sich Storm und sieht dann Mia an. Ist okay, Liebes. Vielleicht werden die beiden Mädchen ja deine neuen Freundinnen. Die Worte neue Freundinnen sind alles, was es braucht. Mia wagt sich hinter den Beinen ihrer Mutter hervor, marschiert eine ausgewachsene gelbe Fließdecke hinter sich herziehend in unser Apartment und sieht sich darin um, als würde sie sich mal anschauen wollen, wie ihre neuen Freundinnen so wohnen. Dann schaut sie Livy an und kann den Blick nicht mehr von ihr abwenden. Livy geht vor ihr in die Hocke, um mit ihr auf Augenhöhe zu sein und strahlt sie an. Ich bin Livy. Mia hält mit ernster Miene ihre Decke hoch. Das ist Mr. Magoo. Er ist mein Freund. Beim Sprechen enthüllt sie eine große Zahnlücke, wo sie ihre oberen beiden Schneidezähne verloren hat, was sie nur noch entzückender macht. Freut mich, dich kennenzulernen, Mr. Magoo. Livy nimmt ein Stück Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger und tut so, als würde sie ihm die Hand schütteln. Sie scheint den Mr. Magoo Test bestanden zu haben, weil Mia sie anschließend an der Hand nimmt und aus der Tür zieht. Komm mit, dann kannst du auch noch meine anderen Freunde kennenlernen. Die beiden verschwinden im Apartment nebenan und lassen Storm und mich allein zurück. Ihr kommt nicht von hier. Es ist eine Feststellung, keine Frage. Ich hoffe, sie belässt es dabei. Seid ihr schon lange hier? Wie ihre Tochter vorhin schaut Storm sich in unserem spärlich eingerichteten Wohnzimmer um. Ihr Blick bleibt an einem gerahmten Foto an der Wand hängen, auf dem wir mit unseren Eltern zu sehen sind. Livy hat es bei unserer Flucht aus Tante Darlas Wohnzimmer mitgehen lassen. Ich verfluche Livy stumm dafür, dass sie es hier aufgehängt hat, sodass alle es sehen und Fragen stellen können, bekomme aber auch gleich wieder ein schlechtes Gewissen deswegen. Es passiert selten genug, dass Livy sich bei einer Sache durchsetzt. Das hier ist einer der wenigen Fälle. Wenn es nach mir ginge, würde das Bild in Livys Zimmer hängen, wo ich darauf hinarbeiten könnte, es mir von Zeit zu Zeit anzuschauen. Es tut immer noch zu sehr weh, ihre Gesichter zu sehen. Erst seit ein paar Tagen. Gemütlich, oder? Versuche ich zu scherzen, worauf Storms Mund sich zu einem Grinsen verzieht. Livy und ich haben uns in einem Billig Kaufhaus mit dem Notwendigsten eingedeckt. Das Einzige, das wir abgesehen von den wenigen neuen Dingen und dem Familienfoto noch mit hier reingebracht haben, ist der Geruch nach Desinfektionsmittel statt nach Mottenkugeln. Storm verschränkt die Arme vor der Brust, als würde es sie frösteln. Was eigentlich nicht sein kann. In Miami ist es selbst um sechs Uhr morgens schon heiß. Naja, fürs Erste reicht es, oder? Sagt sie leise. Manchmal kann man einfach nicht mehr verlangen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie damit nicht nur das Apartment meint. Von nebenan dringt ausgelassenes Kreischen zu uns rüber und Storm lacht. Deine Schwester hat ein Händchen für Kinder. Ja, Livy übt auf kleine Menschen so eine Art magnetische Anziehungskraft aus. Die können ihr einfach nicht widerstehen. Zu Hause hat sie regelmäßig in der Kindertagesstätte ausgeholfen. Ich bin mir sicher, dass sie später mal mindestens zwölf eigene Kinder haben wird. Ich senke die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. Aber noch weiß sie nicht, was sie mit Jungs tun muss, damit es dazu kommt. Storm kichert. Das lernt sie bestimmt schnell genug. Wie alt ist sie? Fünfzehn. Storm nickt. Und du? fragt sie. Gehst du aufs College? Ich? seufze ich und kämpfe gegen das Bedürfnis, an dich zu machen. Sie stellt eine Menge persönlicher Fragen. Versuche es wenigstens, höre ich Livys Stimme in meinem Kopf. Nein, im Moment arbeite ich. Das College muss noch warten. Vielleicht in ein oder zwei Jahren. Oder zehn. Erst einmal werde ich alles dafür tun, dass Livy versorgt ist. So viel steht fest. Von uns beiden ist sie die jenige, die eine leuchtende Zukunft vor sich hat. Es entsteht eine lange Pause, in der jede von uns ihren eigenen Gedanken nachhängt. Fürs Erste reicht es, oder? wiederhole ich, was sie vorhin gesagt hat. Sie sieht mich lange an und ich spüre, dass sie mich versteht. Der Blick in ihren blauen Augen lässt ahnen, dass in ihrem Keller auch ein paar Leichen legen. Zweites Stadium Verleugnung Kapitel 3 Ich tapse noch im Halbschlaf in die Küche, wo Livy und Mia am Tisch sitzen und Go Fish spielen. Guten Morgen, trällert Livy. Guten Morgen, Amt Mia sie nach. Es ist 8 Uhr morgens, brumme ich und hole den Orangensaft aus dem Kühlschrank, für den ich vor ein paar Tagen ein kleines Vermögen ausgegeben habe. Wie war die Arbeit? fragt Livy. Ich nehme einen tiefen Schluck direkt aus der Flasche. Scheiße! Ein scharfes Keuchen ertönt und Mia richtet ihren kleinen Zeigefinger auf mich. Casey hat gerade ein schlimmes Wort gesagt, flüstert sie. Ich zucke zusammen, als ich Livys vorwurfsvollen Blick auffange. Ich gehe mir gleich den Mund mit Seife auswaschen, okay? Murmle ich. Ich muss dringend auf meine Ausdrucksweise achten, wenn Mia in der Nähe ist. Das kleine Mädchen legt den Kopf schräg, als überlegte es, ob ich das Wort wörtlich gemeint haben könnte. Aber da sie die kurze Aufmerksamkeitsspanne von so ziemlich allen Fünfjährigen hat, ist mein verbaler Fehltritt nach ein paar Sekunden schon wieder vergessen und sie verkündet fröhlich, ihr kommt zum Brunch zu uns, das ist sowas wie Frühstück und Mittagessen zusammen. Diesmal bin ich diejenige, die Livy einen vorwurfsvollen Blick zuwirft. Ach ja? Sie steht stirnrunzelnd auf, stellt sich neben mich und tut so, als würde sie etwas im Kühlschrank suchen. Du hast versprochen, es zu versuchen, raunt sie, damit Mia es nicht hört. Ich habe gesagt, dass ich versuche, nett zu sein, nicht, dass ich mit unseren Nachbarn Muffin Rezepte austausche, zische ich. Livy verdreht die Augen. Du übertreibst. Storm ist echt cool. Ich bin mir sicher, dass du sie mögen würdest, wenn du ihr nicht ständig aus dem Weg ging ist. Ihr und so ziemlich jedem anderen Lebewesen. Zu deiner Information, ich habe diese Woche über 1000 Kaffee mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit an Lebewesen ausgeschenkt. Darunter auch an einige eher fragwürdige Exemplare. Livy verschränkt die Arme. Ihr Blick wird etwas weicher, aber sie bleibt stumm. Ich gehe anderen Menschen nicht aus dem Weg. Doch tue ich allen, einschließlich Barbie und dem Grübchentypen von nebenan, dem ganz besonders. Ich bin mir sicher, ein paar Mal seine Silhouette am Fenster gesehen zu haben, wenn ich spätabends nach Hause aber ich habe jedes Mal den Kopf eingezogen und bin schnell weiter gehastet, während sich bei der Vorstellung, ihm noch einmal gegenüber zu stehen, alles in mir zusammen zog. Ach, wirklich? Storm ist nämlich davon überzeugt, dass du genau das tust. Als sie vor ein paar Tagen raus kam, um sich mit dir zu unterhalten, bist du wie der Blitz in der Wohnung verschwunden, bevor sie auch nur Hi sagen konnte. Ich nehme noch einen Schluck Orangensaft, um nicht antworten zu müssen. Erwischt. Als ich hörte, wie Storms Tür aufging und sie zu einem Hallo Casey ansetzte, bin ich sofort in unser Apartment gehechtet und habe die Tür hinter mir zugeworfen. Ja, ich bin schnell wie der Blitz Lightning Girl. Klingt doch ganz cool, oder? sage ich. Livy erwidert nichts, sondern sieht schweigend zu, wie ich den mageren Inhalt unseres Kühlschranks begutachte. Wie aufs Magen. Wir haben ausgemacht, bis zu meinem ersten oder zweiten Lohn so wenig Geld wie möglich auszugeben, weshalb wir uns seit über einer Woche von No-Name Cheerios aus dem Discounter und Sandwiches mit Corned Beef aus der Dose ernähren. Da ich, um zu funktionieren, einiges mehr an Kalorien benötige als eine durchschnittliche 20-Jährige, fühle ich mich entsprechend schlapp. Storm sollten für ihre Essenseinladung mindestens fünf Punkte auf dem potenziellen Freundinnen-Konto gutgeschrieben werden. Ich fahre mit der Zunge über meine obere Zahnreihe, die pelzig ist vom Orangensaft. Von mir aus. Livvys Gesicht hält sich auf. Ist das ein Ja? Ich zucke lässig mit den Achseln. In Wahrheit steigt Panik in mir hoch. Livvy lässt sich viel zu schnell auf diese Leute ein. Emotionale Bindungen sind schlecht. Emotionale Bindungen enden in schmerzhaften Erfahrungen. Ich ziehe eine Grimasse. Solange es kein Kornbeef gibt. Sie prustet und mir ist klar, dass das nicht nur an meinem lahmen Witz liegt. Sie weiß, dass ich mich bemühe und ist glücklich darüber. Wie läuft es eigentlich in der neuen Schule? wechsle ich das Thema. Ich hatte die ganze Woche Spätschicht, weshalb wir bis auf ein paar kurze Begegnungen an der Küchentheke noch keine Gelegenheit hatten, uns zu unterhalten. Oh, da fällt mir ein Livy wird plötzlich so blass, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Mit einem verstohlenen Blick über die Schulter zu Mia, die gerade darin versunken ist, ihr eigenes Kartenspiel zu erfinden, greift sie nach ihrem Rucksack. Ich habe in der Schule meine Mails gecheckt. Sie zieht ein bedrucktes Blatt heraus und reicht es mir. Mein Rücken versteift sich. Ich wusste, dass so etwas kommen würde. Liebste Olivia, ich gehe davon aus, dass deine Schwester dich dazu angestiftet hat, ohne ein Wort davon zu laufen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung warum, aber ich hoffe, dass es dir gut geht. Bitte schreib mir, wo ihr seid, damit ich dich nach Hause holen kann, so wie deine Eltern es wollen würden. Sie wären schrecklich unglücklich, wenn sie wüssten, was du getan hast. Ich bin dir nicht böse. Du bist ein Schaf, das von einem Wolf vom rechten Weg abgebracht wurde. Bitte lass mich dich nach Hause holen. Dein Onkel und ich vermissen dich schrecklich. In Liebe, Tante Darla. Hitze steigt in mir auf, wie in einem ausbrechenden Vulkan. Nicht, weil sie mich mit einem Wolf verglichen hat. Das ist mir egal. Sie hat mich schon Schlimmeres genannt. Aber es ist mir nicht egal, dass sie unsere Eltern benutzt, um Livy ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist grausam. Du hast deinen E-Mail-Account. Besorg dir einen neuen. Du antwortest ihr auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hast du verstanden, Livy? Okay, Casey. Ich mein's ernst. Als Mia erschrocken nach Luft schnappt, fahre ich hastig meinen Ton herunter. Wir brauchen diese Leute nicht in unserem Leben. Es ist eine Weile still. Sie ist kein schlechter Mensch. Sie meint es nur gut. Sagt Livy schließlich und fügt leise hinzu. Du hast es ihr nicht unbedingt leicht gemacht. Ich schlucke den Kloß hinunter, der sich in meiner Kehle bildet und meine Wut zu überwältigen droht. Das weiß ich, Livy, wirklich, aber was Tante Dala nur gut meint, funktioniert für uns nicht. Ich reibe mir übers Gesicht. Ich bin nicht dumm. Im ersten Jahr nach dem Unfall habe ich mich ausschließlich darauf konzentriert, alles dafür zu tun, um wieder auf die Beine zu kommen. Nach meiner Entlassung aus der Reha-Klinik verschob sich mein Fokus darauf, die Erinnerungen an mein früheres Leben in einem endlos tiefen Brunnenschacht zu versenken. Aber es gab Tage, an denen das praktisch unmöglich war. Feiertage, Geburtstage und so weiter. Und ich lernte schnell, dass Alkohol und Drogen Leben zerstören können, aber auch magische Kräfte besitzen. Die Kraft, Schmerz zu betäuben. Ich benutzte sie immer öfter als Rettungsfloß, auf das ich mich flüchtete, wenn das über mir zusammengeschlagene Wasser mich wieder zu ertränken drohte. Drogen, Alkohol und Sex. Bedeutungslosen, blindwütigen, egoistischen Sex mit Fremden, die mir egal waren und denen ich egal war. Sex ohne jede Erwartung, zumindest nicht von meiner Seite. Mit Typen, die ich auf Partys traf, Typen von der Schule. Es war mir egal, wie sie sich danach fühlten. Ich ließ sie nie nahe genug an mich heran, um es herauszufinden. Das war die perfekte Methode, um alles zu vergessen. Tante Darla wusste, was vor sich ging. Was sie nicht wusste, war, wie sie damit umgehen sollte. Anfangs versuchte sie, mich zu ihrem Priester zu schleppen, damit er mich von meinen Dämonen befreien konnte. Schließlich konnte das alles in ihren Augen nichts anderes als das Werk von Dämonen sein. Als sich die Dämonen der Macht ihrer Kirche gegenüber, aber als immun erwiesen, kam sie wohl zu dem Schluss, es sei das Beste, mich einfach zu ignorieren. Das ist bloß eine Phase, hörte ich sie oft zu Livy sagen, während sie ihr tröstend die Hand tätschelte. Ja, genau, eine widerliche, selbstzerstörerische Phase, mit der sie nichts zu tun haben wollte. Sie gab mich auf und ging dazu über, sich ganz auf ihre nicht kaputte Nichte zu konzentrieren. Mir war das recht. Bis ich irgendwann davon aufwachte, dass Livy mir mit aller Kraft auf den Rücken klopfte, um zu verhindern, dass ich an meiner eigenen Kotze ersticke. Sie war völlig aufgelöst und schluchzte immer wieder. Casey, Casey, du darfst mich nicht allein lassen, bitte! Worte, die sich wie Messerstiche in mein Herz bohrten. Von dem Moment an ließ ich die Finger davon. Vom Alkohol, von den Drogen, dem Gelegenheitssex, dem Sex ganz allgemein. Seitdem habe ich praktisch keinen Typen mehr angeschaut. Ich weiß selbst nicht genau, warum. Wahrscheinlich ist in meinem Kopf alles irgendwie miteinander verbunden. Kurze Zeit später fand ich mit dem Kickboxen zum Glück eine neue Form der Erlösung. Livy hat mich in meiner neuen Sucht nie wirklich unterstützt, aber sie ist ihr lieber als alles, womit ich mich vorher betäubt habe. Entschlossen werfe ich die Kühlschranktür zu. Ich habe keine Lust mehr über Tante Darla oder die Abgründe meiner selbstzerstörerischen Vergangenheit nachzudenken. Um wie viel Uhr sollen wir zum Frühstück kommen? Das heißt Brunch korrigiert mich Mia mit einem verzweifelten Seufzen. Der köstliche Duft nach gebratenem Speck und frisch gebrühtem Kaffee, der uns entgegenweht, als wir mir nach neben anfolgen, verstärkt das schmerzhafte Knurren in meinem Magen. Ich klopfe mir in Gedanken selbst auf die Schulter, dass ich mitgekommen bin. Zumindest werde ich im Training heute mal genügend Energie haben um mich so richtig auspowern zu können. Als ich in Storms Apartment trete, halte ich überrascht inne und schaue mich fast eher furchtsvoll um. Es ist exakt so geschnitten wie unseres, nur, dass es hier total schön und gemütlich aussieht. Das Wohnzimmer wird von einer taubengrauen Couch-Garnitur mit bunt bestickten Kissen und mehreren kleinen Glastischchen mit hübschen Kristallampen dominiert. Auf einem geschmackvollen T-Coy-Zeitboard steht ein Flachbildfernseher. Der hässliche grüne Teppich ist weitestgehend unter einem großen, cremefarbenen Flukati verschwunden. An den hellgrau gestrichenen Wänden hängen fröhliche Schnappschüsse in Schwarz-Weiß von Mia. Während unser Apartment wie eine billige Absteige aussieht, wirkt das von Storm wie ein zauberhaftes kleines Bed and Breakfast. Als wir am Tisch sitzen und ich zuhöre, wie Storm, Livy und Mia unbeschwert herumalbern, muss ich mir eingestehen, dass ich anfange, unsere Nachbarin zu mögen. Obwohl man erst mal nie darauf kommen würde, wenn man sie mit ihren aufgeblasenen Brüsten so anschaut, ist sie alles andere als ein dummes Blondchen und vor allem viel reifer, als ihre 23 Jahre es vermuten lassen würden. Ich bewundere die gelassene Selbstsicherheit, die sie ausstrahlt, während sie mit ihrer weichen, etwas heiseren Stimme Scherze macht und sich durch die blonde Mähne streicht. Um ihre Augen sind winzige Fältchen, die verraten, dass sie gern lacht und in ihrem Blick liegen nichts als Aufrichtigkeit und echtes Interesse. Für jemanden, der so aussieht wie sie, ist sie extrem uneitel und kein bisschen eingebildet. Vor allem aber ist sie eine gute Zuhörerin und Beobachterin. Diesen klugen Augen entgeht nichts. Als ich sie jetzt dabei ertappe, wie sie mit leicht gerunzelter Stirn das Tattoo auf meinem Oberschenkel betrachtet, bin ich mir sicher, dass ihr die hässliche Narbe darunter auffällt. Es ist die einzige große Narbe, die nicht von einer Operation zurückgeblieben ist, sondern von einer Glasscherbe der geborstenen Windschutzscheibe. Aber sie fragt nicht nach und dafür mag ich sie sogar noch mehr. Oh Mann! Irgendwann stützt sie gähnend die Ellbogen auf den Tisch und reibt sich das Gesicht. Ihre Augen sind gerötet und haben tiefe dunkle Ringe. Ich kann es kaum erwarten, dass Mia endlich lernt, wie schön es ist auszuschlafen. Wenigstens kann ich vormittags ein kleines Nickerchen machen, während sie in der Schule ist. Ach, da fällt mir ein, hättest du was dagegen, wenn ich heute mit ihr in den Park um die Ecke gehe? fragt Livy in beiläufigem Plauderton. Aber ich durchschaue sie sofort. Das ist so typisch Livy. Ich werde sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Versprochen! Du kannst dich auf mich verlassen. Ich habe einen Kurs in Erste Hilfe gemacht und den Junior Rettungsschwimmerschein und außerdem über tausend Stunden ehrenamtlich in einer privaten Kindertagesstätte gearbeitet, zählt Livy ihre beeindruckende Vita auf. Ich kann auch kurz rüberlaufen und dir eine Kopie von meinem Lebenslauf holen, wenn du willst. Empfehlungsschreiben habe ich natürlich auch. Klar hast du die, Livy. Wir können eine feste Zeit ausmachen, wann wir wieder zurück sind, damit du dir keine Sorgen machst. Wäre so in... vier Stunden okay für dich? Oh ja, Mami, darf ich? Bitte, bitte. Mia hüpft aufgeregt auf der Couch auf und ab und rudert wild mit den Armen. Sag ja, 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 Mami, sag ja! Schon gut, schon gut, beruhige dich. Storm hebt lachend die Hände. Natürlich habe ich überhaupt nichts dagegen, Livy. Und du verbringst sowieso schon so viel Zeit mit ihr, dass ich dir auch ohne Empfehlungsschreiben voll und ganz vertraue. Aber du sollst nicht umsonst auf Mia aufpassen müssen. Ich will kein Geld, auf keinen Fall, widerspricht Livy energisch und handelt sich dafür einen scharfen Blick von mir ein. Ist sie verrückt? Will sie auch weiterhin von Corned Beef leben? Bye, Mami, ruft Mia, nachdem Livy ihr geholfen hat, ihre Schuhe anzuziehen. Sie hüpft fröhlich, Richtung Tür, gefolgt von Livy, die jeden Blickkontakt mit mir meidet, als könnte sie meine Gedanken lesen. Kaum ist die Tür ins Schloss gefallen, lässt Storm die Stirn auf die Tischplatte fallen. Ich war mir sicher, dass ich den Tag heute nicht überleben werde. Oh, Casey, deine Schwester ist wie eine gute Fee mit schimmernden Flügeln und einem Zauberstab. Ich bin noch nie so jemandem wie ihr begegnet. Mia ist schon jetzt völlig vernarrt in sie. Die Eisschicht um mein Herz schmilzt und ich beschließe, dass ich zumindest versuchen könnte, mit Storm Matthews befreundet zu sein. Silikongefüllte Riesenbrüste hin oder her. Bis später, Livy, brumme ich schlecht gelaunt und schnappe mir meine Tasche, um mich auf den Weg zu meiner Schicht bei Starbucks zu machen. Case? Livy zögert und einen Moment lang ist es so still, dass ich hören kann, wie sie schluckt. Großer Gott, Livy! Stöhnend werfe ich den Kopf in den Nacken. Sag einfach, worum's geht. Ich will nicht zu spät zu meinem Spitzenjob kommen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich in Grand Rapids geblieben wäre. Ich erstache. Bei dem Gedanken, meine kleine Schwester wäre dort geblieben, wäre nicht hier bei mir, steigt eine unglaubliche Wut in mir auf. Rede nicht zu einen Quatsch, Livy! Ich gebe ihrer Nase einen Stups mit dem Finger und sie zuckt zurück. Natürlich wäre das nicht besser gewesen. Aber wir haben kaum genug Geld, um uns Essen zu kaufen. Wie sollen wir das alles schaffen? Indem jede von uns zehn Stunden pro Woche anschaffen geht. Höchstens. Casey! Die seufze und werde wieder ernst. Wir finden einen Weg. Ich könnte mir einen Job suchen. Du musst dich auf die Schule konzentrieren, Livy, aber diesmal bin ich die jenige, die mit dem Zeigefinger vor ihrem Gesicht wedelt. Falls Storm dir noch mal Geld anbietet, nimm es bitte. Sie schüttelt entschieden den Kopf. Nein, ich nehme kein Geld dafür, Zeit mit mir zu verbringen. Das macht mir Spaß. Du solltest Spaß mit Leuten in deinem Alter haben, Livy. Zum Beispiel mit Jungs. Sie schiebt stur das Kinn vor. Wenn sie sich nicht mehr wie Idioten aufführen von mir aus, bis es soweit ist, hänge ich lieber mit Fünfjährigen ab. Ich muss mir das Lachen verbeißen. Livys Problem ist, dass sie einfach zu klug ist. Mit Jugendlichen in ihrem Alter hat sie nie viel anfangen können. Ich glaube, sie ist schon mit der Reife einer 25-Jährigen auf die Welt gekommen. Dass wir unsere Eltern verloren haben, hat alles noch verstärkt. Sie ist viel zu schnell erwachsen geworden. Was ist mit dir? fragt sie leise. Es ist nie zu spät, den Traum von einem Princeton Abschluss wahr werden zu lassen. Ich winke schnaubend ab. Dieser Traum ist für mich vor Jahren gestorben, Livy, das weißt du. Du wirst nach Princeton gehen. Ich schreibe mich dann irgendwo hier ein, sobald ich das Geld dafür zusammen habe. Und irgendwie mein mieses Abschluss Zeugnis frisieren kann. Livy zieht auf die für sie so typische besorgte Art die Braun zusammen. An einem staatlichen College, Casey? Das würde Dad schrecklich finden. Sie hat recht. Unser Vater hat in Princeton studiert. Sein Vater hat auch schon in Princeton studiert. Er war der Ansicht, wenn ich nicht nach Princeton ginge, könne ich mich auch gleich in einer Institution mit zwei goldenen Bögen, die ein M-Bilden einschreiben und und Grundkurs in Burger Wänden belegen. Aber Mom und Dad sind nicht mehr da und Onkel Raymond hat unser komplettes Erbe an einem Blackjack Tisch verjubelt. An dem Abend, an dem ich es herausfand, kann ich mich noch so gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war an dem Tag 19 geworden und erkundigte mich bei Tante Dala und Onkel Raymond nach unserem Erbe, weil ich mir mit Livy etwas Eigenes suchen und ihr gesetzlicher Vormund werden wollte. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, als Tante Dala mir nicht in die Augen sehen konnte. Onkel Raymond druckste eine Weile herum, bis er schließlich damit herausrückte, dass von dem Geld nichts mehr übrig war. Nachdem ich praktisch das ganze Geschirr auf der Küchentheke zertrümmert und Onkel Raymond einen so heftigen Tritt gegen den Hals verpasst hatte, dass er blau anlief, wählte ich die Nummer der Polizei, fest entschlossen, die beiden wegen Diebstahls anzuzeigen. Aber Livy riss mir das Telefon aus der Hand und legte auf, bevor der Anruf durchging. Wir hätten nicht gewinnen können. Wahrscheinlich wäre ich diejenige gewesen, die festgenommen worden wäre. So klug und vorausschauend Mom und Dad auch waren, sie hatten nicht damit gerechnet, dass sie so früh sterben würden. Das Geld, das nach der Tilgung der Schulden übrig war, ging an Onkel Raymond und Tante Darla, um für uns zu sorgen. Insgeheim bin ich fast froh, dass Onkel Raymond sich als solches Schwein entpuppt hat, weil es mich darin bestärkt, dass es richtig war, mit meiner Schwester fortzugehen und diesen Teil unseres Lebens für immer hinter uns zu lassen. Ich streiche Livy über den Rücken, versuche ihr die Schuldgefühle zu nehmen. Dad wäre froh, dass wir in Sicherheit sind. Punkt. Als ich am nächsten Tag in der Waschküche bin, kommt Storm lächelnd, aber mit erschöpftem Blick die Treppe herunter. Livy ist wieder mir in den Park gegangen und ich würde sie am liebsten schütteln, weil sie sich immer noch weigert, Geld dafür zu nehmen. Oh-oh, Tenner macht sich bestimmt deswegen in die Hosen. Storm wischt mit dem Fuß über den klebrigen grünen Fleck, den mein ausgelaufenes Waschmittel auf dem Boden hinterlassen hat. Bei der Vorstellung von Tenner in irgendeiner Beziehung zu Unterhosen muss ich richtig sauber zu machen. Ich sortiere schweigend meine Wäsche weiter, bis ich irgendwann merke, dass Storm noch immer an derselben Stelle steht und mich ansieht, als würde sie gern etwas sagen, aber nicht weiß, wie sie den Einstieg finden soll. Wie lange wohnst du eigentlich schon hier? Mach ich schließlich den Anfang. Sie zuckt leicht zusammen, als hätte sie schon nicht mehr damit gerechnet, dass ich etwas sagen würde, und fängt an, Mias winzige T-Shirts und Unterwäsche in die Maschine zu werfen. Das müssten jetzt so ungefähr drei Jahre sein. Ich fühle mich im Haus sicher, aber abends würde ich trotzdem nicht hier runter kommen. Ich muss an meine Begegnung mit Trent hier unten denken und an all die ungewollten Gefühle, die er in mir ausgelöst hat. Obwohl mittlerweile schon ein paar Wochen vergangen sind, habe ich ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wenn ich ganz tief in mich gehe, spüre ich einen winzigen Hauch Enttäuschung darüber, die ich dann aber sofort mit einem Hammer zertrümmere und in den Brunnenschacht zu den ganzen anderen ungewollten Gefühlen werfe. Wie sind die anderen Leute hier so? Sie zuckt mit den Achseln. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Ich kann nichts Schlechtes über unsere Nachbarn sagen. Besonders zu mir sind sie immer unglaublich nett. Mrs. Potterage aus dem dritten Stock springt regelmäßig als Babysitterin ein und passt nach der Schule und wenn ich arbeite auf sie auf. Aber sie hebt den Zeigefinger. 2B solltest du meiden wie die Pest. Dort wohnt Pervy Pete. Das war ja klar, stöhne ich. Anscheinend gibt es eigenen Perversling. Ach so, und neben euch in 1D ist vor kurzem ein junger Typ eingezogen. Mein Nacken beginnt zu prickeln. Ja, Trent, sage ich beiläufig und schalte die Maschine an. Sogar sein Name klingt heiß. Trent, Trent, Trent. Hör auf, Case. Ich hab mich noch nicht mit ihm unterhalten, ihn nur kurz gesehen und Halleluja. Sie wackelt vielsagend mit den Brauen. Großartig. Meine wunderschöne Barbie-Nachbarin findet Trent also auch heiß. Die Frau, die bloß ihr T-Shirt zurecht zupfen muss, damit er vor ihr auf die Knie geht. Ich merke erst, wie fest ich die Zähne zusammenbeiße, als es anfängt wehzutun und zwinge mich, meine Muskeln zu entspannen. Soll sie ihn doch haben und den ganzen Ärger, den er garantiert mit sich bringt, gleich mit dazu. Was kümmert es Dich-Case? Storm schlägt die Waschmaschine zu und schaltet sie ein. Dann atmet sie tief durch und pustet sich den langen Pony aus dem Gesicht. Bist du noch länger hier? Sie spät zu der Zeitung und dem Marker, die ich in die Waschküche mitgenommen habe. Könntest du vielleicht meine Sachen in den Trockner verfrachten, wenn die Maschine fertig ist? Natürlich nur, wenn du dann noch hier bist und es dir nicht zu viele Umstände macht. Ihre Züge wirken abgespannt und unter ihren hübschen blauen Augen liegen tiefe Schatten und in dem Moment wird mir klar, wie erschöpft sie tatsächlich sein muss. Kein Wunder, wenn man als junge, alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter sechs Tage die Woche bis drei Uhr morgens arbeitet. Klar, kein Problem. Das ist das, was ein netter, normaler Mensch tun würde, oder? Livy wird stolz auf mich sein. Wirklich? Ich will dich auf keinen Fall damit stressen. Sie kaut unsicher auf ihre Unterlippe und plötzlich dämmert es mir, dass sie total nervös ist. Mich um Hilfe zu bitten, hat sie wahrscheinlich ziemlich viel Mut gekostet und zeigt, wie verzweifelt sie sein muss. Ich bin eine solche Idiotin. Dabei habe ich Livy versprochen, mich ein bisschen offener zu geben. Vor allem Storm gegenüber sollte mir das nicht so schwer fallen, weil sie wirklich nett ist. Keine Sorge, Ma'am, wäre mir eine Ehre, ihre Schlüpfer zu waschen, antworte ich mit gefaktem Südstaatenakzent und fechle mir mit meiner Zeitung Luft zu. Sie prustet leise und in ihre Augen tritt ein überraschter Ausdruck, aber als sie etwas sagen will, kommt kein Ton heraus. Dass ich Sinn für Humor habe, hat ihr offenbar die Sprache verschlagen. Shit. Livy hat recht. Ich bin eine Eiskönigin. Außerdem schiebe ich schnell hinterher, hast du noch was gut bei mir, dafür, dass ich dich letzte Woche mit Hannah Montana gequält hab. dem fiesesten aller Folter Instrumente. Als ich jetzt lächle, muss ich mich noch nicht mal dazu zwingen. Im Ernst, es macht mir wirklich nichts aus. Ich wollte gleich noch Job anzeigen durchgehen. Das kann ich genauso gut in dieser herrlichen kleinen Oase hier unten machen. Läuft es nicht so gut bei Starbucks? Dass ich dort arbeite, muss Livy ihr erzählt haben, weil ich es ist okay, aber die Bezahlung ist mies. Klar kann man davon leben, aber nur, wenn man bereit ist, sich für den Rest seiner Tage von Corned Beef zu ernähren und den Schimmel vom Brot zu kratzen. Sie nickt nachdenklich. Dann Warum kommt ihr heute Abend nicht einfach zum Essen zu uns rüber? Bevor ich ablehnen kann, fügt sie hinzu, als Dankeschön dafür, dass Livy heute auf Ihr Tonfall, eine Mischung aus erzwungener Forschheit und natürlicher Autorität lässt keine Widerrede zu, sodass ich mir jeden Versuch gleich spare. Ich fange sofort mit den Vorbereitungen an, dann sollte ich fertig sein, wenn die Wäsche durch ist. Es ist einen Moment still. Sag mal, beginnt sie zögernd, kennst du dich zufällig mit Cocktails aus? Ähm, ist es dafür nicht noch ein bisschen früh am Tag? Der plötzliche Themenwechsel trifft mich etwas unerwartet. Sowas wie Martinis und Long Island? fragt sie, ohne auf meinen Einwurf einzugehen. Ich zucke verhalten mit den Achseln. Im Einschenken von Tequila Schatz bin ich unschlagbar. Ich dachte nur, dass ich ja mal mit meinem Boss reden könnte, ob er vielleicht einen Job für dich hat. Ich arbeite in einem Club an der Bar. Die Bezahlung ist gut. Sie zieht die Brauen hoch. Richtig gut. Barkeeperin, hm? Sie lächelt. Was hältst du davon? Würde ich das schaffen? Hinter einer Bar stehen? Die Vorstellung endet damit, dass ich eine Flasche kaputt schmeiße und einem zudringlichen Gast den Kopf eintrete. Aber ich sollte dich wohl besser vorwarnen, dass es ein Nachtclub ist. Ich runzle die Stirn. Nachtclub heißt? Mit Stripperinnen. Oh! Klar. Ich schaue an mir hinunter. Also, ich gehöre eher zu den Mädchen, die gern was anhaben, wenn sie unter Leuten sind. Storm winkt ab. Keine Sorge, du würdest nicht strippen müssen, versprochen. Ich? Als Barfrau in einem Nachtclub? Ich weiß nicht, Storm. Meinst du, ich würde da überhaupt reinpassen? Hast du ein Problem damit, wenn es um dich herum vor Sex knistert, viel Alkohol konsumiert und mit Geld nur so um sich geschmissen Ich zucke mit den Achseln. Klingt wie meine Teenager-Jahre, nur ohne das viele Geld. Kannst du lernen, ein bisschen öfter zu lächeln? Ich lasse mein schönstes falsches Lächeln aufblitzen. Sie nickt beifällig. Ich glaube, du würdest dich hinter der Bar total gut machen. Dein Look kommt garantiert super an. Was für ein Look? Ich schnaube. Der bin gerade aus dem Bus aus Michigan gestiegen und bereit, für Geld alles zu tun, damit ich kein Kornbeef essen muss, Look? Denk einfach mal drüber nach und lass mich mit meinem Boss reden, erwiderte sie lächelnd. Die Bezahlung ist wirklich gut. Du müsstest kein Kornbeef mehr essen. Nie wieder. Sie dreht sich um und verschwindet die Treppe hoch. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach, während ich zuschaue, wie Storms und Mias Kleider im Kreis wirbeln. Ich denke darüber nach, als ich sie in den Trockner packe und zwei neue Maschinen starte. Ich denke darüber nach, als ich ihre Sachen sortiere, ordentlich zusammenlege und Storms knappen Outfits dabei vielleicht einen Hauch zu viel Aufmerksamkeit schenke. Zum Beispiel dem schwarzen Top, das aussieht wie eine Kreuzung aus einem mit Pailletten besetzten Sport-BH und etwas, das ein wildes Tier zerfetzt hat. Ich halte es hoch. Serviert sie in dem Teil Drinks oder ihren Körper? Das wäre eine Erklärung für ihre absurd großen Brüste. Wow. Möglicherweise schließe ich Freundschaft mit einer Stripperin. Das ist schräg. Und dann wird mir klar, dass ich gerade ihre Unterwäsche inspiziere, was noch viel schräger ist. Verrätst du mir, wann und wo du das anziehst, damit ich dich darin bewundern kann? Wieder lässt mich seine tiefe Stimme zusammenzucken. Ich wirble zu Trent herum, der mit einem Wäschesack über der Schulter auf mich zuschlendert, sein freches Grübchengrinsen im Gesicht. Es sind über zwei Wochen vergangen, seit ich ihm das erste Mal hier unten begegnet bin. Trotzdem wird mir bei seinem Anblick sofort wieder heiß. Ist es bloß Zufall, dass wir uns erneut hier unten treffen? Oder Ich atme tief durch und versuche, mich zu entspannen. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich werde mich nicht so aufführen, als wäre ich high. Werde mir von seinem schönen Gesicht nicht den Kopf verdrehen lassen. Ich werde nicht... Sieh an, sieh an! Der Waschküchen-Perversling schlägt wieder zu. Trents Blick wandert aufreizend langsam über meinen Körper und verweilt einen Moment auf dem Tattoo auf meinem Oberschenkel. Als seine Augen sich wieder auf mein Gesicht richten, rast mein Puls und ich habe das Gefühl, meine Unterwäsche wechseln zu müssen. Verdammt! Da wären wir wieder. Auf in die zweite Runde, mummle ich. Er zieht fragend eine Braue hoch und geht zu einer freien Waschmaschine. Ich versuche angestrengt zu ignorieren, was für ein traumhafter Körper sich unter dem perfekt sitzenden weißen T-Shirt abzeichnet, als er eine Garnitur-Bettwäsche in die Trommel stopft. Du wäschst deine Laken ganz schön oft, sage ich. Trent stockt kurz. Dann schüttelt er leise lachend den Kopf und hantiert weiter mit seiner Wäsche, ohne etwas darauf zu erwidern. Das braucht er auch nicht. Mir ist mittlerweile aufgegangen, dass meine Bemerkung wohl doch nicht so unverfänglich war, wie ich dachte. Ich schlage mir in Gedanken stöhnend an die Stirn, während mir noch heißer wird. Von wegen, diesmal bin ich besser vorbereitet. Die Selbstkontrolle, die ich zu haben glaubte, als er reinkam, hat sich in Luft aufgelöst. Wahrscheinlich werden seine Laken ziemlich oft in Anspruch genommen. Bestimmt hat er eine Freundin. Jemand wie er muss einfach eine Freundin haben. Oder jede Menge Bettbekanntschaften. So oder so. Am liebsten würde ich mich in einem Loch verkriechen und erst wieder rauskommen, wenn er weg ist. Was soll ich sagen? Es ist verdammt heiß in Miami, ohne Klimaanlage, sagt er einen Moment später, als wollte er die peinliche Stille auflockern. Das bilde ich mir zumindest ein, bis er weiterspricht und meine Schmach komplett macht. Mein Körper glüht, wenn ich morgens aufwache, und das, obwohl ich nackt schlafe. Trent schläft nackt. Mein Mund wird trocken bei der Vorstellung, dass dieser Gott auf der anderen Seite meiner Wohnzimmerwand nackt in einem Bett liegt. Auch wenn das praktisch unmöglich ist, beginnt mein Puls noch schneller zu rasen. Ich krame fieberhaft in meinem Kopf nach irgendetwas, das ich sagen könnte, um das Thema zu wechseln. Aber mein Sprachzentrum hat die Anarchie ausgerufen, und die durch mein Gehirn wirbelnden Worte setzen sich zu unverständlichem Kauderwelsch zusammen. Mir fällt keine einzige verfluchte, auch nur ansatzweise geistreiche Erwiderung ein. Ich, die Witze über Sexorgien reißen und überhebliche Idioten mit ihren eigenen Waffen schlagen kann, bin sprachlos. Mein Schutzschild wurde von Bettlaken und bildlich vorgestellter Nacktheit zerschlagen. Und diesen verfluchten Grübchen. Ich beobachte, wie sich seine Rückenmuskeln unter dem Shirt bewegen, als er Waschmittel in die Maschine gibt. Wer hätte gedacht, dass Hausarbeit so sexy sein kann? Alles okay? fragt er mit einem Blick über die Schulter und zwinkert. Ertappt versuche ich, etwas Zustimmendes zu murmeln, aber es klingt wieder laut einer strangulierten Katze, und ich bin mir sicher, dass mein roter Kopf es mittlerweile locker mit jedem Feuerlöscher aufnehmen kann. Er drückt die Waschmaschinentür zu und schiebt das Kleingeld in den Münzschlitz. Dann dreht er sich zu mir um und beugt sich vor. Um ehrlich zu sein, habe ich dich vorhin mit deiner Wäsche an meinem Fenster vorbeigehen sehen und mir einfach das Erstbeste geschnappt, um ein Alibi für einen Gang in die Waschküche zu haben. Moment. Was heißt das? Ich schüttne benommen den Kopf. Ich glaube, er versucht mir damit irgendetwas Wichtiges mitzuteilen. Er fährt sich mit einem schiefen Grinsen durch die Haare. Lass mich das machen, denke ich unwillkürlich und versuche, das Zucken in meinen Fingern zu unterdrücken. Bitte lass mich das machen. Genau genommen will ich alle möglichen Dinge mit ihm anstellen. Hier und jetzt. In diesem hässlichen Keller. Auf der Waschmaschine. Auf dem Boden. Egal wo. Ich kämpfe gegen das Bedürfnis an, mich wie ein brünstiges Tier auf ihn zu stürzen. Zur Hölle. Jetzt keuche ich sogar schon wie eines. Was macht man hier eigentlich so, wenn man ein bisschen Spaß haben will? fragt er und lehnt sich wieder ein Stück zurück. Als wüsste er, dass ich Gefahr laufe, ohnmächtig zu werden, wenn er mir weiter so nahe ist. Ähm... Es dauert einen Moment, bis ich meine Sprache wiedergefunden habe. Und meinen Verstand. In Waschküchen abhängen? Meine Worte klingen zittrig. Shit! Was ist nur los mit mir? Er lacht. Und sein Blick gleitet zu meinem Mund. Es fühlt sich fast wie eine Berührung an und bringt mich dazu, Worte auszustoßen, die mein Gehirn noch nicht abgesegnet hat. Keine Ahnung. Ich bin erst seit kurzem hier. Bis jetzt hatte ich noch keinen Spaß. Oh mein Gott, Casey. Halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Jetzt klingst du wie eine Idiotin und eine Totalversagerin. Er lehnt sich grinsend an die Waschmaschine, verschränkt die durchtrainierten Arme vor der Brust und sieht mich lange an. Daran sollten wir etwas ändern, findest du nicht? Hm? Krächze ich, während mir abwechselnd heiß und kalt wird. Er hat es schon wieder geschafft, mir meine Titanschutzschicht abzustreifen und sie auf einen anderen Planeten zu schleudern, wo ich keine Hoffnung habe, sie jemals wiederzufinden. Ich bin nackt und verletzlich und seine Augen dringen bis in mein Innerstes vor. Er beugt sich wieder ein Stück vor und stützt sich mit einer Hand auf der Waschmaschine vor mir ab, sodass es keinerlei Sicherheitsabstand mehr zwischen uns gibt. Ich meine, dass wir etwas daran ändern sollten, dass du bis jetzt noch keinen Spaß hattest, raunt er. Ich kriege keine Luft mehr. Es ist, als hätte er in mich hineingegriffen und würde mein hämmerndes Herz umschließen. Hat er auch nur die leiseste Ahnung, was er mit mir anstellt? Bin ich so leicht zu durchschauen? Trent streicht mir mit dem Handrücken über die Wange, umfasst sanft mein Gesicht und fährt mit dem Daumen über meine bebende Unterlippe. Ich kann ihn nur anstarren und bin völlig bewegungsunfähig. Als könnte er mich durch bloße Berührung lähmen. Du bist ziemlich unwiderstehlich. Ich empfange die gegensätzlichen Signale aus meinem Nervenzentrum. Seine Fingerspitzen fühlen sich so unfassbar gut auf meinen Lippen an und trotzdem schreit eine Stimme in mir. Nein! Aufhören! Gefahr! Du aber auch, höre ich mich flüstern und verfluche augenblicklich den Verräter aus meinen eigenen Reihen. Lass nicht zu, dass das passiert! Er beugt sich immer näher zu mir, bis ich seinen Atem an meinem Mund spüre. Ich kann mich immer noch nicht rühren. Gleich wird er mich küssen. Und ich werde es zulassen. Doch auf einmal richtet er sich auf, als wäre ihm etwas eingefallen, räuspert sich und sagt zwinkernd Man sieht sich, Casey! Dann dreht er sich einfach um und verschwindet immer zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe hoch. Klar! Sicher! Ich lehne Halt suchend an der Waschmaschine und kämpfe gegen das Bedürfnis an, ihm hinterher zu laufen. Eins Zwei Drei Mühsam versuche ich, die Kontrolle über meinen aufgewühlten Körper zurückzugewinnen, lege vorn übergebeugt die Wange auf die Waschmaschine und genieße einen Moment das wohltuend kühle Metall auf meiner glühenden Haut. Er weiß genau, wie er seinen Charme einsetzen muss. Und ich weiß normalerweise, wie man Typen wie ihm eine Abfuhr erteilt. Als Frau in der von Männern dominierten Kampfsportwelt hatte ich es im O'Maylis jeden Tag mit solchen aufgeblasenen Egomanen zu tun. Hey, kannst du mal meinen Sack für mich halten? Von dir würde ich mich gern mal im Ring auf den Rücken liegen lassen. Ständig dieselben plumpen Kommentare. Und als sie irgendwann zu dem Schluss kamen, dass ich lesbisch sein muss, weil ich für keinen der Jungs meine Shorts fallen ließ, verzehnfachten sich die dämlichen Sprüche. Es ist mir nie schwergefallen, ihnen zu widerstehen, egal wie heiß sie war. Keiner von denen hat es je geschafft, meinen hermetisch abgeriegelten Schutzwall zu durchbrechen. Es hat mir Spaß gemacht, mit ihnen zu trainieren. Ich fand es großartig, sie beim Sparring in die Knie zu zwingen. Aber sie haben nie irgendein Interesse in mir geweckt, weder körperlich noch in anderer Hinsicht. Aber Trent? Irgendetwas an ihm ist anders. Und ich muss nicht lange nachdenken, um zu wissen, was es ist. Es liegt an der Art, wie er einen Raum in Besitz nimmt, wie er mich ansieht. So, als hätte er bereits jeden einzelnen meiner Abwehrmechanismen identifiziert und könnte sie mühelos entschärfen. Als könnte er den Scherbenhaufen sehen, der darunter liegt. Als würde er ihn sehen wollen. Scheiß auf den Kerl, murmle ich und gehe zum Waschbecken, um mein Gesicht zu kühlen. Er ist nichts weiter als ein Aufreißer. Wennoch ein verdammt guter. Viel geistreicher als die Arschlöcher, mit denen ich es normalerweise zu tun habe. Du bist ziemlich unwiderstehlich, wiederhole ich leise seine Worte und zucke peinlich berührt zusammen, als ich an mein »Du aber auch« denke. Ich wette, das sagt er zu jeder. Er wird es garantiert auch zu Storm sagen, sobald er sie kennenlernt. Oh Gott! Mein Magen zieht sich zusammen. Was wird passieren, wenn er Storm begegnet? Er wird sich in sie verlieben. Das wird passieren. Er ist ein Mann. Welcher Mann würde sich nicht auf der Stelle in »Sweet Stripper Barbie« verlieben? Und ich werde dann nur noch die Irre aus 1C sein, mit ansehen müssen, wie sie auf der Couch kuscheln, hören, wie sie auf der anderen Seite meiner Schlafzimmerwand wilden Stripperinnen-Sex haben und Storm die Arme ausreißen wollen. Ah! Ich beuge mich wieder übers Waschbecken und schaufle mir erneut kaltes Wasser ins Gesicht. Trent hat meinem sorgfältig geschmiedeten Panzer in nullkommanichts dauerhafte Risse zugefügt und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, um mich vor ihm zu schützen und ihn mir vom Leib zu halten. Mir alle vom Leib zu halten. 99% von mir wissen, dass ich mich nicht auf ihn einlassen darf. Allein darüber nachzudenken ist sinnlos. Kaum hätte er einen Blick auf meinen Scherbenhaufen geworfen und herausgefunden, wie kaputt ich wirklich bin, würde er die Flucht ergreifen und ein noch größeres Chaos zurücklassen. Trotzdem stehe ich hier, starre auf das Bullauge der Waschmaschine, in der sich seine Laken drehen, und spiele tatsächlich mit dem Gedanken, sie ihm zu klauen und einen Zettel mit der Nachricht »Komm und hol sie dir« zu hinterlassen. Schluss damit! Wütend schiebe ich mir die Haare nach hinten und presse beide Hände auf meinen Kopf, der sich so voll anfühlt, als würde er gleich explodieren. Ich muss ihn auf Abstand halten. Er würde alles kaputt machen, was ich mir in so mühsamer Kleinarbeit aufgebaut habe. Plötzlich kann ich gar nicht schnell genug aus der Waschküche wegkommen. Mia und Livy hocken im Schneidersitz auf dem Wohnzimmerboden und haben ein Brettspiel zwischen sich, während eine frisch geduschte Storm Spaghetti in einen Topf mit sprudelndem Wasser gibt. »Ich hoffe, du hast nichts gegen Kalbfleisch in der Soße«, sagt sie, als ich ohne anzuklopfen reinkomme. »Ich glaube, wir haben die Anklopfphase hinter uns gelassen. Schließlich habe ich vorhin ihre Tangas zusammengefaltet. »Klingt toll. Hier, ich habe deine Sachen mitgebracht.« Sie schaut etwas geschockt über die Schulter auf den Wäschekorb. »Hast du etwa meine Unterwäsche für mich zusammengelebt?« »Ähm...« Plötzlich stutzt sie und mustert stirnrunzelnd mein immer noch feuchtes Gesicht. »Was ist passiert?« »Wie soll ich erklären, dass ich dringend eine Abkühlung nötig hatte, unser süßholzraspelnder Nachbar in der Waschküche begegnet ist.« »Ich versuche es erst gar nicht.« »Sowas ähnlich ist wie in Stephen King's 3M. Es begann ohne Warnung. Die Waschmaschine erwacht zum Leben und griff mich an. Zwischen der Wäsche und mir herrscht jetzt offiziell Funkstille.« »Ich habe das Buch nie gelesen«, sagt Storm im selben Moment, indem ich einen kleinen, unerschrockenen Schrei höre. »Das überrascht mich nicht«, murmle ich auf dem Weg zur Küche und fange mir mal wieder einen kopfschüttelnden Blick von Livy ein, weil ich Mia Angst eingejagt habe. »Wir mussten mit Dad alle Filme aus seiner Jugend gucken, um die Klassiker am Leben zu erhalten.« »Die meisten Leute in meinem Alter haben in der Regel keinen Schimmer, wovon ich überhaupt rede.« Storm dreht sich zu mir um. Sie trägt eine Schürze, auf der steht »Wie schmeckt die Tomatensauce?« hat zufällig jemand mein Pflaster gesehen und strahlt von einem Ohr zum anderen. »Hey, ich habe mit meinem Boss gesprochen. Wenn du willst, hast du den Job.« »Was?« rufe ich. Sie lacht, als sie mein überraschtes Gesicht sieht. Ich habe das Gefühl, dass es ihr ein aufrichtiges Bedürfnis ist, uns zu helfen, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass sie ein unglaublich netter Mensch ist. »Ich habe mich noch nicht entschieden.« »Lügnerin, klar hast du. Ein gut bezahlter Job ist ein gut bezahlter Job. Und solange ich nicht selbst strippen muss, werde ich die Vagina-Parade um mich herum schon verkraften.« »Was ist das für ein Job?« fragt Livy neugierig. »Bei mir im Laden«, antwortet Storm. »Meine Mami verdient Geld damit, Leuten in einem Restaurant Getränke zu bringen, nämlich so«, ruft Mia, springt auf und läuft zur Küchentheke, um einen leeren Becher zu holen. »Hätten Sie gern ein Glas Limonade, gnädige Frau?« Sie reicht Livy mit feierlicher Miene den Becher und verbeugt sich anschließend. »Oh, wie aufmerksam von Ihnen! Vielen Dank!« Livy trinkt die imaginäre Limonade so durstig, als hätte sie gerade die Sahara durchquert und zwinkert Mia dann zu. Als ihr Blick anschließend zu mir wandert, liegt ein besorgter Ausdruck in ihren Augen. »Schätze, dort wird nicht nur Limonade ausgeschenkt?« Ich nicke und verteile das Besteck auf dem Tisch, bevor ich sie wieder anschaue. Sie kaut auf ihre Unterlippe, um ihr Zittern zu unterdrücken. Ich weiß genau, was sie denkt. Sie hat Angst, dass ich wieder an einem dieser dunklen Orte lande, wo der Tequila in Strömen fließt und One-Night-Stands an der Tagesordnung sind. Obwohl ich ihr schon hundertmal geschworen habe, dass diese Zeiten endgültig vorbei sind, hat sie immer noch unglaubliche Angst, ich könnte rückfällig werden. Ich kann es ihr nicht verübeln. Weshalb mich umso mehr überrascht, was sie als nächstes sagt. »Du solltest den Job annehmen, Casey!« Ich blinzle erstaunt. »Wenn du diejenige bist, die Drinks ausschenkt, hast du auch die Kontrolle darüber, oder?« sagt sie achselzuckend. Ich nicke langsam, während ich die Logik dahinter sacken lasse. Levy und ihre Begabung, allem etwas Gutes abzugewinnen. Ich werfe Storm, die geschäftig in ihrer Tomatensauce rührt, einen verstohlenen Blick zu. Sie hat es mit Sicherheit gehört und fragt sich vermutlich, was ihre beiden Nachbarinnen wohl für Leichen im Keller haben. Wie immer hat sie den Anstand, nicht nachzuhaken. »Ich habe gehört, dass das Trinkgeld echt gut ist,« sagt Levy. »Vielleicht kann ich mir einen falschen Ausweis besorgen und auch dort arbeiten.« »Auf gar keinen Fall!« rufen Storm und ich gleichzeitig und tauschen einen Blick. Einen Blick, der sagt, dass der Job für uns gut genug ist, aber nicht für sie. Levy ist so gut für diese Welt. »Mami, arbeitest du heute Abend?« fragt Mia. und verhindert fürs Erste, dass Levy noch mehr Fragen stellen kann. Storm sieht ihre Tochter mit einem traurigen Lächeln an. »Ja, mein kleiner Honigbär.« Es muss hart sein, sie sechs Abende die Woche allein zu lassen. »Kann ich bei Levy bleiben? Bitte, Mami!« Mia legt wie zum Gebet die Hände aneinander. »Och, ich weiß nicht, Mia. Ich glaub, du hast Levy für heute schon genug beansprucht. Meinst du nicht?« »Nein!« »Mami!« Mia stampft im Kreis durchs Zimmer und ruft allen in Erinnerung, dass sie tatsächlich erst fünf ist. Schließlich bleibt sie mit finsterem Blick stehen und schlingt die Arme um ihren schmalen Oberkörper. »Ich mag Mrs. Potterage nicht!« »Ach, Mia!« seufzt Storm, als würde sie diese Diskussion nicht zum ersten Mal führen. Dann beugt sie sich zu mir und flüstert. »Ich mache dem armen Kind keinen Vorwurf.« »Mrs. Potterage qualmt wie ein brennendes Ölfeld. Aber meistens kann ich mich mindestens vier Abende in der Woche auf sie verlassen.« »Für mich wäre das vollkommen okay,« sagt Levy und streicht Mia über den Rücken. »Siehst du, Mami? Levy hat ja gesagt.« Storm seufzt skeptisch. »Bist du sicher, Levy?« »Klar! Wenn du willst, kann ich auch jeden Abend auf sie aufpassen,« sagt meine Schwester und meint es vollkommen ernst. »Oh, Levy, ich arbeite sechs Abende die Woche. Das ist zu viel verlangt von einem 15-jährigen Mädchen. Du solltest ausgehen und feiern wie andere in deinem Alter.« Levy schüttelt den Kopf. »Das ist überhaupt nicht zu viel verlangt und mir ist es egal, was andere Leute in meinem Alter so machen.« Sie kneift Mia liebevoll in die Wange. »Ich würde mich riesig freuen, sie bei mir zu haben.« Storm schluckt und denkt einen Moment nach. »Aber nur, wenn ich dir dafür Geld geben darf. Keine Widerrede diesmal.« Levy hebt die Hände und kapituliert. »Okay, von mir aus, auch wenn ich nicht weiß, wofür. Abends schläft Mia doch sowieso und Casey ist dann ja wahrscheinlich auch arbeiten, oder? So bin ich wenigstens nicht allein.« Drei Augenpaare richten sich auf mich und schauen mich hoffnungsvoll an. Ich seufze tief. »Nur Drinks, richtig? Ich muss niemanden auf irgendeine andere Art bedienen?« Storms Augen funkeln. »Nicht, wenn du es nicht willst.« »Und ich muss nichts mit tiefem Ausschnitt anziehen?« »Tja, also...« Ich lass den Kopf nach vorne fallen. »Na bitte, da haben wir's.« »Man macht nun mal mehr Trinkgeld, wenn man ein bisschen Ausschnitt zeigt, statt wie eine Mormonin angezogen zu sein. Sehr viel mehr Trinkgeld. Wenn ich du wäre, würde ich schon ein klitzekleines bisschen Haut zeigen.« Ich seufze erneut. »Und ich kann jederzeit hinschmeißen, wenn ich nicht klarkomme, ohne dass du es mir übel nimmst?« »Versprochen, Casey.« Storm hält einen Kochlöffel in die Höhe, als würde sie schwören. »Okay,« stöhne ich nach einer etwas längeren Hinhaltepause. »Hurra!« jubelt Storm und schlingt für einen Moment ihre sehnigen Arme um mich, ohne zu wissen, dass sich bei der Berührung mein Magen verkrampft und eine Stimme in meinem Kopf zu schreien beginnt. Dann kehrt sie zu ihrer Soße zurück und lässt mich eine Sekunde durchatmen, bevor sie in beiläufigen Plauderton sagt, »Du fängst übrigens heute Abend an.« »Heute Abend? Cool.« Der Sarkasmus in meiner Stimme lässt sich nicht verbergen. Mir wird schlecht bei dem Gedanken an einen Club voller unbekannter Leute. Ich werde jede Menge Hände schütteln und persönliche Fragen über mich ergehen lassen müssen, die niemanden etwas angehen. Ich bin noch nicht bereit für sowas. Das geht mir alles viel zu schnell. Eins, zwei, drei, vier. Als ich bei zehn angekommen bin, bin ich kurz davor, auszuflippen. Drittes Stadium Widerstand Kapitel 4 Die Sonne verschwindet gerade hinterm Horizont, als wir vor Penny's Palace halten. Noch bevor Storm Zeit hat, den Motor auszustellen, bin ich schon aus der Enge ihres Jeeps geflüchtet und nach draußen gesprungen. Nachdem sie ebenfalls ausgestiegen ist, kommt sie auf mich zu und sieht mich mit diesem Ausdruck in den Augen an, der mir mittlerweile vertraut ist. Eine Mischung aus Verblüffung und Sorge, lässt es aber unkommentiert. Als ich zum hundertsten Mal versuche, den kurzen, schwarzen Rock tiefer zu ziehen, den sie mir geliehen hat, schiebt sie sanft, aber energisch meine Hand weg. Schluss mit dem nervösen Gezappel, sonst bist du doch auch die Coolness in Person. Du hast leicht reden, ist ja auch nicht dein Hintern, der aus diesem winzigen Fähnchen raushängt. Ich weiß echt nicht, wie ich mich überhaupt darauf einlassen konnte, etwas anzuziehen, bei dem mir jeder in meine Intimzone schauen kann, wenn ich mich auch nur einen Millimeter vorbeuge. Storm lacht. Das Einzige, was dieses Fähnchen preisgibt, sind deine perfekten Beine. Es gibt viel mehr Preis als bloß meine Beine, brumme ich und zupfe ein letztes Mal daran herum, um den unteren Rand meines Tattoos zu verdecken. Nicht, weil ich mich dafür schäme, sondern um nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig auf mich zu ziehen. Also echt, für jemanden, der sich immer so taff gibt, kannst du eine ganz schöne Pussy sein. Sie hat recht. Wahrscheinlich führe ich mich nur deswegen so auf, weil ich einfach nicht in meinem natürlichen Element bin. Wäre das hier ein Kampfsportclub, hätte ich kein Problem damit, in knappen Shorts herumzulaufen. Aber das ist kein Kampfsportclub und ich darf hier auf nichts einprügeln. Ich schaue Storm an und lege den Kopf schräg. Hast du mich gerade Pussy genannt? Hast du gerade Intimzone gesagt? kontert sie. Dein neuer Arbeitsplatz ist ein Nachtclub, keine Frauenarztpraxis. Schon gut, ich versuche dran zu denken, sage ich grinsend und folge ihr zu der massiven schwarzen Stahltür des Clubs, in die auf Augenhöhe ein kleines Guckloch eingelassen ist. Du siehst toll aus, Casey. Das meine ich ganz ernst. Sie streicht mir über die Schulter und ich muss mich beherrschen, mich unter der Berührung nicht wegzuducken. Aber sie hat schon wieder recht. Zu dem Minirock hat Storm mir noch ein gestreiftes anthrazitfarbenes Neckholdertop und eine hübsche silberne Kette geliehen und mir mit den Haaren und dem Make-up geholfen. Ich kann mich tatsächlich sehen lassen. Okay. Mit Storm in ihrem türkisblauen Kleid, das ihre gebräunte Haut und ihre Kurven betont, kann ich es nicht einmal ansatzweise aufnehmen. Aber ich muss mich auch nicht verstecken neben ihr. Was wohl der Grund dafür ist, dass ich vorhin übertrieben langsam an der Tür von Apartment 1D vorbeistolziert bin, nämlich in der Hoffnung, dass Trent vielleicht gerade aus dem Fenster schaut. Als mir klar wurde, was ich da mache, habe ich sofort die Beine in die Hand genommen und bin den restlichen Weg bis zu Storms Jeep gerannt, was die Stimme in meinem Kopf jedoch nicht davon abhielt, mir während der ganzen Fahrt hierher eine Strafpredigt zu halten, die sich gewaschen hatte. Storm klopfte viermal an die schwere Tür. Einen Augenblick später öffnet sie sich und mir rutscht das Herz in die Hose. Ich bin wirklich nicht mehr so leicht einzuschüchtern, aber beim Anblick des muskelbepackten Hühnen mit der dunklen Haut, der die komplette Tür ausfüllt, weiche ich unwillkürlich einen Schritt zurück. Er sieht aus, als hätte er noch keinen einzigen Tag in seinem Leben gelächelt. Wahrscheinlich ist er noch nicht einmal als Baby süß gewesen, falls er überhaupt jemals ein Baby war. Eher hat er sich einfach irgendwann aus dem Nichts heraus materialisiert und war das Ungetüm, das jetzt hier vor mir steht. Das ist Nate. Er ist der Cheftürsteher und Cains rechte Hand. Hi Nate, das ist meine Freundin Casey. Sie schiebt sich, ohne eine Antwort abzuwarten, an ihm vorbei und knufft ihn auf dem Weg nach drinnen in den Bauch. Hi, sagt er mit einer Stimme, die wie ein tiefes Donnergrollen durch mich hindurch rumpelt, sodass ich schiebe mit gespielter Forschheit das Kinn vor und folge Storm einen schmalen Gang hinunter, an dessen Wänden sich Getränkekisten und silberne Fässer stapeln. Der leichte Geruch nach Bierhefe in der Luft löst dunkle Erinnerungen aus. Erinnerungen daran, wie ich in Clubs irgendwelchen Typen Tequila vom Bauch geleckt und in dunklen Ecken Lines gezogen habe. Ich stopfe sie hastig dorthin zurück, wo sie hingehören. In die Vergangenheit. Hier ist die Garderobe der Tänzerinnen. Storm zeigt auf zwei geschlossene Türen. Dort würde ich lieber nicht reingehen, außer du möchtest gern alle Arten von Intimzonen sehen, zieht sie mich lachend auf. Ein paar Meter weiter kommt uns ein großer, breitschultriger, blonder Typ in engem schwarzen T-Shirt und schwarzer Hose entgegen. Seinem Outfit nachzuurteilen ebenfalls ein Türsteher, aber bei weitem nicht so einschüchternd wie Nate. Er sieht eher wie der typische nette Junge von nebenan aus, der gern Football spielt. Er erinnert mich an Billy. Casey, das ist Ben, stellt Storm uns vor. Hi, Casey, sagt er grinsend. Dann stutzt er plötzlich und fragt, hey, du bist doch neulich im Breaking Point gewesen, oder? Ich sehe ihn mir genauer an. Sein Gesicht sagt mir nichts, was aber nichts heißen muss, weil ich die Typen dort immer konsequent ignoriere. Kann sein, ich trainiere erst seit kurzem dort. Doch, das bist definitiv du gewesen. Er nickt und lässt ungeniert den Blick über meinen Körper wandern. Du hast echt ganz schön was drauf. Machst du bei Wettkämpfen mit? Ich winke ab. Nein, das Kickboxen ist nur so ein Hobby. In Wahrheit würde ich liebend gern an Wettkämpfen teilnehmen, aber ein heftiger Hieb gegen die falsche Stelle und all die Arbeit, die die Chirurgen vor Jahren geleistet haben, um mich wieder zusammenzuflicken, würde ernsthaften Schaden erleiden. Was ich Ben natürlich nicht auf die Nase binde. Deine erste Schicht in Pennys? fragt er und stützt sich lässig an der Wand ab. Jipp. Wieder mustert er mich schamlos von oben bis unten. Nur hinter der Bar, sage ich und verschränke die Arme vor der Brust, um dem Nur Nachdruck zu verleihen. Den Spruch kenne ich, gibt er zurück. Und in meinem Fall wirst du feststellen, dass er absolut ernst gemeint ist, kontere ich kühl. Was für ein aufgeblasener Vollidiot. Am liebsten würde ich ihm sein dämliches Grinsen mit einem gezielten Boxhieb aus dem Gesicht Wischen. Vielleicht frage ich ihn, ob er mit mir trainiert, wenn ich ihn das nächste Mal im Breaking Point treffe. Storm zieht mich an ihm vorbei, ruft ein Bis später, Ben! über die Schulter und bleibt vor einer Tür mit der Aufschrift Boss stehen. Daneben hängen ein echter schwarzer Spitzentanger und die Karikatur einer nackten Frau, die mit gespreizten Beinen da sitzt. Wie geschmackvoll. Das ist Keynes Büro, raunt sie mir zu, während sie anklopft. Keine Sorge, du passt super hier rein, er wird dich lieben. Glaubt sie wirklich, dass ich mich problemlos in ein Umfeld aus Silikon, Alkohol und nackten Genitalien integrieren lasse? Vielleicht sollte ich noch mal darüber nachdenken, wie Clever Storm wirklich ist. Herein, ruft eine raue Stimme und ich straffe die Schultern, bevor ich Storm durch die Tür folge. Das Büro ist ein kleiner, nach Zigarren, Zedern und Whisky duftender Raum mit Regalen, die bis unter die Decke reichen und mit etlichen weiteren Getränkekisten bestückt sind. An der hinteren Wand steht ein seltsamer Aufbau, der wie aus einem Chemieexperiment aussieht. Eine lange Reihe von kopfüber in einer Meucheragen, die in einer Vorrichtung im Boden verschwinden. Das ist der Spirituosen Dosierer, erklärt Storm flüsternd. Er ist mit dem Zapfsystem an der Bar verbunden und kontrolliert den Ausschank. Wenn man auf den entsprechenden Knopf drückt, kommen genau zwei Zentiliter heraus. Drückt man zweimal, kommen vier heraus und so weiter. Und ich hatte mich schon darauf gefreut, meine Lieblingsszenen aus Cocktail nachzuspielen, aber ohne Flaschen zum Jonglieren wird das ja nichts, gebe ich ebenfalls flüsternd zurück. Storm kichert. Das kannst du trotzdem machen, allerdings nur mit den hochpreisigen Flaschen im Regal. Wenn du die fallen lässt, wird es richtig teuer. Der Mann, der vor uns an einem großen Mahagoni Schreibtisch sitzt und von dem ich annehme, dass es Kane ist, hat glatt nach hinten gekämmte schwarze Haare und trägt ein dunkelblaues Hemd, das wie maßgeschneidert aussieht. Er dreht uns halb den Rücken zu und telefoniert gerade mit jemandem. Den Wortfetzen nachzuurteilen, scheint es ein Bierlieferant zu sein, und Kane klingt, als wäre er alles andere als zufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs. Als er einen Moment später das Telefon auf Sessel zu uns herum wirbelt, habe ich mich innerlich schon davor gewappnet, dass das eher keine besonders angenehme Begegnung wird. Doch dann richtet sich sein Blick auf Storm und sofort tritt ein warmer Ausdruck in seine kaffeebraunen Augen. Er ist noch relativ jung, Anfang dreißig vielleicht, und scheint sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres zu legen. Objektiv betrachtet sieht er gut aus, aber er ist ein Nachtclub Betreiber und die rangieren für mich ungefähr auf derselben Stufe wie Zuhälter. Hallo mein Engel, sagt er und schaut Storm für meinen Geschmack viel zu tief in die Augen. Ich kann den Typen schon jetzt nicht ausstehen. Storm scheint nichts von dem begehrlichen Blick mitzubekommen. Oder sie genießt seine Aufmerksamkeit, ich Hey Cain! Sie deutet mit dem Kopf in meine Richtung. Das ist meine Freundin Casey, von der ich dir erzählt habe. Mein Magen verkrampft sich, als seine dunklen Augen sich auf mich richten, aber diesmal dauert die Musterung höchstens eine halbe Sekunde. Dann erhebt er sich schwungvoll aus seinem Bürosessel, kommt um den Schreibtisch herum und streckt mir freundlich lächelnd die Hand hin. Hi Casey, ich bin Cain, der Besitzer des Pennys, freut mich dich kennenzulernen. Und schon bin ich mal wieder in einer dieser Situationen, die mein Leben so verdammt anstrengend machen. Die Hand meines zukünftigen Chefs nicht zu schütteln ist keine Option, es sei denn, ich pfeife auf den Job. Ein Job, von dem ich noch nicht mal mit Sicherheit weiß, ob keine andere Wahl, als die Zähne zusammen zu beißen und zu hoffen, dass ich keine Panikattacke bekomme, sobald seine Finger sich um meine schließen und mich an diesen dunklen Ort stoßen, vor dem ich ständig zu fliehen versuche. Während mein Blick gehetzt zwischen ihm, seiner Hand und Storm hin und her wandert, höre ich Livvys Stimme in meinem Kopf, die sagt, dass ich es versuchen soll. Ich strecke die Hand aus. Vor meinem Gesichtsfeld tanzen schwarze Punkte, als sich die Knochen, Muskeln und Knorpel seiner Hand um meine Finger legen und zudrücken. Meine andere Hand tastet haltsuchend durch die Luft und bekommt Storms Ellbogen zu fassen. Ich klammere mich daran fest und bin davon überzeugt, jeden Moment ohnmächtig zu werden oder mich komplett lächerlich zu machen. Was damit enden wird, dass Nate, der Hühne, mich vor die Tür schleppt und Kane mir hinterher johlt, sorry, aber durchgeknallte Psychofrauen kann ich hier nicht gebrauchen. Dann wäre ich wieder bei Starbucks. Livy müsste sich von Katzenfutter ernähren und Storm hat mir schon viel von dir erzählt. Ich schrecke zusammen, als mir bewusst wird, dass Kane meine Hand mittlerweile wieder losgelassen hat und stoße lautlos die Luft aus, die ich die ganze Zeit angehalten habe. Hat sie das, sage ich mit zitternder Stimme und werfe Storm einen verstohlenen Blick zu. Er lächelt. Ja, sie meinte, dass du ihr in letzter Zeit ziemlich oft unter die Arme gegriffen hast, clever bist und einen Job brauchst und zudem umwerfend aussiehst, wovon ich schlucke und bekomme fast einen Hustenanfall. Hast du irgendeinem Grund ist mir plötzlich unglaublich wichtig, einen guten Eindruck bei Kane zu hinterlassen. Er strahlt etwas Respekt Einflößendes aus, als wäre er viel älter und weiser, als es seinem Aussehen entspricht. Als wäre er eher ein aufmerksamer, fürsorglicher Mensch, als ein skrupelloser Nachtclub-Besitzer. Er scheint an meiner Antwort nichts auszusetzen zu haben. Eine meiner Barfrauen ist schwanger geworden. Sie und ich sind beide der Meinung, dass ein Strip-Club zurzeit nicht unbedingt der richtige Ort für sie ist. Also an wie vielen Abenden könntest du hier arbeiten? Ich sehe Storm an und zucke mit den Achseln. Jeden? Kane wirft lachend den Kopf zurück und enthüllt dabei ein Tattoo unter seinem linken Ohr. Ein Schriftzug mit dem Namen Penny. Sie muss jemand Besonderes sein, wenn er seinen Club Haut hat stechen lassen. Jag nicht gleich dein komplettes Privatleben zum Teufel Kleines. Fünf oder sechs Abende würden reichen. Sein Blick wandert über meine Arme und bleibt kurz an der hellen Narbe auf meiner Schulter hängen. Mist, warum habe ich sie nicht abgedeckt? Missgestaltete Barfrauen kommen in einem Nachtclub garantiert nicht so gut an. Doch stattdessen sagt er, du machst Kampfsport, oder? Kickboxen, aber nur Sparringkämpfe, um in Form zu bleiben, schiebe ich schnell hinterher. Gut, ich mag Frauen, die auf sich aufpassen können. Er nimmt wieder hinter seinem Schreibtisch Platz und sieht Storm an. Du übernimmst es, Casey einzuarbeiten und ihr alles zu zeigen, in Ordnung? Storm strahlt. Alles klar, Kane. Als er sie jetzt wieder mit diesem Blick ansieht, wird mir klar, was der Ausdruck, der darin liegt, in Wahrheit bedeutet. Kein gieriges Verlangen, sondern Verehrung. Als wäre er voller Bewunderung und Hochachtung für sie. Ich frage mich, ob sie miteinander geschlafen haben. Und dann frage ich mich, ob er mit allen seinen weiblichen Angestellten schläft. Es würde bestimmt keine von ihnen Nein sagen. Ob er versuchen wird, mit mir zu schlafen? Ich habe keine Zeit, länger darüber nachzugrübeln, weil Storm mich am Arm fasst und aus dem Büro führt. Komm, der Laden öffnet gleich, und bis dahin müssen wir noch dafür sorgen, dass du dich hier wohlfühlst. Die Nacht rauscht als Ansammlung verschwommener Eindrücke an mir vorbei. Während Storm sich um die komplizierteren Drinks kümmert und mir die Basics beibringt, schenke ich Bier und Schatz aus. Der Club ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Er besteht aus einem riesigen, dreigeschossigen Raum mit einer erhöhten Bühne in der Mitte, kleinen Sitzecken, glänzenden, schwarzen Stehtischen und einem Treppenaufgang zu den Separees. Storm hat erzählt, dass Kane streng darauf achtet, dass es dort mit rechten Dingen zugeht und den Mädchen immer wieder einschärft, sich auf nichts Illegales einzulassen. Ich halte mich von dort fern, fügte sie mit einem Blick hinzu, der sagte, du solltest dasselbe tun, Casey. Von der Hauptbühne gehen drei weitere Bühnen ab, die wie kleine Laufstege in den Raum hineinragen und immer von jeweils einer Tänzerin besetzt sind, die den Gästen in den vorderen Reihen ihre Reize darbietet. Alles ist in gedämpftes blaues Atmosphäre erzeugt. In der Luft liegt eine Mischung aus Alkohol, Testosteron und Sex und pulsierende Musik dirigiert die Bewegungen der Tänzerinnen auf der Bühne. Storm und ich haben viel zu tun hinter der Bar, aber es bleibt immer genügend Zeit für einen kleinen Scherz oder eine kurze Plauderpause, sodass ich mich irgendwann wie von selbst entspanne. Im Gegensatz zu den anderen Clubs, in denen ich schon gewesen bin, drängen sich die Gäste hier nicht und versuchen übereinander zu klettern, um einen Drink zu ergattern. Als es einen Moment lang ruhiger ist, stellt Storm mich drei jungen Frauen vor, von denen sie mir versichert, dass ich sie mögen werde. Ginger, Layla und Penelope. Sie sehen alle unglaublich gut aus, lachen viel und sind total nett. Jeder hier scheint unglaublich gut auszusehen, viel zu lachen und total nett zu sein und ich frage mich zum ungefähr hundertsten Mal, warum Storm findet, dass ich hier rein passe. Aber das behalte ich für mich, nicke allen lächelnd zu und achte darauf, immer beide Hände voll zu haben, um jeden Körperkontakt zu vermeiden. Was niemandem aufzufallen scheint. Zwischendurch muss ich mir ein paar »Hey, was haben wir denn da für einen heißen Neuzugang« Sprüche von Gästen anhören, die offensichtlich Stammkunden sind. Ich ignoriere sie, halte den Kopf gesenkt und lege mich ins Zeug, damit Kane keinen Grund hat, meine Arbeitsplatzbeschreibung auf Labdance und die Separees zu erweitern. Ich nehme Bestellungen auf, mixe Drinks und kassiere, ohne auch nur eine Hand zu berühren. In genau dieser Reihenfolge. Trotzdem spüre ich immer wieder Blicke auf mir, die meinen Körper abtasten und mich abchecken, obwohl es an diesem Ort wahrlich genug Fleisch zu beschauen gibt. Arschlöcher. Die Bar ist meine Festung. Hinter dieser halbhohen Mauer kann mir nichts passieren. »Und, wie kommst du bis jetzt klar?« fragt Storm ein paar Stunden später während einer kurzen Pause. »Denkst du, du kriegst das hin, sechs Abende die Woche in einem Nachtclub hinter der Bar zu stehen?« Ich zucke mit den Achseln. »Sicher?« »Kein Problem. Die vielen Möpse und Pobacken fallen mir langsam schon gar nicht mehr auf. Und solange ich nicht auf die Bühne schaue...« Ich hebe den Blick und sehe, wie sich dort gerade ein asiatisch aussehendes Mädchen mit nichts als einem durchscheinenden, silbern glitzernden Einteiler am Körper die Beine um den Hals wickelt und zum Beispiel das sehe. Ich drehe mich hastig wieder weg. »Wie kann sie das nur machen?« »Das ist Sherry. Sie steht total auf Hot Yoga.« Ich verdrehe die Augen. »Nein, das meine ich nicht, sondern... warum?« »Jeder Mensch hat seinen Preis,« sagt Storm bloß, während sie eine weitere Runde Jim Beam ausschenkt. »Scheint so,« murmle ich und frage mich, welchen Preis Storm für sich festgelegt hat. »Okay, Casey,« sagt Storm einen Moment später und stemmt die Hände in die Seiten. »Jetzt, wo du dich mit der Arbeit an der Bar vertraut gemacht hast, könntest du jederzeit mit dem Lächeln anfangen. Sonst wird das nämlich nichts mit dem Trinkgeld.« Ich schüttle grinsend den Kopf. »Warum sollen die Typen so blöd sein, ihr Geld für ein Lächeln von mir auszugeben, wenn sie es sich für die heiße Schlangenfrau aufsparen können, die sich die Beine auf die Schultern schnallen kann?« »Vertraue mir einfach.« Sie wendet sich einem Gast zu und raunt mir über die Schulter zu. »Du bist das funkelnde, neue, rothaarige Spielzeug, also bring sie dazu, ihre Fantasie zu benutzen.« Toll, genau das, was ich sein will, der feuchte Traum eines Nachtclubbesuchers. Um ihr zu beweisen, dass sie sich irrt, bediene ich die nächsten drei Gäste mit dem strahlendsten Lächeln, zu dem meine Gesichtsmuskeln in der Lage sind. Einem von ihnen zwinkere ich sogar zu. Und siehe da, das Trinkgeld verdoppelt sich. Hm, vielleicht hat sie doch recht. Wenn Lächeln nur nicht so anstrengend wäre. Kurz darauf lehnt sich ein Mann mittleren Alters mit einem riesigen Cowboy-Hut und Wrangler-Jeans über die Bar, den Mund zu einer Grimasse verzogen, als würde er auf einem Grashalm kauen. »Hallo, von welchem sexgöttenden Stern bist du denn herabgeschwebt?« sagt er und starrt mir unverhohlen in den Ausschnitt. »Warum?« ist mir ein Rätsel. »Neben den ganzen anderen Frauen hier wirke ich beinahe knabenhaft.« Der Typ grinst anzüglich und entblößt dabei hässliche, von zu viel Tabakkonsumgelb verfärbte Zähne. Ich schlucke meinen Ekel herunter und zwinge mich zu lächeln. »Was kann ich Ihnen bringen, Sir?« »Wie wäre es mit einem Tom Collins und einer Privatvorführung?« »Ein Tom Collins kommt sofort.« »Privatvorführungen sind gerade leider aus.« entgegne ich immer noch lächelnd, während ich innerlich koche und es kaum erwarten kann, diesen Typen wieder loszuwerden. Als ich ihm seinen Drink über die Theke schiebe und nach dem 20-Dollar-Schein greife, den er mir hinstreckt, schließt er seine fleischigen Finger um meinen Unterarm und beugt sich so dicht zu mir vor, dass ich seinen nach Zigaretten und alkoholstinkenden Atem riechen kann. »Was hältst du davon, eine kleine Pause zu machen und mir deinen süßen Knackarsch zu zeigen?« »Ich bin hier nur für die Bar zuständig, Sir«, stoße ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und gehe unwillkürlich in Verteidigungsposition. »Wenn Sie etwas anderes wollen, haben wir hier jede Menge Mädchen, die Ihnen bestimmt weiterhelfen können.« »Was keine Übertreibung ist.« »Wo ich auch hinschaue, überall nackte Hintern, Nippel und Schlimmeres.« »Ich habe in der Highschool früher viel Sport gemacht und schon genügend nackte Körper in Umkleideräumen gesehen, vor allem den meiner Freundin Jenny, der ich den Spitznamen Flitzerin von Grand Rapids gegeben habe, weil sie nie ein Problem damit hatte, splitterfasernackt vor mir durch die Gegend zu hüpfen.« »Aber das hier ist etwas anderes.« »Die Mädchen hier wandern herum und bieten ihre Waren feil, verkaufen ihre Körper.« »Ich habe Geld. Sag mir einfach, was dein Preis ist.« »Dafür reicht Ihr Geld nicht, glauben Sie mir,« knurre ich. Aber er hört gar nicht zu. Ich sehe, wie seine andere Hand ein Stück unterhalb der Theke verschwindet, wahrscheinlich um seine wachsende Erregung zurecht zu rücken. Der Typ ist so widerlich, dass ich kotzen könnte. Genau die Art von männlichem Abschaum, bei dem eine Frau, die sich nicht wehren kann, keine Chance hätte. Wenn ich sie wäre, würde ich jetzt loslassen, Sir.« Aus dem Augenwinkel sehe ich Nates und Bens hochgewachsene Gestalten näher kommen. Der Gedanke, dass sie zu meiner Rettung eilen, stört mich aus irgendeinem Grund. Ich habe es nicht nötig, beschützt zu werden. Ich brauche niemanden. Und ich habe das Bedürfnis, diesem Typen wehzutun. Ich beuge mich ein Stück vor, packe den Kaubeil mit der freien Hand im Nacken und reiße blitzschnell seinen Kopf nach unten. Er stößt ächzend die Luft aus, als sein Gesicht auf der Theke aufschlägt. Ich halte ihn weiter mit eisernem Griff fest, während mein Herz gegen meine Rippen hämmert und mein Blut in den Ohren rauscht. »Es fühlt sich gut an. Ich fühle mich lebendig.« »Und, wie gefällt dir mein Knackarsch jetzt?« zische ich. In der nächsten Sekunde legt Nate ihm die Pranken auf die Schultern. »Sir«, dröhnt sein Bass über die Musik hinweg, als er ihn von der Theke hochzieht. »Ich muss sie jetzt auffordern, zu gehen.« Der Cowboy blutet aus einem Riss in der Unterlippe und auf seiner Stirn leuchtet ein roter Fleck, der sich morgen definitiv in eine Beule verwandelt haben wird. Aber er leistet keinerlei Gegenwehr, als Nate ihn zum Ausgang befördert. Vermutlich würde sich noch nicht einmal der unglaubliche Hulk-Nate widersetzen. »Bist du okay?« fragt Ben, der an der Theke geblieben ist. »Mir geht's gut«, versichere ich ihm, als Storm mit einem besorgten Blick zu uns tritt. Während ich Nate hinterherschaue, kreuzt sich mein Blick zufällig mit dem von Kane, der auf der anderen Seite des Raums an einem Tisch sitzt. Ein beklommenes Gefühl steigt in mir auf. Bestimmt hat er beobachtet, was sich hier gerade abgespielt hat. Gut möglich, dass er etwas dagegen hat, wenn einem seiner Gäste der Kopf auf die Theke gerammt wird und ich mich gerade selbst gefeuert habe. Zu meiner Überraschung streckt Kane einen Daumen in meine Richtung hoch und ich seufze erleichtert. »Hey, ich hab dich gebeten zu lächeln und nicht dich zu prügeln.« Storm stupst mich scherzhaft in die Seite. »Er wollte eine Privatvorstellung«, sage ich immer noch voller Adrenalin. »Stattdessen habe ich ihm eine öffentliche gegeben.« Ben verschränkt die Arme und grinst anerkennend. »Um dich muss man sich jedenfalls keine Sorgen machen. Ich bin von Wölfen großgezogen worden und musste um mein Fressen kämpfen.« Er lacht schallend. »Sorry, wenn ich mich vorhin wie ein Vollidiot benommen habe. Ich sehe nur so viele neue hübsche Mädchen, die total sprühend und lebendig hier ankommen und ausgepowert und abgestumpft wieder gehen. Das macht mich echt fertig.« »Tja, dann ist das heute dein Glückstag. Ich bin schon abgestumpft.« Ich mustere ihn einen Moment lang. »Schon mal darüber nachgedacht, ob die Arbeit in einem Nachtclub überhaupt das Richtige für dich ist?« »Du bist nicht die Erste, die mich das fragt.« »Aber die Bezahlung ist einfach zu gut. Ich kann mir damit problemlos mein Jurastudium finanzieren.« Als er meine hochgezogene Braue sieht, grinst er. »Damit hast du jetzt nicht gerechnet, was?« »Wie ein angehender Anwalt siehst du tatsächlich nicht aus.« Ben dreht sich zum Raum um, lehnt sich mit dem Rücken an die Theke und stützt die Ellbogen auf. »Hab gehört, dass du erst vor kurzem hierher gezogen bist«, sagt er, während er die Menge beobachtet. »Jep.« Ich wische geschäftig über die Arbeitsfläche und staple frisch gespülte Gläser ineinander. »Bist du immer so gesprächig?« »Tja, weißt du, wir vollständig bekleideten Mädchen müssen besonders hart für unser Geld arbeiten.« Er wirft mir einen lächelnden Blick zu. »Alles klar. Können ja mal ein paar Runden zusammen auf der Matte trainieren, wenn wir uns das nächste Mal im Breaking Point treffen.« Dann stößt er sich von der Theke ab und schlendert davon, ohne meine Antwort abzuwarten. »Sicher, warum nicht?« »Wird nur wahrscheinlich nicht unbedingt die Sorte Training auf der Matte sein, die du dir ausmalst.« Ich schaue ihm nach und setze zu einem »Kann es kaum erwarten« zukünftiger Staranwalt an, aber die Worte bleiben mir in der Stelle stecken. Trent sitzt an einem der Tische in der Nähe der Bar. Und er schaut nicht zu der nackten Schlangenfrau auf der Bühne. Er schaut zu mir. Ich korrigiere. Verschlingt mich mit Blicken. Trent ist hier und verschlingt mich mit Blicken. »Was zur Hölle?« fluche ich leise und ziehe den Kopf ein. »Ich kann mich jetzt auf keinen Fall mit ihm und dem, was er mit mir anstellt, auseinandersetzen. Vor allem nicht hier. Verdammt!« Ich spüre, wie sich jemand der Theke nähert und hebe vorsichtig den Blick. »Gott sei Dank, es ist Nate, der wohl schon von seiner Mission Cowboy aus dem Saloon werfen zurück ist.« »Macht der Typ dir Ärger, Casey?« Ich schlucke. »Nein, alles cool.« »Doch, aber nicht so, wie du denkst.« »Sicher?« Er schwenkt seinen wuchtigen Körper in Trents Richtung, der sich entspannt in seinen Stuhl zurücklehnt und an seinem Strohhalm zieht, den Blick jetzt aber auf Sherry gerichtet hat. Er ist vor einer halben Stunde reingekommen und hat dich seitdem nicht mehr aus den Augen gelassen. »Tatsächlich?« Krächze ich und räuspere mich hastig. »Ist schon okay, das ist bloß mein Nachbar.« Nate scannt den Rest des Clubs ohne Zweifel auf der Suche nach weiteren zudringlichen Typen, um die er sich kümmern muss. »Ich will, dass du mir sofort Bescheid gibst, wenn der Kerl dir Ärger macht. Okay, Casey?« Als ich nicht antworte, sieht er mich noch einmal über die Schulter an, und seine grollende Bassstimme nimmt einen sanfteren Tonfall an. »Okay?« »Jep. Danke, Nate.« Er kehrt mit einem knappen Nicken auf seinen Posten zurück. Ein Hirte, der über seine Schafe wacht. Aber einer, der jeden Wolf, der seiner Herde zu nahe kommt, mit bloßen Händen in Stücke reißt. »Was war das denn?« fragt Storm. »Nichts?« antworte ich und spähe wieder verstohlen zu Trent hinüber. Er hat den Oberkörper über den Tisch gebeugt und spielt mit seinem Strohhalm, während Mittelmeer Barbie, ich glaube, sie heißt Bella, gerade ihren spärlich bekleideten Körper an seinen Schenkel presst. Sie lässt aufreizend langsam die Hand über seinen Nacken gleiten und deutet zu den Separets. »Hey, alles okay? Du siehst aus, als wolltest du jemanden erwürgen.« »Mir wird erst jetzt bewusst, dass ich das Geschirrtuch zwischen meinen Fäusten bringe, als wäre es ein Hals. Und in meiner Vorstellung ist es ein Hals. Bellas. Ja, alles bestens.« Ich werfe das Spültuch auf die Theke und schaue ein letztes Mal zu Trent rüber. Genau in dem Moment hebt er den Kopf und sieht mich mit seinen unfassbar blauen Augen und diesem frechen Lächeln an, das meinen Schutzpanzer von mir abstreift und mir das Gefühl gibt, genauso nackt zu sein wie die Tänzerinnen auf der Bühne. »Ich verstehe einfach nicht, warum er so eine Wirkung auf mich hat. Was soll aufhören?« »Nach nichts sieht das aber nicht aus, Casey.« »Hallo?« »Wo starrst du denn die ganze Zeit hin? Etwa zu dem Typen?« Sie beugt sich über meine Schulter, um besser sehen zu können. »Hey, ist das nicht...« Ich drehe mich schnell zu ihr um. »Verdammt, Storm, nicht so auffällig. Sonst weiß er, dass wir über ihn reden.« Sie fängt an zu prusten. »Casey hat's erwischt«, trellert sie. »Ullala, der verschlingt dich erförmlich mit Blicken. Na los, geh rüber und sag Hallo.« »Nein«, fauche ich und funkele sie an. Sie zuckt zusammen und fängt hektisch an, leere Gläser von der Theke zu räumen. Shit. Das war wohl etwas zu heftig. Sofort steigen Schuldgefühle in mir auf. Ach, verflucht, Casey. Ich versuche angestrengt, Trent's Tisch zu ignorieren, was ungefähr so gut funktioniert, wie an einem entgleisten Zug vorbeizulaufen und nicht hinzuschauen. Mir entgeht keine einzige Tänzerin, die sich halbnackt an ihn heranmacht, ihm kichernd durch die Haare zaust oder sich gar auf seinen Schoß setzt und jedes Mal platze ich fast vor Eifersucht. Als sich meine erste Schicht im Pennys sich schließlich dem Ende zuneigt, bin ich fix und fertig. Wenigstens hat Trent sie alle höflich, aber bestimmt abblitzen lassen. Storm greift in ihre Tasche, die zwischen uns in der Mittelkonsole liegt, und reicht mir einen dicken Umschlag. Ohne groß nachzudenken öffne ich ihn und blättere die Scheine durch. »Heilige Scheiße«, rufe ich einen Augenblick später. »Das sind bestimmt!« »Ich hab's dir doch gesagt«, sagt sie lachend und fügt zwinkert hinzu. »Stell dir nur mal vor, wie viel du mit Strippen verdienen würdest.« »In dem Umschlag sind bestimmt um die 500 Dollar. Locker!« »Wie lange arbeitest du jetzt schon im Pennys? Vier Jahre? Kannst du mir erklären, warum du immer noch hier auf dem Jackson Drive wohnst? Du hättest dir doch bestimmt schon längst ein Haus leisten können!« Sie seufzt. »Ich war ein Jahr mit Mias Vater verheiratet. Er hat in der Zeit so viele Schulden angehäuft, dass ich Privatinsolvenz anmelden musste, als ich ihn verließ. Keine Bank wird mir jetzt noch ein Darlehen geben.« Er klingt wie ein echtes Arschloch. Ich rutsche unruhig auf meinem Sitz hin und her, was nicht nur an ihrem Jeep und meiner Abneigung gegen enge Räume liegt. Die Unterhaltung hat eine persönliche Richtung genommen und wie immer in so einer Situation fahren sich automatisch meine Schutzschilde hoch. Wenn jemand sich öffnet, erwartet er in der Regel, dass man dasselbe tut. »Wenn du wüsstest«, sagt sie leise. »Dabei fing es gar nicht so schlecht an. Ich war 16, als ich Damon kennenlernte. Dann wurde ich schwanger und eher drogenabhängig. Wir brauchten dringend Geld, also fing ich nach Mias Geburt an, für Kane zu arbeiten. Damon sagte ständig, dass ich mir die machen lassen muss, wenn ich richtig Kohle verdienen wolle.« Sie zeigte auf ihre Brüste. »Ich war natürlich so blöd, mich darauf einzulassen.« In ihrer Stimme liegt ein für sie untypischer, bitterer Unterton. »Ich hatte unfassbare Schmerzen nach der OP. Das ist der einzige Grund, warum ich sie noch nicht wieder habe verkleinern lassen. Es ist echt zum Kotzen, was Mädchen alles tun, wenn sie blind vor Liebe sind.« »Wann hast du dich dann endlich dazu durchgerungen, ihn zu verlassen?« »Als er mich das zweite Mal halbtot geprügelt hat.« Sie sagt es so sachlich, dass ich sicher bin, mich verhört zu haben. »Scheiße! Das tut mir leid, Storm.« Das tut es wirklich. Bei dem Gedanken, wie Storm wehgetan wird, steigt Wut in mir hoch. Nach dem ersten Mal habe ich alle angelogen und erzählt, ich sei gestürzt. Der Klassiker. Sie schnaubt. Das hat mir natürlich keiner abgekauft. Trotzdem haben sie mich weiter in meiner kleinen Wunschtraumblase leben lassen. Aber als es das zweite Mal passierte, sie atmet tief durch. Ich kam mit einer geschwollenen Lippe und einer gebrochenen Nase zur Arbeit. Kane und Nate fuhren mich direkt wieder nach Hause und blieben, während ich Mias und meine Sachen zusammenpackte. Als wir gehen wollten, kam Damon rein. Nate hat ihn ein bisschen aufgemischt und ihn gewarnt, dass er in Zukunft durch einen Strohhalm pinkeln würde, wenn er sich mir oder mir noch ein einziges Mal nähert. Du hast Nate ja kennengelernt. Er wäre in der Lage, seine Drohung wahrzumachen. Sie fährt in ihre Parkbucht vor unserem Apartmentgebäude und stellt den Motor ab. Kane hat mir die Wohnung hier besorgt und seitdem spare ich jeden Dollar, der übrig bleibt, um ein Haus zu kaufen und es bar zu bezahlen, sobald ich genügend zusammen habe. In ein, zwei Jahren müsste es soweit sein. Dann lasse ich das Nachtclub-Leben hinter mir und meine Eltern, fügte sie leise hinzu, müssen sich nicht mehr für mich schämen. Ich nicke verständnisvoll. Meine Eltern würden sich im Grab umdrehen, wenn sie wüssten, wo ich arbeite. Kaum sind die Worte draußen, würde ich sie am liebsten wieder zurücknehmen. Unbehagliches Schweigen füllt den Wagen, während ich mich innerlich für meine unbedachte Offenherzigkeit verfluche. Hör mal, Casey. In Storms Stimme liegt dieser vorsichtige, nervöse Unterton, den ich bereits kenne, und ich spanne unwillkürlich die Schultern an. Ich glaube zu wissen, was als nächstes kommt. Ich weiß, du sprichst nicht gern darüber. Ein paar Dinge konnte ich mir aus den wenigen, was du erzählt hast zusammenreimen. Dass deine Eltern nicht mehr leben, dass Alkohol ein heikles Thema ist. Du hast viele Narben und du magst es nicht, wenn man deine Hände berührt. Ich warte das Ende des Satzes nicht ab. Ohne noch etwas zu sagen, öffne ich die Tür und steige aus. Nein, Storm ist kein dummes Blondchen. Sie ist ein verfluchtes Superhirn. Kapitel 5 Ein Königreich für eine Klimaanlage. Stöhne ich und schäle die Laken vor meinem verschwitzten Körper. Wir brauchen dringend richtige Vorhänge, denke ich, und werfe den dünnen Stofffetzen vor dem Fenster, die die Sonne ungehindert in mein Zimmer knallen lassen, einen grimmigen Blick zu. Meine Eltern hatten sich damals den Luxus einer Klimaanlage geleistet. Tante Dala dagegen hielt nichts davon, für kühle Luft zu bezahlen, wenn auf der Welt Kinder an Hunger sterben. Oder spielsüchtige Ehemänner das Erbe ihrer Nichten verjubeln. Aber hier in Miami sollte es meiner Meinung nach ein Gesetz geben, das den Einbau von Klimaanlagen rechtlich vorschreibt. Levy und Mia sind in der Kinderreim »Pop goes the Weasel«, während sie Einkäufe aus braunen Papiertüten packen. »Guten Nachmittag«, trellert Levy, als ich reinkomme. »Guten Nachmittag«, ruft Mia im selben Singsang. Ich schaue auf die Uhr. Tatsächlich, kurz vor eins. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. »Ich war einkaufen. Das restliche Geld ist da drüben.« Levy nickt in Richtung Küchentheke, wo ein kleiner Stapel Dollarscheine liegt. »Storm wollte mir doppelt so viel geben, aber ich bin stur geblieben«, schiebt sie stolz hinterher. Ich lächle. Nicht nur Storm hat ihre Engel auf Erden gefunden, wie sie immer wieder beteuert, sondern wir auch. Es wird langsam Zeit, dass ich mit diesem »Komm mir bloß nicht zu nah, Mist« aufhöre, den ich ihr gegenüber abziehe. Zwar weiß ich noch nicht, wie, aber ich muss es wenigstens versuchen. Ich gehe zu meiner Tasche, um den prall gefüllten Umschlag herauszuholen, und knalle ihn vor Levy auf den Tisch. »Bäm! Nimm das!« »Heilige Schei«! Levy reißt die Augen auf, als sie das dicke Bündel Scheine darin sieht, und schaut dann zu Mia, die sie neugierig mustert. »Ben Kleister! Und du hast wirklich nur Getränke ausgeschenkt?« Levy hat sich also schon gedacht, dass in dem Club auch noch andere Dienstleistungen angeboten werden. Ich lege den Kopf schräg und tue so, als würde ich angestrengt nachdenken. »Definiere Getränke ausschenken!« Still vor mich hin grinsend, hole ich von ihrem finsteren Blick verfolgt den Orangensaft aus dem Kühlschrank und trinke wie immer direkt aus der Flasche. »War nur ein Scherz«, sage ich, als ich die Flasche wieder abgesetzt habe. »Natürlich nur Getränke. Und einen Arschtritt frei Haus für einen Grabscher.« Mias Brauen schießen in die Höhe. Ich schaue sofort schuldbewusst zu Levy, die verzweifelt die Augen verdreht und forme ein zerknirschtes »Sorry« mit den Lippen. Doch mein Fauxpas ist schnell wieder vergessen, als sie anfängt, mit dem Daumen die Geldscheine durchzublättern. »Du lieber Himmel!«, »Wahnsinn, oder?« Ich bin mir sicher, ein ziemlich dämliches Grinsen im Gesicht zu haben, aber das ist mir egal. Es kann funktionieren. Dass wir es schaffen werden, uns über Wasser zu halten. Dass wir nie wieder Cornbeef essen müssen. Levy sieht mich mit einem Lächeln an, das ich nicht deuten kann. »Was?« »Nichts. Du siehst nur gerade so happy aus.« »Sie beißt in eine Babykarotte.« »Das ist schön!« Mia macht es Levy nach und zuckt beim Kauen wie ein Kaninchen mit der Nase. »Das ist schön!« Ich stibitze mir eine Möhre aus der Tüte, drücke Levy einen dicken Kuss auf die Wange und stolziere dann hochheitsvoll Richtung Badezimmer. »Ich gehe duschen, solange du damit beschäftigt bist, unser Geld zu zählen. Ach, und erinnere mich bitte daran, bei Starbucks anzurufen und zu kündigen, ja? Die können sich ihren Mindestlohn sonst wohin stecken.« Es ist mir egal, dass das Wasser praktisch keinen Druck hat und nach Chlor stinkt. Ich schließe einfach die Augen und massiere mir großzügig das nach Rosen duftende Shampoo in die Haare. Zum ersten Mal, seit Levy und ich von Tante Darla und Onkel Raymond abgehauen sind, habe ich das Gefühl, dass ich es schaffen kann, für uns zu sorgen. Ich bin alt genug, stark genug, clever genug. Meine Schwierigkeiten werden uns nicht im Weg stehen. Alles wird gut werden. Wir werden gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen und … Ein seltsames Zischen reißt mich aus meinen euphorischen Gedankengängen. Als ich ein Auge einen Spaltbreit öffne, entdecke ich etwas rot-schwarz-weiß-Gestreiftes, das sich um das über der Dusche verlaufende Rohr windet und mich aus kleinen, dunklen Knopfaugen anstarrt. Es vergeht eine Schocksekunde, bis ich loskreische, aber dann kann ich nicht mehr damit aufhören. Ich weiche panisch zurück, knalle in die Duschwand hinter mir und schaffe es, gerade so nicht auszurutschen. Die Schlange rührt sich währenddessen nicht von der Stelle, wiegt nur ihren schuppigen Vorderleib hin und her und fixiert mich lauernd. Als überlegte sie, wie sie es schaffen könnte, ihr Maul um meinen Kopf zu schließen und mich in einem Stück zu verschlingen. Vom Flur dringt Livys panische Stimme zu mir. Ich höre, wie sie gegen die Tür hämmert, aber ich bin zu nichts anderem mehr in der Lage, als wie gelähmt dazustehen und zu schreien. Plötzlich ertönt ein lautes Krachen und das Geräusch von splitterndem Holz. »Casey!«, ruft Livy aufgelöst, während zwei starke Arme in die Hüsche greifen und mich herausziehen. Einen Moment später bekomme ich hastig ein Handtuch übergeworfen und werde aus dem Badezimmer in mein Zimmer getragen. »Ich hasse Schlangen! Ich hasse Schlangen! Oh Gott, ich hasse Schlangen!«, wiederhole ich immer wieder und spüre, wie mir eine Hand über die Haare streicht. Erst als mein Herzschlag sich halbwegs beruhigt hat und ich nicht mehr am ganzen Körper zittere, fange ich wieder an, meine Umgebung wahrzunehmen. Und sehe Trents zerfurchte braun und die türkisgrünen Sprenkel in seiner Iris. Ich liege in seinen Armen. Nackt. Ich liege nackt in Trents Armen. Mein Puls schießt wieder auf eine gefährliche Frequenz hoch, während ich hektisch eine Bestandsaufnahme mache. Sein Hemd ist durchnässt und mit Schaum von meinem Shampoo bedeckt. Er drückt mich fest an sich, den einen Arm um meinen Rücken gelegt, den anderen unter meinen Knien hindurchgeschoben. Alle meine wichtigen Körperteile sind vor seinem Blick mit einem Handtuch geschützt. Und trotzdem könnte ich mich nicht nackter fühlen. Livy kommt ins Zimmer gestürmt. »Für wen hältst du dich, dass du einfach so hier reinplatzt?«, faucht sie Trent mit einem Blick an, als würde sie nicht zögern, ihm die Augen auszukratzen. »Ist schon okay, Livy«, sage ich. »Das ist Trent, unser Nachbar. In der Dusche ist... eine Schlange.« Ich schaudere. »Schaff mir hier raus und hol Tanner! Los, Livy, beeil dich!« Livys Augen wandern von mir zu Trent, zum Bett hinunter und wieder zu mir. Es ist offensichtlich, dass sie mich nicht allein lassen will. Doch schließlich nickt sie, läuft aus dem Zimmer und schließt die Tür hinter sich. Trent zieht mich noch ein bisschen enger an sich, sodass ich seine festen Brustmuskeln an meinem Arm spüre. »Alles okay?«, flüstert er so nah an meinem Ohr, dass seine Lippen mich berühren. »Mir geht es fantastisch«, flüstere ich zurück. »Außer, dass ich fast gestorben wäre.« Ich hab dich schreien hören. Es klang, als wollte dich jemand umbringen. »Nicht jemand. Etwas. Hast du das Biest gesehen?« Während ich mit der einen Hand hektisch zum Badezimmer deute, halte ich mit der anderen das Handtuch über meinen Brüsten fest. Zwei Sekunden länger in dieser verdammten Dusche und ich wäre bei lebendigem Leib gefressen worden. Trent fängt leise an zu lachen. Es ist ein weicher, wunderschöner Ton, der durch meinen Körper vibriert und mein Innerstes wärmt. »Ich glaube, du hast mit Lenny Bekanntschaft gemacht, der Schlange aus 2b.« Heute Morgen habe ich zufällig einen kleinen, kahlköpfigen Mann beobachtet, der im Garten die Büsche durchsuchte und immer wieder diesen Namen gerufen hat. »Ein Haustier?«, rufe ich fassungslos und setze mich auf. »Dieses Monster gehört jemandem? Ist es nicht verboten, gefährliche Schlangen zu halten?« Trent grinst. »Das Monster ist eine Milchschlange.« »Soweit ich weiß, fressen die bloß Mäuse.« Sein Blick wandert zu meinem Mund und sein Atem streicht über meine Wange. An meiner Schulter spüre ich sein klopfendes Herz, das genauso schnell schlägt wie meines. »Du bist in Sicherheit, Casey.« Er umschließt mit einer Hand mein Gesicht. »Niemand kann dir hier irgendetwas antun.« Ich weiß nicht, ob es der nachlassende Schock ist oder dieses heiße Prickeln in meinem Bauch, das immer dann einsetzt, wenn Trent in meiner Nähe ist. Oder ob in meinem Inneren gerade eine Bestie ausbricht, die viel zu lange eingesperrt war. Jedenfalls ist aus der beängstigenden Situation plötzlich eine extrem knisternde geworden. Ich kann nicht anders. Ich stürze mich hungrig auf seinen Mund und reiße ihm ein paar Knöpfe vom Hemd, als ich mich an dem Stoff festhalte, um mich an ihn zu pressen. Sein Körper und seine Lippen antworten nicht sofort, leisten für den Bruchteil einer Sekunde Widerstand. Dann zieht er mit einer schnellen, fließenden Bewegung den Arm unter meinen Knien hervor und schlingt ihn um meine nackte Taille, fasst mit der anderen Hand meine nassen Haare im Nacken zusammen, zwingt sanft meinen Kopf nach hinten und lässt seine Zunge zwischen meine Lippen gleiten. Er schmeckt angenehm frisch und süßherb. Sein Griff ist behutsam und gleichzeitig so stark, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn abwehren könnte, wenn ich wollte. Aber das will ich gar nicht. Kein bisschen. Ohne seinen Mund von meinem zu lösen, legt Trent mich aufs Bett. Einen Wimpernschlag später ist er über mir und ich schlinge die Beine um seine Hüften, während unsere Küsse immer leidenschaftlicher werden. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, warum ich das hier tue, was am Ende über die Vernunft gesiegt hat, aber ich weiß, dass ich nicht will, dass es aufhört. Jede einzelne Zelle in meinem Körper verzehrt sich danach. Verzehrt sich nach Trent. Ich fühle mich, als hätte ich jahrelang unter Wasser gelebt und würde zum ersten Mal wieder Luft holen. Leider hört es doch auf. Er löst sich abrupt von mir und schaut mit einem ungläubigen Ausdruck schwer atmend auf mich herunter. Seine Augen sind auf meine gerichtet, so dass er nicht sieht, dass mein Handtuch verrutscht ist und ich splitterfasernackt unter ihm liege. Entblößt an Körper und Seele. Ich hab dich nicht deswegen aus der Dusche gezogen, flüstert er rau. Ich schlucke. Als ich endlich etwas sagen kann, klingt meine Stimme belegt. Ich weiß, ist aber trotzdem ziemlich gut für dich gelaufen, oder? Er sieht mich mit diesem schiefen Lächeln an, bei dem ich innerlich zu brennen beginne. Als würde jemand eine Fackel an meinen Körper entlang gleiten lassen. Dann wird sein Blick wieder ernst. Ist das nicht anstrengend? fragt er und streichelt mit dem Daumen sanft über meinen Nacken. Was? Sich ständig vor anderen zu verschließen. Tu ich gar nicht, sage ich schnell. Aber meine brechende Stimme straft mich Lügen. Seine Worte fühlen sich wie ein Hieb in den Magen an. Wie kann er das sehen, was er nicht sehen soll, von dem ich nicht will, dass er es sieht, dass mich so viel harte Arbeit gekostet hat, um es zu verbergen? Weil er sich wie ein Eindringling Zugang zu mir verschafft und mein Sicherheitssystem ausgetrickst hat. Deswegen. Das Feuer, das er so mühelos in meinen Körper entzünden kann, brennt immer noch. Nur, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, gegen die lodernden Flammen anzukämpfen. Ich will das hier nicht. Ich will dich nicht. Die Worte hinterlassen einen bitteren Geschmack auf meiner Zunge, weil ich sie nicht so meine. Ich will das hier. Ich will dich, Trent. Trent verschließt meinen Mund mit seinem und sofort drängt sich ihm mein Körper entgegen und verrät mich. Er versucht sich zu beherrschen und seine Hände greifen nur mein Kissen, während ich von Neuem die Kontrolle verliere, wieder die Beine um seine Hüftenschlinge und die Hände unter sein Hemd schiebe. Du willst das hier nicht, Casey? raunt er mir ins Ohr und lässt mich seine Erektion spüren. Nein, flüstere ich atemlos und folge mit den Lippen der Linie seines Halses. Plötzlich muss ich über mich selbst lachen. Darüber, wie ich hier liege und ihm nicht nah genug sein kann und trotzdem stur das Gegenteil behaupte. Das Lachen ist wie eine Rettungsleine, die mir zugeworfen wird und mich vom Abgrund wegzieht. Ich löse den Mund von seinem Hals. Raus hier, knurre ich. Er haucht drei federleichte Küsse auf meinen Mundwinkel und streicht mir sanft mit dem Handrücken über die Wange. Bin schon weg, Casey. Er steigt von mir herunter, steht auf und bleibt einen Moment neben meinem Bett stehen. Ich hole scharf Luft, als er seinen Blick über meinen Körper gleiten lässt. In seinen Augen liegt ein hungriger, dunkler Ausdruck, der sofort wieder ein tiefes Verlangen in mir auslöst. Dann wendet er sich ab und geht zur Tür. Ich werde Tanner sagen, dass die Türen auf mein Konto gehen. Türen? Mehrzahl? Jepp, sagte er, ohne sich noch einmal umzudrehen. Die Wohnungstür und die Badezimmertür. Falls er deswegen jemanden rausschmeißen will, sorge ich dafür, dass ich das bin. Und weg ist er. Dieser Typ ist die Wörterbuchdefinition von Widerspruch. Er wechselt so fließend zwischen Nice Guy und Bad Boy, dass ich den Moment der Verwandlung irgendwie immer verpasse. Es wäre so viel einfacher, wenn er einfach nur ein blöder Aufreißer wäre, statt ein griechischer Gott, der Türen eintritt, um mich vor Schlangen zu retten. Andererseits kann ich mich innerhalb von drei Sekunden von einem Miststück in ein Sexmonster und wieder in ein Miststück verwandeln. In puncto Widersprüche stehe ich ihm also wohl in nichts nach. Als ich 15 Minuten später aus meinem Zimmer komme, wird unser Apartment von allen möglichen Leuten belagert. Livy steht mit Storm, die eine weinende Mia in den Armen wiegt, in der Küche. Mein Geschrei hat Storm offensichtlich aus dem Schlaf gerissen, da sie nichts weiter als ein Top und einen winzigen Slip anhat. Ein Police Officer ist gerade damit beschäftigt, einen kleinen, kahlköpfigen Mann zu befragen, um dessen Handgelenk sich der Übeltäter ringelt. Wieder durchläuft mich ein kalter Schauer. Das muss der Schlangenhalter mit Lenny sein. Trent hatte also recht. Als ich die Schlange jetzt so vor mir sehe, wird mir klar, dass sie noch nicht einmal annähernd so groß ist, wie ich sie wahrgenommen habe. Trotzdem verschränke ich schutzsuchend die Arme vor der Brust, als sie mich mit ihren kleinen Knopfaugen mustert. Unser Vermieter steht neben der eingetretenen Wohnungstür und starrt mit ratlos verblüfftem Blick auf das gesplitterte Holz. Ich glaube zu wissen, was in ihm vorgeht. Trent ist ein großer, kräftiger, junger Mann, keine Frage. Aber dass er dazu in der Lage ist, nicht nur eine, sondern gleich zwei Türen einzutreten, um mich zu retten, ist wirklich beeindruckend. Trent steht neben Tanner, die Hände in die Hosentaschen geschoben und schaut sich schweigend die Bescherung an. Dort, wo ich ihm die Knöpfe abgerissen habe, steht sein Hemd offen. Der restliche Stoff klebt nass an seiner definierten Brust. Obwohl wir nicht allein sind, bekomme ich bei dem Anblick einen trockenen Mund. Als Storm mich sieht, drückt sie Mia in Levis Arme, läuft auf mich zu und zieht mich fest an sich. Ich zucke immer noch leicht zurück, aber nicht mehr so schlimm wie beim letzten Mal. Alles in Ordnung? Falls es sie verletzt hat, dass ich sie letzte Nacht einfach so in ihrem Wagen habe sitzen lassen, merke ich ihr nichts an. Über ihre Schulter sehe ich, wie der Officer und der kleine, kahlköpfige Mann mit hervortretenden Augen auf Storms Hintern starren. Immerhin hat der Officer so viel Anstand, rot zu werden und seinen Blick auf eine ausgetretene Stelle im Linoleum zu heften. Im Gegensatz zu dem Kahlköpfigen, der anzüglich zu grinsen anfängt. Es wird mir besser gehen, wenn ich diesem Typen eins auf die Nase gegeben habe, sage ich so laut, dass er es hören kann. Ertappt wendet er den Blick ab. Das ist Pervy Pete, flüstert sie und zieht ihr Top hinten tiefer. Es nützt nichts. Das Top ist zu kurz und er slipt zu winzig. Bin gleich wieder da. Sie eilt nach nebenan. Tanner schaut von der demolierten Tür auf. Oh, hey, Carrie. Carrie? Meine Braue schnellt nach oben. Oh, hey, Larry. Wie läuft's so? Libby presst sich leise prustend die Hand auf den Mund. Tanner wirkt erst verwirrt. Dann kratzt er sich am Kopf und grinst. Casey, korrigiert er sich. Sorry, Casey. Der Officer hat die Befragung des Schlangenhalters mittlerweile abgeschlossen und lässt sich den Vorfall jetzt aus unserer Perspektive schildern. Während er sich geduldig Notizen macht, wandert sein Blick immer wieder zu Storm, die zwischenzeitlich vollständig bekleidet zurückgekehrt ist. Als er schließlich alle Angaben hat, beugt er sich zu Mia hinunter und schenkt ihr einen Sheriff-Stern-Sticker. Sie läuft strahlend zu ihrer Mom und zeigt ihn ihr Stolz. Pervy Pete entschuldigt sich überschwänglich, bevor er Lenny in sein Terrarium zurückbringt und einem streng schauenden Tenner hoch und heilig schwört, sich in Zukunft zweimal zu vergewissern, ob es auch wirklich sorgfältig verriegelt ist. Bevor der Officer sich ebenfalls zum Gehen wendet, fragt er mich noch, ob ich Anzeige gegen Trent erstatten will, worauf ich ihn anschaue, als wäre ihm ein dritter Arm aus dem Hintern gewachsen. Nachdem er sich verabschiedet hat und gegangen ist, nicht ohne Storm noch ein langes, verzaubertes Lächeln zuzuwerfen, starren Tenner und Trent immer noch auf die beiden eingetretenen Türen. Ich verstehe ja, dass das ein Notfall war, aber tja, ich muss das in Ordnung bringen lassen und Perv... Tenner röspert sich. Peter wird eine Weile brauchen, bis er das Geld aufgetrieben hat. Schätze, die beiden Mädchen haben keine Versicherung, die für ich könnte mich mit, ähm, 100 Dollar beteiligen. Mir bleibt der Mund offen stehen. Was? Ich habe mit einem Vortrag über Ruhestörung und der Kündigung gerechnet. Stattdessen bietet uns unser Vermieter seine Hilfe an? Livy, Storm und ich schauen uns völlig verdutzt an. Doch bevor ich etwas erwidern kann, holt Trent eine Handvoll Scheine aus seinem Geldbeutel und drückt sie Tenner in die Hand. Hier, das müsste reichen. Tenner steckt das Geld mit einem Nicken ein und lässt uns dann, ohne noch ein Wort zu verlieren, sprachlos zurück. Hey! Trent tritt auf Livy zu und streckt ihr die Hand hin. Wir sind uns noch nicht richtig vorgestellt worden. Ich bin Trent. Livy, die sich vorher noch wie eine Furie auf ihn stürzen wollte, errötet wie eine verlegene Zwölfjährige, als sie ihm hastig die Hand schüttelt und dann sofort wieder loslässt, als könnte sie allein durch die Berührung schwanger werden. Ihr Blick zuckt hektisch umher, um ja nicht auf sein halb offen stehendes Hemd und den umwerfenden Körper darunter zu starren. Ich muss mir ein Grinsen verbeißen. Meine tugendhafte Livy. Anschließend stellt sich Trent Storm vor, die ebenfalls errötet, was mir gegen meinen Willen einen eifersüchtigen Stich versetzt. Als er sich zu mir hinunterbeugt, die sich hinter Storms Beinen versteckt, zwinkert Storm mir zustimmend zu. Ich verdrehe die Augen. Und du bist bestimmt Prinzessin Mia, stimmt's? sagt Trent. Ich hab schon sehr viel von dir gehört. Mia wagt sich mit großen Augen ein winziges Stückchen aus ihrer Deckung hinter Storms Beinen hervor. Von Mia? Also ich habe von einer Prinzessin Mia gehört, die für ihr Leben gern Eis isst. Das bist doch du, oder? Sie nickt langsam. Hast du das gehört, Mami? flüstert sie. Die Leute wissen, dass ich eine Prinzessin bin. Alle lachen. Nur ich nicht. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, der Stimme in meinem Kopf zuzuhören, die mir sagt, dass ich seinem Charme widerstehen muss. Dass das alles nur Show ist. Dass er nicht gut für mich ist. Nur leider liegt sie damit völlig falsch. Das Problem ist eher, dass er zu gut für mich ist. Trent richtet sich wieder auf und sieht mich an. Kommst du klar? Immer so darauf bedacht, dass ich okay bin. Ich nicke und verschränke wieder die Arme vor der Brust, schaue an meinem Bademantel herunter und zapple unbehaglich unter seinem prüfenden Blick hin und her, während ich daran denke, wie sich sein Körper an meinem angefühlt hat und wie er mich nackt und panisch schreiend aus der Dusche gezogen hat. Bei der Erinnerung würde ich mich vor Scham am liebsten in Luft auflösen. Ich weiß nicht, ob Trent meine Unbehaglichkeit spürt, aber er tritt ein paar Schritte zurück und fährt sich durch die Haare. Okay, dann ... man sieht sich. Er zwinkert mir zu. Muss mir erst mal das ganze Shampoo abspülen. Hoffentlich geht es unter meiner Dusche entspannt dazu. Ja, murmle ich lahm, während ich gleichzeitig fieberhaft darüber nachdenke, etwas in seiner Dusche zu deponieren, damit ich eine Entschuldigung habe, seine Tür einzutreten und ihn zu retten. Keine Schlange. Vor Schlangen scheint er keine Angst zu haben. Einen Alligator vielleicht? Davon gibt's in Florida doch jede Menge. Ein kurzer Trip zu den Everglades. Dort suche ich mir einen, fange ihn, schmugle ihn hierher. Casey? Storms Stimme reißt mich ins Hier und Jetzt zurück. Sie hat eine Braue hochgezogen und sieht mich grinsend an. Offensichtlich habe ich eine Frage verpasst. Hm? Trent würde sich bestimmt total freuen, wenn wir ihn als Dankeschön zum Abendessen einladen, sagt sie mit einem verschmitzten Funkeln in den Augen. Sie spielt die Kupplerin. Das gefällt mir nicht. Warum sollte Trent mein Chaos wollen? Tu dir keinen Zwang an. Ich gehe jedenfalls gleich ins Training. Mein eisiger Tonfall kühlt die heitere Stimmung im Raum unter Null ab. Bevor noch irgendjemand etwas erwidern kann, stürme ich in mein Zimmer zurück. Und hasse mich dafür. Obwohl es schon später Nachmittag ist, ist es noch ziemlich ruhig im Breaking Point, aber das ist mir nur recht. Mir steckt immer noch die Begegnung mit der Schlange in den Knochen. Und die mit Trent. Die vertraute Routine meines Workouts ist jetzt genau das, was ich brauche. Ich fange eilig an, mich zu dehnen und auf meine Runde am Boxsack vorzubereiten. Hey, Rotschopf! ertönt Bens Stimme hinter mir. Mist! Ich drehe mich zu ihm um und ertappe ihn dabei, wie er seinen Blick von meinem Hintern auf mein Gesicht richtet. Ben! Er tritt um meinen Boxsack herum und hält ihn fest. Soll ich den für dich sichern und ein Auge auf dich haben? Hast du doch sowieso, oder? Brumme ich, muss dann aber über sein schlitzohriges Grinsen lachen und spüre, wie ich mich ein bisschen entspanne. Hast du sowas schon mal gemacht? Er zuckt mit den Achseln. Du kannst es mir bestimmt beibringen. Dann grinst er wieder. Normalerweise habe ich zwar lieber selbst das Heft in der Hand, aber für dich kann ich... Ben lässt weitere Anspielungen vom Stapel. Ich blende sie aus und überrasche ihn mit einem Roundhouse-Kick. Er stößt ächzend die Luft aus, als der Sandsack gegen seine Hüfte prallt. Lektion Nummer 1. Halt die Klappe, während ich trainiere. Die nächsten 15 Minuten bearbeite ich den Sack mit Hieben und Tritten. Ben federt jeweils die Wucht des Aufpralls ab und macht seine Sache gar nicht so schlecht. Falls er zwischendurch etwas sagt, bekomme ich es nicht mit. Meine ganze Konzentration gehört der Koordination meiner Bewegungen, während ich immer und immer wieder zuschlage und all der Wut in mir freien Lauf lasse. Drei Scheißtypen, die eines Abends zu viel tranken. Drei Mörder, die mir mein Leben genommen haben. Eins, zwei, drei. Schließlich lege ich eine Pause ein und stütze mich keuchend auf den Knien ab. Jesus Case! Ich schaue zu Ben auf, der mich mit großen Augen ansieht. Ich hab noch nie jemanden mit so einer Besessenheit trainieren sehen. Du warst wie Ivan Drago. Das ist der Russe, der in »Wenn er tot ist, ist er tot«, unterbreche ich ihn mit gefakten russischem Akzent. Rocky IV gehörte ebenfalls zu den Lieblingsfilmen meines Dads. Ben nickt verblüfft. Du kennst den Film. Wer kennt den nicht? Als er nicht aufhört, beeindruckt zu nicken, muss ich erneut lachen, und er stimmt trostend mit ein. Vielleicht ist Ben ja doch nicht so ein Vollidiot. Genau in dem Moment geht jemand an uns vorbei und lässt einen Vorschlaghammer gegen Mann Schutzschild krachen. Trent. Mir bleibt das Lachen im Hals stecken, und alle Leichtigkeit ist mit einem Schlag weg. Hastig greife ich nach meiner Wasserflasche und nehme einen tiefen Schluck, um meine Reaktion vor Ben zu überspielen. Dabei beobachte ich verstohlen, wie Trent neben einer Boxbirne seine Sachen auf den Boden fallen lässt und sich sein Sweatshirt über den Kopf zieht. Was zur Hölle hat er hier zu suchen? Das ist mein Sport. Oh Gott. Ein kleines Wasserrinsal läuft mir übers Kinn, das ich mit dem Unterarm wegwische, während ich angestrengt versuche, nicht auf seinen nur von einem Tankshirt bedeckten definierten Oberkörper zu starren. Er dreht mir immer noch halb den Rücken zu, hat bisher noch kein einziges Mal in meine Richtung geschaut und beginnt jetzt mit einer überraschenden Präzision auf die Boxbirne einzuhämmern. Als ob er regelmäßig trainieren würde. Ich beobachte ihn noch einen Moment lang fasziniert und ein bisschen enttäuscht, dass er nicht zu mir rübergeschaut hat, auch wenn ich weiß, dass ich seine Aufmerksamkeit nicht verdiene. Vielleicht hat er mich noch nicht gesehen und weiß gar nicht, dass ich hier bin. Wer's glaubt, wird selig. Unter den Rändern seines Tankshirts schauen die geschwungenen Linien eines Tattoos hervor. Es reicht von Schulter zu Schulter und scheint seinen kompletten oberen Rücken einzunehmen. Ich würde nichts lieber tun, als ihm das Shirt auszuziehen und seine Tätowierung zu studieren, während er ausgestreckt auf meinem Bett liegt. Ich glaube, den Typen habe ich gestern im Pennys gesehen, sagt Ben. Na toll. Er hat also mitbekommen, wie ich Trent anstarre. Stehst du auf ihn? spiele ich die Kuhle. Ich nicht, aber jemand anders, wie ich gehört habe, kontert er grinsend. Verflucht. Storm. Wir sind Nachbarn, nichts weiter. Sicher? Jepp, ich stehe auf niemanden. Dich eingeschlossen. Ich platziere einen Hieb auf meinem Boxsack. Er zieht die Brauen hoch. Warum gehst du dann nicht zu deinem Nachbar rüber und sagst kurz Hi? Ich antworte mit einem erneuten Roundhouse-Kick. Ben kapiert den Wink. Er sichert hastig den Sandsack und erwähnt Trent danach mit keinem Wort mehr. So sehr ich es auch versuche, aber bei meiner zweiten Runde bin ich nicht mehr wirklich bei der Sache. Und alles nur wegen dieses smarten, sexy Typen, der auf der anderen Seite des Raums eine Boxbirne bearbeitet und immer wieder meine Blicke auf sich zieht, so sehr ich auch dagegen ankämpfe. Als ich das nächste Mal verstohlen zu ihm rüberspähe, wischt er sich gerade mit dem Saum seines Shirts den Schweiß von der Stirn und entblößt dabei ein makelloses Eightpack. Der Anblick lässt meinen Puls in die Höhe schießen und ... Aua! Ein brennender Schmerz beißt mich in den Hintern. Als ich herumwirble, steht Ben mit seinem Handtuch und einem schiefen Grinsen vor mir. Ich stämme fassungslos die Fäuste in die Seiten. Hast du mir etwa gerade mit deinem Handtuch eins über den Hintern gezogen? Meine Wut scheint ihn völlig kalt zu lassen. Mein Boxhieb in seine Rippen nicht. Er krümmt sich stöhnend. Ich hoffe, das war es dir wert, Arschloch! Ich bücke mich, um meine Sachen aufzuheben. Als ich mich wieder aufrichte, treffen sich Trance und meine Blicke. Sein Gesicht zeigt keinerlei Regung, aber seine Augen. Selbst aus der Entfernung kann ich eine Mischung aus Entschlossenheit, Schmerz und Wut darin erkennen. Er wusste, dass ich hier bin. Er hat es die ganze Zeit gewusst. Nachdem wir uns eine Weile angestarrt haben, dreht Trent mir wieder den Rücken zu und hämmert weiter auf die Boxbirne ein. Auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich die Boxbirne bin. Als würden mir Schuldgefühle eingebläut werden. Und jeder Hieb schmerzt. Alles in mir schmerzt wegen Trent. Okay, ich habe genug für heute. Ich lasse Ben einfach stehen und stürme in die Frauenumkleidekabine. Ein winziger Raum mit zwei Duschkabinen. Setze mich auf die Holzbank und kämpfe gegen die ganzen ungewollten Gefühle an, die aus dem Abgrund nach oben klettern. Warum muss er ausgerechnet hier auftauchen? In meinem Sportclub? Stalkt er mich? Klar weiß ich, dass das hier der einzige Kampfsportclub in der näheren Umgebung ist. Falls er regelmäßig trainiert, ist es also kein Wunder, dass er hier gelandet ist. Aber trotzdem. Ich bin daran gewöhnt, immer die Kontrolle zu haben. Ich kämpfe jeden Tag darum, nichts zu fühlen. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, völlig durchzudrehen. Und diese Strategie hat sich bestens bewährt. Bis jetzt. Bis sich Trent in mein Leben gedrängt und alles durcheinandergebracht hat. Seitdem habe ich mich nicht mehr richtig im Griff. Mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Ich schwanke ständig zwischen dem Drang, ihn wegzustoßen und dem Bedürfnis, ihn festzuhalten, und denke viel zu oft an ihn. Selbst jetzt löst der Gedanke an ihn ein Verlangen in mir aus, das ich seit meinem letzten One-Night-Stand vor zwei Jahren nicht empfunden habe. Nur, dass es diesmal eine Million Mal intensiver ist. Ich vergrabe den Kopf in den Händen und wiege mich langsam vor und zurück. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Es klopft leise an der Tür. Hoffnung durchzuckt mich wie Wasser, das durch einen berstenden Damm schießt, und mir wird klar, dass ich mir wünsche, dass es Trent ist. Ich kann nichts dagegen tun. Ich will es. Ich will ihn. Bitte lass es ihn. Die Tür geht auf und ein zerknirscht schauender Ben streckt den Kopf herein. Unglaubliche Enttäuschung breitet sich in mir aus. Alles okay? fragt er. Tut mir echt leid wegen vorhin. Ich hab dich wohl härter getroffen, als ich wollte. Du warst nur auf einmal so weggetreten. Ich erwidere nichts. In meinem Inneren brodelt eine gefährliche Mischung aus zu viel Adrenalin und Frustration. Ich schaue zu ihm auf und sehe einen süßen, ehrlichen Typen vor mir, der plötzlich etwas extrem Verführerisches an sich hat. Ohne einen einzigen Gedanken an die Konsequenzen springe ich auf und zerre ihn an seinem Shirt in die Umkleidekabine. Er wehrt sich nicht, was wohl vor allem daran liegt, dass er völlig überrumpelt ist. Ich schiebe ihn in eine der Duschkabinen und schließe die Tür hinter mir ab. Zieh dich aus. Aber wehe, du berührst meine Hände. Die sind tabu. Ähm. Das ist ziemlich eindeutig das Letzte, womit Ben gerechnet hat. Mir geht es genauso. Aber ich muss mir irgendwie dieses Trendproblem vom Hals schaffen und bedeutungsloser Sex scheint genau die richtige Lösung zu sein. Als Ben mich bloß weiter völlig verwirrt ansieht, ziehe ich ihn am Kragen seines Shirts zu meinem Mund hinunter. Das hilft ihm auf die Sprünge. Er schlingt die Arme um mich und lässt seine Zunge in meinen Mund gleiten. Sein Kuss ist süß, aber nicht wie … Nein, Schluss damit, Casey. Du machst das hier, um Trent aus deinem Kopf zu kriegen. Seinen Namen nur zu denken, jagt heiße Schauer über meinen Körper. Casey … Ben lässt stöhnend seine Hände über meine Brüste wandern, hält kurz inne, um mir meinen Top auszuziehen, und stürzt sich dann erneut auf meinen Mund. Es ist ziemlich eng in der Duschkabine, aber er macht das Beste daraus und hebt mich auf die kleine Bank an der Wand. Atemlos sieht er zu mir auf. Mir war nicht klar, dass du auf mich stehst. Hör auf zu quatschen, sage ich, während ich meine Shorts und mein Höschen nach unten schiebe. Sofort legt er seine Hand auf die Innenseite meines Schenkels und lässt sie höher gleiten, bis sie genau dort ist, wo ich sie haben will. Ich lehne mich zurück und schließe die Augen und stelle mir vor, dass es Trents Hand ist, die mich berührt. Einen Moment später geht Ben vor mir auf die Knie und er setzt seine Hand durch seinen Mund. Gott, bist du süß, sagt er heiser. Ich stelle mir kurz vor, wie ich ihm einen Maulkorb umlege, damit er endlich mit dem Gequatsche aufhört. Aber dann wäre er nutzlos. Und gerade nützt er mir sogar sehr. Egal, ob richtig oder falsch, es ist so lange her, seit ich so etwas zugelassen oder auch nur gewollt habe. Ich lehne mich zurück und entspanne mich. Nehme mir von Ben, was ich brauche. Alles ist gut. Bis Ben die eine Regel bricht, die ich aufgestellt habe und seine Finger mit meinen verschränkt. Es fühlt sich an, als wäre ich in Eiswasser getaucht worden, nachdem ich eine Stunde in einer heißen Wanne gelegen habe. Meine Erregung verwandelt sich augenblicklich in Abscheu. Ich weiche vor seiner Berührung zurück und schiebe sein Gesicht von mir weg. Scheiße, Ben, verschwinde sofort. Was? Er blickt verständnislos zu mir auf, so als hätte ich gerade einen Dreifachmord zugegeben, während ich seelenruhig einen Kuchenteig anrühre. Du hast meine Hände berührt. Ich hab dir gesagt, dass sie tabu sind. Hau ab! Er grinst ungläubig und bewegt sich immer noch nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich steige von der Bank herunter, entriegle die Tür und schiebe Ben, dessen Erregung deutlich durch seine Shorts hindurch zu sehen ist, aus der Kabine. Dann knalle ich die Tür wieder zu, schließe ab, lass mich an der Duschwand zu Boden sinken und umschlinge meine Knie. Das hat überhaupt nicht geholfen. Genau genommen habe ich damit alles nur noch schlimmer gemacht. Mir wird schlecht. Wie konnte ich nur so selbstsüchtig sein? Ben wird mich hassen. Jetzt, wo diese plötzlich aufgeflammte, intensive Lust sich in nichts aufgelöst hat, fühle ich mich mies, ihn so behandelt zu haben. Früher habe ich nie ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich einen Typen benutzt habe. Und ich atme keuchend aus. Was, wenn Trent davon erfährt? Oh Gott. Ich lasse den Kopf auf die Knie fallen. Es ist mir nicht egal, was Trent denkt. Es ist mir nicht egal, ob es ihn verletzen würde oder nicht. Es ist mir einfach nicht egal. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Ob ich nun bedeutungslosen Sex mit einem anderen habe, mich wie ein Miststück verhalte oder was mir sonst noch so einfallen würde, um ihn von mir wegzustoßen. Er hat es irgendwie geschafft, einen Finger unter meine Titanrüstung zu schieben und mich auf eine Weise zu berühren, auf die mich noch nie jemand berührt hat. Kapitel 6 Im Pennys gibt es heute Abend zwei Shots zum Preis von einem. Der Andrang ist entsprechend groß, sodass Storm und ich alle Hände voll zu tun haben und ich schon nach kürzester Zeit schweißgebadet bin. Kane scheint Nates Zwilling aufgetrieben zu haben. Einen genauso einschüchternden dunklen Hühnen, der mit finsterem Blick über die Bar wacht, bereit, grapschende Gäste im Nullkommanichts auf die Straße zu setzen. Tatsächlich sind heute Abend fast genauso viele Rausschmeißer wie Tänzerinnen im Club. Darunter auch Ben. Seit dem Vorfall im Breaking Point hat er keine zwei Worte mit mir gewechselt, was mir nur recht ist. Ich schäme mich auch so schon genug, ohne ständig daran erinnert zu werden. Kane beugt sich zu mir über die Theke, als ich gerade zehn Wodka-Shots aufreihe. Wie gefällt es dir bis jetzt im Pennys, Casey? fragte er über die Musik. Kommst du klar? Ich nicke lächelnd. Ich arbeite gern hier, Kane. Und die Bezahlung ist echt fantastisch. Schön. Ich hoffe, du sparst das Geld fürs College. Jepp. Nur nicht für mein College. Weißt du schon, was du studieren willst? Ich halte kurz inne und überlege, was ich darauf antworten soll. Am Ende entscheide ich mich für die Wahrheit, statt ihn mit einem meiner Klugscheißersprüche abzuspeisen. Er ist schließlich mein Boss. Weiß noch nicht. Ich muss vorher erst noch ein paar Dinge auf die Reihe kriegen. Aus irgendeinem Grund macht es mir nichts aus, dass er mir all diese Fragen stellt. Ich empfinde sie nicht als aufdringlich. Jetzt will ich mich erst mal darum kümmern, dass meine kleine Schwester ihren Abschluss macht und Medizin studieren kann. Ach ja, der berühmte Engel mit den rabenschwarzen Haaren, von dem Storm so schwärmt. Kane sieht mich mit leicht zusammengekniffenen Augen an. Du machst hier einen super Job und bist so lange im Pennysville kommen, wie du die Arbeit brauchst. Aber sieh trotzdem zu, dass du diese Dinge bald auf die Reihe kriegst. Du hast mehr drauf, als Drinks auszuschenken. Mach weiter so. Er klopft mit den Fingerknöcheln zweimal auf die Theke und setzt seine Runde fort. Ich schaue ihm verwundert hinterher. Was ist eigentlich seine Geschichte? Frage ich Storm, die neben mir mit Gläsern hantiert. Wie meinst du das? Naja, er ist echt cool und überhaupt nicht so, wie man sich einen typischen Nachtclubbesitzer vorstellt. Ich habe noch kein einziges Mal gesehen, dass er einen der Mädchen in den Hintern gekniffen hat. Er nimmt sich Zeit, Hallo zu sagen. Und gerade hat er mich ermutigt, meine Zeit hier nicht zu lange zu verschwenden, weil ich angeblich mehr drauf habe. Sie lächelt. Ja, Kane ist definitiv etwas Besonderes. Er kommt aus schwierigen Verhältnissen. Sie greift nach dem Jack Daniels, der vor mir steht. Wo wir gerade von Trent sprechen. Hä? Tun wir doch gar nicht. Der unvermittelte Themenwechsel bringt mich aus dem Konzept. Storm sieht mich mit einem frechen Grinsen an und deutet mit dem Kind zu einem Tisch in der Nähe der Bar. Trent. Natürlich. Das ist jetzt schon der vierte Abend in Folge, an dem er gegen elf allein hier auftaucht und dann einfach da sitzt und zwischendurch etwas zu trinken bestellt. Bis jetzt hat er noch kein einziges Mal versucht, mit mir zu reden, aber ich weiß, dass er mich beobachtet. Meine Haut kribbelt unter seinen Blicken, was mich langsam wahnsinnig macht. Case? Storm beugt sich zu mir. Kann ich dich was fragen? Nein. Ich greife nach einem Messer und mache mich daran, eine Limette in Stücke zu schneiden. Sie schweigt kurz. Warum lässt du ihn die ganze Zeit links liegen? Er kommt jeden Abend hierher, nur um dich zu sehen. Klar, er kommt jeden Abend in einen Nachtclub und hockt stundenlang allein an einem Tisch. Wo ich herkomme, nennt man solche Typen Freaks. Er beobachtet die Tänzerinnen praktisch mit keinem Blickcase. Er hat nur Augen für dich und du schaust auch ständig zu ihm rüber. Tu ich nicht, widerspreche ich und meine Stimme überschlägt sich dabei. Verdammt! Ich habe wirklich alles getan, um ihn zu ignorieren. Wie es aussieht, bin ich grandios gescheitert. Ich glaube, Trent mag dich wirklich, fährt Storm unbeirrt fort. Und er scheint ein echt netter Kerl zu sein. Was spricht dagegen, einfach Hallo zu sagen und sich kurz mit ihm zu unterhalten? Du bist doch gar nicht so ein Biest. Dafür kenne ich dich mittlerweile gut genug. Ich kämpfe gegen das schlechte Gewissen an, das in mir hochsteigt. Doch, Storm, genau das bin ich. Ich tue das mit voller Absicht. Weil es so sicherer ist. Für alle. Ich bin nicht an ihm interessiert, sage ich mit fester Stimme, während ich weiter Limetten zerstückele. Sie stößt einen erleichterten Seufzer aus. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Dann kann ich ihn ja fragen, ob er mal mit mir ausgehen will. Ich finde ihn nämlich superheiß. Ich halte abrupt inne und habe garantiert einen Blick drauf, als wollte ich einen Mord begehen. Wie kann sie nur? Ich dachte, wir wären sowas wie Freundinnen. Ha! Erwischt! Storm schwenkt ihren Zeigefinger. Habe ich's doch gewusst! Gib es zu! Gib zu, dass du dir nichts mehr wünschst, als zu diesem Sexgott rüberzugehen und dich mit ihm zu unterhalten. Sie tänzelt grinsend an mir vorbei und singt, Trent and Casey, sitting in a tree. Halt die Klappe! Zische ich mit brennenden Wangen. Ich richte meine ganze Konzentration darauf, Storm, Trent und den allzeit präsenten Nate zu ignorieren, als ein Gast an die Theke tritt und etwas zu trinken bestellt. Zwei Whisky Sour kommen sofort, antworte ich und stelle schwungvoll zwei Tumbler auf die Theke. Da ich keine Ahnung habe, wie man einen Whisky Sour macht und der Typ bestimmt keine Lust auf Experimente hat, werfe ich Storm einen hilfesuchenden Blick zu. Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Nur wenn du mit ihm redest. Von mir aus, gebe ich stöhnend nach. Wärst du dann jetzt bitte so nett, mir mit den beiden Drinks zu helfen, bevor ich diesen reizenden Gentleman hier vergifte? Storm mixt mit einem triumphierenden Lächeln zwei Whisky Sour und schiebt sie über die Theke. Diese süße Südstaatenschönheit-Nummer ist bloß Fassade, oder? Das übermütige Lächeln wird von einem unschuldigen Augenaufschlag abgelöst. Ich habe ehrlich gesagt nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie reden, Ma'am, zwitschert sie und fächert sich mit einem Geschirrtuch Luft zu. Ich weiß nicht, ob es ihre Neckereien sind oder dass sie sich so diebisch darüber freut, mich ausgetrickst zu haben, aber ich muss grinsen. Schau sich das einer an! Miss Casey lächelt wieder. Sie legt sich theatralisch den Handrücken an die Stirn. Halleluja! Wie lange habe ich auf diesen Anblick gewartet? Sie weicht zurück, als ich ein Limettenstück nach ihr werfe. Aber dann verbeuge ich mich vor ihr und sage feierlich, beibringen du mir das musst, damit so groß wie du ich werden kann. Storm gibt mir einen spielerischen kleinen Schubs und bedient den nächsten Gast, während sich bei mir plötzlich ein heftiges, nervöses Flattern im Magen breitmacht. Oh Gott, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ich presse eine Hand auf meinen Solaplexus und versuche konzentriert ein- und auszuatmen. Eins, zwei, drei. Dieses Gefühlschaos ist schrecklich anstrengend. Ich bin das nicht gewohnt. Aber das Schlimmste ist, dass es auch etwas Berauschendes hat, wenn ich es zulasse. Ich beuge mich zur Schublade, räume das Messer weg und richte mich wieder auf, um zu ihm rüber zu gehen. Zwei tiefe Grübchen hindern mich daran. Wie es aussieht, kriege ich am Tisch keinen Drink, ohne belästigt zu werden. Trent lehnt sich mit schiefem Grinsen über die Theke. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich atme zitternd ein. Bleib cool, Casey. Reiß dich nur ein einziges Mal zusammen. Gibt anscheinend Leute, die dich sehr ... belästigungswürdig finden, antworte ich, während ich innerlich zerfließe. Großer Gott, jetzt werden auch noch meine Brustwarzen hart. Aber noch viel mehr Sorgen macht mir, dass er das durch dieses schwarze Satin-Kleidchen auch ganz deutlich sehen wird, falls er den Blick senkt. Ist das überhaupt ein Wort? Seine Augen funkeln und mir schlägt das Herz bis zum Hals. Seit ich mir eingestanden habe, dass dieser Mistkerl mir nicht egal ist, wirkt er sogar noch unwiderstehlicher. Atmen-Case. Und wie sieht's an der Schlangenfront aus? fragt er. Keine weiteren Vorkommnisse? Entweder hat er mir die rüde Abfuhr von neulich verziehen oder es war ihm gar nicht so wichtig. Jedenfalls erleichtert das mein schlechtes Gewissen. Nein. Superman Tenner hat sich um alles gekümmert. Wie sich herausgestellt hat, besitzt unser Vermieter tatsächlich Superheldenqualitäten. Als ich an dem Tag bei Storm drüben geduscht habe und anschließend zum Training bin, hat er wie ein pflichtbewusster, wenn auch etwas schmerbäuchiger Wachhund vor unserem Apartment Stellung bezogen und seinen Posten erst wieder verlassen, nachdem beide Türen ersetzt worden waren. Außerdem hat Storm über den Flurfunk erfahren, dass Tenner sich Pervypeat noch einmal vorgeknöpft und ihm gedroht hat, ihm einen Knoten in die Eier zu machen, falls sich so etwas noch einmal wiederholen sollte. Unter Tenners schlammverkrusteter Schale verbirgt sich ein glänzender Diamant. Trent stellt sein leeres Glas auf die Theke. Ob ich dich dann vielleicht bitten darf, mich zu belästigen, ähm, mir einen Drink zu machen? Ich hefte errötend den Blick auf die Limette. Er flirtet mit mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, aber plötzlich, vielleicht wegen der vielen nackten Haut um uns herum oder der Musik oder weil Storm recht hat und er wirklich ein Sexgott ist, habe ich das Bedürfnis, es wenigstens zu versuchen. Kommt drauf an! Kann ich mal deinen Ausweis sehen? Er stützt die Ellbogen auf die Theke und runzelt gespielt, empört die Stirn. Für ein Mineralwasser? Wie bitte? Er sitzt den ganzen Abend in einem Nachtclub und trinkt bloß Wasser? Aber ich habe mich schnell wieder im Griff. Wie du willst, erwidere ich achselzuckend, hole das Messer wieder aus der Schublade und beginne eine weitere Limette in kleine Stückchen zu teilen. Langsam und hochkonzentriert, um mir nicht in die zitternden Finger zu schneiden. Sturkopf, höre ich ihn murmeln und sehe, wie er seinen Ausweis über die Theke schiebt. Ich greife danach, halte ihn übertrieben weit von mir weg und kneife ein Auge zu, als hätte ich Probleme ihn in dem schummerigen Licht zu lesen. Trent Emerson, 1,91 Meter. Langsam lasse ich den Blick über seinen wohlgeformten Oberkörper gleiten und halte an seinem Gürtel inne. Ja, das müsste ungefähr hinkommen. Was haben wir noch? Augenfarbe blau. Ich muss mir seine Augen nicht anschauen, um zu wissen, dass die Angabe stimmt, tue es aber trotzdem und versinke darin, bis ich spüre, wie ich erneut rot werde. Jepp, geboren am 31. Dezember? Genau zwei Wochen nach mir. Er lächelt. Fast ein Neujahrsbaby. Dann wirst du also bald 25? Fünf Jahre älter als ich. Nicht zu alt für mich. Wobei, so umwerfend, wie er aussieht, würde ich ihn mit Sicherheit noch nicht einmal dann zu alt finden, wenn er im vorletzten Jahrhundert geboren worden wäre. Alt genug, um in einem Club ein Mineralwasser zu trinken, schätze ich. Als er grinsend die Hand nach seinem Ausweis ausstreckt, fällt mein Blick auf den Wohnort. Es ist eine Adresse in Rochester, New York. Dich hat sie ja ganz schön weit von zu Hause weggetrieben, sage ich und schiebe ihm den Ausweis über die Theke zurück. Ich brauchte einen Tapetenwechsel. Brauchen wir den nicht alle? Ich schenke ihm ein Wasser ein und sehe aus dem Augenwinkel, wie sein Blick zu meiner Schulter wandert. Unwillkürlich nehme ich eine aufrechtere Haltung ein. Bestimmt würden ihn die ganzen Narben an meinem Körper abstoßen. Andererseits hat er schon ein paar davon gesehen. Falsch. Er hat sie alle gesehen. Er hat mich nackt gesehen. Was auf viele Typen zutrifft, aber bei denen war es mir egal. Bei Trent dagegen? Meine Hände fangen an zu zittern. Alles klar, Case? Geht's dir heute Abend wieder besser? Ich zucke zusammen und werde blass, als Ben sich mit einem vielsagenden Grinsen an die Bar lehnt und Trent die Hand hinstreckt. Hey, ich bin Ben. Ich hab dich neulich im Breaking Point gesehen, als ich mit Casey trainiert hab. Bei der Art, wie er trainiert sagt, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Trent, hey. Trent schüttelt ihm freundlich die Hand, richtet sich dabei aber zu seiner vollen Größe auf und sein Lächeln schafft es nicht ganz bis zu seinen Augen. Er ist zwar nicht so muskelbepackt wie Ben, überragt ihn aber um einen halben Kopf. Bist ja mittlerweile Stammgast im Pennys, was, Trent? Aber so, wie du die ganze Zeit Casey anstarrst, scheinst du nicht wegen unserer fantastischen Tänzerinnen herzukommen? Ben! Ich werfe ihm einen scharfen Blick zu und stelle mir vor, wie ich aus meinen Pupillen giftige Pfeile auf ihn abschieße. Casey redet ständig von dir, spricht er ungerührt weiter. Im Ernst? Ständig? Fängt langsam schon an zu nerven. Ich knalle mit zitternder Hand das Mineralwasser auf die Theke und würde Ben am liebsten die Zunge herausreißen und ihm damit sein loses Mundwerk stopfen. Das glaube ich kaum. Trent nimmt sein Glas und sieht mich mit einem seltsamen Lächeln an. Ich lasse dich besser wieder arbeiten. Danke für das Wasser. Sobald er sich umgedreht hat, packe ich Ben am Arm und kralle mit aller Kraft die Finger unter seinen Bizeps. Er heult leise auf und weicht zurück. Aber als er sich eine Sekunde später über die schmerzende Stelle reibt, grinst er übers ganze Gesicht. Was soll das? Zische ich. Er beugt sich zu mir. Das Leben ist zu kurz, um Spielchen zu spielen, Case. Ihr beide steht total aufeinander, also hör auf, mit anderen Typen rumzumachen. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram, Ben. Er beugt sich noch näher, bis sein Gesicht nur mehr wenige Zentimeter von meinem entfernt ist. Würde ich ja, wenn du mich nicht buchstäblich in diese Sache mit reingezerrt und dann hochkant wieder rausgeworfen hättest. Er hält kurz inne. Hat er dir wehgetan? Ich schüttle den Kopf, weiß aber, worauf er hinaus will. Ich weiß nicht, was das für Probleme sind, die du hast, Case, aber kümmere dich darum und schau nach vorn. Dann schiebt er grinsend hinterher und nichts für ungut wegen eben. Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Wegen dir hatte ich den schlimmsten Hodenkrampf meines Lebens. Du solltest dich Lady Blue Balls nennen. Er schaut mir kurz anzüglich auf die Brüste, wobei ich sagen muss, dass es die Sache wert war. Hat mir jede Menge Material für Fantasien gegeben, wenn ich allein in meinem Bett liege. Ich werfe ein Spültuch nach ihm, als er lachend davon schlendert. Wenn es nur so einfach wäre, Ben. Um Mitternacht sitzt Trent immer noch an seinem Tisch und nippt an seinem Mineralwasser und Storm belagert mich wie eine Hyäne, die um einen Kadaver kreist. Geh hin und rede mit ihm. Nein! Warum bist du so schwierig, Case? Weil ich ein schwieriger Mensch bin. Ich wische über die Theke und füge murmelnd hinzu. Außerdem darf es sowieso nicht sein. Warum nicht? Ich schüttle stirnrunzelnd den Kopf. Es darf einfach nicht sein. Er verdient es nicht, aus einer Duschkabine gestoßen zu werden. Was? fragt Storm verständnislos, aber ich winke bloß ab. Ich brauche keinen Ben und keine Storm, die versuchen, mir auf die Sprünge zu helfen. Es fällt mir schon schwer genug, gegen mein eigenes inneres Bedürfnis anzukämpfen. Ich wünsche mir nichts mehr, als zu Trent rüberzugehen und mit ihm zu reden. In seiner Nähe zu sein. Ihn zu küssen. Was auch immer das für ein Mechanismus ist, auf den ich mich in den letzten Jahren verlassen habe, um sämtlichen Verlockungen zu widerstehen und mir das Leben möglichst einfach zu machen, er hat mich kläglich im Stich gelassen und all den Sehnsüchten und Gefühlen, mit denen ich nicht umgehen kann, Tür und Tor geöffnet. Er ist zu gut und zu nett. Du bist auch nett, wenn du nicht gerade versuchst, eine fiese Bitch zu sein. Ihre Augen weiten sich, als hätte sie nicht vorgehabt, den letzten Satz laut auszusprechen. Bravo, Storm! Ich bin stolz auf dich, sage ich und meine es vollkommen ernst. Sie streckt mir die Zunge raus. Er verbringt den ganzen Abend in einen Nachtclub und wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Gibt schlimmere Orte, um auf jemanden zu warten, murmle ich und nicke in Richtung Bühne, wo Skylar und Candy gerade lastiv ihre Körper aneinander reiben. Über wen redet ihr? ruft eine griechische Göttin, deren Brüste es mit denen von Storm aufnehmen können, während sie ihre bestellten Drinks auf ihr Tablett stellt. Tisch 32, sagt Storm. Sie verdreht die Augen. Der Typ ist schwul. Ach ja? Und was hat er dann im Pennys verloren, Pepper? Entgegnet Storm zuckersüß. Pepper. Pfff, bescheuerter Name. Pepper zuckt träge mit den Achseln. China hat echt alles versucht, um ihm eine Privatvorführung zu geben. Keine Chance. Ich glaube, er hat es auf Ben abgesehen, so wie er ständig zu ihm rüberschaut. Ich beiße mir auf die Zunge, weil mir um ein Haar rausgerutscht wäre, dass keines der Mädchen hier eine Chance bei ihm hat, weil er nicht auf Schlampen steht. Ich habe keine Ahnung, wer China ist, aber ich würde ihr gern die Eingeweide herausreißen. Und diese Pepper geht mir auch gewaltig gegen den Strich. Vielleicht sollte ich rübergehen und um seinen Tisch herumpinkeln, um mein Revier zu markieren. Moment mal. Das habe ich jetzt nicht wirklich gedacht, oder? Oh Gott. Er wartet darauf, dass Casey ihm später eine Privatvorführung gibt, sagt Storm und stellt eine Flasche ins Regal zurück. Pepper mustert mich, als wäre sie ein Raubtier und ich ein Fressfeind. Ich kann nicht sagen, was in ihrem Kopf vorgeht. Wahrscheinlich nicht viel. Ich erwidere ihren Blick genauso abschätzig. Hier. Storm schiebt mir ein Glas Wasser hin. Jetzt geh rüber und rede mit ihm. Du brauchst sowieso mal eine Pause. Von mir aus, zische ich. Aber danach würde ich gern mal mit dir über einen Künstlernamen für mich sprechen. Ich dachte an sowas wie Salt oder Lollipop oder Grenadine. Ich habe gehört, Lady Blue Bolt soll besser zu dir passen, kontert Storm zwinkernd. Ich schnappe nach Luft und deute um Worte ringend mit dem Zeigefinger auf sie, bevor ich herumwirble und mich mit finsterem Blick nach Ben umschaue, fest entschlossen, diesem Mistkeil die Zähne auszuschlagen. Keine Sorge, sagt Storm leise und klingt plötzlich ernst. Er wollte sich nur vergewissern, dass du okay bist. Ich maße mir kein Urteil darüber an. Dann tritt wieder ein übermütiges Funkeln in ihre Augen. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, Foxy. Als ich mich umdrehe und zum anderen Ende der Bar gehe, ruft Storm, hey, Foxy wäre doch ein super Künstlername, findest du nicht? Ich ignoriere sie, hole Tiefluft, klappe die Thekenvertefelung hoch, marschiere hindurch und versuche vergeblich nicht nervös an meinem Kleid herumzuzupfen. Verdammt, Casey! Gib einfach zu, dass Trent dich total verunsichert. Allein ihn dort mit aufgestützten Armen am Tisch sitzen zu sehen, scheucht in meinem Bauch einen riesigen Schwarm Schmetterlinge auf. Als ihm klar wird, dass ich direkt auf ihn zusteuere, setzt er sich etwas aufrechter hin, als würde er plötzlich auch nervös werden, was meine Anspannung einen Hauch lindert. Ich stelle mit einem kleinen Lächeln das Wasser vor ihm ab. Na, immer noch hier? Er lächelt ironisch. Immer noch hier. Ein Typ zieht in eine neue Stadt und verbringt jeden Abend allein in dem Nachtclub um die Ecke. Indem seine beiden Nachbarinnen hinter der Bar arbeiten, kontert Trent. Ich nehme sein leeres Glas. Storm hat mich davon überzeugt, dass es eine lebensverändernde Erfahrung sein würde. Sein Blick wandert vielsagend zur Bühne und ich sehe einen missbilligenden Ausdruck in seinen Augen aufflackern. Schätze, das hängt davon ab, welcher Tätigkeit man hier nachgeht. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich behalte meine Klamotten an, sage ich schnell und beiße mir auf die Unterlippe. Das war vielleicht ein bisschen zu geöffnet bleiben. Verdammt. Ähm. Ich schüttle kurz den Kopf, um wieder klar denken zu können. Du hältst dich heute Abend an die richtig harten Sachen, was? Er schaut einen Moment auf sein Mineralwasser. Einen seltsamen dunklen Ausdruck in den Augen. Dann blinzelt er kurz und lächelt wieder. Tja, du solltest dich lieber in Acht nehmen. Wenn ich das Zeug hier auf Ex trinke, kann ich für nichts mehr garantieren. Er nippt an seinem Wasser. Und was hat dich nach Miami geführt? Ein Tapetenwechsel? Ich bete stumm, dass er mir nicht noch mehr persönliche Fragen stellt. Ich befürchte nämlich, dass ich dann wie ein Kanarienvogel anfangen würde zu singen, nur damit er weiter mit mir spricht. Zum Glück hakt er nicht nach. Hast du deine Meinung geändert, Süßer? Fragt eine heisere Stimme hinter mir und unterbricht uns. Ich drehe mich um und sehe eine gefärbte Rothaarige auf uns zuschlendern. Sie stützt sich mit einer Hand auf dem Tisch ab, um Trent ihre üppigen Brüste vor die Nase zu halten und streicht ihn mit ihren roten Krallen über den Unterarm. Das muss China sein. Ich muss mich unglaublich zusammenreißen, um nicht herumzuwirbeln und ihr die Spitze meines Absatzes in den Kopf zu rammen. Im Kickboxen nennt man das einen Spinning-Back-Kick. In meinem Fall hieße es dann wohl eher, wie man so dämlich sein kann, sich aus Eifersucht feuern zu lassen. Damit würde ich bei Kane niemals durchkommen. Andererseits bin ich gespannt, wie Trent mit dieser Belästigung umgeht. Seit dem Andrang an seinem Tisch an jenem ersten Abend lassen ihn die Mädchen größtenteils in Ruhe. Vielleicht, weil sie, genau wie Pepper, davon ausgehen, dass er vom anderen Ufer ist und ein Auge auf Ben geworfen hat. Ein kleines überraschtes Glücksgefühl durchströmt mich, als Trent den Arm vom Tisch nimmt und sich so hinsetzt, dass sein Körper meinem zugewandt ist. Ich bin versorgt, danke. Bist du sicher? schnurrt sie und zieht einen kleinen Schmollmund. Dir würde was entgehen. Man kann viel Spaß mit mir haben. Er sieht mich an und macht keinerlei Anstalten, das begehrliche Funkeln in seinen Augen zu verbergen. Mir würde sehr viel mehr entgehen, wenn ich nicht in der Gesellschaft bleiben würde, die ich gerade habe. Ich habe nämlich das Gefühl, dass man mit ihr ein ganzes Leben lang Spaß haben kann. Mein Herz hört einen Moment auf zu schlagen. Falls es jemals einen Zweifel an Trents Interesse gegeben hat, hat er ihn mit diesem Blick und diesen Worten ein für allemal ausgeräumt. Ich bekomme nicht mit, wie China mich mit Blicken erdolcht, obwohl ich mir sicher bin, dass sie genau das tut. Ich bekomme nicht mit, wie sie den Rückzug antritt. Ich bekomme überhaupt nichts mehr um mich herum mit. Es ist, als wären Trent und ich plötzlich die einzigen Menschen im Pennys und ich werde wieder von dem unkontrollierbaren Verlangen gepackt, das mich an dem Tag überkam, als er mich vor der Schlange rettete. Ich balle die Hände zu Fäusten. Ich darf jetzt nicht die Kontrolle verlieren. Darf mich nicht wie eine Nymphomanin auf ihn stürzen, obwohl ich nichts lieber tun würde. Stattdessen räuspere ich mich und zwinge mich, cool zu bleiben. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Das Spaßigste, was du hier von mir kriegst, ist ein Mineralwasser. Soll mir recht sein, raunt er. Zumindest fürs Erste. Er zieht die Unterlippe zwischen die Zähne und die Raumtemperatur klettert schlagartig um 20 Grad nach oben. Das Pennys verwandelt sich in eine verfluchte Saunalandschaft, die jeden vernünftigen Gedanken in meinem Kopf eindampft. Während ich in Trents Augen versinke und es irgendwie trotzdem schaffe, aufrecht stehen zu bleiben, ertönt aus den Lautsprechern eine knisternde Stimme. Gentlemen? Die nächste Tänzerin wird angekündigt. Ich habe mittlerweile gelernt, darüber hinwegzuhören, was mir in diesem Moment, wo ich mich in Trents Anwesenheit verliere, noch leichter fällt. Bis ich das hier höre. Freuen wir uns, Ihnen heute Abend eine ganz besondere Performance zu bieten. Begrüßen Sie bitte Storm. Wie bitte? Ich wirble zur Bar herum, hinter der ich nur Ginger und Penelope entdecke. Alle blicken so gespannt zur Bühne, die in ein mystisches grünes Licht getaucht ist, als würden sie auf eine lebensverändernde Vorstellung warten und nicht auf die nächste nackte Tänzerin in einem Stripclub. Meine nackte Freundin. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Sie hätte mich doch wenigstens vorwarnen können. Ich weiche ein paar Schritte zurück und stoße gegen Trents Schenkel. Du musst es dir nicht anschauen, wenn du nicht willst, flüstert er mir ins Ohr. Ein langsamer Beat setzt ein und ein Spot schwenkt über die Bühne und richtet sich auf einen nur spärlich bekleideten weiblichen Körper, der in einem von der Decke hängenden silbernen Reifen sitzt. Es mir nicht anzuschauen, ist keine Option mehr. Es ist tatsächlich Storm, die in einem paillettenbesetzten Bikini, der nichts der Fantasie überlässt, in diesem Metallreifen in der Luft schwebt. Als die Musik treibender wird, lässt sie sich in einer schnellen, fließenden Bewegung nach hinten fallen und hält sich nur noch mit einer Hand fest. Dann schwingt sie anmutig die Beine nach oben und gleitet in den Reifen zurück, um eine weitere beeindruckende Pose einzunehmen. Die Musik wird noch pulsierender und sie beginnt, den Reifen wie eine Schaukel vor- und zurückzuschwingen. Eine Sekunde später lässt sie sich wieder nach hinten fallen, wird nur noch von ihren Armbeugen gehalten, dreht sich so schnell, dass ihre Haare fliegen und vollführt dabei atemberaubende Kunststücke. Die Bühne des Nachtclubs ist zur Manege des Cirque du Soleil geworden mit einer wunderschönen, selbstsicheren Artistin, die Dinge tut, von denen ich nie gedacht hätte, dass ein menschlicher Körper dazu in der Lage ist. »Wow«, murmle ich fasziniert. »Storm ist eine Akrobatin!« Plötzlich fliegt der winzige Stoffstreifen, der ihre Brüste bedeckt, durch die Luft. »Storm ist eine strippende Akrobatin!« Ich spüre, wie etwas über meine Finger streicht und zucke zusammen. Als ich den Blick senke, sehe ich, dass Trent's Hand auf seinem Knie ruht und nur wenige Zentimeter von meiner entfernt ist. So nah. Zu nah. Trotzdem lasse ich meine Hand, wo sie ist. Irgendetwas in mir drängt mich dazu, es darauf ankommen zu lassen. Aber was, wenn... Tief einatmend schaue ich ihm in die Augen und sehe darin eine Welt der Gelassenheit und Möglichkeiten. Zum ersten Mal seit vier Jahren stößt mich der Gedanke an einer Hand, die auf meiner liegt, nicht in einen endlos tiefen Abgrund. Und mir wird klar, dass ich mir wünsche, dass Trent mich berührt. Aber er sieht mich nur weiter vollkommen reglos an. Als wüsste er, dass dies eine Brücke ist, die ich niedergebrannt und der ich den Rücken zugekehrt habe. Woher weiß er das? Storm muss es ihm erzählt haben. Ohne den Blick von seinen blauen Augen zu lösen, zwinge ich meine Hand, den Abstand zwischen uns zu schließen. Meine Finger zittern und ich höre wieder diese panische Stimme in meinem Kopf, die schreit, dass ich das nicht tun soll, dass ich es bereuen werde, dass jeden Moment die Wellen über mir zusammenschlagen und mich in die Tiefe ziehen werden. Ich blende die Stimme aus. Ganz langsam und federleicht berührt meine Fingerspitze seinen Zeigefinger. Er wartet ruhig weiter ab, als wollte er mir die Führung überlassen. Ich schlucke und lasse meine Hand über seine gleiten. Er atmet hörbar ein, einen Ausdruck in den Augen, den ich nicht deuten kann. Dann legt er behutsam seine Hand auf meine und verschränkt unsere Finger miteinander, ohne jede Hast, ohne jedes Drängen. Tosender Applaus ertönt, aber das Blut rauscht so laut in meinen Ohren, dass ich ihn nur wie aus weiter Ferne wahrnehme. Eins, zwei, drei. Ich beginne mit den zehn kleinen Atemzügen. Ein unglaubliches Hochgefühl steigt in mir auf. Trends Berührung ist voller Leben. Ich glaube zu hören, wie irgendwo in der Nähe ein Glas zerbricht, aber ich bin zu überwältigt, um das Geräusch wirklich zuzuordnen. Ist das okay? flüstert er. Aber bevor ich etwas darauf antworten kann, wird seine warme und sich so lebendig anfühlende Hand aus meiner gezerrt und zwei riesige Pranken legen sich auf seine Schultern. Ich muss Sie jetzt leider bitten zu gehen, Sir, sagt Nate mit seiner grollenden Stimme. Anfassen verboten! Ich nehme eine Bewegung zu meinen Füßen wahr. Als ich den Blick senke, sehe ich, wie eine der Aushilfskräfte die Schaben von Trends leerem Glas auffegt, das mir offenbar aus der anderen Hand gefallen ist. Ist das okay? fragt Trend noch einmal, als wüsste er, dass es nicht okay sein könnte, meine Hand zu berühren. Als wäre das eine absolut nachvollziehbare Angst. Als wäre ich nicht ein Fall für den Psychiater. So sehr ich es auch versuche, ich kann weder den Mund öffnen noch meine Zunge bewegen. Ich bin wie versteinert. Casey! Nate hieft Trent aus dem Stuhl und befördert ihn zum Ausgang. Und ich stehe bloß da und schaue ihm nach, bis sein eindringlicher, flehender Blick außer Sichtweite ist. Benommen stachse ich zur Theke zurück. Alles um mich herum schwankt. Die Wände. Die Gäste. Die Tänzerinnen. Der Boden unter meinen Füßen. Ich selbst. Ich entschuldige mich moment bei Ginger dafür, meine Pause überzogen zu haben. Sie winkt lächelnd ab und kümmert sich weiter um den Drink, den sie gerade mixt. Ich schaue suchend zur Bühne, wo mittlerweile eine wohlproportionierte amerikanische Ureinwohnerin in einem knappen Federkostüm eine Art Regentanz aufführt. Von Storm fehlt jede Spur. Die Welt dreht sich weiter, ohne etwas von der alles erschütternden Veränderung in meinem winzigen Universum bemerkt zu haben. Viertes Stadium. Akzeptanz. Kapitel 7 Also, was denkst du? Unterbricht Storm auf dem Nachhauseweg die Stille im Wagen. Ich reiße mich von meinen Gedanken los, die immer noch um Trent und die Berührung seiner Hand kreisen. Und darum, dass ich wie eine Idiotin dastand und nichts sagte. Alles in mir ist so sehr von Trent und diesem Schlüsselmoment gefangen genommen, dass mir die Enge von Storms Jeep ausnahmsweise nichts ausmacht. Er hat meine Hand gehalten. Trent hat meine Hand gehalten und ich bin nicht ertrunken. Mein Blick fällt auf das Lenkrad, das Storm so fest umklammert, dass ihre Knöchel weiß hervortreten. Sie schaut starr gerade aus, als hätte sie Angst, mich anzusehen. Was denke ich worüber? frage ich. Über meinen Auftritt. Oh Mann, natürlich. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie du es mit diesen Brüsten schaffst, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sie wirft den Kopf in den Nacken und lacht. Hat ganz schön lange gedauert, bis ich das raus hatte, glaub mir. Nein, im Ernst, das war das Unglaublichste, was ich je gesehen habe. Was zur Hölle hast du in einem verdammten Stripclub verloren? Mit der Nummer könntest du im Cirque du Soleil auftreten. Sie kichert, aber als sie antwortet, liegt ein trauriger Unterton in ihrer Stimme. Der Zug ist schon vor einer Weile abgefahren. Jeden Tag trainieren, jeden Abend auftreten, das geht einfach nicht mehr, seit ich Mia habe. Warum habe ich dich nicht schon vorher mal im Pennys auf der Bühne gesehen? So einen Auftritt wie heute schaffe ich nicht jeden Abend. Es ist schon schwer genug, meinen Alltag im Griff zu haben. Da bin ich froh, wenn ich überhaupt zum Trainieren komme. Storm trainiert also? Ich hatte keine Ahnung davon. Warum hast du mir nichts erzählt? Sie zuckt mit den Achseln. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Ich schaue aus dem Fenster. Tja, das nenne ich mal eine krasse Art, ein Geheimnis zu lüften. Sie lacht leise und für einen Moment hängt jede von uns ihren eigenen Gedanken nach. Wie war eigentlich dein kleiner Plausch mit Trent? fragt sie schließlich. Lebensverändernd. Ich kann immer noch seine Berührung auf meinen Fingern spüren, den flehenden Unterton in seiner Stimme hören, als er mich fragte, ob es okay ist. Verdammt! Warum habe ich ihn nicht geantwortet? Stattdessen habe ich bloß dagestanden und zugeschaut, wie Nate ihn rauswirft, als wäre er ein x-beliebiger Gast, der gegen die Hausregeln verstoßen hat. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Nachdem wir wieder eine Weile geschwiegen haben, holt Storm zu einem Frontalangriff aus. Case, was ist dir zugestoßen, dass du diese Mauer um dich herum aufgebaut hast? Prompt klappen die Tore dieser Mauern zu und ich presse die Lippen aufeinander. Aber das hält sie nicht davon ab, weiterzusprechen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer du eigentlich bist. Was irgendwie ein blödes Gefühl ist, weil ich mich vor dir komplett nackt gemacht habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte gehofft, du würdest mir genug vertrauen, um dasselbe zu tun. Du willst, dass ich in einem Reifen durch die Luft schwinge und mein Oberteil fallen lasse? Sage ich scherzhaft, weiß aber genau, dass sie das nicht meint. Ich habe Livy gefragt, aber sie wollte nicht darüber reden. Sie meinte, dass du das selbst tun musst. Ihre Worte klingen ein bisschen schuldbewusst, als wüsste sie, dass sie Livy erst gar nicht hätte fragen sollen. Mir wird schwer ums Herz. Livy würde niemals mit anderen über mich sprechen. Du musst endlich anfangen, dich zu öffnen, Casey. Das ist die einzige Möglichkeit, um zu heilen. Es gibt keine Heilung, Storm. Es ist, wie es ist. Der Tod ist unumkehrbar. Ich versuche nicht abweisend zu klingen, aber es gelingt mir nicht. Ich bin deine Freundin, Casey. Ob dir das gefällt oder nicht. Ich kenne dich vielleicht erst seit ein paar Wochen, aber ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Schwester meine kleine Tochter an. Habe dich zu mir nach Hause eingeladen und dir einen Job besorgt. Ganz zu schweigen davon, dass du meine Unterwäsche zusammengelegt und mich nackt gesehen hast. Und das alles, ohne dir meine Nummer zu geben. Die Typen in meinem Sportstudio wären so stolz auf mich. Als wir in unserer Straße ankommen und Storm den Wagen parkt, kann meine Hand gar nicht schnell genug nach dem Türgriff greifen. Storms Jeep hat sich in einen beklemmenden Beichstuhl verwandelt. Ich bin nicht blöd, Casey. Ich lasse mich sonst nicht so schnell auf Leute ein, die ich gerade erst kennengelernt habe. Aber du hast irgendetwas an dir. Das habe ich vom ersten Tag an gespürt. Es ist, als würdest du dagegen ankämpfen, du selbst zu sein. Jedes Mal, wenn dir ein kleines Stück von deinem wahren Ich entwischt, machst du dicht und drückst es weg. Ihre Stimme ist ganz sanft. Trotzdem bricht bei mir der kalte Schweiß aus. Mein wahres Ich? Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mein sorgfältig aufgebauter Verteidigungswall seit unserem Umzug nach Miami permanent von allen Seiten attackiert wird. Sogar mir und ihr Zahnlückenlächeln haben es geschafft, sich durch die Risse in meiner Rüstung zu schlängeln. Ich kann mich noch so sehr dagegen wehren. Aber mein Herz schlägt ein bisschen schneller und die Anspannung weicht aus meinen Schultern, wenn ich sie zum Lachen bringe. Du musst mir ja nicht gleich alles auf einmal erzählen, Case. Warum nicht jeden Tag ein bisschen? Ich reibe mir über die Stirn, denke fieberhaft über einen Ausweg aus dieser Unterhaltung nach. Nachdem ich sie das letzte Mal abblitzen ließ, dachte ich, sie würde es aufgeben. Aber sie hat bloß den passenden Moment abgewartet. Was, wenn ich jetzt einfach wieder aussteigen würde? Vielleicht würde sie es dann nicht weiter versuchen und mich vielleicht endgültig abschreiben. Der Gedanke versetzt mir einen schmerzhaften Stich. Es wäre mir nicht egal. Genauso wenig wie Livy. Sie wäre am Boden zerstört. Ich höre ihre Stimme in meinem Kopf. Versuch es. Ich habe keine andere Wahl. Livy zuliebe. Vor vier Jahren sind meine Eltern, mein Freund und meine beste Freundin bei einem Autounfall ums Leben gekommen, der durch einen betrunkenen Fahrer verursacht wurde. Es entsteht eine lange Pause. Ich muss Storm noch nicht einmal anschauen, um zu wissen, dass ihr Tränen übers Gesicht laufen. Dass den Leuten die Tränen kommen, wenn sie das hören, berührt mich nicht mehr. Der Schalter für meine Tränen ist schon lange blockiert. Das tut mir so leid, Casey. Ich nicke. Immer entschuldigen sich alle. Und ich weiß nicht warum. Sie sind nicht die gedankenlosen Idioten in dem anderen Wagen gewesen. Kannst du dich an irgendetwas davon erinnern? Nein, lüge ich. Storm braucht nicht zu wissen, dass ich mich an jede einzelne Sekunde erinnere, die ich in dem zerstörten Audi eingeschlossen war. Sie braucht nicht zu wissen, dass ich den letzten qualvollen Atemzug meiner Mutter gehört habe und mich dieses rasselnde Geräusch seitdem Nacht für Nacht verfolgt. Oder dass ich zwischen dem zerschmetternden Körper meiner Freundin und dem meines toten Freundes eingeklemmt war. Dass seine Hand um meine geschlossen war und ich spüren konnte, wie Stück für Stück die Wärme aus ihm wich. Dass ich stundenlang in dem Wagen ausharren musste, umgeben von den Leichnamen der Menschen, die ich liebte, während die Rettungskräfte darum kämpften, mich aus dem Auto herauszuschneiden. Ich hätte nicht überleben sollen. Ich weiß nicht, wer mich am Leben ließ. Storms leise Stimme holt mich aus meinen Gedanken. Hast du am Steuer gesessen? Ich sehe sie wütend an. Denkst du, dass ich da noch hier sitzen würde? Sie zuckt zusammen. Tut mir leid. Was ist mit dem betrunkenen Fahrer passiert? Ich zucke mit den Achseln und schaue wieder stark gerade aus. Tod. Er saß mit zwei Freunden im Wagen. Der eine ist ebenfalls gestorben. Der andere hat überlebt, sage ich bitter. Gott, Casey. Storm zieht leise die Nase hoch. Hast du danach eine Therapie gemacht? Was ist das hier? Fahre ich sie an. Die Spanische Inquisition? Ich... Es tut mir leid. Storm bricht die Stimme. Sie versucht, ihr Schluchzen zu unterdrücken und holt ein paar Mal zitternd Luft. Meine Wut verwandelt sich in Schuldgefühle und ich beiße mir auf die Unterlippe. So fest, dass ich den metallischen Geschmack von Blut auf der Zunge schmecke. Storm ist immer so unglaublich nett zu mir und ich benehme mich ihr gegenüber ständig wie ein Miststück. Tut mir leid, Storm. Die Worte sind aufrichtig gemeint, aber es fällt mir trotzdem schwer, sie auszusprechen. Sie will nach meiner Hand greifen, hält kurz inne und legt sie stattdessen auf meinen Unterarm. Die kleine Geste genügt, um meinen Eispanzer zum Schmelzen zu bringen. Ich habe fast ein Jahr im Krankenhaus und einer Reha-Klinik verbracht, beginne ich zu erzählen. Dort gab es auch Therapieangebote. Danach nicht mehr. Als hätten Psychopharmaka, die einen in einen Zombie verwandeln und tägliche Gruppentherapiesitzungen, bei denen man sich an den Händen fasst und im Kreis tanzt, meine Probleme lösen können. Als ich entlassen wurde, bestand meine Tante darauf, dass ich mit einem Seelsorger ihrer Kirchengemeinde rede. Der empfahl ihr, mich einweisen zu lassen, weil ich eine gebrochene junge Frau bin, die nichts als Wut und Hass in sich hat und für sich und andere zur Gefahr werden könnte. Daraufhin legte mir meine Tante eine Bibel auf meinen Nachttisch. In der Bibel zu lesen, löst ihre Ansicht nach jedes Problem. Wo ist diese Tante jetzt? In Michigan, mit ihrem pädophilen Ehemann, der versucht hat, sich an Levy ranzumachen. Stille. Ist es das, was du hören wolltest, Storm? Dass deine Nachbarin einen Schaden hat? Sie sieht mich an und wischt sich mit dem Handrücken die Tränen weg. Du hast keinen Schaden, Casey. Aber du brauchst Hilfe. Danke, dass du mir das alles erzählt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Eines Tages wird es einfacher werden. Eines Tages wird dieser Hass dich nicht mehr einschränken. Du wirst frei sein. Du wirst in der Lage sein zu vergeben. Ich nicke und glaube ihr kein Wort. Unbehaglich rutsche ich auf meinem Sitz hin und her. Ich habe mich, Storm, mehr geöffnet als jedem anderen Menschen und jetzt bin ich einfach nur noch leer. Schau an. Eine nackte Akrobatin, die sich zu später Nacht in eine tiefgründige Beichtschwester verwandelt. Storm schnaubt. Nur Akrobatin ist mir lieber. Manchmal fallen mir dabei eben völlig unerwartet die Kleider vom Leib. Sie stupst mich mit dem Arm an. Komm schon. Das ist genug Striptease für eine Nacht. Für uns beide. Jetzt, wo ich die Unterhaltung mit Storm überlebt habe, wandern meine Gedanken mit aller Macht zu Trent zurück, zu dem Bedürfnis, dieses berauschende Leben zu spüren, das jedes andere Verlangen übertrifft. Ich habe ihm keine Antwort gegeben. Ich muss ihm sagen, dass es mehr als okay ist. Dass ich das Gefühl habe, ihn zu brauchen. Entferntes Lachen weht zu uns rüber, als Storm und ich durch die Schatten des Innenhofs gehen. Ein paar der Studenten sind noch auf und feiern. Auf dem Weg zu unseren Apartments frage ich mich, wie das wäre, mich mit Freunden zu treffen, mit ihnen Spaß zu haben, ein normales Leben zu führen. Am Fenster von 1D huscht eine Silhouette vorbei. Mein Puls schnellt nach oben und ich stolpere über meine eigenen Füße. Bevor ich darüber nachdenken kann, steuere ich auf seine Tür zu und bleibe davor stehen. Bis morgen, ruft Storm leise, als sie an mir vorbei zu ihrem Apartment weitergeht und ich höre, dass sie lächelt. Ich atme tief durch und nehme all meinen Mut zusammen, aber kaum habe ich die Hand gehoben, um zu klopfen, wird die Tür aufgerissen und Trent steht mit nacktem Oberkörper und ausdrucksloser Miene vor mir. Mein Mund wird trocken. Bestimmt sagt er mir gleich, dass ich zur Hölle fahren soll. Aber das tut er nicht. Er sagt gar nichts. Mir wird klar, dass er darauf wartet, dass ich den Anfang mache. Ich muss nur ein Wort sagen. Ja. Damit würde sofort alles leichter werden. Ja, Trent. Ja, es ist okay. Ich öffne den Mund, aber ich kann es nicht. Ich finde nicht die Worte, um ihm begreiflich zu machen, was heute Abend geschehen ist. Ich trete unsicher auf ihn zu. Er sieht mich nur weiter reglos an und weicht nicht zurück. Seine definierte nackte Brust und seine tief auf den Hüften sitzenden Shorts scheinen mich zu verspotten. Er ist der pure Sex. Ich könnte ganze Tage mit diesem Körper verbringen. Ausnahmsweise hoffe ich, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird. Aber das ist nicht das, was ich in diesem Moment brauche. Langsam strecke ich meine Hand aus. Meine Bauchmuskeln ziehen sich zu einem festen Ball zusammen und plötzlich habe ich panische Angst, dass das, was ich zuvor gefühlt habe, vielleicht nur vorübergehend war, dass ich es schon wieder verloren habe. Als meine Fingerspitzen über seine Streifen und mich ein warmes Gefühl durchdringt, löst sich die Befürchtung in Luft auf. Seine Wärme. Sein Leben. Ich schließe die Augen und lasse meine Hand weitergleiten. Verschränke die Finger mit seinen und umschließe sie. Ich atme keuchend aus, als er den Griff um meine Hand festigt. Aber er bleibt, wo er ist. Er versucht nichts. Er sagt nichts. So stehen wir eine gefühlte Ewigkeit in seiner Tür und halten uns an der Hand. Ja, flüstere ich schließlich atemlos. Ja? Ich nicke euphorisch. Das Hochgefühl ist so intensiv, dass nichts anderes zählt. Er zieht mich sanft durch die Tür, schließt sie hinter mir und führt mich zu seinem Zimmer und in sein Bett. Seine Laken sind angenehm kühl und duften nach Weichspüler. Ich spüre, wie Trent zu mir ins Bett schlüpft und sich von den Schultern bis zu den Zehen an mich schmiegt. Er lässt dabei kein einziges Mal meine Hand los. Nicht ein einziges Mal. Ich kuschle mich an ihn und lasse mich von seiner Wärme umhüllen. Und in diesem himmlischen Frieden schlafe ich ein. Ein zischendes Geräusch. Grelle Lichter. Blut. Ich bekomme keine Luft. Die langsamen rhythmischen Atemzüge neben mir helfen mir, mein Herzschlag zu beruhigen, als ich aus meinem Albtraum aufwache. Zuerst denke ich, dass es Livy ist. Doch dann spüre ich, dass die große, warme Hand, in der meine liegt, nicht Livy gehören kann. Ich drehe den Kopf und sehe die perfekten Umrisse von Trents Körper. Das Heben und Senken seiner Brust. Sein im Schlaf entspannt und jungenhaft wirkendes Gesicht. Ich könnte auf ewig so hier neben ihm liegen und ihn anschauen. Ihn nie wieder loslassen. Und genau das ist der Grund, warum ich es tun muss. Behutsam ziehe ich meine Hand aus seiner, schlüpfe aus der warmen Behaglichkeit seines Betts und schließe leise die Tür hinter mir, als ich sein Apartment verlasse. Livy ist in der Küche und frühstückt, als ich reinkomme, und sieht mich mit großen, besorgten Augen an. Hast du bei Trent geschlafen? fragt sie halb vorwurfsvoll, halb erstaunt. Es ist nichts passiert, Livy. Nichts? Sie mustert mich prüfend. Eine Disziplin, die Livy meisterhaft beherrscht. Sie mustert einen so lange prüfend, bis man es nicht mehr aushält und mit der Wahrheit herausrückt, falls man gelogen hat. Ich habe seine Hand gehalten, sagte ich schließlich leise. Würde irgendein Außenstehender uns so reden hören, würde er uns für vorpubertäre Neunjährige halten. Aber für Livy, die weiß, was das für mich bedeutet, ist es eine Riesensache. Es verschlägt ihr für einen Moment die Sprache. Ist das, denkst du, dass daraus mehr werden könnte? Ich zucke gespielt gleichgültig mit den Achseln. Du wirst rot. Sie weicht geschickt dem Cheerio aus, den ich nach ihr werfe. Vielleicht ist das ja etwas Gutes, sagt sie lächelnd. Vielleicht kann Trent mir endlich meine Casey zurückbringen. Ich frage mich, ob sie recht hat. Dass ich mich einfach so aus seinem Apartment gestohlen und ihm noch nicht mal eine Nachricht hinterlassen habe, wird ihm bestimmt nicht gefallen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich weiß, was wir jetzt gerade tun würden, wenn ich geblieben wäre. Doch was ich jetzt brauche, ist Zeit. Zeit, um nachzudenken und mich mit dieser neuen Realität auseinanderzusetzen. Ich kann Livys Aufregung beinahe körperlich spüren. Seit drei Jahren fleht meine kleine Schwester mich an, Billy loszulassen und wieder mein Leben zu leben. Aber das, was ich für Billy empfunden habe, loszulassen, ist nicht das Problem gewesen. Natürlich hat er mir unendlich viel bedeutet. Dachte ich, er wäre der Richtige? Ich werde es nie wissen. Mit 16 ist es immer die große Liebe. Nein, das Problem war, dass ich seit diesen letzten Momenten mit Billy schon allein bei der Vorstellung, wie meine Hand in der eines anderen Menschen liegt, nackte Panik bekam, dass ich nicht mehr atmen konnte. Mein Magen sich zuschnürte, meine Sicht verschwamm, meine Muskeln sich zusammenkrampften und mir am ganzen Körper der kalte Schweiß ausbrach. Bis jetzt. Das hier ist anders. Das hier fühlt sich zum ersten Mal wieder richtig an. Kapitel 8 Du siehst umwerfend aus, ahmt Mia den gedehnten Tonfall ihrer Mutter nach und bringt uns damit alle zum Lachen. Storm bereitet gerade ein Filet mit Parmesankruste zu und ich führe meine neuen Outfits vor. Ich brauchte dringend ein paar neue Sachen für die Arbeit, nachdem ich ständig Storms Kleiderschrank geplündert hatte. Also haben wir am Nachmittag eine Shoppingtour durch die Mall gemacht. Da ich es auch nach zwei Wochen immer noch nicht wirklich raus habe, wie man sich angemessen für einen Job in einem Nachtclub anzieht, habe ich es Storm überlassen, die Outfits zusammenzustellen. Ich war ehrlich gesagt froh, als wir endlich fertig waren. Aber zumindest hat mich unser kleiner Ausflug von Trent abgelenkt. Ich glaube, heute Abend ziehe ich das hier an, verkünde ich, als ich im nudefarbenen hohen Schuhen und einem kurzen smaragdgrünen Kleid, das wie eine Tunika geschnitten ist und eine Schulter frei lässt, aus meinem Zimmer komme. Hervorragende Wahl, sagt sie und checkt den Backofen. Kannst du den Tisch decken, Case? Irgendwann bin ich aber auch mal mit Kochen dran, okay? Wir essen praktisch jeden Abend bei Storm zu Hause. Ich koche gern. Vielleicht koche ich ja auch gern, entgegne ich, während ich Teller auf dem Tisch verteile und ernte dafür ein spöttisches Schnauben von Levi. Das ist ein Teller zu wenig, sagt Storm nach einem kurzen Blick zum Tisch. Ähm, nein. Ich runzle die Stirn. Vier Leute, vier Teller. Wir sind heute zu fünft, murmelt sie, ohne mich anzuschauen. Storm? Es klopft an der Tür. Storm? Mia läuft rüber und reißt sie mit einer dramatischen Verbeugung auf. Ich stehe wie vom Donner gerührt da und starre Trent an, der in seiner dunkelblauen Jeans und einem lässig sitzenden weißen Hemd hereinkommt. Es gelingt mir, mich gerade so lange von ihm loszureißen, um Storm einen »Das wirst du mir büßen« Blick zuzuwerfen. Ich schwanke zwischen Nervosität, Aufregung und schlechtem Gewissen. Aber warum eigentlich? Trent und ich haben uns an der Hand gehalten, während meine Freundin nackt akrobatische Kunststücke vorführte. Ich habe mich ihm an den Hals geworfen, nachdem er mir bei der mittlerweile im ganzen Haus berühmt-berüchtigten Schlangenattacke das Leben gerettet hat. Ich habe eine Nacht in seinem Bett mit ihm verbracht. Mit ihm zu Abend zu essen, ist im Gegensatz dazu geradezu lächerlich harmlos. Und trotzdem bin ich kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Mia macht einen tiefen Knicks. »Willkommen, mein Herr! Prinzessin Mia hat euer Kommen erwartet!« Sogar Mia wusste Bescheid, dieser kleine Teufel. Trent zaubert fünf rosafarbene Rosen hinter seinem Rücken hervor, lässt sich auf ein Knie sinken und hält sie ihr hin. Der Rest der weiblichen Anwesenden seufzt kollektiv auf, einschließlich mir. »Ich danke euch für die Einladung«, sagt er, als sie ihre kleinen Hände um die Blumen schließt und Trent mit großen Augen ansieht. Plötzlich errötet sie und senkt verlegen den Blick, und da weiß ich, dass sie sich gerade unsterblich verliebt hat. Dieser Moment wird ihn für immer zu ihrem Märchenprinzen machen. Dann ist der Bann gebrochen und sie ist wieder ein ganz normales, fünfjähriges Mädchen, das aufgeregt zu seiner Mutter läuft und stolz die Rosen vor sich herträgt. »Mami, Mami, schau, was ich gekriegt habe!« Trent schließt zwinkernd die Tür hinter sich und tritt zu mir. »Du bist heute Morgen einfach verschwunden«, raunt er. »Gott, ist das peinlich! Vielen Dank, Storm!« »Ich... Ich weiß... Ich... Es tut mir leid.« »Schon okay.« »War wahrscheinlich alles ein bisschen zu viel und zu schnell.« Er hakt einen Finger um meinen und ich bekomme weiche Knie. Ich glaube, ich werde mich genau wie Mia in diesen Mann verlieben. Trents Blick wandert über mein smaragdgrünes Kleid. In seinen Augen liegt Verlangen. Wahrscheinlich dasselbe Verlangen wie in meinen, wenn ich ihn anschaue. »Du siehst... hübsch aus.« Levi räuspert sich. »Das Essen ist fertig!« Storms kleines Apartment vibriert vor Wärme und Fröhlichkeit, als wir uns über ihr Essen hermachen. Wir reden wild durcheinander und albern herum und irgendwann kommt das Thema auf die Schlangenattacke und alle ziehen mich auf und Mia knabbert an meiner Schulter, als wäre sie ein Monster, was sich wegen ihrer fehlenden Schneidezähne wie nasser Gummi auf meiner Haut anfühlt und kitzelt. Und währenddessen treffen sich immer wieder meine und Trents Blicke, als könnte er genauso wenig die Augen von mir lassen wie ich von ihm. Als wir nach dem Abendessen zur Arbeit aufbrechen, kann ich es kaum erwarten, ihn später dort zu sehen. Ich sehne mich mit jeder Faser meines Körpers nach ihm und habe nicht vor, so zu tun, als wäre es anders. »Wer ist eigentlich Penny?« Ich deute auf das Schild, als wir vor dem Club parken. »Muss definitiv jemand Wichtiges sein.« Storm trommelt mit den Fingern auf dem Lenkrad und ihr Blick wird ernst. Penny war ein unglaublich nettes Mädchen, das einen unglaublich miesen Typen kennenlernte. Sie sieht mich an. Kane hatte vor fünf Jahren einen Club in der Innenstadt. Es war ein richtiges Bumslokal, verglichen mit dem Laden hier. Penny war die Attraktion dort. Sie soll Typen aus dem ganzen Bundesstaat angelockt haben, sogar aus Alabama sind sie extra wegen ihr angereist. Irgendwann lernte sie diesen Typen kennen und es wurde etwas Ernstes daraus. Er machte ihr einen Heiratsantrag und alle freuten sich für sie. Ab und zu kam er in den Club, um sie tanzen zu sehen. Er ging immer total liebevoll mit ihr um, wenn er da war, gab ihr zwischendurch einen Kuss oder nahm sie in den Arm, vermittelte ihr das Gefühl, beschützt zu werden. Natürlich wollte er, dass sie aufhört, wenn sie verheiratet waren, womit sie kein Problem hatte. Storm starrt einen Moment lang nachdenklich vor sich hin. Eines Abends passierte es dann. Niemand weiß, wie genau es dazu kam. In der einen Sekunde hatte er noch den Arm um Penny gelegt, in der nächsten packte er sie an der Kehle und zerrte sie in ein Hinterzimmer. Nate schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Als er dort ankam, lag sie mit gebrochenem Schädel auf dem Boden. Ich presse mir entsetzt eine Hand auf den Mund. Es gab eine Mordermittlung. Der Typ wurde verurteilt und sitzt im Knast. Kane machte den Laden daraufhin dicht, eröffnete den hier und gab ihm ihr zu ehren den Namen Penny. Wir steigen aus und gehen auf den Club zu. Deswegen sind die Türsteher so streng, wenn jemand von den Gästen das Personal anfasst. Es spielt keine Rolle, ob der Typ dein Mann ist. Wenn er dich anfasst, fliegt er raus. Passiert es ein zweites Mal, hat er lebenslang Hausverbot. Verstehe. Meine Gedanken wandern zu gestern Abend zurück, als Nate Trent rausgeworfen hat, weil er meine Hand hielt. Ich habe ihn dafür verflucht. Jetzt würde ich ihn am liebsten umarmen. Das heißt das, was ich von diesem Marmut umfasst kriegen würde. Ich folge Storms schwarz gekleideter Gestalt zur Tür. Bevor sie anklopft, dreht sie sich zu mir um und lächelt, als könnte sie meine Gedanken lesen. Sie sind wirklich anständige Jungs, Casey, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht denkt. Kane ist der großzügigste Mensch, den ich kenne. Er lässt mich hinter der Bar arbeiten, stellt mir die Bühne und die Ausrüstung für meine gelegentlichen Auftritte zur Verfügung und verlangt nichts von mir, was ich nicht will. Die Rausschmeißer sammeln das Trinkgeld ein, das ich während der Show mache, damit ich nicht auf dem Boden rumkriechen und es selbst einsammeln muss. Und genauso werden sie auch auf dich aufpassen. Du wirst sehen. Als Trent um halb zwölf in den Club kommt und sich an die Bar setzt, löst sich mein Gehirn sofort in seine Einzelteile auf. Die Tatsache, dass ich in der Nacht zuvor in seinem Bett geschlafen und vorhin mit ihm zu Abend gegessen habe, hilft mir nicht dabei, mich in seiner Gegenwart zu entspannen. Ich glaube, es macht mich sogar noch nervöser. Eins, zwei, drei. Wie immer funktioniert der gut gemeinte Rat meiner Mutter nicht. Ich versuche, mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen, als ich zu ihm rübergehe und in sein wunderschönes Gesicht sehe. Es ist wirklich wunderschön. Es würde jedes Magazin-Cover veredeln. Und dieser Mund. Ich beiße mir auf die Lippe. Einen dreifachen Scotch auf Eis? Frage ich mit hochgezogener Braue. Er lässt seine entwaffnenden Grübchen aufblitzen. Behalte den Scotch und gib ein bisschen Wasser zum Eis. Dann sind wir im Geschäft. Ich schenke ihm lächelnd ein Glas Wasser ein und schiebe es ihm zu. Als sich dabei für den Bruchteil einer Sekunde unsere Fingerspitzen berühren, schaue ich hastig zu Nate rüber, dessen Blick aber gerade auf etwas anderes gerichtet ist. Ich atme erleichtert aus. Keine Sorge, ich kenne die Regeln hier. Bist wohl Stammgast? Entgegne ich trocken. Er schüttelt grinsend den Kopf. Standardprotokoll. Manche Läden sind strenger als andere, aber im Grunde gelten überall dieselben Regeln. Ich bin nicht scharf darauf, nochmal rausgeworfen zu werden. Das eine Mal hat mir gereicht. Sofort habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, das sich genauso schnell wieder auflöst, als Trent mir zuzwinkert. Ich würde nichts lieber tun, als bei ihm stehen zu bleiben und weiter mit ihm zu plaudern, aber der Laden ist voll. Die nächste Stunde verbringe ich damit, einen Drink nach dem anderen auszuschenken, während meine Haut unter Trends ungeteilte Aufmerksamkeit kribbelt. Zu schade, dass heute so viel los ist, sagt er, als ich in einer kleinen Pause kurz zu ihm rübergehe. Tja, es gibt eben Leute, die für ihr Geld arbeiten müssen, sage ich scherzend, und plötzlich wird mir klar, dass ich keine Ahnung habe, womit er seinen Lebensunterhalt verdient. Dass ich so gut wie nichts über ihn weiß. Wann ist dein nächster freier Abend? fragt er wie beiläufig und schiebt mit dem Zeigefinger einen Untersetzer hin und her. Montag. Er steht auf und wirft einen Zwanziger auf die Theke. Dann hast du am Montag so, sagen wir, um vier Zeit? Vielleicht. Sein Grinsen wird breiter. Großartig. Er zwinkert mir ein letztes Mal zu, dreht sich um und verschwindet. Ich schaue ihm nach und kämpfe gegen die Enttäuschung an, dass er schon geht. Storm beugt sich zu mir. Was war das? Ich zucke mit den Achseln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat mich gerade gefragt, ob ich mit ihm ausgehen will. Ein Adrenalinstoß jagt durch mich hindurch. Oh Gott. Hoffentlich habe ich das nicht falsch verstanden, sonst laufe ich morgen Gefahr, völlig durchzudrehen. Storm drückt liebevoll meine Schulter und ich zucke nicht zurück. Nein. Ich lächle sie an. Ich lächle den Typ auf der anderen Seite der Bar an, der auf seinen Drink wartet. Zur Hölle. Ich strahle sogar Nate an. Beschwören kann ich es nicht, aber ich bilde mir ein, dass ich für den Bruchteil einer Sekunde seine Mundwinkel heben. Als ich am Montagmorgen aufwache, bin ich wie elektrisiert. Nicht, weil ich schon wieder einen Albtraum hatte, sondern weil ich keinen hatte. Zum ersten Mal seit vier Jahren. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich fühle mich frei. Und dann fällt mir ein, dass ich heute ein Date mit Trent habe. Und alles andere ist vergessen. Tolle Nägel, stellt Livy zwei Sekunden, nachdem sie durch die Tür getreten ist, fest. Ich strecke die Hand aus und spreize die Finger, um den schwarzen Lack zu bewundern. Wo hast du das machen lassen? Sie versucht, sich ihre Überraschung nicht anmerken zu lassen und so zu tun, als wäre es keine große Sache. Aber ihre Stimme ist eine Oktave höher als sonst. Weil es eine große Sache ist. Ich habe heute einer wildfremden Frau erlaubt, meine Hände zu berühren und hatte keine Panikattacke. Es ist, als hätte Trent einen Fluch gebrochen. Am anderen Ende der Straße ist ein kleiner Beautysalon. Donnerstags bieten sie zwei Maniküren zum Preis von einer an. Das nächste Mal gehen wir zusammen hin. Aha, cool. Und was ist der Anlass? Livy geht zum Kühlschrank, um sich was zu trinken zu holen, und ich muss mir ein Lachen verkneifen. Sie versucht so angestrengt locker zu bleiben, dass sie das Gegenteil erreicht und dabei wie eine Braut aussieht, die zum Altar schreitet. Ach, nichts Besonderes. Ich warte, bis sie den Wasserfilterkrug über ihr Glas neigt. Ich bin heute Abend mit Trent verabredet. Ihr Kopf ruckt nach oben, um mich anzusehen, und das Wasser verfehlt das Glas und spritzt über den Boden. Du hast ein Date mit ihm? Ich streiche mir die Haare hinter die Ohren. Naja, ich glaube. Wo geht ihr hin? fragt Livy mit einem glücklichen Leuchten in den Augen. Ich schätze mal an den Strand. Macht man das nicht so beim ersten Date? Ich habe keine Ahnung. Es ist so lange her, seit ich auch nur im Entferntesten so etwas wie ein Date hatte. Livy versinkt einen Moment in Gedanken. Wahrscheinlich ist sie damit beschäftigt, die neue Casey sacken zu lassen. Eine Casey, die ein Date hat und bei der Maniküre war, die etwas fühlt. Wir wissen nicht besonders viel über Trent, oder? Sie legt fragend den Kopf schräg. Womit verdient er zum Beispiel sein Geld? Keine Ahnung. Ein Schatten huscht über ihr Gesicht. Ich warte geduldig, während sie auf ihrer Lippe kaut. Was, wenn er ein Psychopath ist? Platzt es plötzlich aus ihr heraus. Ein Psychopath, der Kätzchen an Geldautomaten verfüttert. Ein heißer Psychopath, der Kätzchen an Geldautomaten verfüttert. Korrigiere ich sie und fange mir dafür einen finsteren Blick ein. Jetzt komm schon, Livy. Du klingst fast wie Tante Darla. Ich hätte dich viel früher ihrem Einfluss entziehen sollen. Vielleicht solltest du erst mal mehr über ihn herausfinden, bevor du einwilligst, mit ihm auszugehen. Ich habe nicht eingewilligt, mit ihm auszugehen. Nein? Sie zögert. Aber warum ... Ich weiß nichts über ihn. Stimmt, unterbreche ich sie. Aber vor allem weiß er nichts über mich. So wie es mir am liebsten ist. Sie presst die Lippen aufeinander. Echt, Livy, hör auf, so zu tun, als wärst du hier diejenige, die erwachsen ist. Irgendjemand muss es ja sein. Sie bückt sich, um mit einem Küchentuch das Wasser vom Boden aufzuwischen. Ich esse bei Storm zu Abend. Kannst du uns später wenigstens anrufen, damit wir wissen, dass er nicht versucht hat, dich an einen Geldautomaten zu verfüttern? Wir werden Handys brauchen, wenn du mit fremden Männern ausgehen willst. Ich nicke prustend. Sie richtet sich wieder auf und schaut mich lächelnd an. Es ist schön, dich so zu sehen. Wie früher. Wann bist du ungefähr wieder zu Hause? Ich zwinkere ihr bloß zu. Oh Mann, Casey, murmelt sie und wirft das Geschirrtuch in die Spüle. Als es kurz vor vier ist, laufe ich wie ein Tiger im Käfig im Wohnzimmer auf und ab und zähle immer wieder leise bis zehn. Mir ist Veraufregung, Nervosität und Angst so schlecht, dass ich mir sicher bin, jeden Moment mein Mittagessen auf den hässlichen Teppich zu erbrechen. Einen Moment später klopft es leise an die Tür. Als ich aufmache, lehnt Trent in Jeans und einem blau-weiß karierten Hemd lässig am Türrahmen und grinst mich durch seine Fliegersonnenbrille an. Sofort bekomme ich einen kleinen Schweißausbruch. Hübsche Tür, sagt er und nimmt seine Sonnenbrille ab. Statt etwas zu erwidern, versinke ich einen Moment lang in seinen blauen Augen. Er ist spielerisch. Ich mag spielerisch. Sie ist ganz neu, entgegne ich. Die alte mussten wir ersetzen lassen, weil ein Wahnsinniger sie eingetreten hat. Er streckt lachend die Hand aus und hakt seinen Zeigefinger um meinen. Die kleine Berührung jagt einen Stromschlag durch meinen Körper. Er zieht mich an sich, sodass ich den Kopf zurücklehnen muss, um ihn anzusehen. Ach ja, ich habe davon gehört, sagt er. Muss schrecklich gewesen sein. Ich hoffe, Sie haben den Übeltäter mittlerweile geschnappt. Ich halte kurz inne und atme seinen Duft ein. Er riecht nach Meer und nach Wald und nach zügellosem Verlangen. Er soll sich jeden Abend allein in einem Nachtclub herumtreiben. Er leidet eindeutig an irgendeiner schlimmen Störung. Aber sie sind ihm dicht auf den Fersen. Atemlos füge ich hinzu. Ich glaube, heute Abend kriegen Sie ihn. Trent lacht. Warten wir es ab. Er legt einen Arm um mich und führt mich zum Parkplatz. Du siehst toll aus, sagt er mit einem Blick auf mein smaragdgrünes Shirt. Diese Farbe bringt dein Haar noch mehr zum Leuchten. Danke, sage ich lächelnd und beglückwünsche mich im Stillen zu dem Kauf. Als ich es heute entdeckt habe, konnte ich nicht widerstehen, weil ich wusste, dass es meine rotbraunen Haare und meine helle Haut unterstreichen würde. Die meisten Leute denken, ich würde mir die Haare färben, um diesen glänzenden dunklen Kastanienton hinzubekommen, aber in dem Punkt hatte ich wohl einfach Glück. Trent bleibt vor einer rot-orangefarbenen Harley Davidson stehen. Bist du schon mal auf so einer gefahren? Er hält mir Helm und Lederjacke hin. Trent fährt Motorrad? Ich mustere die Maschine und komme zu dem Schluss, dass er soeben auf der Hot-Bet-Boy-Skala noch ein paar Stufen nach oben geklettert ist. Ich schüttle zögerlich den Kopf. Nicht sonderlich viel Schutz vor drei Tonnen rollendem Metall, wenn man drauf sitzt, sage ich und frage mich stumm, wem ich eigentlich etwas vorzumachen versuche. Man ist auch dann nicht sicher, wenn man in drei Tonnen rollendem Metall sitzt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Trent hebt sanft mein Kinn an und zwingt mich, ihn anzusehen. Ich werde auf dich aufpassen, Casey, sagt er ernst. Halte dich einfach an mir fest. Er stülpt mir den Helm über und hilft mir, den Riemen zu befestigen. Ein Schauer rieselt durch meinen Körper, als seine geschickten Finger dabei über meine Haut streichen. Dann tritt ein durchtriebenes Funkeln in seine Augen. Oder traust du dich nicht? Er fordert mich heraus, als wüsste er, dass ich darauf anspringen würde. Dass ich wie diese Idioten in Filmen bin, die das Gaspedal durchdrücken, um über einen 50 Meter breiten Spalt auf einer noch nicht fertiggestellten Brücke zu rasen, weil irgendjemand gesagt hat, dass sie dafür nicht genügend Mumm hätten. Mein Dad hat sich deswegen regelmäßig auf meine Kosten amüsiert. Ich mich nicht trauen? Ich habe vor gar nichts Angst, lüge ich, ohne rot zu werden, und ziehe mir die Jacke an. Mit todesverachtendem Blick steige ich hinter ihm auf und rutsche an ihn heran, bis meine Schenkel sich um seine Hüften schließen. Ich tue ihm mein Bestes, um die Hitze zu ignorieren, die durch meine untere Körperhälfte pulsiert, und schlinge die Arme um seine Taille. Vor gar nichts? Nicht mal ein bisschen? Er sieht mich mit hochgezogener Braue über die Schulter an. Du kannst es ruhig zugeben. Die meisten Mädchen sind nervös, wenn sie das erste Mal auf ein Motorrad steigen. Die Vorstellung, wie ihr hier mit einem anderen Mädchen sitzt, versetzt mir einen eifersüchtigen Stich. Mache ich auf dich vielleicht den Eindruck, wie die meisten Mädchen zu sein? Mutig lasse ich die Hände unter den Saum seines Hemds gleiten und streiche über seinen muskulösen Bauch, schmiege mich fest an ihn und grabe spielerisch die Zähne in seine Schulter. Seine Brust hebt sich ruckartig, als er scharf die Luft einzieht und meine Hände packt, um sie unter seinem Hemd hervorzuziehen und wieder um seine Taille zu legen. Okay, du hast gewonnen. Aber tu das besser nicht, während ich fahre, sonst landen wir im nächsten Straßen graben. Er schaut noch einmal über die Schulter und fügt leise hinzu. Ich mein's ernst, Casey. Du hast keine Ahnung, was das mit mir macht. Wieder spüre ich diese pulsierende Hitze in meinem Unterleib, verschränke aber brav die Finger vor seiner Mitte. Wohin fahren wir? Als Antwort bekomme ich bloß ein knatterndes Röhren, als Trent die Maschine startet und vom Parkplatz fährt. Wie sich herausstellt, ist Trent ein umsichtiger Fahrer, der immer genügend Abstand hält, als wir uns durch den Verkehr fädeln und sämtliche Regeln der Straßenverkehrsordnung beachtet. Das gefällt mir. Ich fühle mich bei ihm sicher. Und das jagt mir eine scheiß Angst ein. Ein Teil von mir würde am liebsten von seinem fahrenden Motorrad abspringen, nach Hause rennen und sich unter der Bettdecke verstecken, weil er verflucht noch mal einfach zu perfekt ist. Der andere Teil ist stärker und schmiegt sich noch fester an ihn. Erst als Trent auf die Interstate Richtung Süden abbiegt, wird mir klar, dass wir nicht zum Strand fahren. Er bringt mich fort. Irgendwo weit weg. Mir kommt der Gedanke, dass er das sowieso schon längst getan hat. Meine Schwester denkt, dass du womöglich Kätzchen an Geldautomaten verfütterst, sage ich, als Trent auf einem Parkplatz des Everglades Nationalparks den Motor abstellt. Du weißt schon, wie in American Psycho. Er runzelt die Stirn. Echt? Ich dachte, sie mag mich. Oh, das tut sie. Ich steige von der Harley und nehme den Helm ab. Aber deswegen kannst du trotzdem verrückt sein. Hm. Trent schwingt seine langen Beine vom Sitz. Wie alt ist Libby noch mal? Fünfzehn. Sie ist ein kluges Mädchen. Er zwinkert mir lächelnd zu und holt eine kleine Kühltasche aus dem Gepäckfach des Motorrads. Na los, komm. Lass dich von mir in die abgeschiedene dunkle Wildnis dort drüben entführen. Er deutet mit dem Kopf auf ein paar Wegweiser. Die Schilder enthalten Hinweise, die vor diversen Wildtieren warnen. Vielleicht hätten sie auch Warnhinweise für Mädchen aufstellen sollen, die unbedarft einem Typen, den sie kaum kennen, in ein abgeschiedenes Sumpfgebiet folgen. Die Sonne tritt ihren Sinkflug zum Horizont an, während wir einen schmalen Pfad entlang gehen. Er scheint häufig genutzt zu werden, aber von irgendwelchen anderen Wanderern ist weit und breit nichts zu sehen oder zu hören. Je weiter wir kommen, desto unheimlicher wird die fremdartige Natur um uns herum und das Ungewisse lässt die Luft schwer werden. Warum wolltest du ausgerechnet hierher? frage ich und versuche beiläufig zu klingen. Er wirft mir einen Blick über die Schulter zu. Ich bin noch nie in den Everglades gewesen. Du? Ich schüttle den Kopf. Ich dachte, dass wir sie uns anschauen sollten, wo wir schon mal in Miami sind. Klar, ergibt Sinn, murmle ich, während wir weiter dem schmalen Pfad folgen, der von hohem Gras gesäumt ist, das sich in den Schatten der untergehenden Sonne wiegt. Der perfekte Ort, um eine Leiche loszuwerden. Und gleich spielen wir hier eine Folge von CSI Miami nach, oder was? platzt es aus mir heraus. Vielen Dank, Libby, dass du mir einen solchen Floh ins Ohr gesetzt hast. Trent bleibt stehen und dreht sich mit einem amüsierten Lächeln zu mir. Im Ernst jetzt? Ich zucke mit den Achseln. Ich bin mir sicher, die Folge schon mal gesehen zu haben. Ein Typ nimmt ein Mädchen in eine abgelegene Hütte in den Everglades mit, hat sie ein paar Tage in seiner Gewalt und überlässt sie anschließend den Krokodilen, um ihre Leiche verschwinden zu lassen. Er setzt so eine Antwort an, hält dann aber inne, als müsste er kurz nachdenken. Wir werden die ganze Sache leider etwas abkürzen müssen. Ich habe morgen eine Deadline für einen Job und nur 24 Stunden Zeit. Ich lege den Kopf schräg und mustere ihn prüfend. Komm schon, Casey, sagt er lachend. Ich habe nie und werde auch nie Kätzchen an einen Geldautomaten verfüttern. Davon abgesehen stehe ich sowieso eher auf Hunde. Ich verschränke die Arme vor der Brust und ziehe eine Braue hoch. Dir ist schon klar, dass ich mich ziemlich gut wehren kann, oder? Er lacht leise und betrachtet meinen Körper mit einem Blick, der mich erschauern lässt. Oh ja, das ist mir vollkommen klar. Wahrscheinlich würdest du keine fünf Sekunden brauchen, um mich aufs Kreuz zu legen. Ich wünschte, es wäre so. Und jetzt komm! Er fasst mich am Ellbogen und zieht mich weiter. Der Pfad ist etwas breiter geworden, sodass wir nebeneinander gehen können. Aus einem Impuls heraus greife ich nach seiner Hand und ziehe sie an meine Lippen, um einen Kuss auf seine Knöchel zu hauchen. Ein freudig überraschter Ausdruck huscht über sein Gesicht. Er schlingt einen Arm um meine Schultern und drückt meine Hand an seine Brust, sodass ich seinen Herzschlag spüren kann. Er ist schnell und hart und voller Leben. Also, was willst du wissen? Wie meinst du das? Frage ich stirnrunzelnd. Du hast doch gesagt, dass Livy findet, dass ihr noch zu wenig über mich wisst. Also los, frag mich was. Seine Stimme ist leiser geworden und sein Blick ist angespannt nach vorn geheftet, als würde es ihm ähnlich schwer fallen, über persönliche Dinge zu sprechen wie mir. Tja, also ... Je weniger wir uns gegenseitig von uns erzählen, desto besser. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich gern alles über ihn wissen. Bis hin zu dem Duschgel, das er benutzt. Du weißt ja schon, womit ich mein Geld verdiene. Was ist mit dir? Seine Schultern sacken etwas nach unten, als wäre er über die Frage erleichtert. Ich arbeite als Grafikdesigner. Im Ernst? Ein Computer-Nerd? Ich lasse den Blick über seinen vollkommenen Körper wandern. Darauf wäre ich echt als Letztes gekommen. Er lächelt über meine Verblüffung. Und in was für einer Agentur arbeitest du? Frage ich. Ich bin Freelancer. Es gibt nichts Besseres. Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen und bin niemandem außer meinen Auftraggebern Rechenschaft schuldig. Ich kann von heute auf morgen meine Sachen packen und woanders hinziehen, was ich ja auch gemacht habe. Oder den ganzen Tag nackt im Wohnzimmer an meinen Entwürfen arbeiten, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Das ist ... ähm ... Trent stützt mich, als ich bei der Vorstellung, wie er nackt an seinem Computer sitzt, über meine eigenen Füße stolpere. Verdammt! Seinem Grinsen nachzuurteilen, ist er sich vollkommen darüber bewusst, was es mit mir macht, wenn er solche Dinge sagt. Ich beschließe, seine Tür demnächst einfach so einzutreten. Alibi-Alligator oder nicht. Und ich brauche dringend einen Themenwechsel, bevor ich zu Boden sacke und wie ein Fisch auf dem trockenen Zapple. Wo hast du gelernt, wie man mit einem Boxsack umgeht? Er lacht wieder. Ich habe in der Highschool und auf dem College viel Sport gemacht. Kann man gut Stress mit abbauen. Er streicht mit dem Daumen über meine Schulter und mein Herz schwillt an. Und deine Eltern? Wohnen sie beide noch in Rochester? Frage ich weiter und halte dann betreten inne. Es ist, als könnte ich nicht mehr aufhören, ihn auszufragen, seit ich damit angefangen habe. Aber vor allem will ich Dinge über ihn wissen, die ich niemals über mich preisgeben wollte. Tut mir leid. Ich schüttle den Kopf. Ich ... Das geht mich nichts an. Mein Dad lebt in Manhattan, unterbricht Trent lächelnd mein Gestammel. Meine Mom ist in Rochester geblieben. Sie sind geschieden. Seine Stimme klingt neutral, aber ich spüre, wie seine Schultern sich anspannen, als wäre es ein heikles Thema. Was willst du noch über mich wissen, Case? Sagt er, nachdem wir eine Weile schweigend weitergegangen sind. Du kannst mich fragen, was du willst. Was würdest du mir über dich erzählen? Alles. Ich schüttle den Kopf. Ich bin mir sicher, dass es da ein paar Dinge gibt, die du lieber für dich behalten würdest. Die gibt es, aber ich würde sie dir trotzdem erzählen. Er drückt meine Hand. Ich möchte, dass du mich besser kennenlernst. Okay, sage ich leise. Aber du solltest wissen, dass ich nicht besonders gut darin bin, über mich zu sprechen. Ich höre, wie er leise ausatmet. Ist mir nicht entgangen. Kannst du mir wenigstens sagen, welche Themen tabu sind? Meine Vergangenheit. Meine Familie. Er wirkt einen Moment ernst und nachdenklich. Nickt dann aber. Das sind ziemlich große Bereiche aus deinem Leben, Casey, aber in Ordnung. Wir werden nicht darüber reden, solange du nicht bereit dafür bist. Ich schaue zu ihm auf, und eine tiefe Traurigkeit überkommt mich, als ich den aufrichtigen Ausdruck in seinen blauen Augen sehe. Ich werde nie bereit sein, über diese Dinge zu sprechen. Niemals. Aber das sage ich ihm nicht, sondern nicke stattdessen nur. Danke. Er zieht mich fest an sich und gibt mir einen Kuss auf die Stirn. Nachdem wir einen langen, sich über das flache, wasser erstreckenden Bohlenweg passiert haben, auf dem wir eine Gruppe von Parkrangers auf ihrem Kontrollgang begegneten, legen wir eine Pause ein und setzen uns auf eine kleine Steinmauer. Trent holt eine Flasche Wasser aus der Kühltasche und reicht sie mir. Ich bin so in Trends Nähe versunken gewesen, dass ich erst jetzt merke, dass ich fast am Verdursten bin. Das Wasser rinnt herrlich kühl meine Kehle hinunter. Ich würde nur wahnsinnig gern einen Alligator sehen. Danach können wir sofort weiter und irgendwo etwas essen gehen, sagt er entschuldigend. Es ist wunderschön hier, Trent. Und das ist es. Vor uns versinkt die Sonne über dem Marschland und taucht den Himmel in leuchtendes Rosa und Violett. Die Luft ist von sanften Wasserplätschern und fremdartig klingendem Vogelzwitschern erfüllt. Es ist der friedlichste Ort, an dem ich je gewesen bin. Wobei ich mir keinen Ort vorstellen kann, an dem es mit Trent an meiner Seite nicht wunderschön wäre. Findest du? Er legt eine Hand in meinen Nacken und spielt einen Moment mit dem Rand meines Shirts, bevor er seine Finger unter den Stoff gleiten lässt und federleicht über meine nackte Haut streicht. Ein Schauer durchrieselt mich. Kalt? fragt er spöttisch. Nein. Ich grinse schief. Aber wenn du so weitermachst, verschlucke ich mich an meinem Wasser. Als er seine Hand wegnimmt, breitet sich Enttäuschung in mir aus, die jedoch eine Sekunde später von tiefen Unbehagen verdrängt wird. Da! Hast du das gesehen? fragt Trent aufgeregt. Er lädt mir erneut den Arm um, beugt sich etwas vor und zeigt mit der anderen Hand auf einen langen, spitz zulaufenden Kopf, der keine zwanzig Meter von uns entfernt aus dem Wasser ragt. Oh mein Gott! sage ich schaudernd. Meinst du, er beobachtet uns? Vielleicht. Schwer zu sagen. Können sich diese Viecher nicht absurd schnell bewegen? Ich schlucke trocken. Es ist eine Sache, sich Alligatoren im Zoo hinter Glas anzuschauen. Eine ganz andere, ihnen in freier Wildbahn zu begegnen. Keine Sorge. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, bevor wir losgefahren sind. Die Stelle hier ist ideal, um sich Alligatoren aus der Nähe anzuschauen. Und außerdem sind die Parkranger ja gleich um die Ecke. Wenn du das sagst, murmle ich, und mein Blick fällt auf seinen Mund, der meinem so nah ist, dass ich mich nur ein bisschen nach vorn lehnen und ... Meine Lippen streifen wie zufällig über seinen Mundwinkel. Er dreht mir den Kopf zu und sieht mich überrascht an. Doch dann legt er mir eine Hand an die Wange und zieht mich zu einem zärtlichen Kuss an sich. Ich spüre ein heftiges Ziehen in meinem Körper, als er mit der Zunge die Konturen meiner Lippen nachzeichnet, bevor er sie in meinen Mund gleiten lässt. Unwillkürlich schiebe ich die Hände unter sein Hemd und lasse sie zu seiner muskulösen Brust hochwandern. Mit einem leisen, kehligen Laut löst er sich von mir, hebt mich auf seinen Schoß, vergräbt seinen Kopf an meinem Hals und knabbert sanft an meinem Ohrläppchen. Ich streiche mit den Fingerspitzen über seine Kehle und spüre den senigen Muskeln nach. Während mein Daumen über seinen Adamsapfel gleitet und seine Lippen meinen Hals mit Küssen bedecken, schließe ich die Augen, lehne den Kopf an seinen und gebe mich dem schwerelosen, schwebenden Zustand in seinen Armen hin. Seiner Führung. Seinen Berührungen. »Case«, flüstert er. Ich gebe ein komisches Geräusch von mir, das wie ein ersticktes Stöhnen klingt. »Hast du Angst?« »Angst?« Ich öffne ein Auge, um mich zu vergewissern, dass unser Beobachter sich nicht von der Stelle gerührt hat. »Noch hat er sich nicht bewegt. Aber ich fürchte, dass ich es nicht schaffen werde, das Motorrad zurückzufahren, falls du heute Abend ein Bein verlierst.« Trent bricht in Lachen aus. Er ist mir so nah, dass ich die Vibrationen bis in die Spitzen meiner Brustwarzen spüre. »Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Ich habe heute Abend nämlich noch einiges mit dir vor. Die Hütte ist gleich dort hinten.« Er deutet mit dem Kopf hinter sich. »Ich hoffe, du hast wenigstens das Bett frisch bezogen.« Er schmiegt prustend den Kopf an meine Schulter, während ich mit angehaltenem Atem beobachte, wie der Alligator davongleitet, um sich zu seinen Kumpels zu gesellen. Ich frage mich, ob Trent spürt, welche Macht er über mich hat. Binnen weniger Wochen hat er es geschafft, beinahe mühelos alle meine Schutzmechanismen zu knacken, meine Ängste fortzuwischen und sich einen wichtigen Platz in meinem Leben zu erobern. Und plötzlich dämmert es mir, wie Trents Frage wirklich gemeint war. Ob ich Angst vor dem hier habe? »Schreckliche Angst«, flüstere ich so leise, dass ich mir nicht sicher bin, ob er mich gehört hat. Doch er beugt den Kopf zu mir herunter, um mich anzusehen, und wartet darauf, dass ich weiterspreche. »Ich, ähm, es ist eine Weile her, seit ich sowas gemacht habe«, stammle ich. »Ich habe so etwas noch nie gemacht. Noch nie. Nichts, was auch nur annähernd mit dem hier vergleichbar wäre.« »Allein das«, »ich hebe unsere ineinander verschränkten Hände hoch.« »Ist schon eine ziemlich große Sache für mich.« Er nimmt meine Hand und presst seine Lippen darauf. Dann räuspert er sich und sagt, »Hör mal, Casey. Das, was an diesem Tag in deinem Zimmer passiert ist.« Ich runzle fragend die Stirn. »In meinem Zimmer?« Nach dem Vorfall mit der Schlange? Oh, das. Bei der Erinnerung daran jagt ein tausend Volt starker Stromstoß durch meinen Körper. »Ich, ähm...« Er streckt die Beine aus, hält mich aber weiter auf seinem Schoß fest. »Ich halte es für besser, wenn das nicht noch mal passiert. Zumindest vorläufig.« Meine Enttäuschung scheint sich deutlich auf meinem Gesicht abzuzeichnen, weil er schnell hinzufügt, »Das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich es nicht will.« Er schluckt. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass du gerade genau spürst, wie sehr ich dich will.« Als Antwort schiebe ich langsam mein Becken auf seinem Schoß hin und her. Er lacht leise, wird aber sofort wieder ernst. »Es fällt mir unglaublich schwer, mich in deiner Nähe zu beherrschen, Casey. Du bist so schön, so sexy. Und ich bin auch nur ein Kerl. Du schaffst es, im Handumdrehen meine Willensstärke ins Wanken zu bringen. Aber ich glaube, wir sollten es lieber etwas langsamer angehen. Uns Zeit lassen.« Er sieht mich an, als wüsste er mehr über mich, als ich ihm erzählt habe. »Ich habe das Gefühl, das ist für uns beide wichtig.« »Ich antworte nicht sofort. Mir ist klar, dass er recht hat.« Langsam ist gut. Langsam ist sicher. Aber in diesem Moment, wo seine Fingerspitzen meinen Nacken liebkosen und ich seine Erregung unter mir spüre, will ich es nicht langsam angehen lassen. Ich will mich mit ihm in ein feuchtes, heißes Chaos stürzen. Tief durchatmend, versuche ich, meinen außer Kontrolle geratenen Herzschlag zu beruhigen. »Wer sagt, dass ich überhaupt etwas von dir will? Du setzt ziemlich viel voraus.« »Findest du?« Er schiebt sanft eine Hand unter mein Shirt und streicht quälend langsam mit den Fingerspitzen über meinen Rücken. »Zumindest verstehe ich jetzt, was du mit langsam meinst,« krächze ich. »Bist du immer noch der Meinung, ich setze zu viel voraus?« Ich schüttle den Kopf und lehne mich seinen Berührungen entgegen, um ihm zu zeigen, dass ich mit allem glücklich bin, was ich von ihm kriegen kann. Egal, ob langsam oder schnell. Er lässt mit gespreizten Fingern die Hand an meiner Seite entlang nach vorn gleiten und zeichnet behutsam meine Narben nach. »Du hast ein paar davon.« Lies sich nicht vermeiden, sie zu bemerken. »Ich bin daran gewöhnt, dass die Leute Fragen zu meinen Narben stellen und habe gelernt, sie mit einem Achselzucken abzutun.« »Ach ja? Wann genau sind sie dir denn aufgefallen?« Er lächelt ironisch. »Perversling«, murmle ich verlegen und werde rot. »Sind sie ein Teil der Vergangenheit, über die du nicht reden willst?« fragt er. »Kriegsschauplatz Dusche. Ist nicht das erste Mal, dass ich von einer Schlange attackiert wurde?« Lächelnd schüttelt er den Kopf, aber sein Blick bleibt ernst. Er zieht die Hand unter meinem Top hervor und schiebt den kurzen Ärmel meine Schulter hoch, um langsam mit den Lippen über die feine, weiße Linie zu streichen. Manchmal hilft reden, Kelsey. »Kann wir nicht einfach im Hier und jetzt bleiben?«, flüstere ich, verwirrt von den widersprüchlichen Reaktionen meines Körpers, der sich unter seiner Aufmerksamkeit anspannt und gleichzeitig zerfließt. »Ich will diesen Moment nicht kaputt machen.« »Okay. Für heute lassen wir es so stehen.« Er hebt den Kopf, um mich anzusehen, und schiebt mir eine Haarsträhne hinters Ohr. »Aber du lächelst nicht oft genug.« »Ich lächle ständig. Dienstag bis sonntags von acht Uhr abends bis ein Uhr morgens. Bringt mir doppelt so viel Trinkgeld ein.« Seine Grübchen vertiefen sich. »Ich möchte dich zum Lächeln bringen. Ich möchte dafür sorgen, dass du immer einen Grund hast, zu lächeln.« »Weil du es willst, nicht weil du es sollst.« »Ich werde dich zum Essen ausführen, mit dir ins Kino gehen, am Strand spazieren, Drachen fliegen oder mich an einem Bungee-Jumping-Seil mit dir in die Tiefe stürzen. Alles, was du willst.« Er zeichnet mit dem Daumen meine Unterlippe nach. »Lass mich dich zum Lächeln bringen.« Entgegen seiner Behauptung, heute Abend noch so einiges mit mir vorzuhaben, geht Trent mit mir so behutsam um wie mit einer Porzellanpuppe. Und er redet, er redet und redet und redet. Die meiste Zeit höre ich zu. Er erzählt von den Everglades und dass ein Mensch mit bloßen Händen den Kiefer eines Alligators zuhalten kann, worauf ich ihn frage, ob er einer von diesen Jeopardy-Nerds ist. Er redet über Tanner und dass unser Vermieter gar kein so schlechter Kerl ist und unsere Apartmentanlage ihn an die Serie Melrose Place erinnert, worauf ich kichernd einwende, dass es im Innenhof von Melrose Place meines Wissens nach keine verrosteten Grills und von Unkraut überwucherte Blumenbeete gegeben hat. Er lächelt, als er über Mia spricht und sagt, wie süß sie ist. Er redet und ich lausche dem leisen, verführerischen Summen seiner Stimme. Und obwohl meine Hormone immer wieder feindliche Übergriffe auf mein Gehirn vornehmen, um meine Vernunft zu kapern, ist es jedes Mal das Staunen darüber, wie meine Seele ganz langsam wieder zum Leben erwacht, dass die Oberhand gewinnt. Auf der Fahrt zurück genieße ich es, Trents warmen, starken Körper an meinen zu spüren, ohne das leiseste Bedürfnis, irgendetwas zu sagen, mir nur wünschend, der Abend würde niemals enden. Als er mich zu meiner Tür bringt, fegt ein heftiger Gefühlstornado aus Glückseligkeit, Enttäuschung, Aufregung und Angst durch mich hindurch. Die Stimmung zwischen uns ist plötzlich irgendwie verlegen und unbeholfen. Vielleicht, weil ich mir so sehr wünsche, dass er mich fragt, ob ich noch mit zu ihm rüberkomme und gleichzeitig weiß, dass er es nicht tun wird. Vielen Dank, dass du mir den ersten Alligator meines Lebens gezeigt und mich nicht in eine abgelegene Hütte verschleppt hast. Ich suche übertrieben geschäftig nach meinem Haustürschlüssel. Ich bin echt froh, dass ich immer noch alle meine Arme und Beine habe und Trents weiche Lippen setzen meinem Geplapper ein Ende. Er zieht mich an sich und schiebt seine Hand in meinen Nacken, während er mich auf eine Weise küsst, als könnte er sich nur mit Mühe davon abhalten, das zu tun, was er eigentlich möchte. Es fühlt sich so sexy an, dass mein ganzer Körper dahinschmilzt und mir meine Tasche und meine Schlüssel aus der Hand fallen. Er löst sich von mir und bückt sich, um sie für mich aufzuheben. Als er sich wieder aufrichtet, hält er mir beides mit einem frechen Grinsen hin. Meinst du, du wirst es überleben? Verdammt! Ich hasse es, wie gut er in der Lage ist, mich so komplett aus dem Konzept zu bringen. Und dann macht er auch noch Witze darüber. Mist, Karl. Aber ich liebe Herausforderungen. Ich trete vor und schmiege mich so fest an ihn, dass ich ihn durch seine Jeans spüren kann. Sein Körper reagiert auf der Stelle. Blinzelnd blicke ich zu ihm auf und schenke ihm mein süßestes Lächeln. Nichts, was eine lange, heiße Dusche nicht wieder in Ordnung bringen kann. Ich spüre, wie seine Erregung wächst. Er grinst. Er weiß ganz genau, was ich damit bezwecke. Was würde ich darum geben, zu wissen, was er gerade denkt? Hast du ein Handy? fragt er. Von dem abrupten Themenwechsel überrumpelt, runzle ich die Stirn. Nein, warum? Er befreit sich sanft aus meiner Umarmung, läuft mit großen Schritten zu seinem Apartment und steckt den Schlüssel ins Schloss. Weil ich mir nicht länger als eine Minute über den Weg traue, wenn du in meiner Nähe bist. Sein Blick ist dunkel vor Verlangen, als er mir den Kopf zudreht und mich von oben bis unten ansieht. Textnachrichten sind sicherer. Wenn du meinst. Ich besorge mir eins, sage ich. Aber warum willst du denn schon gehen? schiebe ich unschuldig hinterher. Fühlst du dich nicht gut? Keine Sorge, gleich werde ich mich wieder besser fühlen, ruft er über die Schulter, bevor er in seinem Apartment verschwindet und mich mit trockenem Mund und in Flammen stehendem Körper zurücklässt. Fünftes Stadium Abhängigkeit Kapitel 9 Nachdem ich die ganze Nacht kein Auge zugetan und über Trent nachgegrübelt habe, stehe ich am Donnerstagmorgen um Punkt 9 Uhr in der Mall, um zwei Handys zu kaufen. Eines für Livy, eines für mich. Es sind ziemlich einfache Modelle, aber sie müssen auch nicht mehr können, als Textnachrichten zu verschicken. Als ich mich mittags mit meiner Sporttasche auf dem Weg ins Breaking Point mache, kommt er mir im Innenhof entgegen und ich beschließe, dass ich es großartig finde, neben ihm zu wohnen. Wie hast du geschlafen? fragt er und bleibt so dicht vor mir stehen, dass er mich beinahe berührt. Wieder einmal stelle ich verblüfft fest, dass es mich kein bisschen stört, wenn er einfach so in meine Distanzzone eindringt. Im Gegenteil. Ich liebe es, wenn Trent Emerson sich in meiner Distanzzone aufhält. Wie ein Stein, lüge ich und lächle ihn strahlend an. Ich bin auf dem Weg in den Sportclub. Lust mitzukommen? Sein Blick wandert zu meinem Tanktop. Würde mir bestimmt guttun, ein bisschen überschüssige Energie zu verbrennen. Mein Herz setzt drei Schläge aus. Dann geh und hol deine Sachen, sage ich und beiße mir auf die Zunge, bevor ich ihm eine noch bessere Art, Energie zu verbrennen, vorschlagen kann. Er haucht mir einen Kuss auf meine Wange. Gib mir zwei Minuten, raunt er und joggt zu seinem Apartment. Ich bin mir sicher, ein ziemlich dämliches Grinsen auf dem Gesicht zu haben, während ich im Hof auf ihn warte. Als er zurückkommt, trägt er eine Trainingshose und ein eng anliegendes weißes Shirt, unter dem sich jedes Detail seiner definierten Brust und seines muskulösen Bauchs abzeichnet. Wie soll ich mich bei diesem Anblick bitte auf mein Workout konzentrieren? Soll ich fahren? fragt er lächelnd, als könnte er meine Gedanken lesen. Ich kann bloß stumm nicken. Wenn du willst, sichere ich den Boxsack für dich, bietet Trent an. Hier entlang, James. Ich gehe zu einem freien Platz, stelle meine Sachen an der Wand dahinter ab und beginne mich zu dehnen. Wie immer, wenn ich mich auf mein Workout vorbereite und spüre, wie meine Muskeln nachgeben und sich lockern, fühlt es sich für mich an wie ein kleines Wunder, dass ich überhaupt dazu in der Lage bin. Es hat so lange gedauert, bis ich nach dem Unfall auch nur meinen Fuß wieder bewegen konnte. Meine Muskeln sind so verkümmert gewesen, dass ich mir sicher war, nie wieder laufen zu können. Was mir zu dem Zeitpunkt ziemlich egal war. Trent macht es mir nach, winkelt seinen Arm über die Schulter an und zieht mit der anderen Hand am Ellbogen, um seinen Trizeps zu dehnen. Dabei rutscht sein Shirt ein Stück nach oben und entblößt die Konturen seiner Bauchmuskeln und die feine Linie aus dunklen Härchen, die unter seinem Bauchnabel beginnt und im Bund seiner Trainingshose verschwindet. Heilige Mutter Gottes, murmele ich leise und drehe ihm den Rücken zu, um für einen Moment die Existenz dieses Adonis zu leugnen und mich in Ruhe zu Ende zu dehnen. Okay, fertig, ruft er einen Augenblick später, schwingt die Arme vor und zurück und klatscht voller Tatendrang in die Hände. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Weißt du überhaupt, wie man einen Boxsack sichert? Klar. Er lehnt sich dagegen und schlingt die Arme darum. Ich sagte, sichern, nicht umarmen. Willst du dir die Rippen brechen? Na schön, du Besserwisserin. Er lässt die Arme sinken und tritt einen Schritt zurück. Dann zeig mir, wie es geht. Während ich mir lächelnd die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammenbinde, nehme ich eine kleine Gruppe von Typen wahr, die ein paar Meter hinter uns steht und uns beobachtet. Darunter auch Ben, der schon wieder dieses blöde Grinsen im Gesicht hat. Es juckt mich immer noch in den Fingern, es aus ihm herauszuprügeln, auch wenn sich mittlerweile herausgestellt hat, dass er ganz in Ordnung ist. Okay, worauf du achten musst? Ich trete vor Trent und nehme seine Hände, um ihm zu zeigen, wo er sie am besten positioniert und wie er sein Gewicht verteilen muss, um einen Schlag abzufedern. Ich halte währenddessen die ganze Zeit seine Hände fest, ohne dass es mir etwas ausmacht, was mich immer noch ein bisschen umhaut. Tatsächlich würde ich sie sogar liebend gern während eines Kinobesuchs halten oder auf einem langen Spaziergang am Strand oder was es sonst noch für Dinge gibt, die Händchen halten mit einschließen oder überhaupt Berührungen. Ich möchte Trent für den Rest meines Lebens berühren. Stell deinen Fuß hierhin. Ich lege ihm eine Hand auf den Schenkel, um sein Bein etwas weiter vorzuschieben und spüre die Bewegung seiner senigen Muskeln, als er das Gewicht verlagert. Und dreh den Körper in diese Richtung. Diesmal lege ich die Hände auf seine Hüfte und drehe sie etwas. Mein Puls ist bereits jetzt im hochfrequenten Bereich, obwohl ich mit dem eigentlichen Training noch gar nicht angefangen habe. Verdammt, wie soll ich dieses Training bloß überstehen? Das Wichtigste ist dein Gleichgewicht. Okay? Alles klar soweit? Als er nickt, lasse ich ihn widerstrebend los und gehe auf der anderen Seite des Boxsacks in Position. Und du hast sowas echt noch nie gemacht? Trent schüttelt achselzuckend den Kopf. Dann fangen plötzlich seine Augen an zu funkeln und sein Mund verzieht sich zu einem breiten Grinsen. Klar, schon tausendmal. Aber ich fand es schön, mich ein bisschen von dir befummeln zu lassen. Hinter uns bricht lautes Prusten und Lachen aus. Sie haben die ganze Zeit gewusst, dass er mich an der Nase herumführt. Wie konnte ich nur so dämlich sein und nichts merken? Du warst wahrscheinlich zu sehr darauf konzentriert, beim Anblick seines heißen Körpers nicht zu sabbern, um seine routinierten Bewegungen zu registrieren. Plötzlich komme ich mir wie eine Idiotin vor und verpasse dem Boxsack einen leichten Tritt. Na gut, vielleicht war er doch nicht ganz so leicht. Er prallt gegen Trent, der ächzend rückwärts stolpert und sich mit den Händen den Schritt hält. Ich dachte, du wüsstest, wie man einen Boxsack sichert, brumme ich. Als er nicht antwortet, gehe ich zögernd zu ihm und lege ihm eine Hand auf den Rücken. Alles okay? Hey, Case, mit Eiern hast du's echt nicht so, kann das sein? Jolt Ben so laut, dass es alle Anwesenden hören können. Ich werde rot und werfe Ben einen vernichtenden Blick zu, bevor ich mich zu Trent hinunterbeuge. Shit, tut mir leid. Ich dachte, ich würde dich an der Schulter erwischen. Er schaut mit schmerzhaft verzogenem Gesicht zu mir auf. Sag einfach, wenn du nicht an mir interessiert bist, statt mich gleich für alle Frauen untauglich zu machen. Ich lasse lieber Taten als Worte sprechen, gebe ich zurück und bin erleichtert, dass er noch Witze reißen kann. Trotzdem zucke ich bei seinem Spruch innerlich zusammen. Jetzt mal im Ernst. Ich gehe vor ihm in die Hocke. Bist du okay? Ich werde es überleben. Und wenn ich überleben sage, meine ich, den restlichen Abend in Embryonalhaltung mit einer Tüte Eiswürfel im Schritt auf meiner Couch zu verbringen. Ich könnte die Eiswürfel für dich halten, flüstere ich. Als er mir den Kopf zudreht und ich den frustrierten Ausdruck in seinen Augen sehe, muss ich lächeln. Er grinst schief zurück, zuckt dann aber gequält zusammen. Gib mir eine Minute. Falls du mich suchst, ich bin dort drüben und versuche zu heilen. Trent stagst zur Wand und lehnt sich dagegen, hält weiter schützend die Hände vor seinen Schritt und schaut zu, wie ich meine erste Runde am Boxsack beginne und ihn mit Hieben und Tritten bearbeite, ohne wirklich bei der Sache zu sein. Als ich fertig bin, spüre ich, wie Trent sich mir von hinten nähert und keuche überrascht auf, als er mich an den Hüften packt und fest an sich zieht. Als du gesagt hast, du würdest die Eiswürfel halten. Da dachte ich noch, dass du dem Tod nahe bist, unterbreche ich ihn atemlos. Das hier fühlt sich nicht so an, als ob du jeden Moment sterben würdest. Ich bin dem Tod nahe gewesen, aber du hast keine Ahnung, wie unfassbar heiß du bist, wenn du auf den richtigen Sack einschlägst. Er zieht mich noch einmal hart an sich und ich atme scharf ein. Nicht vor Schmerz. Nein, definitiv nicht vor Schmerz. Wolltest du es nicht lieber langsam angehen lassen? Er lächelt grimmig. Schon. Und ich habe außerdem gesagt, dass es mir extrem schwer fällt, mich zu beherrschen, wenn du in meiner Nähe bist. Er beugt sich zu meinem Ohr und flüstert. Also, wie sieht's aus? Von mir aus können wir weitermachen. Außer einem erstickten Laut bringe ich keinen Ton heraus. Ich habe keine Ahnung, wo diese Seite von Trent herkommt. Es muss an dem ganzen Testosteron liegen, das hier durch die Luft schwirrt. Oder das ist der echte Trent, den er bis jetzt geschickt von mir verborgen hat. Vielleicht ist es auch einfach seine Art, vor Ben und den anderen Typen, die immer wieder zu mir rüberschauen, sein Territorium abzustecken. Was immer es ist, ich würde diesem Trent bereitwillig meinen Körper überlassen, damit er damit tun kann, was er will. Ich schlucke und versuche mich wieder auf den Sandsack zu konzentrieren, der mich jedoch zu verhöhnen scheint, als auch noch das letzte bisschen meiner sonstigen Kampfwut verpufft und ein neues Gefühl in mir aufsteigt. Verlangen. Pures, zügelloses Verlangen nach Trent. Ich bin nur noch zwei Sekunden davon entfernt, ihn in die Frauenumkleidekabine zu zerren und ihm das T-Shirt vom Leib zu reißen. Falsch. Ihn hier und jetzt auf die Matte zu stoßen und darauf zu pfeifen, ob man uns dabei zusieht oder nicht. Er nimmt die Hände von meinen Hüften und kneift mir frech in den Hintern. Dann schlendert er auf die andere Seite des Boxsacks und geht in Position. Sein dunkler Blick jagt mir einen Schauer über den Rücken. Okay, diesmal bin ich auf dich vorbereitet. Trent reicht mir mein Handy zurück, nachdem er seine Nummer darin gespeichert hat. Wir stehen in der brennenden Nachmittagssonne vor meiner Wohnungstür. Von der heftigen Anziehung, die die Luft im Breaking Point zum Knistern gebracht hat, ist seit einem mysteriösen Anruf, den er bekam, als wir auf dem Weg nach draußen waren, nichts mehr zu spüren. Der Trend, der jetzt vor mir steht, wirkt aufgewühlt und fahrig. Den Grund dafür erfahre ich einen Moment später. Ich muss für ein paar Tage weg, Case. Was Geschäftliches. Und wenn ich nicht dort auftauche, weiß meine Mom, dass ich nicht in New York bin. Er verstummt, als hätte er mehr gesagt, als er eigentlich wollte. Was wäre so schlimm daran, wenn sie es wüsste? Spätestens Freitag bin ich wieder da, fährt er hastig fort. Ich melde mich bei dir, okay? Ich nicke und hoffe, dass er mich zum Abschied leidenschaftlich küsst oder mich wie ein Höhlenmensch über die Schulter wirft und zu seinem Bett trägt. Mir wäre beides recht. Stattdessen küsst er mich flüchtig auf die Stirn, hebt kurz die Hand, dreht sich um und läuft zu seinem Apartment. Kapitel 10 Drinks ausschenken. Lächeln. Kassieren. Das ist an diesem Abend mein Mantra im Pennys. Es ist so brechend voll und geht so verrucht zu wie immer, aber ohne Trend fühlt es sich leer und fade an. Als ich um drei Uhr morgens nach Hause komme und mein Handy in der Tasche vibrieren höre, fängt mein Herz vor Aufregung an zu rasen. Es gibt nur zwei Personen, von denen ich eine Nachricht bekommen könnte, und eine von ihnen liegt schlafend ein Zimmer weiter. Bin in New York. Um mich herum nichts als Wolkenkratzer. Du fehlst mir. Wie war dein Abend? Ein warmes Glücksgefühl durchströmt mich. Viel nacktes Fleisch und jede Menge unmoralische Angebote. Das, was ich eigentlich noch sagen will, bringe ich irgendwie nicht über mich. Dass ich ihn wie verrückt vermisse. Dass ich nicht fassen kann, so viele Wochen damit vergeudet zu haben, ihn von mir fernzuhalten. Eine Minute später, die mir wie eine Ewigkeit vorkommt. Hat von diesem vielen nackten Fleisch irgendetwas dir gehört? Bis jetzt noch nicht. Ich schlüpfe ins Bett, lege das Handy auf meine Brust und warte auf seine Antwort. Diesmal braucht sie etwas länger. Muss kalt duschen. Träum was Schönes. Gute Nacht. Küsschen. Ich breche in lautes Lachen aus und presse mir eine Hand auf den Mund, um Livy und Mia nicht aufzuwecken, die heute bei uns übernachtet. Nachdem ich mein Handy auf den Nachttisch gelegt habe, dauert es noch eine ganze Weile, bis ich einschlafen kann. Drei Tage ohne Trent sind unerwartet hart. Wir schreiben uns meistens erst spätabends. Was auch immer das für berufliche und familiäre Angelegenheiten sind, die er zu regeln hat, sie scheinen ihn bis nach Mitternacht auf Trab zu halten. Aber wenn ich dann spüre, wie mein Handy in meiner Tasche vibriert und eine Nachricht von ihm eingeht, ist es jedes Mal wie Weihnachten. Sie sind alle ziemlich harmlos. Hey, wie geht's dir? Und ich vermisse dich. Oder in den letzten Tagen noch mal irgendwelche Typen im Breaking Point zur Strecke gebracht? Ich ertappe mich ein paar Mal dabei, wie ich ihm etwas Zweideutigeres schreibe, lösche es dann aber immer, bevor ich auf Senden drücke. Irgendetwas sagt mir, dass es für Sexting noch zu früh ist, zumal es bis jetzt ja noch nicht einmal zum Äußersten zwischen uns gekommen ist. Gott, ich kann es gar nicht erwarten, bis es endlich soweit ist. Trent kommt heute zurück. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, als ich Freitagmorgen aufwache. Nicht Tod und Verzweiflung. Nicht die erbärmlichen Reste, die von meinem Leben übrig sind. Ausnahmsweise ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, die Zukunft und was sie wohl bringen wird. Wenn ein Tag so perfekt beginnt, endet er garantiert beschissen. Ich habe keine Ahnung, um welche Uhrzeit Trent in Miami ankommt. Auf die Nachrichten, die ich ihm geschickt habe, um es herauszufinden, hat er nicht geantwortet, weshalb ich irgendwann anfange, mir schreckliche Sorgen zu machen. Den ganzen Tag werde ich in Gedanken von grauenhaften Bildern über Flugzeugabstürze gequält, die mich bis in meine Schicht im Pennys verfolgen. Als Nate mich dann irgendwann von der Bar abholt und ins Büro bringt, wo Kane mir ein Telefon hinhält, bin ich mit den Nerven schon so am Ende, dass ich sofort mit dem Schlimmsten rechne. Ich glaube, es ist dringend, sagt er mit zusammengezogenen Brauen. Einen Moment lang stehe ich bloß da, starre Kane und das schwarze Telefon an und bin außerstande, mich dem, was auch immer ich gleich erfahren werde, zu stellen. Erst als ich höre, wie am anderen Ende der Leitung ein Kind weint, wache ich aus meiner Benommenheit auf und reiße ihm den Hörer aus der Hand. Hallo? Meine Stimme zittert. Casey, ich habe versucht, dich zu erreichen, aber du bist nicht rangegangen. Ich kann zwischen Livys Schluchzen und Mias Weinen kaum etwas verstehen. Komm bitte schnell nach Hause. Hier ist irgendein Verrückter, der versucht, die Tür einzutreten. Er schreit die ganze Zeit nach Mia. Ich glaube, er ist total zugedröhnt. Ich habe die Polizei angerufen. Das ist alles, was ich aus ihr herauskriege. Aber mehr brauche ich nicht zu wissen. Schließt euch im Badezimmer ein und bleibt dort, Livy. Ich bin gleich da, sage ich mit einer Stimme, die nicht mir zu gehören scheint. Nachdem ich aufgelegt habe, schaue ich Kane an. Ein Notfall. Es geht um Mia, Storms Tochter und um meine Schwester. Kane hat schon nach seinem Autoschlüssel und seiner Jacke gegriffen. Nate, hol sofort Storm von der Bühne und sag Georgia und Lily, sie sollen sich um die Bar kümmern. Er legt mir einen Arm um und drückt mich kurz an sich. Wir fahren jetzt zu euch und finden raus, was los ist. Okay, Casey? Ich fühle mich, als hätte mich jemand in den Magen getreten. Ich kann nur benommen nicken und habe die ganze Zeit Livys Schluchzen und Mias lautes Weinen in den Ohren. Keine 30 Sekunden später sitzen wir in Canes Wagen und heizen in Richtung Freeway. Nates massige Gestalt füllt den Beifahrersitz aus. Storm, die nichts weiter als ihren glitzernden Bikini trägt, redet auf der Rückbank auf mich ein und stellt mir immer wieder dieselben Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Atme einfach, höre ich die Stimme meiner Mutter sagen. Zehn kleine Atemzüge. Aber es nützt nichts. Es nützt nie etwas, verdammt nochmal. Ich zittere am ganzen Körper, während ich in den dunklen Ozean hinabsinke, der mich in die Tiefe zieht, wenn Menschen sterben, die mir etwas bedeuten. Es scheint für mich kein Entrinnen vor ihm zu geben. Ich ertrinke in seinen Fluten. Ich würde es nicht überleben, Livy zu verlieren. Oder mir. Irgendwann gibt Storm es auf, mich mit Fragen zu bedrängen. Stattdessen greift sie nach meiner Hand und drückt sie an ihre Brust. Und ich wehre mich nicht dagegen. Ihr rasender Herzschlag tröstet mich. Er sagt mir, dass ich nicht allein bin. In unserer Straße werden wir von den wirbelnden Lichtern der Streifenwagen und Rettungsfahrzeuge empfangen. Zu viert hetzen wir durch das offene Tor. Vorbei an einem aufgelösten Tenner, der gerade mit einem Police Officer spricht. Vorbei an neugierigen Nachbarn. Bis wir schließlich Storms Tür erreicht haben, die halb aus den Angeln hängt und von einer Faust oder einem Kopf oder beidem eingeschlagen wurde. Davor drücken drei Polizisten einen Mann zu Boden. Sein Gesicht kann ich nicht sehen, nur jede Menge Tätowierungen und Handschellen. Ich wohne hier, sagt Storm, als sie an ihnen vorbei durch die Tür stürzt, ohne dem Typen auch nur einen Blick zuzuwerfen. Ich folge ihr und sehe Livy auf der Couch sitzen, die Augen vom Weinen gerötet. Eine kleine, zusammengerollte Gestalt auf dem Schoß, die am Daumen lutscht und immer wieder leise aufschluchzt. Ein Officer steht bei ihnen und macht sich Notizen. Die Stehlampe neben der Tür ist zerbrochen und Storms riesige, blankpolierte Pfanne liegt neben Livy auf dem Boden. Oh, meine Kleine, ruft Storm und läuft zu ihrer Tochter. Mami! Zwei dünne Ärmchen schlingen sich um Storms Nacken. Sie hebt Mia hoch, drückt sie fest an sich und wiegt sie sanft hin und her. Ihr laufen Tränen über die Wangen, während sie ihr leise etwas vorsummt. Sie wurde nicht verletzt, versichert uns der Officer, und ich stoße die Luft aus, die ich angehalten habe. Dann stürze ich zu Livy und reiße sie in meine Arme. Es tut mir so leid, ich wollte dir nicht so einen furchtbaren Schrecken einjagen, aber ich hatte solche Angst, sagt sie schluchzend. Ihre Worte dringen wie aus weiter Ferne zu mir. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, über ihre Arme und Beine zu streichen, ihr ins Gesicht zu schauen und ihren Kopf hin und her zu drehen und zu prüfen, ob sie irgendwelche Verletzungen hat. Livy muss unter Tränen lachen und hält meine Hände fest. Ich bin okay, Case. Ich hab ihn gut erwischt. Was soll das heißen, du hast ihn gut erwischt? Livy zuckt mit den Achseln. Als er mit dem Kopf durch die Tür gebrochen ist, habe ich ihm eins mit Storms Pfanne übergezogen. Das hat ihm den Wind aus den Segeln genommen. Wie bitte? Mein Blick wandert zu der Bratpfanne auf dem Boden, dann zu meiner zartgliedrigen 15-jährigen Schwester, dann wieder zu der Bratpfanne. Und plötzlich? Ich weiß nicht, ob aus Erleichterung oder weil die Angst oder die Wut von mir abfällt, wahrscheinlich alles auf einmal, breche ich in Lachen aus. Einen Moment später krümmen wir uns beide vor Lachen und können gar nicht mehr damit aufhören. Wir liegen hysterisch kichernd übereinander, bis ich mir den Bauch vor Schmerzen halte, indem Muskeln aktiviert werden, die schon sehr lange nicht mehr gebraucht wurden. Wer ist der Verrückte in den Handschellen? flüstere ich zwischen zwei weiteren Lachanfällen. Livy verstummt sofort und ihre Augen weiten sich. Mia's Dad. Ich drehe mich ruckartig zu der zertrümmerten Tür um und dann zu Mia und Storm, während mir die übelsten Bilder durch den Kopf gehen. Was wollte er hier? Frage ich entsetzt, obwohl ich es mir denken kann. Der Lachimpuls wie weggeblasen. Nacktes Grauen durchrieselt mich wie ein Nachbeben. Allein bei dem Gedanken, dass Mia etwas zustößt, oder Storm, beginnt sich alles um mich herum zu drehen. Weil ich sie liebe. Mia ist nicht nur ein hinreißendes kleines Mädchen mit einer süßen Zahnlücke, auf das Livy regelmäßig aufpasst. Storm ist nicht bloß meine in einem Strip-Club arbeitende Nachbarin, die mir einen Job besorgt hat. Obwohl ich so sehr versucht habe, sie mindestens eine Armlänge von mir fernzuhalten, haben die beiden einen Weg zu mir gefunden, genau wie Trent. Einen anderen Weg, der sie nichtsdestotrotz zu meinem Herzen geführt hat, von dem ich dachte, es wäre schon seit langem ein so kalter und unwirtlicher Ort, dass dort nie wieder etwas gedeihen kann. Livy schlingt die Arme um ihren Oberkörper, während sie zu Mia und Storm schaut. In ihren Augen sehe ich die gleiche Sorge um sie, die ich selbst empfinde. Ich bin so froh, dass Trent gekommen ist, sagt sie. Was? Sofort klopft mir das Herz bis zum Hals. Ich springe auf und schaue mich hektisch um. Wo ist er? Hier. Ich wirble herum und sehe, wie er durch die Tür kommt. Eine Sekunde später bin ich bei ihm und werfe mich in seine Arme. Er drückt mich beschützend an sich und vergräbt das Gesicht in meinen Haaren, bis er sich nach einer Weile sanft von mir löst und seine Stirn an meine lehnt. Ich lasse die Hände zu seinen Schulterblättern hochgleiten, ziehe ihn von neuem an mich und spüre, wie seine Muskeln sich unter mir anspannen. Die ganze Sorge, die mich den Tag über begleitet hat, das Grauen der letzten halben Stunde, wird plötzlich von einer Art animalischen Bedürfnis abgelöst. Während wir so dastehen, presse ich die Nase an seine Brust und atme seinen wundervollen Duft nach Meer und Wald ein. Du hast mir gefehlt, flüstere ich und bin über mich selbst überrascht. So etwas würde Casey Cleary normalerweise niemals laut zugeben. Aber Trent fühlt sich wie ein kostbarer Schatz an, den ich verloren und dann wiedergefunden habe. Und ich bin überwältigt vor Erleichterung. Trent küsst die Stelle unter meinem Ohrläppchen. Ich hab dich auch vermisst, flüstert er und ich erschauere. Entschuldigen Sie, Sir, aber sind Sie sicher, dass Sie keine Anzeige erstatten wollen? fragt eine Stimme. Bin ich, ist bloß ein kleiner Kratzer, antwortet Trent, ohne mich loszulassen, als würde er mich genauso brauchen wie ich ihn. Was für ein Kratzer! Ich lehne mich zurück und sehe erst jetzt, dass Trents Unterlippe geschwollen ist. Als ich erschrocken die Hand danach ausstrecken will, hält er sie fest. Mir geht's gut. Sieht schlimmer aus, als es ist. Außerdem war es mir das definitiv wert. Ich muss Ihnen ebenfalls ein paar Fragen stellen, Miss. Sind Sie Ihr gesetzlicher Vormund? Höre ich den Polizisten fragen, während ich weiter zu Trent aufschaue, der genauso wenig den Blick von mir lösen kann, wie ich meinen von ihm. Miss? Ja, das ist sie, reißt Livis Stimme mich ins Hier und Jetzt zurück. Oh, er hat gar nicht Storm gemeint, sondern mich. Ich drehe mich zu ihm um und halte überrascht inne. Es ist der Polizeofficer verneulich. Er zuckt lächelnd mit den Achseln. Ich schon wieder. Sie halten uns in letzter Zeit ganz schön auf Trab, sagt er und schaut kurz zu Storm hinüber, bevor er verlegen den Blick senkt und sich durch die kurzen, blonden Haare fährt. Jetzt, wo ich ihn mir etwas genauer anschaue, fällt mir auf, dass er eine gewisse Ähnlichkeit mit Ken hat, dem männlichen Pendant von Barbie. Er sieht gut aus auf eine Traum aller Schwiegermütterart. Und er steht auf Storm, so viel ist sicher. Andererseits, wer tut das nicht? Zumindest kann uns niemand vorwerfen, dass es mit uns langweilig wird. Ich lege grinsend den Kopf schräg. Ich bin Casey und das ist Storm, aber wie ich sehe, können Sie sich noch gut an sie erinnern, Officer. Ich beobachte mit morbider Faszination, wie er bis unter den Haaransatz rot wird. Er räuspert sich. Officer Ryder. Denn. Storm bekommt von allem nichts mit. Sie hat immer noch Mia auf dem Arm und wiegt sie mit halbgeschlossenen Augen auf ihren Hüften hin und her. Das nächste räuspern. Wir drehen uns zur Tür um, wo gerade ein anderer Police Officer den Kopf zu uns reinsteckt. Wenn hier soweit alles geklärt ist, sollten wir diesen Typen auf die Wache schaffen. Sein Blick bleibt wie magnetisch angezogen an Storm hängen. Worauf wartet ihr da noch? Bringt ihn zum Wagen! Blufft Officer Ryder seinen Kollegen mit einem tödlichen Blick an. Ich würde ihnen raten, die Nacht woanders zu verbringen, solange die Tür noch nicht ersetzt ist. Fährt Officer Ryder mit sanfter Stimme an Storm gewandt fort. Meine Schicht ist in ein paar Stunden zu Ende. Wenn sie möchten, komme ich danach wieder und habe so lange ein Auge auf ihre Sachen. Storm taucht aus ihrer Versunkenheit auf und schaut ihn an, als würde sie ihn zum ersten Mal sehen. Oh, vielen Dank, sagt sie blinzelnd. Viel ist es nicht, was wir besitzen, aber es würde mir tatsächlich ein besseres Gefühl geben, wenn jemand darauf aufpasst. Officer Dan wird erneut rot und ich stelle beeindruckt fest, dass seine Augen die ganze Zeit über auf ihr Gesicht geheftet bleiben. Obwohl es mit Sicherheit selbst Gandhi schwerfallen würde, sie in diesem winzigen silbernen Bikini nicht mit Blicken zu verschlingen. Ich könnte so lange hierbleiben, bis ihre Schicht zu Ende ist, bietet Trent an. Officer Dan mustert ihn einen Moment lang, aber da Trent mich immer noch im Arm hält, kommt er wohl zu dem Schluss, dass er keine Konkurrenz für ihn darstellt. Das ist sehr nett von Ihnen, danke, sagt er. Storm, mein Engel, hast du jemanden, bei dem du bis morgen unterkommen kannst? fragt Cain, der mit Nate in der Tür steht. Sie können bei uns bleiben, sage ich, bevor Storm Zeit hat, etwas zu antworten. Sie nickt nur, während sie weiter behutsam Mia an sich drückt, der mittlerweile die Augen zugefallen sind. Gut, ich muss zurück und den Club zumachen. Euer Trinkgeld deponiere ich im Safe. Ihr könnt es morgen abholen. Er sieht uns mit einem warmen Lächeln an. Nehmt euch morgen Abend frei. Vielen Dank, Cain, sage ich. Storm hat recht. Sie sind wirklich anständige Jungs. Dir auch vielen Dank, Nate. Er brummt etwas Unverständliches, dann läuft er plötzlich mit drei Riesenschritten zu Storm und streicht Mia mit seiner Pranke über den Kopf. Es ist, als würde man einem Grizzlybär zuschauen, wie er ein kleines Baby tätschelt, aber er geht ganz sanft und behutsam vor. Träum was Schönes, Mia, sagt er leise. Sie öffnet blinzelnd die Augen und sieht ihn an. Aber statt zu schreien, wie ich es mit Sicherheit tun würde, umschließt sie mit ihrer kleinen Hand seinen Finger und schenkt ihm ein verschlafenes Lächeln. Die kleine Geste hat etwas zutiefst Bewegendes. Komm, wir gehen rüber und bringen sie ins Bett, sagt Livy, als Cain und Nate gegangen sind. Sie legt Storm einen Arm um die Taille und will sie gerade Richtung Tür führen. Da kommt Tenna hereingeplatzt. Nicht jetzt, Tenna! Raunt sie ihm zu und schiebt Storm und Mia an ihm vorbei. Unser Vermieter kratzt sich auf diese für ihn typische Art den Kopf und tritt einen Schritt zur Seite. Ich vergrabe den Mund an Trenns Brust, um nicht laut loszulachen. Als wir vorhin hier ankamen, war ich so auf Livy und Mia fixiert, dass es mir nicht aufgefallen ist. Aber jetzt sehe ich, dass Tenna einen Batman-Pyjama trägt. Er streicht über das zersplitterte Holz des Türrahmens und ich glaube zu wissen, was er denkt. Storm kann nichts dafür, sage ich schnell, aus Angst, dass er uns gleich mit seiner heiligen Hausregel kommt. Was heute Nacht hier passiert ist, fällt definitiv unter Ruhestörung. Aber er winkt bloß ab und murmelt kopfschüttelnd. Bin noch nie Leuten begegnet, die so viel Pech mit Türen haben. Trennt löst sich von mir, zieht sein Portemonnaie heraus und entnimmt ihm ein paar Hundert-Dollar-Scheine. Das müsste reichen. Können Sie sich gleich morgen früh als erstes darum kümmern? Das musst du nicht tun, Trennt, sage ich, als Tenna die Hand nach dem Geld ausstreckt. Er schüttelt den Kopf und legt wieder den Arm um mich. Das klären wir morgen. Tenna wedelt dankend mit dem Geld und tritt den Rückzug an. Einen Moment noch, Sir, sagt Officer Dan und stellt sich ihm in den Weg. Ich schlage vor, dass Sie mit dem Hausbesitzer sprechen und ihn von der Notwendigkeit überzeugen, das Eingangstor umgehend mit einem neuen Sicherheitssystem auszustatten. Schließlich hat sich heute Nacht gezeigt, wie leicht man sich hier Zugang verschaffen kann. Tenna mustert den Polizisten mit zusammengekniffenen Augen. Bin ganz Ihrer Meinung, Officer. Aber der Hausbesitzer ist ein alter Geizkragen, der sein Geld ängstlicher hütet als eine Jungfrau ihre … Sein Blick wandert kurz zu mir und er räuspert sich. Ähm … Er ist eben ziemlich knausrig. Würde ihm eine richterliche Anweisung der Stadt Miami unter Androhung einer millionenschweren Anklage auf die Sprünge helfen, falls er seiner Pflicht nicht nachkommt, angemessen für die Sicherheit seiner Mieter zu sorgen? Tenna zieht überrascht eine Braue hoch. So was dürfen Sie? Ich meine … Er verstummt und lächelt gequält. Ja, ich glaube, das würde seine Meinung ändern, Officer. Officer Dan kann sich nur mit Mühe ein Grinsen verkneifen. Sehr gut. Ich lasse mir etwas einfallen und melde mich morgen nochmal bei Ihnen, sagt er und sieht dann Trent an. Um vier habe ich Dienstschluss. Können Sie so lange hier die Stellung halten? Kein Problem. Officer Dan nickt uns zum Abschied zu, bevor er, eilig gefolgt von unserem Batman-Pyjama-tragenden Vermieter, aus der Tür geht und uns allein zurücklässt. Ich schaue zu Trents wunderschönem Gesicht auf. Es kommt mir vor, als hätte ich dich seit Monaten nicht gesehen, sage ich und hauche einen Kuss auf die unversehrte Seite seines Mundes. Er streicht mir zärtlich über die Wange. Du musst hundemüde sein. Warum legst du dich nicht hin und versuchst ein bisschen zu schlafen? Ich bleibe hier und warte, bis der Officer zurückkommt. Ich kämpfe gegen die Enttäuschung an, die in mir hochsteigt. Bei ihm zu sein fühlt sich so gut an, so richtig, so tröstend und so aufwühlend, dass Schlaf gerade das Letzte ist, woran ich denke. Andererseits will ich mich ihm auch nicht aufdrängen. Ich verschränke die Arme vor der Brust und mustere ihn gespielt misstrauisch. Und wer passt auf dich auf und sorgt dafür, dass du nicht heimlich irgendwas mitgehen lässt? Ich? Der nette Kerl von nebenan, der wildfremden Mädchen ständig neue Türen kauft? Wildfremden Mädchen! Ich stemme empört die Hände in die Seiten. Das nehme ich persönlich. Außerdem, woher soll ich wissen, dass du nicht irgendein durchgeknallter Kleptomane in Pumps bist, der Storms Unterwäsche klaut und den ganzen Senf verputzt? Er verdreht die Augen. Es war Ketchup und ist bloß ein einziges Mal vorgekommen. Hat mich nicht so angetörnt, wie ich dachte, ich schwöre. Er hebt feierlich die Hand und ich muss kichern. Dann legt er mir die Arme auf die Schultern und lässt den Blick über meinen Körper wandern. Was nicht heißt, dass ich nicht auf Damenunterwäsche stehe? Nur nicht an mir. Ich schlucke trocken und mein Puls beschleunigt sich. Es knistert so heftig zwischen uns, dass die Spannung kaum auszuhalten ist. Doch dann löst er sich abrupt von mir, tritt ein paar Schritte zurück und atmet tief durch. Wenigstens bin ich nicht die Einzige, der es schwerfällt, sich zurückzuhalten, denke ich mit einem verstohlenen Lächeln. Wir sollten irgendwas wegen der Tür unternehmen. Gegen neugierige Blicke richtet das Absperrband der Polizei nicht wirklich was aus. Mein Puls schnellt erneut in die Höhe. Was könnten neugierige Blicke denn sehen? Trent durchsucht ein paar Schränke und kommt mit einer alten Decke zurück. Ich hoffe, Storm hat nichts dagegen. Wir machen uns daran, die Decke mit Klebeband, Reißnägeln und was ich sonst noch an Hilfsmitteln in den Küchenschubladen finde, zu befestigen. Als wir endlich fertig sind, ist es kurz nach eins und aus meinem Adrenalinschub ist Erschöpfung geworden. Ich bin praktisch den ganzen Abend auf den Beinen gewesen, sage ich und lasse mich auf die Couch fallen. Trent setzt sich ans andere Ende, nimmt meine Füße auf seinen Schoß und zieht mir die Schuhe aus. Ah, stöhne ich. Du bist engagiert. Er grinst und beginnt mit sanften, kreisenden Bewegungen, meine Fußsohlen zu massieren. Der Mann ist ein Naturtalent. Ich lege wohlig seufzend den Kopf zurück und überlasse mich ganz seinen geschickten, starken Händen. Okay. Dafür hast du dir mindestens einmal in Damenunterwäsche auf- und abgehen verdient. Geh und such dir was aus. Ich wedle träge Richtung Storms Zimmer. Storm hat so ziemlich alles, was das Herz eines Damenunterwäsche-Fetischisten höher schlagen lässt. Trent lacht leise. Hängt ganz davon ab, wer darin auf und abgeht. Ich öffne ein Auge und begegne seinem Blick. Er ist dunkel vor Verlangen und bringt wieder diese andere Seite von ihm zum Vorschein, die nichts mit dem umsichtigen, verantwortungsvollen Trent von eben zu tun hat, sondern sich am liebsten auf mich stürzen würde. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll, außer, dass ich mir in diesem Moment wünsche, dass diese andere Seite sich durchsetzt. Der Druck seiner Hände wird intensiver. Die Art, wie er mich berührt, leidenschaftlicher. Und ich höre, wie sein Atem schneller geht. Er umschließt meine Waden und zieht mich ohne Vorwarnung zu sich heran. Dabei rutscht mein Kleid nach oben, bis es nur noch ganz knapp den Ansatz meiner Schenkel bedeckt, als ich mit dem Po gegen seine Hüfte stoße und er sich meine nackten Beine über den Schoß legt. Seine eine Hand ruht auf der Innenseite meines Schenkels und löst ein heißes Ziehen in meinem Körper aus, während die Finger seiner anderen Hand langsam an der Außenseite meines rechten Schenkels entlang gleiten. Immer höher und höher und höher. Als er mein Tattoo erreicht, hält er inne und streicht über die Ränder meiner Narbe. »Hast du dir das stechen lassen, um die Narbe zu verbergen?«, fragt er. »Dann hätte ich mir die komplette rechte Seite tätowieren lassen müssen,« antworte ich nicht ganz wahrheitsgemäß. »Warum fünf Raben?«, fragt er und zeichnet mit dem Finger die Schwanzfeder nach. »Warum nicht?« Ich bete, dass er es so stehen lässt. »Vergeblich.« »Welche Bedeutung haben Sie?« Als ich nichts erwidere, sagt er, »Bitte, Casey, rede mit mir.« »Du hast gesagt, dass ich mir Zeit lassen kann, bis ich soweit bin.« In meiner Stimme schwingt ein bitterer Unterton mit. Ich fühle mich, als hätte Trent einen Eimer Eiswasser über mir ausgeschüttet und das Feuer in meinem Körper gelöscht, das noch bis eben darin brannte. Er nimmt seine Hand von meinem Bein und reibt sich über die Stirn. »Ich weiß, ich weiß, dass ich das gesagt habe. Tut mir leid. Ich wünsche mir nur, dass du mir vertraust, Case.« »Das hat nichts mit Vertrauen zu tun.« »Womit dann?« Ich starre an die Decke. »Mit der Vergangenheit. Mit Dingen, über die ich nicht reden will. Von denen du mir versprochen hast, dass wir nicht darüber reden müssen.« Er legt seine Hand wieder auf meinen Schenkel und drückt ihn sanft. »Ich weiß. Aber ich muss wissen, dass es dir gut geht, Casey.« In seiner Stimme klingt etwas mit, das ich nicht richtig zuordnen kann. Sorge? Angst? »Hast du Panik, dass du mit Klebeband ans Bett gefesselt bist, wenn du auf hast?« »Nein, natürlich nicht.« Diesmal klingt er fast sauer. Zum allerersten Mal. Aber als er weiterspricht, ist nichts mehr davon zu hören. Ich habe Angst, dir wehzutun. Er streicht mit dem Daumen über meine Wange und sieht mich mit einem Blick an, der voller Trauer ist. Als ich den gequälten Ausdruck in seinen Augen sehe, habe ich das überwältigende Bedürfnis, seinen Schmerz zu lindern, was auch immer der Grund dafür sein mag. Ich möchte Trent glücklich machen. Und in dem Moment wird mir etwas klar. Ich möchte, dass er mich kennenlernt. Dass er alles über mich weiß. Ich versuche zu schlucken, aber mein Mund ist plötzlich wie ausgetrocknet. Vor ein paar Jahren hatte ich einen schweren Autounfall. Der andere Fahrer ist volltrunken in den Wagen meines Vaters gerast. Meine rechte Seite wurde dabei zerschmettert. Seitdem werde ich von Dutzenden von Schrauben und Drähten zusammengehalten. Physisch. Der Rest von mir wird von nichts weiter als zehn kleinen Atemzügen zusammengehalten. Trent atmet geräuschvoll aus und lässt sich in die Couch zurückfallen. Ist bei dem Unfall jemand ums Leben gekommen? Ja, antworte ich kaum hörbar. Mehr kriege ich nicht heraus, weil ich plötzlich von einer Panikattacke überwältigt werde und zu zittern anfange. Das ist zu viel auf einmal, schreit meine Seele. Zu viel und zu früh. Gott, Casey, das, das ist... Seine Hände streichen wieder über meine Beine, nur dass die Berührung jetzt nichts Intimes mehr hat, sondern tröstend ist. Aber ich will keinen Trost. Es gibt nichts, was er tun kann, um mich zu trösten. Ich sehe ihn wütend an. Küss mich. Was? Er schüttelt den Kopf. Casey, ich... Du hast von mir gekriegt, was du wolltest. Jetzt bin ich dran. Er sieht mich an, als hätte ich mich mit Benzin übergossen und angezündet. Ohne den Blick von ihm zu lösen, ziehe ich mich an seinem Oberarm in eine aufrechte Position und setze mich rittlings auf seinen Schoß. Küss mich, sage ich noch einmal mit rauer Stimme und weiß, dass sein Widerstand ins Wanken gerät, als er mit dem Kiefer malt und gequält die Augen schließt. Trent. Er lehnt sich vor und legt die Stirn an meine Schulter. Du weißt, dass es mich meine ganze Willenskraft kostet, nicht die Kontrolle zu verlieren, oder? Dann lass los. Vergiss die Kontrolle. Du brauchst dich nicht zu beherrschen, flüstere ich in sein Ohr. Er lässt sich stöhnend ins Polster zurückfallen. Warum machst du es mir so verdammt schwer, Casey? Hast du eine Ahnung, wie hart das für mich ist? Ich halte mich an seinen breiten Schultern fest und ziehe mich auf seinem Schoß so nach vorn, bis ich sein Verlangen nach mir spüren kann. Dann beuge ich mich zu ihm herunter und streife langsam mit den Lippen über seinen Hals. Wenn du hart sagst, was genau meinst du dann damit, Trent? Frage ich atemlos, um ihn noch mehr zu erregen. Es funktioniert. Er legt mir eine Hand in den Nacken, um meinen Mund zu sich heranzuholen, und lässt hungrig seine Zunge zwischen meine Lippen gleiten. Endlich! Ungeduldig nästle ich an die Knöpfen seines Hemds und dränge mich an seine glatte, muskulöse Brust, während er mein Kleid höher schiebt und seine Hände auf meine nackten Hüften legt. Ich stöhne leise auf, als seine Finger zu meinem Becken wandern und unter den Bund meines Höschens gleiten. Ich bin mir sicher, dass sein Plan, es langsam angehen zu lassen, gerade erfolgreich gescheitert ist. Doch dann ertasten seine Finger eine weitere Narbe, und er lehnt sich ins Sofa zurück und schiebt mich auf seine Oberschenkel zurück. Ich kann nicht. Du bist doch schon dabei, murmle ich und will mich wieder an ihn schmiegen. Er schüttelt den Kopf, hebt mich wie ein Kind in seine Arme und zieht mich beschützend an sich. So sitzen wir eine ganze Weile da, ohne etwas zu sagen. Wenn ich könnte, würde ich alles wieder in Ordnung bringen für dich. Das weißt du, oder? Flüstert er. Ich frage mich, ob er meine Narben meint oder die letzten vier Jahre meines Lebens. Ja, sage ich nur. Zu allem. Kapitel 11 Das Erste, was ich sehe, als ich aufwache, sind silbern-schimmernde Vorhänge und ein dämmeriger Morgenhimmel. Ich liege in Storms Bett und habe immer noch mein Kleid an. Als ich mich umdrehe, sehe ich Trent, der nur in Boxershorts neben mir auf dem Rücken liegt und tief und fest schläft. Seinen einen Arm hat er unter den Kopf geschoben. Der andere ruht auf seiner Brust. Ich muss irgendwann auf der Couch in seinen Armen eingeschlafen und von ihm hier rübergetragen worden sein. Es fällt gerade genügend Licht ins Zimmer, dass ich seinen Körper betrachten kann, was ich ausgiebig tue. Er ist so umwerfend, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Langgliedrig, muskulös und absolut vollkommen, bis hin zu der feinen, dunklen Haarlinie, die seinen definierten Bauch hinuntergleitet. Gefällt dir, was du siehst? Trents schlaftrunkene Stimme lässt mich erschrocken zusammenzucken. Als ich den Kopf hebe und ihn ansehe, schenkt er mir ein sexy schiefes Grinsen. Nichts erinnert mehr an seine ernste, traurige Stimmung vom Abend zuvor. Eigentlich nicht, murmle ich, werde aber von meinen errötenden Wangen der Lüge überführt. Du wirst ganz schön oft rot. Hätte dich gar nicht so eingeschätzt, sagt er und legt eine Hand an mein Gesicht. Aber mach ruhig weiter. Ich habe nichts zu verbergen. Ich ziehe eine Braue hoch. Du gibst mir Carte Blanche? Er verschränkt die Hände hinter seinem Kopf. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Scheint, als wäre ihm die Bedeutung von »es langsam angehen lassen« nicht wirklich klar, aber ich werde den Teufel tun und mich darüber beschweren. »Okay«, sage ich und füge aus einer plötzlichen Eingebung heraus hinzu, »leg dich auf den Bauch.« Er zögert kurz, dreht sich dann aber gehorsam um, sodass ich seinen muskulösen Rücken bewundern kann, seine breiten Schultern und das Tattoo, das sich von Schulterblatt zu Schulterblatt spannt. Ich zeichne mit den Fingerspitzen den geschwungenen Schriftzug nach und sehe, wie sich die feinen Härchen auf seiner Haut aufrichten. Was bedeutet das? Er setzt zu einer Antwort an, zögert dann aber, was mich nur noch neugieriger macht. Ich lasse ihm Zeit, folge den Konturen mit dem Fingernagel. »Ignoszentia«, sagt er schließlich leise. »Ein lateinisches Wort.« »Was bedeutet es?« »Warum hast du fünf Raben auf deinem Bein?«, entgegnet er. In seiner Stimme liegt wieder dieser veränderte Unterton. »Mist!« »Die Frage musste ja jetzt kommen.« »Ich an seiner Stelle würde es nicht anders machen.« Auf meiner Unterlippe kauend, wäge ich meine Möglichkeiten ab. Soll ich ihn erneut abweisen oder ihm mein Geheimnis im Tausch gegen seines preisgeben? Meine Gefühle für ihn sind stärker als das Bedürfnis, mich zu verschließen. Sie stehen für die wichtigen Menschen, die ich verloren habe. Flüstere ich und bete, dass er mich nicht nach ihren Namen fragt. Dann hätte ich sagen müssen, dass einer davon für mich steht. Er zieht hörbar die Luft ein. »Vergebung«, das Wort trifft mich wie ein Hieb in den Magen. Allein schon sein Klang, die damit verbundene Unmöglichkeit, verursacht mir Übelkeit. Wie oft haben die Therapeuten mich gedrängt, den Typen, die meine Familie getötet haben, zu vergeben. Mein Tattoo. Ignoszentia bedeutet Vergebung. »Oh«, ich atme langsam aus und balle die Hände zu Fäusten, um das Zittern zu unterdrücken. »Warum ausgerechnet dieses Wort?« Trent dreht sich auf die Seite und sieht mich wieder mit diesem Ausdruck in den Augen an, der voller Trauer ist. »Weil Vergebung der Schlüssel zur Heilung ist.« »Wenn es nur so wäre, Trent.« »Wie anders muss unsere jeweilige Vergangenheit sein, wenn er ein Tattoo hat, das für Vergebung steht, und ich eines, das den Grund dafür symbolisiert, warum ich nicht vergeben kann.« Nachdem wir eine Weile beide unseren eigenen Gedanken nachgehangen haben, verschränkt Trent wieder die Arme hinterm Kopf und sagt grinsend, »Die Zeit läuft.« »Ich mache es wie er und schiebe die dunklen Wolken in meinem Kopf fort, setze mich auf die Knie, um ihn besser anschauen zu können, und betrachte ihn ungeniert. Langsam lasse ich den Blick über seine Brust wandern, beuge mich über ihn und öffne neben einer seiner Brustwarzen ganz leicht die Lippen. Ich höre, wie er die Luft anhält, als er meinen Atem auf seiner Haut spürt, und schaue zu ihm auf, als ich tiefer gleite, um zu sehen, ob er mich dabei beobachtet. Natürlich tut er das. Ich spüre ein fast schmerzhaftes Prickeln in meinem Magen, aber es ist nicht unangenehm. Im Gegenteil, es gibt mir das Gefühl, am Leben zu sein. Ich will mehr davon und beschließe, die Dinge etwas zu beschleunigen. Behutsam streiche ich mit dem Zeigefinger am Bund seiner Boxershorts entlang. Seine Erregung ist unübersehbar. Langsam schiebe ich einen Finger unter den Bund und finde mich im Bruchteil einer Sekunde auf dem Rücken wieder, meine Handgelenke über meinem Kopf und von Trents kräftigen Händen festgehalten. Er schaut grinsend auf mich herunter. Jetzt bin ich dran. Ich war noch nicht fertig, protestiere ich halbherzig. Er zieht lächelnd eine Braue hoch. Wir machen einen Deal. Wenn du es fünf Minuten aushältst, dieselbe Selbstbeherrschung wie ich an den Tag zu legen und dich nicht zu bewegen, darfst du es zu Ende bringen. Tss! Ich schneize verächtlich mit der Zunge, aber in mir drin bebt alles. Fünf Minuten sind ein Kinderspiel. Wieder zieht er eine Braue hoch, als wollte er mich fragen, wem ich hier eigentlich etwas vormachen will. Du glaubst also, du schaffst es? Schaffst du es denn? gebe ich zurück und unterdrücke ein nervöses Grinsen. Mir reicht schon ein Blick aus diesen funkelnden blauen Augen, um den Verstand zu verlieren. Was ist, wenn ich verliere? Frage ich nicht ohne Hintergedanken. Möglicherweise würde es mir ja gefallen, was ich dann als Strafe tun müsste. Sein Blick wird ernst. Wenn du verlierst, lässt du dich darauf ein, mit jemandem über den Unfall zu sprechen. Das ist also der Joker, den er im Ärmel hat. Sexuelle Erpressung. Trent bricht seine »Es langsam angehen lassen« Regel in der Hoffnung, mich zum Reden zu bringen. Ich beiße die Zähne aufeinander. Darauf werde ich mich auf keinen Fall einlassen. Du hast echt ein Händchen dafür, die Stimmung zu ruinieren. Ich versuche, mich unter ihm hervorzuwinden. Aber er hält mich fest und streift mit den Lippen über meine. Bitte, Casey. Ich schließe die Augen und versuche, mich nicht von diesem wunderhübschen Gesicht manipulieren zu lassen. Zu spät. Aber nur, wenn ich verliere. Richtig? Nur, wenn du verlierst, flüstert er. Okay. Wieder einmal gewinnt der Teil von mir, der einer Herausforderung nicht widerstehen kann. Ich werde nicht verlieren. Aber du spielst fair, warne ich ihn, als ich sein breites Grinsen sehe. Keine faulen Tricks, versichert er mir. Aber als ich das belustigte Glitzern in seinen Augen sehe, weiß ich, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Er richtet sich auf und lehnt sich zurück, um mich in aller Seelenruhe zu betrachten. Nein, das sind noch nicht ganz die gleichen Wettbewerbsbedingungen, mummelt er schließlich. Er beugt sich vor und schiebt die Träger meines Kleids von meinen Schultern. Na bitte, sagt er zufrieden. Ich hole scharf Luft und beobachte, wie der Stretchstoff beinahe wie von selbst über meine Haut nach unten gleitet, als er leicht daran zupft. Behutsam streicht er mit dem Daumen über die Narbe an meiner Schulter, bevor er beide Hände seitlich an meinem Körper entlang gleiten lässt und mir das Kleid ganz abstreift. Jetzt liege ich nur noch in einem halterlosen BH und einem Tanga vor ihm und halte den Atem an, während er den Blick langsam über jeden Quadratmillimeter meines Körpers wandern lässt und alles in sich aufnimmt. Und jede einzelne Rundung, jedes noch so winzige Detail. Einen Moment später beugt er sich erneut vor und schiebt die Hände unter meinen Rücken. Gleich haben wir es, sagt er. Ich erstarre, als seine Finger nach dem Verschluss meines BH suchen. Nein, das kann er nicht wirklich vorhaben. Oder? Doch schon in der nächsten Sekunde hat er ihn aufgehakt und ich spüre, wie der stützende Halt nachlässt. Er zieht die Hände wieder unter mir hervor und legt den BH zur Seite. So, jetzt herrschen dieselben Bedingungen, sagt er und lässt den Blick über meine entblößten Brüste gleiten. Ich werde nicht verlieren. Obwohl ich seinem intensiven Blick und neckenden Grinsen praktisch völlig schutzlos ausgeliefert bin, bin ich fest entschlossen, mich nicht zu bewegen. Und dämlich genug zu glauben, ich würde es schaffen. Als er sich über mich beugt und sein Mund nur noch wenige Zentimeter von meinen Brüsten entfernt ist, so wie ich es vorhin mit ihm gemacht habe, muss ich all meine Willenskraft aufbieten, um nicht den Rücken durchzubiegen und ihm entgegenzukommen. Ich keuche leise auf, als sein Atem über meine Brustwarzen streicht, die sofort hart werden. Er legt den Kopf etwas schräg, um zu mir hochzuschauen. Sein Blick ist so voller Verlangen und Versprechungen, dass ich es nicht aushalte und die Augen schließen muss. Er lacht leise und lässt seine Aufmerksamkeit ein paar Zentimeter tiefer wandern. Kühle Luft streicht über meinen Bauch. Du hast einen unglaublichen Körper, Casey. So unglaublich, dass es einen um den Verstand bringt. Ich bringe nur ein unverständliches Murmeln zustande. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes tun, als ihn anzuschauen und zu berühren. Ich weiß nicht, was mich mehr erregt. Seine Stimme, das, was er mit mir macht, seine Nähe. Aber mein Verlangen nach ihm boykottiert meine Selbstbeherrschung und zettelt in meinem Unterleib eine Rebellion an. Dabei hat er mich noch nicht einmal berührt. Ich öffne die Augen einen Spalt und sehe, wie sich die Muskeln in seinen Schultern anspannen, als er sich weiter nach unten schiebt und unterhalb meines Bauchnabels innehält. Ich drehe den Kopf zum Wecker auf Storms Nachttisch. Noch drei Minuten. Das schaffe ich. Ich halte noch drei Minuten durch. Ich halte durch. Ich halte durch. Ein leises Stöhnen entwischt mir, als Trent es mir erneut nachmacht und spielerisch den Zeigefinger am Bund meines Höschens entlang gleiten lässt. Ich schaue zu ihm hinunter. Seine Augen sind auf mein Gesicht geheftet. Von seinem neckenden Grinsen fehlt jede Spur. Ohne den Blick von mir zu lösen, schiebt er den Finger unter den Bund und tastet sich tiefer. Ich verliere jede Kontrolle über mich. Es ist, als würde mich eine gewaltige Welle erfassen und mit sich reißen. Vor meinen Augen zucken Blitze. Ich schwebe wie auf einer dicken Wolkenschicht und meine bis gerade eben noch zum Zerreißen angespannten Muskeln lockern sich plötzlich und geben nach. Das Gefühl ist so unglaublich, dass ich mir wünsche, es würde nie wieder aufhören. Mein Atem geht stoßweise und ich nehme es kaum wahr, als sich Trent einen Moment später über mich beugt und mit brennenden Lippen über mein Schlüsselbein streicht. Du hast verloren, flüstert er leise lachend in mein Ohr. Dann klettert er aus dem Bett und zieht seine Jeans an. Nein, habe ich nicht, murmle ich benommen. Wie zur Hölle kann er das hier verlieren nennen? Ist es okay, wenn ich dich hier kurz allein lasse? Flüstert Trent, während ich mit einem Glas Orangensaft an der Küchentheke lehne und zuschaue, wie sich der Handwerker an der Tür zu schaffen macht. Ich sehe ihn mit hochgezogener Braue an und er grinst. Natürlich ist es okay. Hätte fast vergessen, wie du mich neulich schachmatt gesetzt hast. Ein Sandsack hat dich schachmatt gesetzt. Wo gehst du hin? Er drückt mich fest an sich. Kalt duschen. Raunt er und mir rieselt ein Schauer über den Rücken. Aber bevor ich ihn in Storms Schlafzimmer zurückzerren kann, hat er sich schon umgedreht und läuft aus dem Apartment. Wer hat noch mal verloren? Rufe ich ihm lächelnd hinterher. Während der Handwerker weiter seiner Arbeit nachgeht, blättere ich durch eine Zeitschrift und habe nach diesem Morgen mit Trent immer noch das Gefühl, von innen zu leuchten. Nicht einmal der haarige Hintern, der dem schweißgebadeten Mann an der Tür halb aus seiner ausgewaschenen Jeans heraushängt, kann mir etwas anhaben. Meine Gedanken wandern kurz zu Livy, die sich vorhin praktisch noch im Halbschlaf auf den Weg in die Schule gemacht hat. Als ich vorschlug, die Schule heute einfach mal sausen zu lassen, hat sie mich angeschaut, als hätte ich ihr vorgeschlagen, den Handwerker zu heiraten. Es gibt nichts, wofür Livy die Schule sausen lassen würde. Ich bin gerade in einem Artikel mit der Überschrift »Zehn Möglichkeiten, sich zu entschuldigen, ohne die Worte auszusprechen« vertieft. Da höre ich Storms Stimme von der Tür. »Könnten Sie mich vielleicht kurz durchlassen?« Der Handwerker räumt hektisch sein Werkzeug zur Seite und verrenkt sich gleichzeitig den Kopf nach Storms Kurven, als sie mit zwei großen Starbucks-Bechern in den Händen an ihm vorbeitritt und mich grinsend ansieht. »Muss ich meine Laken wechseln?« fragt sie zwinkernd. »Storm!« Mein Gesicht beginnt wie Feuer zu brennen und der Handwerker bekommt einen kleinen Hustenanfall. Manchmal hat Storm es faustdick hinter den Ohren. Ich wechsle schnell das Thema. »Wie geht es mir?« Ihr Lächeln erlischt sofort und ich ärgere mich, dass ich nicht noch ein bisschen damit gewartet habe. »Sie ist okay. Ich hoffe einfach, dass sie das Ganze bald wieder vergessen hat. Sie soll sich nicht auf diese Weise an ihren Vater erinnern. Was passiert jetzt mit ihm?« »Tja, er war auf Bewährung. Zusammen mit dem Einbruch muss er mit mindestens fünf Jahren Gefängnis rechnen, sagt jedenfalls Dan. Ich kann nur hoffen, dass er es bis dahin geschafft hat, clean zu werden.« Ihre Hand zittert, als sie einen tiefen Schluck von ihrem Kaffee nimmt. Das alles muss sie unglaublich mitgenommen haben. Kein Wunder. Wenn ich den Kopf durch die Sexwolke strecke, auf der ich seit heute Morgen schwebe, spüre ich, dass mir die vergangene Nacht ebenfalls noch in den Knochen steckt. »Nate war echt so kurz davor, die Kops aus dem Weg zu rempeln und ihm den Kopf abzureißen,« sagt Storm, und ich pflichte ihr nickend bei. »Und aus Officer Dan ist mittlerweile Dan geworden?« frage ich mit einem kleinen Grinsen, nachdem wir eine Weile geschwiegen haben. Storm senkt verlegen den Blick. »Ich bin früh wach gewesen, konnte nicht schlafen, also habe ich Ihnen einen Kaffee gebracht, um mich bei ihm zu bedanken. Er ist wirklich nett.« »Nur Kaffee?« »Nicht mehr?« Ich sehe sie mit hochgezogener Braue an. »Was denkst du denn, dass ich mich gleich mit einem Blowjob bei ihm bedanke?« Wieder lautes Husten hinter uns. Diesmal ist sie es, die Rotwirt, und ich lächle zufrieden. Sie hat offenbar vergessen, dass wir nicht allein sind. »Soll das heißen, dass du nicht an ihm interessiert bist?« »Das habe ich nicht gesagt. Es ist nur...« Sie fummelt am Deckel ihres Bechers herum. »Nur was?« »Ähm, Entschuldigung?« lässt uns eine Stimme hinter uns zusammenschrecken. »Wann man vom Teufel spricht?« »Wann man vom Teufel spricht?« murmele ich, als ich Officer Dan vor der Tür stehen sehe. Ich nehme einen Schluck Kaffee, um mein Grinsen zu verbergen. Storm ist mittlerweile feuerrot. Ich weiß, was sie denkt. Sie fragt sich, wie lange er schon dort steht. Er kommt herein. »Tut mir leid, wenn ich noch mal stören muss.« »Sie stören überhaupt nicht.« Ich lächle ihn strahlend an. Er nickt verlegen. »Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich Ihrem Vermieter die richterliche Anordnung gebracht habe. Das Eingangstor wird in Kürze wieder vorschriftsmäßig gesichert sein.« Storms Augen weiten sich. »So schnell?« Er grinst. »Na ja, sagen wir mal so, mir war noch jemand einen Gefallen schuldig.« »Vielen Dank, Officer Dan«, haucht sie, und auf einmal geht meine Fantasie mit mir durch und ich sehe die beiden in einer Sexszene vor mir, in der sie genau dasselbe zu ihm sagt. Verstört schüttle ich den Kopf. Die Arbeit in einem Stripclub färbt allmählich ab. Nachdem sie sich noch einen Moment lang verlegen angestarrt haben, räuspert Officer Dan sich und sagt, »Tja, also, ähm, wenn ich sonst nichts mehr tun kann, dann gehe ich mal wieder und hau mich ein bisschen aufs Ohr.« »Oh, ja, natürlich!« Storm nickt. Ich verdrehe die Augen. »Wie kann man nur so schwer von Begriff sein?« »Ein Moment noch, Officer Dan«, sage ich, während sich ein hinterhältiger kleiner Kuppler in meinem Kopf die Hände reibt. »Haben Sie heute Abend zufällig frei?« Er schaut von mir zu Storm. »Habe ich, ja.« Ich nehme aus dem Augenwinkel wahr, wie Storm mich mit Blicken erdeucht. »Großartig!« fahre ich ungerührt fort. Storm meinte nämlich vorhin noch, dass sie sie gern fragen würde, ob sie vielleicht Lust haben, heute Abend mit ihr essen zu gehen. Dan's Gesicht leuchtet auf. »Wusste ich's doch, dass er mit seinem »Wenn ich sonst nichts mehr tun kann«, eigentlich sagen wollte, dass er sonst was dafür tun würde, mit ihr auszugehen. »Wie wäre es mit sieben Uhr?« frage ich und sehe Storm an. »Passt dir das?« Sie nickt benommen und sieht aus, als hätte sie ihre Zunge verschluckt. Officer Dan sieht sie fragend an. »Ganz sicher, Storm?« »Das passt perfekt!« stößt sie hervor und bringt sogar ein Lächeln zustande. »Okay, dann... bis später!« Er verlässt fluchtartig die Wohnung und beschleunigt seine Schritte, eilt sich ihm ein »Sie kann es kaum erwarten!« hinterherrufe. Storm verschränkt die Arme und sieht mich finster an. »Du hast es regelrecht genossen, den armen Mann zu quälen. Habe ich recht?« »Ich glaube, er lässt sich gern ein bisschen quälen, wenn er dafür mit dir ausgehen darf.« »Ich muss heute Abend arbeiten.« »Netter Versuch!« »Cain hat dir freigegeben.« »Komm schon!« »Was ist schon dabei?« Sie senkt den Kopf. »Das ist keine gute Idee, Casey.« »Warum?« »Warum?« »Tja...« Sie deutet zur kaputten Tür. »Du hast den Typen ja gesehen, den ich das letzte Mal mit nach Hause gebracht habe.« »Ich glaube nicht, dass du Officer Dan mit dem Mistkerl vergleichen kannst, mit dem du mal verheiratet warst. Die beiden stehen praktisch am jeweils anderen Ende der Männerskala. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man diesen Typen überhaupt zur Gattung Mensch zählen kann.« »Ich ziehe eine Braue hoch.« »Du willst doch nicht, dass dein Leben mal unter dem Titel »Hilfe, ich habe einen Alien geheiratet« verfilmt wird.« Sie verdreht die Augen. »Ach, komm schon, Casey. Sei nicht naiv. Dan ist auch nur ein Mann. Er weiß, womit ich mein Geld verdiene. Es gibt nur eines, wofür er sich interessiert, und das sind garantiert nicht meine Kochkünste.« »Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich würde es sofort mit dir machen, wenn ich dafür noch mal in den Genuss deines köstlichen Filets mit Parmesankruste kommen würde.« Der Handwerker wird von seinem nächsten Hustenanfall geschüttelt, der diesmal so heftig ausfällt, als stünde er kurz vor dem Ersticken. Storm presst sich eine Hand auf den Mund, um nicht laut loszuprusten, und wirft mir mit der anderen ein Kissen an den Kopf. Ich weiche geschickt aus, und wir flüchten uns kichernd in ihr Schlafzimmer und werfen die Tür hinter uns zu. »Und weißt du schon, was du heute Abend anziehst?« frage ich und arme den überdrehten Tonfall eines typischen California Girls nach. Sie seufzt. »Ich weiß nicht, Case. Was, wenn er von mir nur... das will?« Ihre Hände zeigen an ihrem Körper hinunter. »Dann ist er der größte Vollidiot auf Erden, weil du so viel mehr bist als bloß ein riesiges Paar Brüste und ein wunderschönes Gesicht.« Ein winziges Lächeln schleicht sich in ihre Mundwinkel und vertreibt das besorgte Stirnrunzeln. »Ich hoffe, du hast recht, Casey.« »Ich habe vergessen, deinen fantastischen Hintern zu erwähnen.« Sie wirft erneut ein Kissen nach mir. »Jetzt mal im Ernst, Storm. Ich habe beobachtet, wie er dich ansieht. Es geht ihm nicht bloß darum, dich ins Bett zu kriegen, glaub mir.« Sie kaut skeptisch auf ihrer Unterlippe. »Und falls ich mich irre, fackeln wir ihm die Eier ab.« »Casey!« Der Ausdruck auf ihrem Gesicht schwankt zwischen Erschütterung und Amüsiertheit. Ich zucke mit den Achseln. »Was soll ich sagen, Storm? Ich stehe nun mal auf ziemlich kranke Sachen.« Sie wirft lachend den Kopf in den Nacken. »Du bist total verrückt, Casey Cleary, aber ich liebe dich!« ruft sie kichernd und schlingt mir die Arme um den Hals. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, was dem schwitzenden Handwerker in diesem Moment durch den Kopf geht. Gegen Mittag steht Trent in seiner Lederjacke vor meiner Tür. »Bereit?« »Wofür?« frage ich. Die Erinnerungen daran, wozu er praktisch ohne mich zu berühren in der Lage ist, sind immer noch frisch. Ein Teil von mir fragt sich, ob er dort weitermachen will, wo wir heute Morgen aufgehört haben. Dieser Teil ist extrem erregt. Grinsend hält er einen Helm hoch. »Netter Versuch. Wir haben gewettet und du hast verloren. Schon vergessen?« Ein mulmiges Gefühl breitet sich in meinem Magen aus, als er nach meiner Hand greift, um mich aus der Tür zu ziehen. Ganz in der Nähe gibt es eine Selbsthilfegruppe. »Ich dachte, ich begleite dich.« »Selbsthilfegruppe?« Ich bleibe abrupt stehen. Trent dreht sich um und sieht mich an. So wie mein Inneres sich verkrampft, kann der Ausdruck auf meinem Gesicht kein schöner Anblick sein. »Du hast es versprochen, Casey«, sagt er leise und fasst mich am Ellbogen. »Du musst auch gar nichts sagen. Nur zuhören.« »Bitte, Case. Ich bin mir sicher, es wird dir guttun.« »Du bist also ein Computer-Nerd und ein Seelenklempner?« »Ich beiße mir auf die Zunge.« »Das hat Schroffer geklungen, als ich wollte.« »Ich schließe die Augen und kämpfe gegen das Bedürfnis an, zu schreien.« »Eins, zwei, drei, vier. Keine Ahnung, warum ich immer wieder versuche, mich an den blöden Ratschlag meiner Mom zu halten, obwohl er mir nie auch nur die kleinste Erleichterung verschafft. Vielleicht ist er einfach zu einer Art Schmusedecke geworden, die ich von meinem alten Leben in mein Neues geschleppt habe. Wertlos, aber tröstend. Trent wartet geduldig, ohne die Hand von meinem Ellbogen zu nehmen. »Von mir aus!« zische ich, mache mich von ihm los, nehme meine Tasche von der Couch und stolziere aus der Tür. »Aber wehe, die fassen sich an den Händen und fangen an zu singen, dann bin ich sowas von weg!« Die Selbsthilfegruppe trifft sich in einem Kirchengemeindesaal mit hässlichen gelben Wänden und dunkelgrauem Teppichboden. Es riecht nach Filterkaffee, der zu lange auf der heißen Platte stand. Im hinteren Teil ist ein Tisch, auf dem Tassen und ein Teller Kekse angerichtet sind. Mich interessiert nichts davon. Genauso wenig, wie mich die Leute interessieren, die plaudernd in der Mitte des Raums sitzen oder der schlachsige Mann mittleren Alters mit den schütteren Haaren, der in ausgewaschenen Jeans in dem Stuhlkreis steht. Nichts davon geht mich irgendetwas an. Trent legt mir eine Hand in den Rücken und schiebt mich sanft vorwärts. Und ich habe das Gefühl, als würde die Luft um mich herum mit jedem Schritt dünner werden und mir das Atmen schwer machen. Als der Mann, der offensichtlich der Leiter dieser Veranstaltung ist, mir lächelnd entgegenblickt, wird die Luft sogar noch dünner. Es ist ein warmherziges Lächeln, aber ich erwidere es nicht. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich weiß nicht wie. Herzlich willkommen! Setzt euch! Er deutet auf zwei freie Stühle zu unserer Rechten. Danke! Murmelt Trent und schüttelt ihm die Hand, während ich es irgendwie schaffe, meinen Körper dazu zu bringen, auf einem der Stühle Platz zu nehmen. Ich rücke ihn ein Stück zurück, um deutlich zu machen, dass ich nicht hierher gehöre. Und ich schaue starr gerade aus, um jeden Blickkontakt zu vermeiden. Kaum schaut man den Leuten in die Augen, bilden sie sich nämlich ein, sie dürften mit einem reden. Etwas außerhalb des Stuhlkreises steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift »Posttraumatische Belastungsstörung« »Therapiesitzung« Ich seufze. »Die gute alte PTBS« Der Begriff ist mir vertraut. Die Ärzte im Krankenhaus haben meiner Tante und meinem Onkel damals gesagt, dass ich deutliche Symptome dafür zeigen würde, sich diese psychische Erkrankung aber mit etwas Zeit und einer guten Therapie in den Griff kriegen lassen würde. Ich habe nie verstanden, wie sie der Meinung sein konnten, dass meine Erinnerungen an diese Nacht, meine Albträume, sich jemals in den Griff kriegen lassen würden. Der Leiter klatscht in die Hände. »Okay, dann lasst uns anfangen. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Mark. Ich sage euch zwar, wie ich heiße, aber ihr braucht mir eure Namen nicht zu nennen, wenn ihr nicht wollt. Namen sind nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass jeder von euch weiß, dass er mit seiner Trauer nicht allein auf der Welt ist und hier offen darüber sprechen kann, sofern er dazu bereit ist. Denn darüber zu sprechen hilft, die seelischen Wunden zu heilen. Heilen. Noch so ein Wort, das ich im Zusammenhang mit dem Unfall nicht verstehe. Meine Neugier gewinnt die Oberhand und ich schaue mich verstohlen in dem Kreis um. Zum Glück sind alle Augen wie gebannt auf Mark gerichtet, als wäre er eine Art Wunderheiler oder sowas. Die Teilnehmer sind ein bunter Mix aus Jung und Alt, Frauen und Männer, die einen ordentlich zurechtgemacht, die anderen in einem eher mitgenommenen Zustand. Wenn ich eines daraus ablesen kann, dann, dass das Leid vor niemandem Halt macht. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal damit an, euch meine Geschichte zu erzählen. Mark zieht seinen Stuhl nach vorne und setzt sich. Vor zehn Jahren fuhr ich mit meiner Freundin von der Arbeit nach Hause. Es regnete in Strömen und an einer Kreuzung wurden wir seitlich von einem anderen Wagen gerannt. Beth starb in meinen Armen, noch bevor die Rettungsfahrzeuge vor Ort waren. In meinen Lungen entsteht ein Vakuum. Ich sehe, wie Trent mir eine Hand aufs Knie legt und es sanft drückt. Fühlen kann ich die Berührung nicht. Mein Körper ist wie taub. Mark spricht weiter, aber es fällt mir schwer, mich auf seine Worte zu konzentrieren. Mein Herz rast, als würde es den Mount Everest besteigen. Ich kämpfe gegen das Bedürfnis an, einfach aufzustehen und zu gehen. Trent kann ja hierbleiben und sich weiter diese schrecklichen Schicksalsschläge anhören. Sich das Leid ansehen, das diese Menschen durchgemacht haben. Mir reicht mein eigenes. Vielleicht zieht er ja irgendeine Art kranker Faszination daraus. Ich höre kaum, wie Mark von Drogen und mehreren Aufenthalten in Entziehungskliniken erzählt und dabei Worte wie Depression und Suizidversuch fallen. Mark ist so ruhig und gefasst, während er über seine persönliche Tragödie spricht. Wie geht das? Wie kann er nur so verflucht ruhig bleiben? Wie kann er vor diesen Leuten sein Innerstes ausbreiten, als würde er übers Wetter plaudern? Tonja und ich haben gerade unseren zweiten Hochzeitstag gefeiert, aber ich denke trotzdem noch jeden Tag an Beth. Es gibt immer noch Momente, in denen mich die Trauer überwältigt. Aber ich habe gelernt, für die glückliche Zeit, die wir miteinander hatten, dankbar zu sein. Ich habe gelernt, wieder nach vorn zu schauen. Beth hätte gewollt, dass ich mein Leben weiterlebe. Der Seelenstriptease geht weiter, als jetzt auch die anderen aus dem Kreis anfangen, ihre Geschichten auszupacken, als wäre es eine ihrer leichtesten Übungen, über die schrecklichste Erfahrung ihres Lebens zu sprechen. Während der zweiten Geschichte, in der ein Mann erzählt, wie er seinen vierjährigen Sohn bei einem Unfall auf einer Farm verlor, geht mein Atem Stoßweise. Während der vierten hören die Tentakel, die sich um eine Eingeweide winden, auf, sich weiter zusammenzuziehen. Während der fünften flüchten sich all die Gefühle, die Trent in den letzten Wochen an die Oberfläche gelockt hat, in ihr Versteck zurück. Das Einzige, was ich tun kann, um den Schmerz jener Nacht vor vier Jahren nicht erneut durchleben zu müssen, während mir hier in diesem Gemeindesaal eine Tragödie nach der anderen um die Ohren fliegt, ist jede menschliche Regung in mir zu unterdrücken. Ich bin innerlich tot. Nicht alle reden darüber, was ihnen zugestoßen ist, aber fast alle. Niemand drängt mich dazu, meine Geschichte zu erzählen, geschweige denn, dass ich von mir aus anbiete, darüber zu sprechen. Auch da nicht, als Mark fragt, ob noch jemand etwas sagen möchte und Trent mein Knie drückt. Ich gebe keinen Ton von mir, starre nur betäubt vor mich hin. Als ich höre, wie die ersten Abschiedsfloskeln gemurmelt werden, stehe ich auf, verlasse wie ferngesteuert den Saal, gehe die Treppe hoch und trete auf die Straße. Casey! ruft Trent mir hinterher. Ich antworte nicht. Ich bleibe nicht stehen. Ich laufe einfach weiter die Straße hinunter. Hey, warte doch mal! Trent joggt an mir vorbei und stellt sich mir in den Weg. Sieh mich an, Casey! Ich gehorche und schaue zu ihm auf. Du machst mir Angst, Case. Bitte rede mit mir! Ich mache dir Angst? Die Benommenheit, die mich während der Sitzung wie eine Schutzschicht umhüllt hat, fällt von mir ab und stattdessen steigt eine unfassbare Wut in mir auf. Warum hast du mir das angetan, Trent? Warum? Warum hast du mich in diesen grauenhaften Gemeindesaal geschleppt, wo ich mir die Horrorgeschichten von wildfremden Leuten anhören musste? Was soll mir das bringen? Trent fährt sich mit beiden Händen durch die Haare. Jetzt beruhige dich doch, Case. Ich dachte einfach, was? Was dachtest du? Du hast nicht die geringste Ahnung, was ich durchgemacht habe und du, du bildest dir ein, einfach so in mein Leben platzen zu können, mir einen Orgasmus zu verschaffen und mich danach zu einer Scheiß-Selbsthilfe-Gruppe zu schleppen, in der lauter Cyborgs hocken, die über den Verlust ihrer angeblichen Liebsten reden, als wäre alles super? Ich bin so aufgebracht, dass ich ihn auf offener Straße anschreie. Aber das ist mir egal. Sich nervös umschauend streckt Trent beschwichtigend die Hände nach mir aus. Denkst du wirklich, dass ihnen das leicht gefallen ist, Casey? Hast du nicht das Leid in ihren Gesichtern gesehen, als sie ihre Geschichte erzählt haben? Mich interessiert nicht mehr, was er sagt. Ich stoße seine Hände weg und trete einen Schritt zurück. Du denkst, du könntest mich heilen? Was bin ich für dich? Ein Wohltätigkeitsprojekt? Er zog zusammen, als hätte ich ihm ins Gesicht geschlagen. Ich presse die Lippen aufeinander. Er hat kein Recht, verletzt zu sein. Er ist derjenige, der mir das alles zugemutet hat. Er hat mich verletzt. Halt dich von mir fern, zische ich. Dann rausche ich an ihm vorbei und stürme weiter die Straße hinunter. Ich schaue nicht zurück. Er versucht nicht, mich aufzuhalten. Kapitel 12 Storm ihre Kurven betont und helfe und helfe die Kette anzulegen und die Haare auf einer Seite zurückzustecken. Aber vor allem gebe ich verdammt noch mal mein Bestes, währenddessen die ganze Zeit zu lächeln, obwohl ich mich am liebsten zu einem Ball zusammenrollen und unter meiner Decke verkriechen würde. Zehn kleine Atemzüge, mumle ich. Storm, die gerade in den Spiegel schaut, runzelt die Stirn. Was? Atme einfach. Zehn kleine Atemzüge. Fühle sie. Halte sie. Liebe sie. Die Stimme meiner Mutter heilt durch meinen Kopf, als ich ihre Worte wiederhole und den Kloß im Hals hinunterschlucke. Diese verfluchte Sitzung heute hat mir zugesetzt. Meine Schutzschilde wackeln. Meine Fähigkeit, den Schmerz zu begraben, stößt an ihre Grenzen. Storms Stirnrunzeln vertieft sich. Ich zucke mit den Achseln. Keine Ahnung, das hat meine Mom früher immer gesagt. Falls du es verstehst, lass es mich wissen, okay? Sie nickt. und dann sehe ich, wie sie langsam ein- und ausatmet und stelle mir vor, dass sie dabei stumm mitzählt. Der Anblick bringt mich zum Lächeln, weil es sich so anfühlt, als hätte ich Storm ein bisschen was von meiner Mutter weitergegeben. Einen Moment später klopft es und Mia kommt angesprungen, um die Tür aufzumachen. Es ist eine Weile still, dann hören wir das schnelle Tapsen von nackten Füßen auf dem Boden, als Mia zu uns läuft. Mami, Mami, der Polizist ist da, um dich mitzunehmen. Ich schiebe Storm Richtung Tür. Hör auf, an dir rumzuzopfen. Du siehst umwerfend aus. Officer Dan wartet im Wohnzimmer und weiß offensichtlich nicht wohin mit seinen Händen. Er steckt sie in die Jeans-Taschen, zieht sie wieder raus, schiebt nur eine rein, zieht die auch wieder raus. Ich muss lächeln, als ich ihn dabei beobachte. Er ist genauso nervös wie Storm. Doch als er sie sieht, fängt sein Gesicht sofort an zu leuchten. Hallo, Nora. Nora? Seine blonden Haare sind kunstvoll zerzaust und er trägt ein perfekt sitzendes schwarzes Polo-Shirt, unter dem sich ein trainierter Körper erahnen lässt. Ich erhasche den Hauch eines Aftershaves, aber genau richtig dosiert. Kurz, Officer Dan hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Storm lächelt verlegen. Hallo, Officer Dan. Er räuspert sich. Einfach Dan. Okay, einfach Dan, mumelt sie. Officer Dan hat dir Blumen mitgebracht, Mami, durchbricht Mia das peinlich berührte Schweigen. Schau, die heißen Tiger. Sie läuft in die Küche, wo Livy gerade einen wunderschönen Strauß dunkelroter Tigerlilien in einem Milchkrug arrangiert. Als Mia nach eine der Blumen greifen will, stößt sie den Krug um, die Blumen fallen heraus und es spritzt überall Wasser hin. Scheiße, ruft sie. Mia, keuchen Storm und Livy gleichzeitig und schauen sie entsetzt an. Mia presst sich eine Hand auf den Mund und sieht die beiden mit großen Augen an. Dann wandert ihr zerknirschter Blick zu mir. Jetzt muss ich mir den Mund mit Seife auswaschen, stimmt's? Ich beiße mir auf die Unterlippe, um nicht laut loszulachen, während Livy mir einen düsteren Blick zuwirft. Sie sind wunderschön, Dan. Storm läuft eilig in die Küche, um die Lilien aufzuheben und ich schaue Dan an und sage so leise, dass nur er es hören kann, sie ist wahnsinnig nervös. Ein überraschter Ausdruck blitzt in seinen Augen auf. Wahrscheinlich hat er dieselben falschen Vermutungen angestellt wie ich, dass Storm total abgeklärt sein muss. Aber das ist nicht der Fall. Im Gegenteil. Er nickt mir zwinkernd zu. Dann räuspert er sich, tritt zu ihr und bietet ihr seinen Arm an. Ich habe für halb acht einen Tisch in einem Restaurant unten am Strand reserviert. Ist ziemlich viel Verkehr um diese Uhrzeit. Wenn wir nicht zu spät kommen wollen, sollten wir langsam los, Nora. Sie hört auf, hektisch die Blumen einzusammeln und blickt lächelnd zu ihm auf. Gut so, Dan. Übernimm die Führung. Schluss mit diesem Eiertanz. Amüsiert euch! Und keine Sorge, Storm, wir werden nicht aufbleiben und auf dich warten. Ich sehe, wie sie errötet, bevor sie die Tür hinter sich schließt und ich in meine düstere Stimmung zurückfalle. Ich nehme mir den Abend nicht frei, sondern gehe ohne Storm arbeiten. Ich brauche die Ablenkung. Als irgendwann die letzte Runde ausgerufen wird und Trent immer noch nicht aufgetaucht ist und mir auch keine Nachricht geschrieben hat, macht sich grenzenlose Enttäuschung in mir breit. Andererseits, warum hätte er kommen sollen? Schließlich habe ich ihn auf offener Straße angeschrien, dass er sich von mir fernhalten soll. Trent kommt auch am darauf folgenden Abend nicht. Und auch nicht an dem danach. Als drei Tage ohne jedes Zeichen von ihm vergangen sind, bin ich kurz davor durchzudrehen. Die Wut, die mich nach dem Besuch bei der Selbsthilfegruppe gepackt hat, ist einer Leere gewichen, die ich so nicht kenne. Eine Leere, die nur Trent füllen könnte und die so allumfassend ist, dass es wehtut. Ich sehne mich so sehr nach ihm, nach seinem Körper, nach seiner Stimme, seinem Lachen, seiner Berührung, nach seinem ganzen Wesen. Ich brauche ihn. Ich brauche Trent Donnerstagmittag sitze ich in Shorts und Tanktop an unserer Küchentheke, schaufle mir Cheerios in den Mund und starre auf mein Handy, als könnte ich durch reine Willenskraft eine Textnachricht herbeirufen. Schließlich atme ich tief durch und zwinge meine Daumen zu tippen. Lust auf eine Nachmittagsvorstellung? Ich zapple nervös auf meinen Stuhl herum, während ich auf das blöde Handy schaue und mich frage, ob er meine Nachricht schon gelöscht hat oder sich vielleicht gar nicht erst die Mühe gemacht hat, sie zu lesen. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, an der Wand zu seinem Apartment zu lauschen, um herauszufinden, ob er irgendwelche Kommentare in Richtung durchgeknalltes Miststück von sich gibt. Aber nein, sowas würde Trent nicht sagen, selbst wenn er es denken würde. Und zwar zu Recht, weil ich genau das bin. Erst fünf Minuten später, nachdem ich jedes Cheerio einzeln in der Milch ertrinkt habe, verkündet mein Handy den Eingang einer Nachricht. Sofort lasse ich den Löffel fallen und greife danach. Was schlägst du vor? Mein Herz flattert. Verdammt, so weit hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich habe keine Ahnung, was heute Nachmittag läuft. Okay, vielleicht versuche ich es erst mal mit einem kleinen Scherz. Kommt darauf an. Hast du ein Problem mit Nacktszenen? Diesmal antwortet er sofort. Definiere Nacktszenen. Er geht darauf ein. Gut. Also, zuerst ziehe ich mein Oberteil aus. Ich kaue nervös auf dem Daumennagel herum, während ich auf seine Antwort warte. Die nicht kommt. Shit. Vielleicht habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Vielleicht ist er immer noch sauer auf mich. Vielleicht draußen knallt eine Tür. Dann rauscht eine Silhouette an meinem Fenster vorbei und in der nächsten Sekunde klopft es energisch. Es kann nur Trent sein. Blitzschnell bin ich an der Tür, reiße sie auf und versuche vergeblich, mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen, als Trent in Jeans und ausgewaschenem T-Shirt die Haare leicht zerzaust vor mir steht und mich aus seinen strahlend blauen Augen ansieht. Sein Blick fliegt über meinen Körper und bleibt einen Moment an meinen Brüsten hängen. Ich trage keinen BH, sodass er ohne Zweifel sehen kann, wie ich allein schon auf seinen bloßen Anblick reagiere. Als er mir wieder ins Gesicht schaut, wow, in seinen Augen liegt eine unwiderstehliche Mischung aus Wut, Frustration und brennenden Verlangen. Ich beiße mir auf die Unterlippe und mehr braucht es nicht, um seine Selbstbeherrschung zum Teufel zu jagen. Verflucht, Casey, sagt er rau und tritt auf mich zu, fasst mich an den Schultern und beugt sich zu meinem Mund herab. Meinen Kopf leicht nach hinten zwingend lässt er die Zunge zwischen meine Lippen gleiten und küsst mich mit einer Leidenschaft, die an Verzweiflung grenzt. Das ist der echte Trend, wird mir klar. Vollkommen ungezähmt. Die Heftigkeit seiner Gefühle ist so überwältigend, dass meine Knie unter mir nachgeben. Er schlingt mir einen Arm um die Taille und drängt mich zur Couch, hält mich zwischen der Rückenlehne und seinem Körper gefangen, sodass ich spüren kann, wie erregt er ist. Im nächsten Moment hebt er mich auf das Polster und schiebt sich zwischen meine Beine, während er mich mit einem Arm weiter festhält und mit der anderen Hand meine Haare zur Seite streicht, um meinen Hals zu entblösen und seine Lippen von meiner Kehle bis zu meinem Ohr gleiten zu lassen. Es gefällt dir mich zu quälen und mir verwirrende Signale zu schicken, oder Cassie? Seine Stimme vibriert wie ein bedrohliches Knurren durch meinen Körper. Dann ist sein Mund wieder auf meinem noch hungriger diesmal, noch fordernder und seine Hand wandert unter den Saum meines Shirts und umschließt eine meiner Brüste. Als er mit dem Daumen über die Brustwarze streicht, zuckt ein Stromschlag durch meinen Unterleib. Er ist wie eine plötzlich über mich hereinbrechende Naturgewalt, die alle meine Sinne erfasst. Trotzdem gelingt es mir irgendwie eine Hand zwischen uns zu bringen, sie um seine Gürtelschnalle zu schließen und ihn so hart an mich zu reißen, dass sich seine Erektion an meinen Schoß presst. Nur damit das klar ist, knurre ich zurück. Ich bin nicht die jenige, die es langsam angehen lassen will. Trent macht sich abrupt von mir los. In seinen Augen liegt ein aufgewühlter, dunkler Ausdruck, als wäre er ehrlich geschockt. Dann hebt er mich von der Couch herunter, dreht sich um und stürmt aus dem Apartment. Schickt mir nie wieder solche scheiß Nachrichten, brüllt er. Ich bleibe fassungslos zurück, fassungslos, sprachlos und so erregt wie noch nie in meinem Leben. Er ist sauer? Er ist sauer? Ich stürze zum Tisch und greife nach meinem Handy. Was zur Hölle sollte das? Zwei Minuten später antwortet er. Du genießt es, meine Willenskraft auf die Probe zu stellen. Hör auf, mich zu quälen. Wie bitte? Ich quäle ihn? Er ist doch derjenige, der ständig von seinem blöden Lass es uns langsam angehen anfängt. Von quälen kann wegen einer kleinen Nachricht ja wohl kaum die Rede sein. Es geht nicht nur um diese eine Nachricht. Dann kommt zurück. Nein, ich habe dir gesagt, dass ich es langsam angehen lassen will. Ich glaube, der Zug ist längst abgefahren. Spätestens seit deinem Wer sich zuerst bewegt, hat verloren Spielchen neulich morgens. Geht es nach der Bibel, sind wir praktisch schon ein altes Ehepaar. Ich muss grinsen. Tante Dala würde einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie wüsste, wie ich ihre heilige Bibel zu meinem Vorteil nutze. Das Grinsen vergeht mir schlagartig, als ich seine Antwort lese. Du brauchst Hilfe. Ich starre einen Moment mit zusammengebissenen Zähnen auf diese drei Worte. Es überrascht mich nicht, dass er das sagt. Es ist nicht das erste Mal. Aber es fühlt sich ganz anders an, es ausgeschrieben vor mir speziell. Ich antworte nicht. Eine Minute später. Du hast so ziemlich das Schlimmste erlebt, was einem Menschen zustoßen kann, und du verdrängst es. Aber eines Tages wirst du explodieren. Da wären wir wieder. Ich reibe mir frustriert über die Stirn. Unverbesserlicher Idiot. Worum geht es dir eigentlich genau? Willst du sämtliche blutrünstigen Details darüber, wie ich meine Eltern, meine beste Freundin und meinen Freund in einer einzigen Nacht verloren habe? Verschafft dir das irgendeine kranke Art von Befriedigung? In mir tobt wieder dieselbe Wut, wie nach dem Besuch bei der Selbsthilfe Gruppe, zu dem er mich praktisch gezwungen hat. Tief durchatmend lege ich das Handy weg und versuche zu unterdrücken, bevor er mich von neuem überwältigen kann. Ich schaffe es trotzdem nicht, die nächste Nachricht zu ignorieren. Ich möchte, dass du mir so vertraust, dass du mit mir darüber sprechen kannst. Oder wenn nicht mit mir, dann wenigstens mit jemand anderem. Hier geht es nicht um Vertrauen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Meine Vergangenheit gehört mir und ich muss sie dort vergraben, wo sie hingehört. In der Vergangenheit. Du bist verletzlich und wenn ich zulasse, dass so etwas wie gerade eben passiert, habe ich das Gefühl, dich auszunutzen. Ich stöhne verzweifelt auf. Nutz mich aus. Bitte. Ich gebe dir die Erlaubnis dazu. Als Trent nicht reagiert, beschließe ich seufzend, seine Bedenken ernst zu nehmen. Es geht mir gut, Trent. Wirklich. Mir geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Nein. Das denkst du nur. Ich glaube, du leidest an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung. Ich schleudere das Handy gegen die Wand, die an sein Apartment grenzt. Metall und Plastikteile fliegen durch die Luft. Ich habe sowas von die Schnauze voll davon, dass sich alle einbilden, bei mir Therapeut spielen zu müssen. Als Trent an diesem Abend in Pennys auftaucht, bin ich extrem überrascht. Genauer gesagt, bleibt mir kurz der Mund offen stehen, als er sich wie selbstverständlich vor mich an die Bar setzt und so tut, als hätte er unseren Streit, der für mich fast das Ausmaß eines kleinen Atomkriegs hatte, nie gegeben. Trotzig schiebe ich das Kinn vor. Falls er erwartet, dass ich mich für irgendwas entschuldige, ist er auf dem Holzweg. Wie aus dem Nichts zaubert er eine kleine rechteckige Schachtel mit einer roten Schleife hervor und schiebt sie mir über die Theke zu. Beim Anblick seiner Grübchen muss ich gegen meinen Willen lächeln. Verdammt, ich kann nicht anders. Ich greife nach der Schachtel und werfe einen Blick hinein. Es liegt ein brandneues iPhone darin. War nicht so schwer zu erraten, was du da so aufgebracht gegen meine Wand geschleudert hast, als du auf meine letzte Nachricht nicht mehr geantwortet hast, sagt Trent mit einem amüsierten Grinsen. Ach ja? gebe ich ungerührt zurück, dabei bin ich in mir drin alles andere als ungerührt. Was stand denn in der Nachricht? Er zuckt mit den Achseln und spielt ebenfalls den coolen. Nur das Funkeln in seinen Augen verrät ihn. Tja, das wirst du jetzt wohl nie erfahren, antwortet er und hält meinen Blick fest. Obwohl die Spannungen von heute Nachmittag nicht mehr zu existieren scheinen, habe ich seltsamerweise das Gefühl, dass immer noch etwas zwischen uns in der Luft liegt. Irgendetwas hackt er aus. Ich weiß nur nicht was. Stell dir einfach vor, wie anders unser Nachmittag vielleicht verlaufen wäre, wenn du dein Handy nicht an die Wand geworfen hättest. Er sieht mich viel sagend an. Innerlich muss ich alle Kräfte aufbieten, um nicht über die Theke zu klettern und in seinen Schoß zu springen. Äußerlich bin ich so kühl wie eine Novemberbrise. Möglich, dass ich ein kleines Aggressionsproblem habe. Er zuckt nachdenklich mit dem Mund. Du musst einen Weg finden, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Habe ich schon. Es nennt sich auf einen Sandsack einprügeln. Er zieht die Brauen hoch, scheint aber nicht sonderlich gut zu funktionieren. Ich stütze mich mit den Ellbogen auf die Theke und beuge mich zu ihm. Und was schlägst du vor? Worauf soll ich stattdessen einprügeln? Großer Gott! Könnt ihr es nicht endlich einmal gut sein lassen? Ruft Storm und stellt ihm ein Glas Wasser hin. Mir war nicht klar gewesen, wie laut wir gesprochen haben. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Nate grinst und erröte. Keine Ahnung warum, aber ich werde in letzter Zeit tatsächlich ständig rot. Trent reagiert weder auf Storm noch auf mich, sondern nimmt einen tiefen Schluck von seinem Wasser und ich gebe mich der Illusion hin, dass er es vielleicht endlich aufgegeben hat, mich zu drängen, mich mit Dingen auseinander zu setzen, die ich schon vor langer Zeit vergraben und hinter mir gelassen habe. Wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja auch so hin. Trent steht zu seinem Wort und tut während der nächsten Wochen alles, um mich zum Lächeln zu bringen. Leider steht er auch weiterhin dazu, es langsam angehen zu lassen. Und diesmal hält er sich auch daran. Nach den wenigen kurzen, aber extrem heißen Ausrutschern, die er sich geleistet hat, hat er den ungezügelten Trent an die Kette gelegt und erlaubt dem anderen nicht mehr als zurückhaltende Küsse und Händchen halten. Es genügt, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Jeden Tag steige ich auf sein Motorrad, schlinge die Arme um seine Mitte und lasse mich von ihm auf andere Gedanken bringen. Unsere Ausflüge beginnen grundsätzlich mit einem Besuch im Breaking Point. Wahrscheinlich, weil er nicht nochmal erleben will, wie ich mein Handy an die Wand pfeffere. Wobei ich, wenn er in der Nähe ist, beim Training nicht so bei der Sache bin wie sonst. Die Runden am Boxsack benötigen volle Konzentration und machen wir uns nichts vor, jede Menge verdrängte Wut. Aber Trent wirkt wie eine Anti-Aggressions-Maßnahme auf mich. Meistens fangen wir irgendwann an herumzualbern und uns kleine Showkämpfe zu liefern, bis es böse Blicke in unsere Richtung hagelt und wir beschließen zu gehen. An dem Punkt bin ich dann normalerweise schon so erregt und aufgewühlt, dass ich nichts dagegen habe, unter die Dusche zu springen. Ich hoffe jedes Mal, dass er seine Prinzipien über Bord wirft und zu mir kommt. Er tut es nie. Für den restlichen Tag denkt Trent sich immer etwas Neues aus. Wir gehen in einen Paintball Park, fahren mit dem Motorrad durch Miami, beobachten Delfine, sitzen in Cafés, essen Eis, spielen am Strand Frisbee. Es ist, als hätte Trent eine Casey zum Lächeln bringen Reiseroute voller herrlicher Zwischenstops zusammengestellt. Wenn ich abends meine Schicht im Pennys anfange, habe ich Muskelkater in den Wangen vom vielen Lächeln. Arbeitest du eigentlich auch mal? frage ich ihn eines Tages, als wir die Straße entlang schlendern. Er zuckt mit den Achseln. Ich habe gerade eine kleine Lücke zwischen zwei Projekten. Verstehe. Und du machst dir keine Sorgen, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst? Ich meine, du gibst praktisch dein ganzes Geld für mich aus. Nope. Muss cool sein, du zu sein, mumle ich, bohre aber nicht weiter nach, sondern gehe einfach Hand in Hand mit ihm weiter und lasse mich von der Sonne wärmen. Mit einem Lächeln im Gesicht. Warum bleibst du nie, bis wir schließen? Frage ich. Trent fährt sich seufzend durch die Haare, weil ich dich dann nach Hause bringen müsste. Ich runzle die Stirn. Stimmt, das wäre echt schrecklich. Du hast mich falsch verstanden. Sein Blick wandert zu meinem Mund, bevor er zu meinen Augen zurückkehrt. Was glaubst du wird passieren, wenn ich dich nach Hause bringe? Ich zucke mit den Achseln und gebe mich ahnungslos, obwohl ich natürlich genau weiß, worauf er anspielt, aber ich will es von ihm hören. Er gleitet von seinem Barhocker und beugt sich über die Theke, um sich eine Olive zu stibitzen. Als er mich anschließend ansieht, liegt wieder dieser verlangende Ausdruck in seinen Augen, den er nie so ganz vor mir verbergen kann und der mir weiche Knie macht. Zu Hause haben wir keinen Godzilla, der auf uns aufpasst. Er nickt Richtung Nate, der wie immer darüber wacht, ob Trent sich an die Regeln hält. Ich spiele die Verwirrte. Wenn du mich tagsüber nach Hause bringst, ist Nate auch nicht da. Er lacht leise und da sind sie wieder, diese tiefen Grübchen, die in mir sofort den Wunsch auslösen, ihm übers Gesicht zu streichen. Gib's auf, wir wissen beide, dass du echt mies darin bist, dich dumm zu stellen. Ich presse die Lippen aufeinander, um nicht zu lächeln. Trent beugt sich erneut über die Bar. Ich kann schon tagsüber kaum die Hände von dir lassen, raunt er, und könnte für nichts mehr garantieren, wenn ich wüsste, dass du dich gleich ausziehst und in dein Bett kletterst. Ich verschränke die Arme vor der Brust und schaue zu, wie er sich provozierend langsam noch eine Olive zwischen die Lippen steckt. Er will spielen? Okay, dann spielen wir. In der darauffolgenden Woche plündere ich täglich Storms Kleiderschrank und suche mir die kürzesten und engsten Outfits für die Arbeit aus, die ich finden kann. An einem Abend bin ich sogar fast versucht, mir eines ihrer paillettenbesetzten Bühnenoutfits auszuleihen. Außerdem achte ich darauf, mich während des Abends so oft wie möglich vor Trent nach vorne zu beugen und die Hüften im Rhythmus der Musik zu wiegen. Als Ben einmal eine spitze Bemerkung fallen lässt, dass ich mich wohl auf meinen ersten Bühnenauftritt vorbereite, verpasse ich ihm im Vorbeigehen einen kräftigen Stoß in den Solar Plexus, was Nate mit einem dröhnenden Lachen kommentiert. Aber obwohl ich mich so ins Zeug lege, hält Trent weiter an seiner neuen Entschlossenheit fest. Er stützt sich lässig auf die Ellbogen und sieht mich an, als würden meine lasziven Bewegungen nichts in ihm auslösen. Als würde es ihn vollkommen kalt lassen, wie ich mit ihm flirte, wie ich vor Verlangen nach ihm brenne, bis ich eines Abends die Beherrschung verliere. Verdammt Trent! Ich knalle sein Mineralwasser vor ihm auf die Theke. Was muss ich tun, um deine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen? Da drüben nackt tanzen? Ich zeige Richtung Bühne. Ein entsetzter Ausdruck huscht über sein Gesicht. Er macht eine Geste, als wollte er nach meinen Händen greifen, kann sich aber gerade noch rechtzeitig bremsen und verschränkt stattdessen die Arme vor der Brust. Glaub mir, dir gehört meine ganze Aufmerksamkeit, sagt er mit einem Blick, der so glühend ist, dass ich sofort einen trockenen Mund bekomme. Dir ganz allein. Es kostet mich all meine Selbstbeherrschung, dir nicht zu zeigen, wie sehr dir meine Aufmerksamkeit gehört. Er senkt kurz den Kopf und als er mich wieder ansieht, liegt ein ernster Ausdruck in seinen Augen. Ich möchte, dass du dir Hilfe suchst, Case, sagt er leise. Ich bin für dich da. Jederzeit. Ich stehe dir zur Seite, egal was kommt. Aber du musst dir Hilfe suchen. Kein Mensch kann seine Vergangenheit für immer vergraben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man daran zerbricht. Das ist sexuelle Erpressung, zische ich. Zuerst hat er versucht, mich mit diesem galaktischen freihändigen Orgasmus zum Reden zu zwingen, was total nach hinten losging. Und jetzt übt er Druck auf mich aus, indem er sich komplett zurückhält. Scheißkerl. Ich rausche davon und weigere mich für den Rest des Abends ihn anzusehen. Wie recht Trent mit seinen Befürchtungen hat, soll sich bei meiner nächsten Schicht im Pennys herausstellen. Kapitel 13 Während Storm auf der Bühne ist und ihre artistische Nummer vorführt, spähe ich immer wieder auf mein neues Handy, um zu schauen, ob Trent geschrieben hat. Nichts. Er ist heute nicht gekommen. Nachdem er davor jeden Abend hier war, fühlt sich seine Abwesenheit wie ein amputiertes Körperteil an. Vielleicht hat er es inzwischen doch aufgegeben. Vielleicht ist ihm klar geworden, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin und er keine Chance hat, in diesem Jahrhundert noch Sex mit mir zu haben, wenn er weiter darauf wartet, dass ich einbreche und eine Therapie mache. Storm gleitet unter donnerndem Applaus von ihrem Ring auf die Bühne hinunter und verbeugt sich. Als sie ihr Oberteil aufhebt, versucht sie, so gut sie kann, ihre Brüste mit einem Arm zu bedecken. Ich habe Storm jetzt schon so oft oben ohne gesehen, dass ich mittlerweile noch nicht mal mehr mit der Wimper zucke. Tatsächlich stört es mich fast gar nicht mehr, ständig von nackten Frauen umgeben zu sein, außer dass ich langsam anfange, mir wie ein verklemmter Freak vorzukommen, der im Trenchcoat an einem FKK-Strand sitzt. Storm ist einfach unglaublich, denke ich zum ungefähr hundertsten Mal und lasse den Blick durch die Bar schweifen, wo immer noch alle begeistert klatschen und johlen. Bis auf einen hageren Typen seitlich der Bühne, der ihr etwas zuruft und mit einer Hand voller Geld wedelt. Er weigert sich beharrlich, es dem Türsteher zu geben, der das Geld für sie einsammelt, und Nate sieht aus, als wäre er kurz davor, seinen dürren Hintern vor die Tür zu befördern. Und dann geht plötzlich alles so schnell, dass ich keine Ahnung habe, wie es passieren konnte. Aber der Typ schafft es irgendwie, an den Türstehern vorbei auf die Bühne zu hechten und ein Messer zu zücken. Du miese Schlampe, schreit er, packt Storm an den Haaren und reißt ihren Kopf nach hinten. Selbst aus der Entfernung kann man seine geweiteten Pupillen erkennen. Er hat definitiv irgendetwas eingeworfen. Mein Mund öffnet sich zu einem Schrei, aber es kommt kein Ton heraus. Auf einmal legt sich ein Schalter in mir um und ich fege sämtliche Gläser von der Theke, springe darüber und stürze Richtung Bühne. Ich stoße blindlings Leute aus dem Weg, während mein rasender Herzschlag in meinen Ohren dröhnt und den Takt für meine Schritte vorgibt. In meinem Kopf ist nur ein einziger Gedanke, noch eine Freundin sterben wird, dass Mia ohne ihre Mutter aufwachsen wird. Das darf nicht nochmal passieren. Als ich die Bühne erreiche, versperrt mir eine Gruppe hochgewachsener Türsteher den Weg, sodass ich Storm nicht sehen kann. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich schiebe und stoße und trete, komme aber einfach nicht an dieser Mauer aus massigen Körpern vorbei. Verzweifelt presse ich die Hand auf den Mund und rechne mit dem Schlimmsten und ich bete. Ich bete zu dem jenigen, wer oder was auch immer es war, der damals entschieden hat, dass ich am Leben bleiben soll, dass er Storm, die es so viel mehr verdient hat, als ich, dieselbe Gnade zuteil werden lässt. Ein Riese taucht zwischen den anderen Türstehern auf. Nate. Er hat den Typen im Schwitzkasten und schiebt sich mit finsterem Blick durch die Menge. Ich hoffe, er drückt so fest zu, dass er ihm den Kehlkopf zerquetscht. Aber dann kehrt sofort die Panik zurück, weil ich Storm nirgends sehe und immer noch nicht weiß, was mit ihr ist. Storm! schreie ich. Endlich öffnet sich die Mauer aus Türstehern und Ben kommt auf mich zu. Er legt mir eine Hand auf den Rücken und führt mich zu Storm, die seltsam gekrümmt auf dem Boden hockt. Der Anblick bringt alle Alarmglocken in mir zum Schrillen. Sie sieht fast genauso aus wie Jenny damals in dem Autowrack. Mit einem Sprung bin ich bei ihr und lasse mich neben ihr auf die Knie fallen. Oh, Casey! Sie schlingt weinend die Arme um mich. Ich konnte an nichts anderes als an Mia denken. Ich zittere am ganzen Körper. Du lebst, du lebst, Gott sei Dank du lebst, murmle ich immer und immer wieder, während ich hektisch ihre Arme, ihren Hals und ihre Schultern absuche. Kein Blut, keine Wunden. Ich bin okay, Casey, ich bin okay. Ihre Wangen sind gerötet und Tränen überströmt. Ihr Make-up ist verschmiert, aber jetzt lächelt sie. Ja, du bist okay, sage ich und schlucke den schmerzenden Kloß in meiner Kehle hinunter. Du wirst nicht sterben. Du bist okay. Ich habe dich nicht verloren. Storm steht mir zu nahe, so nahe, dass ich wieder genauso verletzt werden könnte, wie damals, als ich Jenny verlor. Eine Lawine von Erinnerungen rauscht über mich, und die Erleichterung, die ich jetzt eigentlich empfinden sollte, wird darunter begraben. Plötzlich bin ich in der Vergangenheit gefangen, in der ich eine beste Freundin hatte, die ich kannte, seit wir zwei waren, und mit der ich alles geteilt habe, Tage und Nächte voller Lachen und Tränen, Streitereien und Freude. Ein heftiger Schmerz breitet sich in meiner Brust aus, als mir klar wird, dass das Erinnerungen sind, die ich gern auch mit Storm erschaffen würde, in einer Zukunft, die dieser Mann gerade versucht hat, mir wegzunehmen. Storm greift besorgt nach meinen Händen und umschließt sie mit ihren. Ich habe die Luft angehalten, seit ich über die Theke gesprungen bin, und als ich jetzt ausatme, reißt etwas in mir. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es ist, als würde die kleine Nadel in meinem moralischen Kompass in zwei Hälften zerbrechen. Als würde in meinem Inneren eine Bombe aus purem Hass explodieren. Er hat versucht, mir meine zweite Chance wegzunehmen. Er muss dafür bezahlen. Das Pennys ist mittlerweile hell erleuchtet. Kaltes Neonlicht fällt über die verschütteten Drinks, die leeren Flaschen und den Abfall, während die Türsteher die Gäste hinauskomplimentieren. Ich sehe Nates breite Schultern, als er auf den Hinterausgang zugeht, den Typen immer noch fest in seinen Griff. Meine Hände ballen sich zu Fäusten. Ich nehme vage wahr, dass Trent neben dem Vordereingang steht. Er deutet gerade zur Bühne und versucht offenbar, einen der Türsteher davon zu überzeugen, ihn reinzulassen. Seine Anwesenheit lässt mich für den Bruchteil einer Sekunde zögern, aber dann heftet sich mein Blick wieder auf den Gang, in den Nate diesen widerlichen Abschaum, der versucht hat, mir mein neues Leben wegzunehmen, gezerrt hat. Ich springe auf und laufe los. Leute zur Seite rempelnd, setze ich Nate nach und sehe gerade noch, wie seine hühnenhafte Gestalt durch die Hintertür verschwindet. Ich zwinge meine Beine noch schneller zu laufen und höre nichts als das Rauschen in meinen Ohren, als ich an ein paar übereinander gestapelten Getränkekisten vorbeikomme und nach einer leeren Flasche greife. Ohne dass ich meiner Hand den Befehl dazu gegeben habe, schlägt sie die Flasche gegen die Wand. Ich schließe fest die Finger um ihren Hals und stelle mir vor, wie scharf ihre abgebrochenen Ränder sein müssen. Wie wirkungsvoll. Als ich durch die Hintertür laufe, sehe ich Storms Angreifer auf dem Parkplatz stehen. Allein. Perfekt. Die Hand hinter dem Rücken und ohne einen Laut von mir zu geben, gehe ich auf ihn zu. Einen Augenblick später dreht sich diese miese kleine Ratte zu mir um und reißt die Augen auf. Sechs Meter. Fünf Meter. Vier Meter. Ich hole aus, um ihm das schartige Glas tief in die Brust zu rammen und ihm körperlich denselben Schmerz zuzufügen, den es mir zugefügt hätte, wenn er seine Attacke erfolgreich durchgeführt hätte. Als sich plötzlich zwei mächtige Arme um meinen Oberkörper schließen und mich festhalten. Nein! Ich trete schreiend um mich und vergrabe die Zähne in Nates Arm, bis ich den metallischen Geschmack von Blut schmecke. Er grunzt bloß kurz und trägt mich in den Club zurück. Dort angekommen, setzt er mich ab und beugt sich zu mir herunter, um mir in die Augen zu sehen, während er weiter meine Arme festhält. Überlass das der Polizei, Casey. Seine tiefe Stimme dröhnt durch mich hindurch. Polizei? Ich schaue blinzelnd an ihm vorbei. Erst jetzt wird mir klar, dass der Typ doch nicht allein dort draußen ist. Auf dem Parkplatz stehen vier Streifenwagen mit wirbelnden Lichtern. Davor ungefähr ein Dutzend Police Officer, die herumlaufen und Zeugenaussagen aufnehmen. Ich hatte sie überhaupt nicht wahrgenommen. Oh mein Gott! Ich weiche zurück, spüre, wie mir Geinflüssigkeit die Kehle hochkommt und die Flasche, und die Flasche aus meiner Hand gleitet, als ich die Arme um mich schlinge. Ich war bei dir, bevor sie mitgekriegt haben, was du vorhast. Niemand hat irgendetwas gesehen und falls doch, wird sich keiner drum kümmern, sagt Nate und sieht mir so forschend ins Gesicht, als würde er dort nach etwas suchen. Nach einem Dämon vielleicht. Casey! ruft Trent außer Atem, als er endlich durchgelassen wird und auf mich zuläuft. Ich habe mittlerweile zu hyperventilieren angefangen. Meine Brust hebt und senkt sich, als würde ich um meinen letzten Atem zukämpfen. Den, den ich anscheinend nie zu fassen bekomme. Sein Blick fällt auf den abgebrochenen Flaschenhals zu meinen Füßen. Gott, Casey! Was hattest du vor? Ich schlucke, schüttle nach Luft dringend den Kopf und zittere dabei am ganzen Körper. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Murmle ich immer wieder. Aber ich weiß es. Ich weiß, was ich beinahe getan hätte. Ich hätte beinahe einen Menschen umgebracht. Straßenlaternen fliegen draußen an uns vorbei, als Dan uns in seinem Streifenwagen nach Hause fährt. Ich weiß, dass Trent irgendwo hinter uns ist und uns auf seinem Motorrad folgt und kann an nichts anderes denken, als an den entsetzten Ausdruck auf seinem Gesicht. »Was hattest du vor?« hat er gefragt. Er wusste die Antwort. Natürlich wusste er sie. »Storm hilft mir aus dem Wagen, als wäre ich diejenige, die mit einem Messer angegriffen wurde.« Wo nimmt sie bloß diese Ruhe her? Ein Schritt vor den anderen. Ein Schritt vor den anderen. »Ich bin okay, Casey. Wirklich!« höre ich Storm wie aus weiter Ferne sagen, als sie mich an der Hand zum Apartment führt. Ich weiß, dass sie okay ist und dafür bin ich unendlich dankbar. Aber ich fechte einen heftigen inneren Kampf aus und bin kurz davor, mich in tausend kleine Stücke aufzulösen. Ich hätte heute Abend beinahe einen Menschen getötet. Tante Dala und die Seelsorger hatten die ganze Zeit recht. Ein Schritt vor den anderen. Ein Schritt vor den anderen. Fingerschnipsen vor meinem Gesicht und holen mich aus meiner Trance. Als ich den Blick hebe, schaue ich in Storms blaue Augen, die vor Sorge überquellen. »Ich glaube, sie steht unter Schock,« sagt sie zu jemandem hinter mir. »Nein, mir geht's gut. Mir geht's gut,« murmle ich leise, als mich plötzlich ein panischer Gedanke durchzuckt und ich Storm am Arm packe. »Erzähle Libby nichts davon. Bitte, ja?« Sie darf nicht erfahren, was ich beinahe getan hätte. Storm nickt, aber ich sehe, wie sie einen beunruhigten Blick mit Trent und Dan wechselt. »Na komm.« Ich werde von zwei starken Armen hochgehoben und ein paar Sekunden später legt Trent mich auf mein Bett und deckt mich zu. »Nein, ich bin nicht müde,« sage ich schwach und versuche, mich wieder aufzurichten. »Du musst dich ausruhen.« Trent streicht mir über die Wange. Ich greife nach seiner Hand und schmiege die Lippen in seine Handfläche. »Bleibst du hier?« flüstere ich verzweifelt. »Natürlich bleibe ich hier,« antwortet er sanft, dann streift er seine Schuhe ab und legt sich neben mich. Ich schließe die Augen und kuschle mich an seine Brust, spüre die Wärme seines Körpers, seinen Herzschlag, atme seinen Duft ein. »Bestimmt hasst du mich jetzt, oder?« »Du musst mich hassen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin total kaputt.« Trent drückt mich fest an sich. »Ich hasse dich nicht. Ich könnte dich nie hassen. Schenk mir dein Herz, Casey. Ich nehme alles, was dazu gehört.« Ich fange zu weinen an. Hemmungslos. Zum ersten Mal seit vier Jahren. »Zieh an meinem Finger!« Jenny kichert hysterisch. Sie kichert immer, wenn Billy das sagt. Und ich verdrehe wie immer, wenn er das sagt, die Augen. »Du bist so heiß, Billy. Nimm mich auf der Stelle!« »Casey!« sagt meine Mutter, die mich gehört hat, mahnend. Billy zwinkert mir zu und drückt meine Hand und ich drücke seine zurück. Mom und Dad unterhalten sich vorne über das Spiel nächste Woche und wie sehr sie sich darauf freuen, wenn ich endlich den Führerschein habe, damit sie mich nicht mehr ständig überall hinkutschieren müssen. Aber ich weiß, dass sie bloß Spaß machen. Sie würden niemals ein Rugby-Spiel von mir verpassen. Kannst du vielleicht mal aufhören, so ein Geizhals zu sein und mir endlich diesen verdammten Porsche kaufen, Dad? Ausdrucksweise, Casey, rügt Dad mich, wirft mir aber einen lächelnden Blick über die Schulter zu, indem ich lesen kann, wie unglaublich stolz er auf mich ist. Bei dem Spiel heute Abend habe ich den entscheidenden Versuch erzielt. All das, was als nächstes geschieht, ist wie in Nebel gehüllt. Ich werde brutal herumgeschleudert. Etwas kracht in mich. Ein schweres Gewicht presst sich hart gegen meine rechte Seite. Ich spüre, wie ich hin und her geworfen werde. Und dann ist plötzlich alles vorbei. Und ich bin mir vagebewusst, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Mom? Dad? Keine Antwort. Das Atmen fällt mir schwer. Irgendetwas quetscht meine Rippen zusammen. Die rechte Seite meines Körpers fühlt sich taub an. Und ich höre ein seltsames, rasselndes Keuchen. Ich lausche angestrengt. Es klingt, als versuche jemand mühsam, ein letztes Mal Atem zu holen. Ich fahre aus dem Albtraum hoch. Mein Körper ist schweißgebadet und mein Herz hämmert so schnell gegen die Rippen, dass ich nicht weiß, wo ein Schlag endet und der nächste beginnt. Ich rolle mich zu einem kleinen Ball zusammen und versuche das entsetzliche Wissen abzuschütteln, dass ich an dem Unfall schuld bin. Dass ich meinen Vater mit meinen neunmal klugen Sprüchen abgelenkt habe. Dass er den Wagen hätte kommen sehen und ihm hätte ausweichen können. Zu spät. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Ich kann gar nichts mehr ändern. Ich bin erleichtert, dass Trent immer noch neben mir liegt. Er hat mich noch nicht verlassen. In dem Licht der Straßenlaternen, das von draußen hereinfällt, sehe ich, wie seine Brust sich langsam hebt und senkt. Ich setze mich auf und betrachte ihn. Kämpfe gegen das Bedürfnis an, ihn zu berühren und mit den Fingerspitzen seine perfekt definierten Muskeln nachzuzeichnen. Seufzend stehe ich auf und gehe auf wackeligen Beinen zu meiner Kommode. Ich frage mich, wie lange es wohl dauern wird, bis dieses neue Leben ebenfalls auseinanderbricht. Bis ich Trent verliere. Bis ich Storm und Mia verliere. Um ein Haar wäre es bereits heute Abend soweit gewesen. Vielleicht sollte ich einfach fortgehen und Mia und allen anderen noch mehr Kummer ersparen. Doch tief in meinem Inneren weiß ich, dass ich das nicht kann. Ich stecke emotional schon viel zu tief drin. Irgendwie ist es passiert, dass ich ihnen allen einen Platz in meinem Leben und meinem Herzen eingeräumt habe. Oder sie mir einen Platz in ihrem. So oder so wird es mir unmöglich sein, die Leere zu überleben, die sie hinterlassen, wenn sie nicht mehr da sind. Mit dem Rücken zum Bett streife ich mein durchgeschwitztes Kleid ab und lasse es zu Boden gleiten. Gefolgt von meinem BH und meinem Höschen. Während ich in der Schublade nach Tanktop und Shorts suche, überlege ich, kurz unter die Dusche zu springen und mich ein bisschen abzukühlen. Du hast die schönsten roten Haare der Welt, sagt plötzlich eine leise Stimme hinter mir. Ich erstarre und spüre, wie mir die Hitze in die Wangen schießt, als ich mir überdeutlich der Tatsache bewusst werde, dass ich vollkommen nackt vor einem Typen stehe, der mich praktisch nur auf die richtige Art und Weise ansehen muss, um mich zum Höhepunkt zu bringen. Einen Moment später höre ich, wie das Bett leise ächzt und Schritte näher kommen. Ich rühre mich nicht von der Stelle, als Trent hinter mich tritt. Die Luft im Raum verdichtet sich. Ich kann mich nicht zu ihm umdrehen. Ich kann ihn nicht ansehen. Ich weiß selbst nicht, warum. Es ist, als würde er durch seine bloße Existenz behutsam meine Seele in seine Hände nehmen, sie langsam hin- und herwiegen und sie vor Schaden beschützen. Und dieses Gefühl jagt mir eine Scheißangst ein. Weil ich nicht will, dass es jemals aufhört. Mein Nervensystem erleidet einen Kurzschluss, als er seine Hände über meine Schultern gleiten lässt, meine Haare zur Seite schiebt und meinen Hals entblößt, wie er es so gerne tut. Ein kühler Hauch kitzelt über meine Haut, als er sich zu mir hinunterbeugt. Du bist so wunderschön. Alles an dir. Er nimmt mir Shorts und Tanktop aus der Hand, lässt sie zu Boden fallen und verschränkt seine Finger mit meinen. Seine Lippen streifen über meine rechte Schulter und hauchen winzige Küsse auf die Ränder der Nabel. Heiße Schauer rieseln durch meinen Körper. Er hebt meinen Arm, lässt seinen Mund tiefer wandern, hinunter zu meinen seitlichen Rippenbögen, meiner Hüfte bis zum Schenkel, um die Spuren zu küssen, die die Vergangenheit auf meinem Körper hinterlassen hat. Die Finger meiner linken Hand sind immer noch mit seinen verschränkt, während ich den anderen Arm weiter hinter meinem Kopf anwinkle und vor Erwartung am ganzen Körper zittere. Als er sich zu einem letzten Kuss über mein Steißbein beugt, zittern mir die Knie. Dann schließt er beide Arme um meinen Bauch und zieht mich so fest an sich, dass ich seine Erregung an meinem Rücken spüren kann. Ich lasse den Hinterkopf an seine Brust sinken, hin- und hergerissen zwischen einem unglaublichen Hochgefühl und fast unerträglicher Frustration. Einerseits bin ich glücklich, dass er diese Nähe zulässt, nachdem er mich wochenlang körperlich auf Abstand gehalten hat, andererseits weiß ich, dass das alles nur allzu schnell wieder vorbei sein wird. Aber er macht keine Anstalten, damit aufzuhören, sondern lässt die Hände zu meinen Brüsten hochwandern und umschließt sie. Ich höre, wie er scharf einatmet. Dann dreht er mich langsam zu sich um und hält meine Hände hinter meinem Rücken fest. Ich weiß nicht, warum, aber ich bringe es immer noch nicht über mich, ihn anzuschauen. Stattdessen starre ich auf sein Schlüsselbein, spüre, wie seine Brust sich an meiner hebt und sinkt und meine Brüstwarzen unter der Berührung hart werden. Mein Atem geht schneller. Sieh mich an, Casey, sagt er leise und beugt sich zu mir. Zögernd hebe ich den Blick und erlaube mir, in diesen blauen Augen zu versinken, die voller Mitgefühl, Schmerz und Verlangen sind. Ich werde dich wieder ganz machen, Casey. Ich verspreche es, flüstert er. Und dann küsst er mich. Mein Bewusstsein löst sich auf und alles wird zu reinem Fühlen. Plötzlich spüre ich die Wand im Rücken, wie seine Boxershorts zu Boden gleiten und seine starken Arme mich hochheben. Ich schlinge die Beine um seine Hüften und spüre ihn ganz dicht an mir, spüre, wie er in mich eindringt, wie er mich wieder ganz macht. Als ich aufwache, ist es draußen immer noch dunkel. Diesmal ruht mein Kopf auf Trents Brust und unsere Körper sind ineinander verschlungen. Ich weiß, dass er wach ist, weil seine Finger über meinen Rücken streicheln. Diesmal ist es kein Albtraum, der mich aus dem Schlaf gerissen hat. Es sind Storms und Dans laute Stimmen, die von nebenan zu uns dringen. Er hätte dich umbringen können, Nora, ruft Dan. Vergiss das Geld. Du brauchst das Geld nicht. Storms Stimme ist viel leiser und ruhiger, aber ich kann trotzdem verstehen, was sie sagt. Meinst du, es macht mir Spaß, in einem Nachtclub zu arbeiten? Ich hab es vermasselt, Dan. Ich hab in meinem Leben ein paar falsche Entscheidungen getroffen und muss damit klarkommen und das Beste daraus machen. Für den Moment. Für Mia. Ich denke dabei gerade auch an Mia. Was, wenn der Typ dich heute Abend umgebracht hätte? Wer würde sich um sie kümmern? Ihr Vater? Vom Gefängnis aus? Es ist kurz still, bevor Dan aufgebracht weiterspricht. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Nora. Ich will nicht jedes Mal, wenn du zur Arbeit gehst, Angst haben, dass du nicht lebend wiederkommst. Der hat gut reden, murmle ich und beiße mir dann betreten auf die Zunge. Das geht nur die beiden etwas an. Ich werde nicht von jetzt auf gleich mein Leben ändern wegen irgendeinem Mann, der morgen schon wieder weg sein könnte, während ich zurückbleibe und wieder von vorne anfangen kann. Ihr bricht die Stimme und sie beginnt leise zu schluchzen. Aber der Streit geht nicht weiter, worüber ich froh bin. Ich will nicht, dass Dan und Storm sich schon wieder trennen. Kann ich dich etwas fragen, ohne dass du wütend wirst, Casey? fragt Trent in die Dunkelheit hinein. Klar, sage ich, ohne nachzudenken. Was weißt du über den Fahrer, der euren Wagen gerammt hat? Sofort spannt sich mein Körper an. Er war betrunken. Und? Das ist alles. Sonst nichts? Kein Name? Kein Gesicht? Irgendwas? Ich zögere. Ein Name. Mehr nicht. Erinnerst du dich an ihn? Ich atme hörbar ein. Sascha Daniels. Diesen Namen werde ich nie wieder vergessen. Was ist mit ihm passiert? Er starb bei dem Unfall. Es ist eine Weile still, während Trent damit fortfährt, Kreise auf meinen Rücken zu malen und ich anfange zu glauben, dass das Thema beendet ist. Wie dumm von mir. War er allein? Wieder zögere ich, bevor ich antworte. Er saß mit zwei Freunden im Wagen. Derek Maynard und Cole Reynolds. Derek und Sascha waren nicht angeschnallt. Sie wurden beide aus dem Auto geschleudert. Mein Kopf hebt und senkt sich mit Trent's tiefen Atemzügen. Hat der, der überlebt hat, dieser Cole, versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen? Ich schließe die Augen und konzentriere mich auf die Wärme seiner Brust, um gegen das Grauen anzukämpfen, das mich erfasst, als er mich tiefer und tiefer in den lichtlosen Ort hineinführt, den ich sonst nur in meinen Albträumen betrete. Seine Familie hat es versucht. Ich habe eine einstweilige Verfügung erlassen und der Polizei gesagt, dass ich sie umbringe, sollte einer von ihnen versuchen, sich mir oder Livy zu nähern. Zu dem Zeitpunkt war ich noch ans Bett gefesselt und konnte mich nicht bewegen, geschweige denn jemanden umbringen. Trotzdem hat die Polizei meine Botschaft weitergeleitet. Aber jetzt, jetzt weiß ich, dass ich zu allem fähig bin. Selbst zu einem Mord. Ich möchte Cole Reynolds weder sehen noch mit ihm reden oder ihn auch nur kennen. Ich verziehe hasserfüllt den Mund, als ich seine Namen ausspreche. Es war sein Wagen, der in uns hineingekracht ist. Er hat seinem Freund den Schlüssel gegeben, der daraufhin dafür gesorgt hat, dass mein Leben in tausend Stücke zerspringt. Ganz egal, wo er jetzt ist, ich hoffe, er leidet. Ich hoffe, dass ihn alle, die er lebt, verlassen haben. Ich hoffe, dass er keinen Cent hat und Katzenfutter und Maden fressen muss. Ich hoffe, dass er jedes Mal, wenn er sich abends schlafen legt, diesen grauenhaften Abend von Neuen durchlebt. Durchlebt, was er mir angetan hat. Was er Livy angetan hat. Ich atme aus und bette meinen Kopf wieder auf Trents Brust. Und ich hoffe, dass ihm seine Eier abfaulen. Meine Stimme ist kalt. Ich mache mir nicht die Mühe, den Hass darin zu verbergen. Ich lasse meinem Hass freien Lauf. Ich genieße es. Hass ist gut. Vergebung ist schlecht. Stille breitet sich aus, als Trent fest die Arme um mich schließt und sein Kinn auf meinen Kopf legt. Ich spüre, dass er angespannt ist. Was neu ist, mich aber nicht überrascht. Während ich an die Wand starre, frage ich mich, was Trent jetzt über seinen kleinen, kaputten Rotschopf denkt. Als ich das nächste Mal aufwache, bin ich allein und auf meinem Kissen liegt eine Nachricht. Fünf Worte. Musste los. Tut mir leid. Wahrscheinlich ein neues Projekt, das auf ihn wartet. Trotzdem bin ich enttäuscht. Ich hätte mich gern noch einmal von seinem Körper berauschen lassen, wenn er mir noch eine Dosis gewährt hätte. Ich klettere aus dem Bett und strecke mich. Die grauenhaften Ereignisse im Pennys sind von den Erinnerungen an meine Nacht mit Trent verdrängt worden. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich so etwas gefühlt habe. Falsch. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Der Sex mit Billy ist anders gewesen. Er hat mir unglaublich viel bedeutet, aber wir waren jung und unerfahren. Trent ist nicht unerfahren. Trent weiß genau, was er tut, und er ist so gut darin. Irgendetwas ist einfach anders mit Trent. Er ist wie eine saftige Wassermelone, nachdem man ein Leben lang Durst gelitten hat. Er ist wie Luft, nachdem man Jahre unter Wasser verbracht hat. Er ist wie das Leben selbst. Sechstes Stadium Entzug Kapitel 14 Als ich nach nebenan zu Storm gehe, sehe ich als erstes Mia, die mit weit aufgesperrten Mund am Tisch sitzt und darauf wartet, dass Dan, der ihr in gestreiften Boxershorts gegenüber sitzt, ein Cheerio in ihren Mund wirft. Wie es scheint, haben Storm und er sich versöhnt. Erleichterung durchströmt mich. Es gefällt mir, Storm mit ihm zu sehen. Er unterbricht das Spiel und schaut mich mit einem besorgten Ausdruck an. Wie fühlst du dich heute? Gut. Ich stecke mir lächelnd ein Cheerio in den Mund. Dan kennt mich nicht. Er weiß nicht, wie begabt ich darin bin, grauenhafte Erinnerungen wegzusperren. Innerhalb weniger Stunden ist fast alles wieder vergessen und solange niemand das Thema darauf bringt, ändert sich daran auch nichts. Ich geselle mich zu Storm, die an der Küchentheke steht und gerade mit einem Schneebesen Teig in einer großen Glasschüssel schlägt. Als sie mich sieht, hält sie inne. Lust auf Pancakes? Ich nicke und reibe mir über den Bauch. Hast du Levy heute Morgen gesehen? Ist schon auf dem Weg in die Schule. Du hast sie nur knapp verpasst. Sie gibt etwas Teig in die Pfanne, worauf lautes Zischen die Küche erfüllt und sieht mich dann mit demselben besorgten Ausdruck an wie Dan eben. Geht es dir wirklich gut? Ich ja, es geht mir definitiv besser. Bist du sicher? Dan kennt jemanden, mit dem du reden könntest. Ich schüttle den Kopf. Ich bin okay. Dass du gesund und munter hier stehst und Pancakes machst, ist alles, was ich brauche. Ich streiche ihr über den Rücken und greife mit der anderen Hand nach einem Teller. Mehr brauche ich wirklich nicht. nur Storm und Mia und Levy und Trent und sogar Dan. Das ist alles, was ich im Moment brauche. Ich habe heute Abend frei. Hast du Lust, rüberzukommen? Ich warte vergeblich auf eine Antwort von Trent. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus, gehe zu ihm rüber und klopfe. Nichts. Es ist dunkel in seinem Apartment. Ich spaziere auf den Innenhof hinaus, um so zu tun, als wollte ich den Grill inspizieren. In Wirklichkeit will ich nachschauen, ob Trent's Motorrad dort steht. Tut es. Ich kehre zu seiner Tür zurück und klopfe erneut. Wieder keine Antwort. Kane hat sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er heute Abend keine von uns beiden im Club sehen will. Storm hat er sogar eine ganze Woche Zwangsurlaub plus Gefahrenzulage aufgebrummt. Ich wette, Dan freut sich darüber. Und Storms beschwingtem Schritt nach zu urteilen, hat sie ebenfalls kein Problem damit. Ich würde mich auch freuen. Wenn Trent da wäre. Am nächsten Tag höre ich wieder nichts von Trent. An dem danach auch nicht. Keine Nachricht. Kein Anruf. Es ist, als wäre er von der Erdoberfläche verschwunden. Als ich am dritten Abend wieder ins Pennies gehe, ist meine Laune im Keller. Die Musik kommt mir stumpfsinnig vor, das Licht zu grell, die Gäste gehen mir auf die Nerven. Es ist nicht dasselbe, ohne Trent und Storm hier zu sein, und mir wird immer elender zumute. Ich bringe noch nicht einmal dann ein Lächeln zustande, wenn ich versuche, mich dazu zu zwingen. Ich weiß, dass Storm in ein paar Tagen wieder da ist, aber Trents Abwesenheit fühlt sich an, als hätte ich ein Messer im Rücken stecken. Es tut unglaublich weh, und ich kann nichts dagegen tun, weil ich nicht rankomme, um es herauszuziehen. Wenn sich nicht bald etwas an diesem Zustand ändert, weiß ich nicht, wie ich es überleben soll. Aber es geht die ganze Woche so weiter. Er bleibt einfach verschwunden. Ich fange an, er ist noch nicht zurückgekehrt. Was, wenn er nie wieder zurückkehrt? Fünfter Tag Ich schreie entsetzt auf, als der Audi meiner Eltern im Fluss versinkt und hefte den Blick auf die Person am Steuer. Es ist Trent. Ich wache keuchend auf. Mein Körper ist schweißgebadet und in die Laken verheddert. Das war nur ein Traum. Gott sei Dank. Ich brauche ganze 15 Minuten, um das Bild aus meinem Kopf zu verbannen. Aber die Angst bleibt. Was, wenn Trent einen Unfall hatte? Kein Mensch würde mich verständigen. Ich bin praktisch ein Niemand. Ich hatte noch keine Gelegenheit, ein Jemand zu werden. Ich bettele Storm an, mir Dans Nummer zu geben. Dann bettele ich ihn an, die Polizeiberichte durchzugehen und herauszufinden, ob es irgendwo einen Unfall mit einem Trent Emerson gab. Er erklärt mir bedauernd, dass das Amtsmissbrauch wäre und er das Risiko nicht eingehen kann. Ich knalle fluchend mein Handy auf die Küchentheke. Dann rufe ich ihn noch mal an und entschuldige mich. Und er verspricht, mir wenigstens seinen Laptop mitzubringen, damit ich im Netz recherchieren kann. Erst am späten Abend fange ich irgendwann an zu akzeptieren, dass Trent wahrscheinlich lebt und wohl auf ist. Er ist bloß einfach nicht hier bei mir. Neunter Tag. Als ich auf dem Weg ins Breaking Point an Trends Tür vorbeikomme, bleibe ich plötzlich wie erstarrt stehen. Ich bin mir sicher, einen seltsamen Geruch wahrgenommen zu haben. Oh mein Gott! Trent liegt tot in seiner Wohnung! Ich laufe zu Tenner hoch und hämmere an seine Tür, bis er endlich aufmacht. Er trägt seine obligatorische Batman-Pyjama-Hose und schaut mich an wie ein Reh, das in die grellen Scheinwerfer eines herannahenden Autos starrt. Kommen Sie mit! Ich packe ihn aufgelöst am Arm und zerre ihn aus der Tür. Sie müssen sofort die Tür zu 1D öffnen! Tenner stemmt sich mit seinem ganzen Gewicht gegen meinen Griff. Moment mal, ich kann doch nicht einfach... Ich glaube, Trent ist tot! schreie ich. Das bringt ihn auf Trab. Vor Trends Apartment angekommen, stehe ich unruhig zappelnd hinter Tenner der hektisch an seinem riesigen Schlüsselbund herumfummelt und sichtlich besorgt wirkt. Natürlich wirkt er besorgt. Sobald er die Tür aufgeschlossen hat, schiebe ich mich an ihm vorbei, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was mich womöglich gleich erwartet. Das dämmerige Wohnzimmer ist penibel aufgeräumt und wirkt beinahe karg. Wäre nicht der Laptop auf dem Schreibtisch, Trends dunkelblauer Sweater, der über der Couchlehne hängt und der noch schwach in der Luft liegende Duft seines Aftershaves, könnte man denken, das Apartment wäre unbewohnt. Tenner läuft eilig an mir vorbei und schaut sich im Schlafzimmer und Bad um. Er wirft sogar einen Blick in den Schrank. Als er zurückkommt, sieht er ziemlich angefressen aus. Was soll das? fragt er. Wieso erzählen Sie mir, Trend wäre tot? Ich schlucke und senke den Blick. Ähm, sorry. Okay, raus hier. Er schiebt mich unsanft aus der Tür und murmelt etwas von Drogen und Hormonen vor sich hin, als er kopfschüttelnd davonmarschiert. 13. Tag Kick Punch Spin Kick Der Boxsack nimmt meine Schläge klaglos hin. Ich lege meine ganze Wut und Hilflosigkeit in die Tritte und Hiebe. Trend führt ein Doppelleben. Das muss es sein. Ein anderes Leben mit einer von der Sonne geküssten, blonden, seelisch intakten Frau, mit der er zwei perfekte kleine Kinder hat, die artig Bitte und Danke sagen und nie gelernt haben, wie Matrosen zu fluchen, weil ihre Mutter keine großmäulige Klugscheißerin ist. Wahrscheinlich hatte er eine verfrühte Midlife-Crisis und ist nach Miami abgehauen, um mit der Erstbesten, die er trifft, eine Affäre anzufangen. Und ich bin so dumm und naiv gewesen, darauf reinzufallen. Kick Spin Kick Das fühlt sich gut an. Ich fange wieder an, die Kontrolle zu übernehmen. Später sitze ich bei Storm auf der Couch und schaue mir mit Mia eine Folge Spongebob an. Auf dem Kissen neben mir liegt eine dunkelhaarige Ken-Puppe. Sie erinnert mich irgendwie an Trent und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, sie heimlich mitgehen zu lassen, mit einem Marker Trent auf ihre Brust zu schreiben und ihr ein Feuerzeug dorthin zu halten, wo sich normalerweise die Weichteile eines Mannes befinden. Siebzehnter Tag Ist er überhaupt real gewesen? Murmle ich, während ich das Handy in meiner Hand anstarre. Das habe ich mir doch nicht selbst gekauft, oder? Livy hebt überrascht den Blick. Was meinst du? Trent! Hat es ihn wirklich gegeben? Ich meine, es würde mich nicht wundern, wenn ich ihn mir nur eingebildet hätte. Schließlich kann niemand, der so wunderschön und süß und perfekt ist, einen Wrack wie mich wollen, oder? Es ist ziemlich lange still und als ich Livy ansehe, schaut sie mich an, als hätte ich Glasscherben geschluckt. Sie macht sich ernste Sorgen um mich. Storm macht sich ebenfalls Sorgen um mich. Ich glaube, sogar Nate macht sich Sorgen. Zwanzigster Tag Kick Punch Punch Kick Ich reagiere mich am Boxer-Gab. Trent hat mich benutzt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat er so eine Art Fetisch für psychisch angeknackste Frauen, deren Schwäche sie zu leichter Beute macht, weil sie sich nur allzu bereitwillig von seinen Grübchen und seinem Scham bezirzen lassen. Er hat zielstrebig Risse in meinen Schutzpanzer gebohrt, um sich hindurch zu winden und die Eisschicht um mein Herz zu schmelzen. Und als er gesehen hat, wie fertig ich tatsächlich bin, hat er schnell das Weite gesucht. Aber natürlich erst, nachdem er Sex mit mir hatte. Und ich habe das alles zugelassen. Selber schuld. Gott, was bin ich bloß für eine Idiotin. Ich schlage weiter auf den zehn Kilo schweren Sandsack ein. Ich liebe den Sand. Er absorbiert ohne Murren alle meine Gefühle und stellt keinerlei Erwartungen an mich. Wer hat dir denn ans Bein gepinkelt? Ich wirble schwer atmend herum. Hinter mir steht Ben, der mich mit verschränkten Armen und einem wissenden Lächeln ansieht. Ich wende mich wieder dem Boxsack zu und verpasse ihm einen präzisen Kick. Niemand! Ben geht um den Sack herum und bedeutet mir mit einer Geste, dass er ihn sichert und ich weitermachen soll. Wo hast du deinen Freund gelassen? Mein nächster Tritt ist so heftig, dass Ben etwas zurücktaumelt. Ich hoffe, er hat ihn mitten in den Schritt getroffen als Strafe dafür, dass er von Trent angefangen hat. Er hat Glück. Ganz so schlimm ist es nicht, aber er stößt ächzend die Luft aus. Welcher Freund? frage ich. Der, der jeden Abend im Club ist. Hast du ihn in letzter Zeit dort gesehen? Punch. Es ist einen Moment still. Glaube nicht, nein. Und was schließt du daraus? Angehender Star-Anwalt? Oder ist dir das zu hoch? Falls ja, würde ich mir das mit dem Jurastudium nochmal überlegen. Ich lande den nächsten Tritt und Ben ächzt erneut. Dann bist du also wieder ungebunden? Ich bin immer ungebunden gewesen. Verstehe. Wie wäre es dann, wenn wir heute Abend ausgehen? Ich muss arbeiten. Ich auch. Aber wir könnten vorher was essen gehen und anschließend zusammen ins Pennies. Von mir aus, sage ich ohne nachzudenken. Ich habe keine Lust nachzudenken. Ben zieht eine Braue hoch. Echt? Ich halte inne und wische mir mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ja, schon. Aber ich hatte eher mit sowas wie nur über meine Leiche gerechnet. Gut, soll mir auch recht sein. Nein, nein, entgegnet Ben hastig und tritt ein paar Schritte zurück. Dann hole ich dich um sechs ab, okay? Okay, sage ich und vollführe einen perfekten Roundhouse-Kick. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Frage ich mich, als ich unter dem heißen Wasserstrahl stehe, zum Duschkopf hinaufstarre und mir vorstelle, wie ich erneut von einer Schlange zu Tode erschreckt werde. Würde Trent wie von Zauberhand erscheinen, wenn ich laut genug schreie? Würde er wieder die Tür eintreten? Diesmal würde ich ihn nicht gehen lassen. Auf keinen Fall. Als ich fertig bin, ziehe ich mich hastig an und treffe Livy in der Küche. Seit unserem Streit haben wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. Es tut mir leid, Livy, entschuldige ich mich. Sie schlingt mir einen Arm um die Taille. Er ist ein Trottel, Casey. Ein blöder Trottel, sage ich. Ein großer blöder Trottel, sagt sie. Ein stinkender, großer, blöder Trottel. Ein stinkender, großer, blöder Trottel mit Hämorrhoiden. Ich schlage mir gegen die Stirn. Mist! Hämorrhoiden sind praktisch nicht zu überbieten. Du hast gewonnen. Livy kichert. Das Spiel haben wir früher geliebt und unsere Eltern damit in den Wahnsinn getrieben. Wohin gehst du? fragt sie. Ich löse mich aus ihrer Umarmung, um meine Schuhe anzuziehen. Aus! Du hast ein Date? Levis Gesicht leuchtet auf. Ben ist bloß so ein Idiot, der als Rausschmeißer im Pennys arbeitet. Bremse ich ihren Enthusiasmus. Wir essen was und fahren danach zusammen in den Club. Und sollte er zudringlich werden, zerquetsche ich ihm die Eier. Es klopft an der Tür. Wenn man vom Teufel spricht, murmle ich grinsend, als ich die Tür aufreiße und erwarte Bens große Gestalt und sein Macho-Grinsen vor mir zu sehen. Alle Luft weicht aus meinen Lungen und ich taumle zwei Schritte zurück. Es ist Trent. Kapitel 15 Hey! Er nimmt seine Pilotensonnenbrille ab und sieht mich mit diesen türkisgrünen, gesprengelten blauen Augen an, in denen ich mich so leicht verlieren kann. Während ich ihn anstarre und spüre, wie mir flau wird, spiegelt sich eine ganze Bandbreite von Gefühlen in seinem Gesicht wieder. Erleichterung. Schuld. Trauer. Bitterkeit. Widerschuld. Ich bin mir sicher, dass sich auch auf meinem Gesicht die unterschiedlichsten Gefühle zeigen, aber ich hätte in dem Moment nicht sagen können, welche. Ich stehe bloß weiter mit offenem Mund da und bin sprachlos. Was man von Levy nicht behaupten kann. Was willst du hier? fährt sie ihn an. Halt dich gefälligst von ihr fern! Als sie an mir vorbei auf ihn zustürzt, fällt die Benommenheit von mir ab und ich kann sie gerade noch rechtzeitig festhalten, bevor sie Trent die Augen auskratzt. Lass mich kurz mit ihm allein, Levy, sage ich. Meine Stimme klingt ruhig und gefasst, während mich in meinem Inneren ein Wirbelsturm widersprüchlichster Empfindungen zu überwältigen droht. Ich habe das Gefühl, der Boden unter mir schwankt und mein Herz schlägt so schnell, dass ich kaum atmen kann. Trent ist zurück. Es ist wie ein Hieb in den Magen, der schmerzt und sich gleichzeitig gut anfühlt. Wie eine Droge, von der ich weiß, dass sie schlecht für mich ist, die mir aber ein befriedigendes Gefühl verschafft. Levy dreht sich um und stürmt in ihr Zimmer, aber nicht ohne Trent noch einen eisigen Blick über die Schulter zuzuwerfen. Und denkt dran, Casey! Hämorrhoiden! Die wilde Entschlossenheit, mit der sie mich verteidigt, hat beinahe etwas Rührendes. Plötzlich kommt Ruhe in mein inneres Chaos und ich muss mir sogar ein Lächeln verkneifen. Gott, wie ich dieses Mädchen liebe! Trent scheint meinen Stimmungswechsel zu spüren. Jedenfalls bringt er es tatsächlich fertig, mich berühren zu wollen. Lass es mich erklären, beginnt er und greift nach meinen Händen. Ich weiche vor ihm zurück und die Wut kehrt mit geballter Kraft zurück. Wehe, du wagst es mich, ihn zu fassen! zische ich. Er hebt beschwichtigend die Hände. Okay, Casey, tut mir leid, aber gib mir wenigstens die Chance, es dir zu erklären. Ich verschränke die Arme vor der Brust, um nicht zusammenzubrechen. Oder sie nach seiner Wärme auszustrecken. Schieß los! sage ich eisig, während ich gleichzeitig gegen das überwältigende Bedürfnis ankämpfe, mich an ihn zu schmiegen und auf Erklärungen zu verzichten. Was auch immer seine Entschuldigung ist, es ist nicht wirklich wichtig und gehört bereits der Vergangenheit an. In diesem Moment zählt nur, was ich in seiner Nähe empfinde. Aber das darf ich nicht. Ich darf jetzt nicht schwach werden. Er öffnet leicht die Lippen, um etwas zu erwidern, und ich bekomme weiche Knie. Oh Gott! Noch eine Sekunde länger in seiner Gegenwart und ich knicke mit wehenden Fahnen ein. Genau in dem Moment biegt Ben wie ein Ritter in schimmernder Rüstung um die Ecke. Die Zeit ist um, sage ich eine Spur zu laut, knalle die Wohnungstür hinter mir zu, schiebe mich an Trent vorbei und rufe fröhlich, Hey Ben! Wer mich kennt, müsste eigentlich sofort wissen, dass diese Fröhlichkeit nicht echt ist. Ich bin sonst nie so fröhlich. Ich bin nie fröhlich. Punkt. Bens Blick wandert langsam von mir zu Trent. Ihm ist klar, dass er gerade in irgendwas hineingelaufen ist. Soll ich vielleicht lieber... Er deutet zum Hof, als wollte er vorschlagen, dass er auch wieder gehen kann. Nein! Ich hake mich bei ihm unter und ziehe ihn weiter, halte mich mit hoch erhobenem Kopf an seinem Arm fest und lasse mich von meiner Wut vorwärts treiben. Während die Mauer in meinem Inneren in sich zusammenbricht. Du hast deine Pasta kaum angerührt, sagt Ben. Wir sitzen in einem Italiener, der nur fünf Minuten vom Pennies entfernt ist. Ich habe sie sogar ständig angerührt, brumme ich und stochere weiter in meinen Nudeln herum. Ich habe sie so oft angerührt, dass deine Spaghetti schon ganz eifersüchtig sind und sich gleich mit meinen prügeln. Okay, du hast kaum etwas von deiner Pasta gegessen, sagt Ben grinsend. Keinen Hunger. Wegen diesem Typen? Es ist die erste Frage, die Ben mir stellt, seit wir vor einer Dreiviertelstunde hierher gekommen sind. Davor habe ich ihm zugehört, wie er von dem kaputten Knie erzählte, das ihm einen Strich durch sein Football-Stipendium gemacht hat und wie sehr er es sich wünscht, Strafverteidiger in Las Vegas zu werden, weil dort die ganzen reichen Ganoven wohnen. Ich weiß nicht, ob er nur über sich geredet hat, weil er ein Narzisst ist oder weil er weiß, dass ich es nicht mag, wenn man mir Fragen stellt. Jedenfalls ist es mir nur recht gewesen. Ich ziehe seufzend einen Zwanziger aus meiner Tasche und werfe ihn auf den Tisch. Wir sollten langsam lieber los. Er schiebt mir stirnrunzelnd das Geld zurück. Ich lade dich ein. Ich werde nicht mit dir schlafen. Wow, wer hat irgendwas von Sex gesagt? Ich bin bloß wegen der leckeren Pasta und der reizenden Gesellschaft hier. Entgegnet er empört, aber mit einem neckenden Funkeln in den Augen. Ich schüttle schnaubend den Kopf. Okay, mittelmäßig reizende Gesellschaft. Er schiebt sich ein Stück Brot in den Mund und fügt lächelnd hinzu mit einem superheißen Knackarsch. Na bitte, das ist der Ben, wie wir ihn kennen und lieben. Ich werfe ihm ein Zuckertütchen an den Kopf. Nein, im Ernst. Ben kratzt den letzten Rest Pasta auf seinem Teller zusammen. Ich warte geduldig, bis er zu Ende gekaut und geschluckt hat. Warum bist du überhaupt mit mir hier? Es ist ziemlich offensichtlich, dass du noch nicht über diesen Typen hinweg bist. Und selbst wenn doch, ich bin nicht dämlich. Keine Ahnung, was das damals in der Dusche sollte. Verdammt. Ich kann nur hoffen, dass ich für Trent nicht genauso leicht zu durchschauen bin. Du willst mich nicht, Ben, glaub mir, sage ich. Ich bin total verkorkst und völlig durchgeknallt. Er legt grinsend ein paar Scheine auf den Tisch, aber in seinen Augen liegt ein trauriger Ausdruck. Das weiß ich doch schon. Warum hast du mich dann gefragt, ob ich mit dir ausgehe? Ich meine, besonders nach der Nummer, die ich damals in der Dusche mit dir abgezogen habe. Er zuckt mit den Achseln. Weil ich darauf warte, dass du wieder einen deiner durchgeknallten Momente hast? Das nächste Mal werde ich schneller sein. Kurz rein und wieder raus. Bens unschenierte Offenheit bringt mich zum Lachen. Ich weiß nicht, Case. Ich habe viel mit abgezockten Frauen und Hohlköpfen zu tun. Du bist anders. Du bist klug und witzig. Und du kannst das Ego eines Typen zum Schrumpfen bringen wie kein anderes Mädchen, das ich kenne. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand dein geschwollenes Ego zum Schrumpfen bringen könnte, Ben. Er grinst. Kommt drauf an, von welcher Schwellung du sprichst. Ich habe gehört, Trent ist wieder da, flüstert Storm mir zu, als ich für eine Junggesellenabschied feiernde Männermeute Schotts einschenke. Ach ja? Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich habe es nicht vergessen. Es vergeht keine Minute, ohne dass dein Name durch meinen Kopf geistert, ohne dass ich mich daran erinnere, wie unglaublich sich seine Hände auf meinem Körper anfühlen, ohne dass ich mir wünsche, dass alles wieder so wird, wie es in diesen magischen Wochen war, bevor er mir das Herz rausgerissen und in den Rindstein geworfen hat. Ich hasse ihn dafür, dass ich mich so fühle. Dass er mir Hoffnung gegeben hat, nur um sie mir dann ohne jede Warnung wieder wegzunehmen. Dass er mich aus dem Wasser gezogen und mir geholfen hat, wieder zu atmen, bevor er mich erneut in die Tiefe drückte. Als er dann kurz vor Ausschankschluss auf der anderen Seite der Theke steht und mich unverwandt ansieht, bin ich vor Wut und Kummer so überwältigt, dass ich es kaum schaffe, aufrecht stehen zu bleiben. Was willst du? zische ich. Ich muss mit dir reden. Nein! Bitte, Casey. Diese Stimme. Schon spüre ich, wie ich bei ihrem Klang anfange, schwach zu werden, wie sie ihren Weg in mich hineinfindet und meinen Widerstand niederzuringen droht. Aber das werde ich nicht zulassen. Diesmal nicht. Du hattest drei Wochen Zeit, mit mir zu reden. Ach nein, warte! Ich schlage mir an die Stirn. Du bist ja plötzlich wie vom verdammten Erdboden verschluckt gewesen. Stimmt, hätte ich fast vergessen. Gib mir nur fünf Minuten, sagt er flehend und beugt sich etwas vor. Von mir aus. Rede. Gib dir auch gerade keinen perfekteren Zeitpunkt oder Ort dafür. Ich mache eine ausholende Geste, die das Pennys einfasst, ziemlich genau der ungeeigneteste Ort für eine private Unterhaltung. Trent malt mit den Kiefern. Ich mein's ernst, Casey. Nur fünf Minuten unter vier Augen. Ich muss dir etwas erklären. Ich muss... Ich brauche dich. Oh, du brauchst mich. Auf einmal? Interessant. Gebe ich höhnisch zurück. Aber seine letzten drei Worte bringen den Kitt zum Bröckeln, der mich so mühsam zusammenhält. Trent braucht mich. Na schön! Ich werfe mein Handtuch auf die Theke und rufe Storm zu. Bin in fünf Minuten wieder da! Als sie zu mir rüberschaut und Trent sieht, huscht ein besorgter Ausdruck über ihr Gesicht. Aber sie nickt. Komm mit! Ich marschiere an ihm vorbei und sehe aus dem Augenwinkel, wie Nate und Ben uns folgen, gehe aber trotzdem weiter in Richtung der Separees, die von Jeff und Brian zwei stirnnackigen Rausschmeißern beaufsichtigt werden. Sie halten mich nicht auf. Vielleicht warnen sie mein kerzengerader Rücken und mein finsterer Blick, dass ich sie mit ihrer eigenen Zunge erwürgen würde, falls sie es versuchen sollten. Ich stoße die Tür zu einem freien Raum auf, drehe mich mit verschränkten Armen zu Trent um, der mit einem unbehaglichen Ausdruck auf mich zukommt und deute mit dem Kopf in den Raum. Nach dir! Casey, du wolltest unter vier Augen mit mir reden, unterbreche ich ihn eisig. Hier, bitte! Ungestörter als im Separee eines Nachtclubs kann man nicht sein. Trent tritt mit einem ergebenen Seufzen an mir vorbei in das Zimmer und ich sehe, wie Ben sich ein paar Meter weiter zu Nate beugt und ihm etwas zuraunt. anscheinend versucht er ihn davon zu überzeugen, sich zurückzuhalten. Eine Sekunde später steuert er auf mich zu. Alles okay, Casey? fragt er. Was glaubst du wohl, Ben? Er reibt sich übers Kinn. Ich glaube, ich sollte lieber hier vor der Tür warten und auf dich aufpassen. Keine Sorge, ich werde nicht reinkommen. Es sei denn, ich höre etwas, das nach Ärger klingt. In Ordnung? In Ordnung. Ich bringe ein kleines, dankbares Lächeln zustande. Nach unserem missglückten Start scheinen Ben und ich uns immer besser zu verstehen. Vielleicht sind wir sogar sowas wie Freunde geworden. Ich folge Trent in das Zimmer und werfe die Tür hinter mir zu. Das Separee ist ein schummrig beleuchteter kleiner Raum mit einem schwarzen Clubsessel und leiser, stimmungsvoller Musik. Laut Storm werden die Separees nach jedem Besuch gründlich gereinigt und desinfiziert. Aber selbst wenn es nicht so wäre, könnte es mir in diesem Moment nicht egaler sein. Ich gehe auf Trent zu, schubse ihn rückwärts in den Sessel und ziehe den Reißverschluss an meinem Rock auf. Was? beginnt er, verstummt aber, als ich den Rock zu Boden gleiten lasse, aus ihm heraustrete und anfange, meine durchscheinende Bluse aufzuknöpfen. Casey, nein! beginnt er und will aufstehen. Ich schiebe ihn mit dem Absatz meines Schuhs in den Sessel zurück. Deswegen bist du doch hier, oder? Das ist es, was du brauchst. Habe ich recht? Mein Tonfall ist schneidend. Was du von Anfang an gewollt hast. Ich werfe die Bluse auf den Boden, stehe nur noch in meinem BH, meinem Höschen und meinen hohen Schuhen vor ihm und schaue finster auf ihn herab. Jetzt kommt der Teil, wo du mir sagst, wie wunderschön ich bin. Also los, sag es! Sag es, damit wir es hinter uns bringen können und du wieder verschwinden kannst. Bei den letzten Worten beginnt meine Stimme leicht zu zittern. Gott, Casey, nein! So ist es nicht! Er gleitet vom Sessel auf seine Knie hinunter und legt mir vorsichtig die Hände an die Schenkel. Anfassen verboten! Schon vergessen? Ich habe meine Stimme wieder im Griff und lege all meine Wut hinein. Er hält meinem Blick stand, aber der Ausdruck in seinen Augen ist so aufgewühlt und so voller unbeschreiblicher Gefühle, dass am Ende ich diejenige bin, die wegschauen muss und einen dicken Kloß in der Kehle bekommt. Es tut mir so leid. Du hast schon genug durchgemacht. Ich wollte dir nicht noch mehr wehtun. Tatsächlich? Mir an dem Morgen, nachdem Storm fast von einem Typen erstochen wurde und wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, eine kurze Nachricht zu hinterlassen und dann für fast drei Wochen zu verschwinden, ist also deine Art, mir nicht noch mehr wehzutun? Verdammt! Ich hasse meine Stimme, die mich schon wieder im Stich lässt. Er lehnt den Kopf an meinen Bauch und lässt die Hände über meine Schenkel gleiten. Es fühlt sich so gut an. Ich will nicht, dass es sich gut anfühlt. Meine Schenkel hasse ich auch. Na los, Casey! Kämpf dagegen an! Ich hab mich geirrt, Casey. Ich schlucke. Soll heißen? Ich hätte dich nicht so bedrängen dürfen, über deine Vergangenheit zu sprechen. Ich dachte, wenn du dich mir öffnen würdest, könnte ich dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht. Aber jetzt weiß ich, dass das falsch war. Ich hätte dich nicht so unter Druck setzen dürfen. Ich ziehe die Luft ein, als seine warmen Lippen über meinen Bauchnabel streichen. Er weiß genau, was das mit mir macht. Er spielt nicht fair. Aber das Schlimmste ist, dass ich in diesem Moment gar nicht möchte, dass er fair spielt. Ich hätte dich einfach glücklich machen sollen, spricht er weiter. Und genau das werde ich ab jetzt tun, Casey. Ich verspreche dir, jeden einzelnen Tag unseres restlichen Lebens dafür zu nutzen, dich glücklich zu machen. Fall nicht darauf rein. Glaub ihm kein Wort. Das hast du schon mal gesagt und dann bist du einfach verschwunden. Ich beiße die Zähne aufeinander, um gegen die Tränen anzukämpfen. Eins, zwei, drei, vier. Verdammt! Es funktioniert nicht. Er lehnt sich etwas zurück und streicht erneut über meine Schenkel, hält den Blick aber gesenkt. Als er weiterspricht, schwingt ein wütender Unterton in seiner Stimme mit. Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat, Casey. Ich hab ziemlich viel Scheiße hinter mir, okay? In meiner Vergangenheit gibt es Dinge, von denen ich nicht weiß, wie ich mit dir darüber reden soll. Ob ich dir überhaupt jemals davon erzählen kann. Auf so ein Geständnis war ich nicht vorbereitet. Trent hat eine düstere Vergangenheit? Auf den Gedanken wäre ich nie gekommen. Ich war wohl so mit meinen eigenen Problemen beschäftigt, dass ich noch nicht einmal ansatzweise darüber nachgedacht habe, ob es in seinem Leben vielleicht auch einen dunklen Punkt geben könnte. Aber wie düster kann irgendetwas aus seiner Vergangenheit tatsächlich sein? Meine Hand zittert leicht, als ich sein Kinn anhebe, damit ich ihm ins Gesicht schauen kann. Damit mich diese wunderschönen blauen Augen in ihrem Band sehen können. Er wirkt so besonnen, so ausgeglichen, so perfekt. Ich habe dich nie dazu gedrängt, mir deine Leichen im Keller zu zeigen, sage ich leise. Ich weiß, ich weiß, Case. Trents Griff um meine Schenkel festigt sich, als er mich ein Stück näher zu sich heranzieht, um seine Hände auf meine Hüften zu legen und mit den Daumen über meine Beckenknochen zu streichen. Die Berührung fügt all den anderen Gefühlen, die bereits in mir durcheinanderwirbeln, heftiges Verlangen hinzu. Instinktiv lege ich meine Hände auf seine. Nach dieser Nacht, spricht er weiter, dachte ich, ich dachte, ich hätte dich zu sehr gedrängt. Ich dachte, dass es meine Schuld ist, was in der Nacht, in der Storm angegriffen wurde, passierte. Ich schaudere, als ich daran denke, an meine dunkle Seite, meine mörderische Seite. Das war nicht deine Schuld, Trent. Ich war außer mir und habe völlig die Kontrolle über mich verloren. Ich weiß, jetzt weiß ich es, aber ich musste erst mal eine Weile für mich sein und darüber nachdenken. Du hättest mir wenigstens eine Nachricht schicken können. Ich weiß, ich habe es total vermasselt. Es tut mir so leid. Ich wusste nur nicht, wie ich erklären sollte, warum ich abgehauen bin. Ich hatte Angst. Als er mit Tränen in den Augen zu mir aufsieht, fällt mein Selbstschutz endgültig in sich zusammen. Ich ertrage es nicht, Trent so zu sehen. Hey. Ich streiche ihm sanft über die Wange und wische eine Träne fort. Es ist okay. Wer ist die Person, die da spricht? Jedenfalls nicht die, die schimpfend und fluchend durch ihre Wohnung rannte, einen Polisofficer dazu bringen wollte, sein Amt zu missbrauchen und kurz davor war, eine Kennpuppe zu verstümmeln. Es tut mir leid, Casey. Ich werde damit aufhören, dich zu drängen. Schluss mit dem Gerede über die Vergangenheit. Ab jetzt gibt es nur noch die Zukunft. Bitte, ich brauche dich. Wieder diese drei Worte. Ich kann nur nicken. Aber für Trent ist es Antwort genug. Er zieht mich an den Hüften zu sich herunter und ich lasse mich bereitwillig auf die Knie und in seine Arme senken. Seine warmen Hände gleiten meinen Rücken hinauf, um meinen BH zu öffnen. Er wirft ihn zur Seite und umschließt meine Brüste, während seine Lippen endlich meine finden. Ein unglaubliches Verlangen erfasst mich, das wie eine gigantische Welle durch meinen Körper brandet. Ich weiß nicht, wie ich es drei Wochen ohne ihn, ohne das ausgehalten habe. Ungeduldig nestle ich an den Knöpfen seines Hemds. Ich will es weg haben, kann es nicht erwarten, seine nackte Haut an meiner zu spüren. Als wüsste er, was in mir vorgeht, löst er sich von meinem Mund, um sich hastig das Hemd über den Kopf zu ziehen, bevor er mich wieder an sich presst. Case, flüstert er rau, während er hungrig die Lippen an meinem Hals entlang wandern lässt und eine Hand unter den Bund meines Höschens schiebt. Ich ringe nach Luft, als seine geschickten Finger mich nie wieder. Atemlos seinen Namen wispernd schmiege ich mein Becken gegen seine Hand, zerre an seinem Reißverschluss und stoße die letzten drei Wochen in den tiefen Brunnenschacht der Vergangenheit. Kapitel 16 Bin ich das gewesen? Stirnrunzelnd streiche ich über einen geröteten Striemen auf Trent's Wange. Er zuckt zusammen. Livy hat einen krassen linken Haken. Wie meinst du das? Ich richte mich etwas auf, um ihn mir genauer anzuschauen. Das heißt, nicht nur den kleinen Striemen, sondern auch den Rest seines nackten Körpers, der auf dem Teppich des schummrig beleuchteten Separees liegt. Die Musik im Barbereich ist verstummt, was bedeutet, dass der Club gleich schließt. Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier drin sind. Ben hat sein Wort gehalten und uns in Ruhe gelassen. Aber selbst wenn nicht, hätte ich es mit Sicherheit nicht mitbekommen. Naja, beginnt er etwas verlegen. Nachdem du mit diesem kleinen Gorilla abgezogen bist, kam Livy plötzlich zu mir auf den Innenhof gestürmt, schrie mich an, dass ich dir das Herz gebrochen hätte, verpasste mir und zwar für immer. Ich lasse lachend den Kopf auf seine nackte Brust fallen. Oh Gott, scheint als würde mein Temperament langsam doch auf sie abfärben. Ich schmiege mich wieder an ihn, atme seinen Duft ein und denke über Livys Worte nach. Für immer ist eine lange Zeit, murmele ich. Trent schlingt die Arme um mich. Mit dir zusammen kann für immer gar nicht lange genug sein. Meinst du, wenn ich gleich rausgehe, komme ich noch mal eine von Livy verpasst? Möglich ist alles. Wobei es sie vielleicht besänftigen würde, wenn sie erfährt, wie oft du mich heute Nacht glücklich gemacht hast, antworte ich und strecke mich genüsslich. Trent verschränkt die Arme hinter dem Kopf und grinst frech. Das will ich doch hoffen. Ich habe schließlich mein Bestes gegeben. Ganze fünfmal, wenn ich mich nicht irre. Also wenn das nicht dafür gesorgt hat, dich wieder über ihn, um mich rittlings auf ihn zu setzen und sehe ihn durchtriebend lächelnd an. Oh, das hat es. Aber das war letzte Nacht. Was heute ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Sein Blick gleitet hungrig über meinen Körper, bevor er mich mit hochgezogenen Brauen ansieht. Im Ernst? Ich zucke grinsend mit den Achseln. Er fährt sich leise lachend durch die die danach in alle Richtungen abstehen. Oh, Mann, ich habe ja gehört, dass rothaarige Frauen ziemlich temperamentvoll sein sollen, aber niemand hat mich davor gewarnt, dass ihr solche Sexmonster seid. Ich gebe ihm einen kleinen Nasenstüber. Mit einem heiseren Knurren fasst er mich um die Taille, rollt sich herum, um mich auf den Rücken zu werfen und stützt sich dann mit den Händen über mir ab, sodass ich ihn in seiner ganzen Pracht bewundern kann. Lächelnd schlinge ich die Beine um seine Hüften und ziehe ihn zu mir herunter. Die Wochen fliegen nur so vorüber und Trent verschwindet nicht. Er bleibt bei mir. Er schläft jetzt überwiegend in unserer Wohnung und er taucht wieder spät abends im Club auf, setzt sich an die Theke und beobachtet mich mit diesem durchdringenden sexy Blick, von dem ich weiche Knie bekomme, weil ich weiß, was auf mich wartet, wenn wir zu Hause sind. Er bleibt bei mir und er macht mich glücklich. So glücklich, wie ich es seit langem nicht mehr war. In gewisser Weise sogar glücklicher, als wieder zu fühlen. Und nachts verscheucht er meine Albträume. Zumindest meistens. Und wenn ich dann noch mal schweißgebadet und keuchend aufwache, ist er da und hält mich fest, streicht mir die Haare aus dem Gesicht und verspricht flüsternd, dass es vorbei ist, dass das, was er und ich zusammen haben, real ist. Mit jedem Tag taucht ein winziges Stück von der alten Casey wieder an seinem Platz auf oder wagt sich aus seinem Versteck hervor. Als wäre die alte Casey Cleary nie wirklich weg gewesen, sondern hätte die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand kommt, der sie aus der Tiefe holen und zurück ans Ufer ziehen kann. Sie vor dem endgültigen Ertrinken retten kann. Mir fällt die Veränderung nicht gleich auf, im Gegensatz zu Livy. Ich ertappe sie ständig dabei, wie sie mich verstohlen beobachtet, wenn ich mir ein Sandwich mache, wenn ich aufräume, wenn wir zusammen einkaufen und dabei leise vor sich hin lächelt. Wenn ich sie dann frage, was sie jetzt schon wieder aushäckt, schüttelt sie bloß den Kopf und sagt glücklich, Casey ist wieder da. Das zwischen Storm und Dan scheint etwas Ernstes zu sein. Ich glaube, Storm ist Dämonen zu wecken niemals zu geben. Dan dagegen macht kein Geheimnis daraus, wie verliebt er in sie und Mia ist. Wann immer sein Blick auf eine von ihnen fällt, spielt ein kleines warmes Lächeln um seine Lippen. Und Mia? Als Trent und ich eines Morgens aufwachen, steht sie an unserem Bett und streckt uns mit einem breiten Zahnlücken Grinsen ihren Handteller hin, auf dem zwei Viertel Dollar Münzen liegen. Schau mal, Trent, ich hab heute Nacht meine Zähne verkauft. Ich presse mir lachend eine Hand auf den Mund und mache mir im Geist eine Notiz, ein Schloss für die Tür zu besorgen, damit Mia in Zukunft nicht noch mehr als nur Schimpfwörter von mir lernt. Sie ist das glücklichste Kind, das ich hat, verdiene ich im Pennys mehr Geld, als ich mir anderswo je hätte träumen lassen können. Wenn das Guthaben auf meinem Konto weiter so beträchtlich von Woche zu Woche wächst, werde ich in zwei Jahren in der Lage sein, Livys Studiengebühren für Princeton zu finanzieren. Außerdem gehe ich immer noch fest davon aus, dass sie ein Stipendium bekommen wird. Livy ist so ein kluges und tolles Mädchen und sie hat es so sehr verdient. Alles ist einfach perfekt. Warum müssen wir noch mal drei Stunden früher im Pennys sein? sage ich murrend und ziehe meine Jacke enger, um mich vor dem kühlen Wind zu schützen, der für Miami angeblich ungewöhnlich ist, auch wenn wir bereits Dezember haben und es im Vergleich zu Michigan immer noch mild ist. Trotzdem habe ich Gänsehaut. Weil heute der Auffrischungskurs für die Thekenkräfte stattfindet, antwortet Storm. Er wird alle zwei Jahre abgehalten und jeder, der im Club Drinks ausschenkt, muss mitmachen. Drei Stunden nur, um zu lernen, wie man Drinks ausschenkt? Im Ernst? Keine Sorge, sagt sie, als überhaupt angefangen hat. Ich nicke Nate zu, der uns die Tür aufhält und folge Storm den Gang entlang. Es ist dunkel und beinahe gespenste still. Ich bin noch nie im Pennys gewesen, wenn nichts los ist. Wo sind denn die anderen? Ist ja richtig gruselig hier. Anderbar, brummt Nate hinter mir und schiebt mich weiter. Als ich ihm über die Schulter einen Blick zu werfe, entblößt er zwei Reihen strahlend weißer Zähne. Wie konnte ich vor diesen gigantischen Teddybären nur jemals Angst haben? Einen Augenblick später biegen wir um die Ecke, die in den schummrig beleuchteten Barbereich führt. Überraschung! Happy Birthday! Ich stolpere ein paar Schritte zurück und stoße gegen Nate, der dröhnend zu Lachen anfängt und seine mächtigen Arme um mich schlingt. Alle sind da und haben sich auf der Bühne unter den Scheinwerfern versammelt. Trent, Livy, Dan, Kane, Ben, sogar Tenner und Mia. Sie hüpft mit Ginger und ein paar von den anderen vollständig bekleideten Tänzerinnen ausgelassen im Kreis. Überraschung gelungen? Storm greift kichernd nach meiner Hand und zieht mich weiter. Livy hat uns neulich verraten, dass du morgen 21 wirst und da wollten wir dich unbedingt mit einer kleinen Party überraschen. Kane hat sofort angeboten, uns dafür den Club zur Verfügung zu stellen. Genau in dem Moment kommt unser Boss auch schon zu uns rüber und legt mir einen Arm um die Schulter. Hoffe, du hast nichts gegen eine Geburtstagsparty im verruchten Pennys. Wir dachten, so wird es garantiert eine Überraschung. Völlig überwältigt schaue ich in die lächelnden Gesichter um mich herum und suche nach Worten. Ich natürlich nicht. Das ist vielen Dank, stammle ich. Er reicht mir einen Umschlag. Man wird nur einmal einundzwanzig kleines. Hier, von uns allen. Wir haben ein bisschen zusammengelegt. Danke, dass du so einen super Job hier machst und immer ein Auge auf meine Storm hast. Genieß den Abend. Du hast heute frei. Er kneift mich kurz in die Wange und dreht sich dann zu Storm um. Und du hältst deine kleine Prinzessin von dieser Bühne fern, okay? Nicht, dass sie noch auf irgendwelche dummen Ideen kommt. Storm verdreht die Augen. Geht klar, Kane. Ich sehe ihn kopfschüttelnd nach. Er ist wirklich ein seltsamer Vogel. Auf dieser Bühne stehen Abend für Abend Tänzerinnen, die er dafür bezahlt, dass sie sich in seinem Nachtclub ausziehen. So ganz schlau werde ich wohl nie aus ihm werden. Doch im nächsten Moment kommt Trent mit einem Sexy Grinsen und zwei Champagnergläsern auf mich zu und der Gedanke löst sich in Luft auf. Hey, du weißt doch, dass ich nichts trinke, sage ich, als sie mir eines der Gläser in die Hand drückt. Genau wie ich. Wir lächeln uns an, dann schlingt er seinen freien Arm um meine Taille, zieht mich an sich und haucht einen Kuss auf meinen Hals. Ist mein Plan aufgegangen? Habe ich dich glücklich gemacht? flüstert er mir ins Ohr. Mein Atem stockt wie jedes Mal, wenn Trent mir so nah ist. So sehr, dass ich nicht weiß, wie ich es in Worte fassen soll. Er streicht mit seiner Nase über meine Wange. Versuch es. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Ich schmiege mich eng an ihn. Das Gefühl ist immer noch genauso elektrisierend wie beim ersten Mal. Wie wäre es, wenn ich es dir zeige, wenn wir nach Hause kommen? Als Antwort presst er sein Becken an meins und lässt mich seine Erregung spüren. Ich kichere leise und kann nicht glauben, dass dieser umwerfende, süße, sexy Kerl wirklich mir ganz allein gehört. Er löst sich ein Stück von mir und stößt sein Glas an meines. Jahre, sagt er und nimmt einen Schluck. 80? Wow, ganz schön optimistisch. Eigentlich habe ich vor, dich in spätestens zehn Jahren gegen ein jüngeres Modell einzutauschen. Er beugt sich zu einem Kuss zu mir hinunter und ich schmecke die herbe Süße des Champagners auf seiner Zunge. Viel Glück damit. Mich wirst du nämlich nicht mehr los. Der kühle Fahrtwind beißt mir in die Wangen, als ich auf dem Nachhause Weg die Finger vor Trent's Bauch ineinander verschränke, um erst gar nicht in Versuchung zu geraten, ihn während der Fahrt abzulenken. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm allein zu sein. Livy und Mia sitzen bei Dan im Wagen, der uns folgt. Livy hat mir zum Glück etwas zum Anziehen mitgebracht, damit ich mit Trent fahren kann. Storm ist im Club geblieben, um zu arbeiten und hat versprochen, morgen einen Freundinnentag mit mir einzulegen. Als wir angekommen sind, schaltet Trent den Motor aus und ich steige ab, komme aber nicht weit, weil er mich am Bund meiner Jeans zu sich zurück zieht. Zu Hause bleiben oder ausgehen? Seine Zähne knabbern an meinem Hals. Wie wäre es mit beidem? Zuerst ausgehen und dann zu Hause bleiben. Das ergibt keinen Sinn, lacht er leise an meinem Ohr und ich erschauere. Kichernd schubse ich ihn von mir weg und er stolpert ein paar Schritte rückwärts. Wenn du mich fängst, darfst du entscheiden. Ich laufe los und schaffe es, das Tor aufzuschließen, bevor er mich eingeholt hat und rase dann kreischend durch den Innenhof in der Erwartung, jeden Moment von seinen kräftigen Armen eingefangen zu werden. Als ich keine Schritte hinter mir höre, werde ich langsamer und schaue über die Schulter zurück. Trent ist in der Mitte des Innenhofs stehen geblieben und so blass, als hätte er eine Leiche gesehen. Trent? Ich drehe um und laufe auf ihn zu, folge seinem fassungslosen Blick und entdecke ein gut gekleidetes älteres Paar, das etwa fünf Meter weiter weg steht und zu uns schaut. Bei meiner überdrehten Hetzjagd eben muss ich sie übersehen haben. Der Mann kommt mir seltsam bekannt vor und mir wird schnell klar, warum. Er hat Trents Augen und seinen Mund. Als ich mir die Frau näher anschaue, die die Haare zu einem eleganten Knoten hochgesteckt hat, erkenne ich Trents schmale Nase wieder. Trent? Sind das deine Eltern? Er antwortet nicht. Insgeheim wünsche ich mir schon seit einer Weile, seine Eltern kennenzulernen. Sein Vater ist ein renommierter Anwalt und lebt in Manhattan. Seine Mutter leitet eine Kreativagentur und vermittelt Trent regelmäßig Aufträge. Aber ich weiß von ihm, dass sie geschieden sind und die Tatsache, dass sie sich die Mühe gemacht haben, gemeinsam den ganzen Weg bis hierher zu kommen, lässt ein mulmiges Gefühl in mir aufsteigen. Das kann nur bedeuten, dass sie keine guten Nachrichten haben. Trent hat sich immer noch nicht von der Stelle gerührt und ich kann mir sein Verhalten nicht erklären. Es hat sich nie so angehört, als würde es zwischen ihm und seinen Eltern irgendwelche Streitigkeiten geben. Irgendjemand muss diese seltsame Situation aufbrechen. Hi, ich bin Casey, sage ich lächelnd und trete mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Mein Lächeln erlischt, als ich sehe, wie Trents Mutter totenblass wird und einen Moment schmerzerfüllt die Augen schließt. Als sie sie wieder öffnet, glitzern darin Tränen. Sie blickt Trent an und sagt so leise, dass es kaum mehr als ein gequältes Flüstern ist, wie konntest du nur koeln? Mir bleibt das Herz stehen, als ich diesen Namen höre. Was hat das zu bedeuten? frage ich tonlos. Mein Herz schlägt zwar wieder, aber in einem harten, unregelmäßigen Rhythmus. Ich drehe mich zu Trent um, dessen Züge vor Entsetzen und Schuld verzerrt sind. Was? Warum nennt sie dich so Trent? Siebtes Stadium Zusammenbruch Kapitel 17 Ich falle. Ich stürze hintenüber in das tiefe, dunkle Wasser. Es schlägt über mir zusammen, dringt in meinen Mund, meine Nase, meine Lungen, setzt meinen Willen zu atmen, zu leben außer Kraft. Ich wehre mich nicht dagegen. Ich heiße es willkommen. Aus der Ferne dringen Stimmen zu mir. Sie rufen nach mir, aber ich kann nicht zu ihnen. Sie sind am Ufer in Sicherheit, in einer anderen Welt, in der Welt der Lebenden. Dort gibt es keinen Platz für mich. Wann wacht sie wieder auf? Höre ich Livvys Stimme über das rhythmische Piepsen hinweg. Ich habe dieses Geräusch schon oft genug in meinem Leben gehört, um zu wissen, woher es kommt. Von einem Gerät zur Überwachung der Vitalfunktionen. Und falls das als Hinweis auf den Ort, an dem ich mich befinde, nicht gereicht hätte, hätte mich mit Sicherheit Wert. Wenn ihr Verstand soweit ist, antwortet eine männliche Stimme, die mir nicht vertraut ist. Casey hat einen massiven psychischen Schock erlitten. Physisch geht es ihr gut. Wir sorgen lediglich dafür, dass ihr Körper mit ausreichend Nahrung und Flüssigkeit versorgt ist. Ansonsten können wir nur warten. Ist das normal? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat deine Schwester vor vier eine extrem traumatische Erfahrung gemacht und sich emotional nie davon erholt. Die Stimme hält so lange inne, dass ich es schließlich wage, blinzelnd die Augen zu öffnen. Weiß-gelbe Wände füllen meine verschwommene Sicht aus. Casey! Plötzlich taucht Libbys Gesicht vor mir auf. Ihre Augen sind geschwollen und haben dunkle Schatten. Als hätte sie seit Tagen nicht geschlafen. Ihre Wangen sind rot gefleckt vom Weinen. Wo bin ich? Frage ich mit kratziger Stimme. Im Krankenhaus! Was ist passiert? Libby setzt zu einer Antwort an, überlegt es sich dann aber anders und atmet tief durch. Sie versucht Ruhe zu bewahren. Meinetwegen. Ich kenne meine kleine Schwester. Immer zuerst die anderen. Immer fürsorglich. Es wird alles wieder gut, Casey. Sie nestelt an der Decke, um nach meiner Hand zu tasten. Als sie sie gefunden hat, drückt sie sie beteuernd. Du wirst Hilfe bekommen. Ich werde nicht zulassen, dass Trent dir noch einmal wehtut. Trent. Mein Körper reagiert auf den Namen, als würde er mit Reißnägeln attackiert werden. Trent ist Cole. Trent hat mein Leben zerstört. Gleich zweimal. Die Erkenntnis legt sich wie eine Zange um meine Lungen und quetscht sie so fest zusammen, dass ich keine Luft mehr bekomme. Wie? Ich fange an zu hyperventilieren. Wie kann es sein, dass Trent Cole ist? Wie hat er mich gefunden? Warum hat er nach mir gesucht? Atme Casey. Livy festigt den Griff um meine Hand und legt sich zu mir. Ich kann nicht, Livy, presse ich verzweifelt hervor und spüre, wie mir Tränen über die Wangen laufen. Ich ertrinke. Versuche es bitte, schluchzt sie. Er wusste, wer ich bin. Er hat mir die ganze Zeit etwas vorgemacht, hat den Mitfühlenden und Besorgten gespielt und so getan, als wüsste er nichts über meine Vergangenheit. Dabei ist er der Grund für diese Vergangenheit. Es waren sein Wagen, sein Freund, sein Alkoholrausch, die mir mein Leben weggenommen haben. Es ist alles gut, Casey. Du bist in Sicherheit. Levy schlingt die Arme um meinen zitternden Körper. So bleiben wir minutenlang liegen. Stundenlang. Ein Leben lang. Ich weiß es nicht. Nichts verändert sich. Nichts, bis Storm in das Krankenhauszimmer stürzt. Sie ist so außer Atem, als wäre sie gerade einen Marathon gelaufen und hat einen so wilden Ausdruck in den Augen, wie ich ihn an ihr noch nie gesehen habe. Ich weiß es, Casey. Ich weiß, was passiert ist. Tränen laufen ihr über die Wangen, als sie sich Livy gegenüber zu mir legt und nach meiner Hand greift. So liegen wir drei da wie Sardinen. Ineinander verknäulte, schluchzende Sardinen. Ein zischendes Geräusch, grelle Lichter, Blut, Trens wunderschönes Gesicht, seine Hände am Lenkrad. Er zeigt auf mich und lacht dabei. Casey! Ein stechender Schmerz zuckt durch mein Gesicht. Wach auf! Ich schreie immer noch, als ich Livys weit aufgerissene Augen und die Geräte um mich herum wahrnehme. Meine Wange brennt wie Feuer. Ich taste vorsichtig danach. Es tut mir so leid, ich musste dir eine Ohrfeige geben. Du hast so verzweifelt geschrien und einfach nicht mehr aufgehört, sagt Livy tränen überströmt. Die Albträume sind zurückgekehrt, nur, dass sie jetzt noch schlimmer sind. Viel schlimmer. Ich musste doch irgendwas tun, Casey. Du hast einfach nicht mehr damit aufgehört. Livy holt schluchzend Luft, bevor sie sich wieder neben mir zusammenrollt, sich hin und her wiegt und dabei leise vor sich hin mummelt. Hilf ihr bitte, lieber Gott, bitte hilf ihr. Welches Krankenhaus ist das nochmal? Ich bin seit zwei Tagen hier und Storm und Livy sind mir nicht von der Seite gewichen, außer um sich frisch zu machen oder sich etwas zu essen und zu trinken zu besorgen. Die beiden tauschen einen langen Blick. Eine Spezialklinik, sagt Livy langsam. In Chicago. fügt Storm hinzu. Sie hebt das Kinn etwas an, als wollte sie sich vor meiner möglichen Reaktion wappnen, die prompt kommt. Wie bitte? Meine Stimme ist kräftiger, als ich gedacht hätte. Ächzend versuche ich mich aufzurichten. Ich fühle mich, als wäre ich von einem Lastwagen überrollt worden. Mit einem angeschlossenen Therapiezentrum für posttraumatische Belastungsstörungen, schiebt Livy hastig hinterher. Dem Besten, das es im Land geben soll. Das ist was wie ich stütze mich an den Seitenteilen des Betts ab und schaffe es endlich, mich in eine sitzende Position zu ziehen. Seit wann kommt unsere Krankenversicherung für die beste Behandlung auf dem Gebiet posttraumatischer Belastungsstörungen auf? Beruhige dich, Casey. Storm drückt mich sanft in die Kissen zurück. Mir fehlt die Kraft, mich dagegen zu wehren. Würde ich ja gern, aber das können wir uns nie im Leben leisten. Fluchend nestle ich an der Infusionsnadel in meinem Arm herum. Was machst du denn da? fragt Levi panisch. Mir das verdammte Ding rausreißen und so schnell wie möglich aus dieser Luxus Heilanstalt verschwinden. Ich scheuche ihre Hand weg, als sie versucht, mich davon abzuhalten. Was kostet der Spaß hier, hm? Fünftausend pro Nacht? Zehn? Mach dir deswegen keine Sorgen, Case. Storm streicht mir die Haare aus dem Gesicht. Ihre Hand scheuche ich ebenfalls weg. Aber irgendjemand muss sich deswegen Sorgen machen. Ich meine, wie soll ich das denn bezahlen? Indem ich mich als Dauermieterin in einem der Separets des Pennys einquartiere und nichts außer Knieschon ertrage? Unsere Patientin ist wach, wie ich sehe, unterbricht die unbekannte Stimme von vorgestern meine Schimpftirade. Ich drehe mich zu einem freundlich aussehenden älteren Mann mit fliehendem Haaransatz und warmen dunklen Augen um, der mir die Hand hinstreckt. Hallo Casey, ich bin Dr. Steiner. Ich starre auf die Hand, als Ach ja, stimmt, sagt er und lässt sie wieder sinken. Ihr Händeproblem. Mein Händeproblem? Ich schaue finster zu Livy, die betreten den Blick senkt. Der Arzt sieht nicht so aus, als würde ihn irgendetwas an meinem Verhalten irritieren. Casey, fährt er fort. Ihr Fall wurde mir von Dan! fällt Storm ihm ins Wort und schaut von ihm zu Livy. Richtig, von Dan vorgetragen. Er räuspert sich. Ich denke, ich kann ihnen dabei helfen, wieder ein normales Leben zu führen. Das kann ich allerdings nur, wenn sie bereit sind, sich helfen zu lassen. Soweit klar? Ich schaue ihn fassungslos an. Und dieser Mann will Arzt sein? Was ist das für ein Arzt, der so mit der Tür ins Haus fällt? Als ich weiter schweige, geht er zu dem vergitterten Fenster und blickt hinaus. Möchten Sie wieder glücklich sein, Casey? Glücklich. Da ist es wieder, dieses Wort. Ich dachte, ich sei glücklich. Und dann hat Trent alles zunichte gemacht. Zum zweiten Mal. Ich habe mich in den Mörder meiner Familie verliebt. Ich habe Nacht für Nacht neben ihm gelegen, ihn in mir gespürt, von einer Zukunft mit ihm geträumt. Bei dem Gedanken steigt mir bittere Gallenflüssigkeit meine Kehle hoch. Eine Grundvoraussetzung für meine Therapiesitzungen ist, dass meine Patienten reden, Casey. Spricht Dr. Steiner ohne einen Anflug von Sarkasmus oder Gereiztheit in der Stimme weiter. Ich frage sie also noch einmal. Möchten sie wieder glücklich sein? Gott, kann er es nicht ein bisschen langsamer angehen lassen? Und überhaupt, warum sind alle immer so versessen darauf, mich zum Reden zu bringen und die Vergangenheit ans Licht zu zerren? Was passiert ist, ist passiert. Es lässt sich nicht mehr ändern. Tote werden nicht wieder lebendig, egal wie viel man darüber spricht. Warum kapiert das außer mir niemand? Die vertraute Taubheit kehrt zurück. Sie sickert in meine Glieder und meine Brust, überzieht mein Herz mit einer festen Eisschicht. Der natürliche Schutzmechanismus meines Körpers. Taubheit, die den Schmerz beseitigt. So etwas wie glücklich sein gibt es für mich nicht. Meine Stimme ist kalt und hart. Er dreht sich zu mir um. In seinen warmen Augen liegt ein mitleidiger Ausdruck. Da irren sie sich, Casey. Aber in einem Punkt will ich ihnen nichts vormachen. Es wird ein Gewaltmarsch werden und ich werde sie auf diesem beschwerlichen Weg mit jedem Schritt auf die Probe stellen. Meine Methoden können unorthodox sein. In ihrem Fall werde ich vielleicht sogar Dinge tun müssen, die fragwürdig sind. Sie werden mich vermutlich zwischendurch hassen, aber sie und ich werden gemeinsam am Ziel ankommen. Sie müssen es nur wollen. Ich werde sie erst als Patientin aufnehmen, wenn sie all dem aus freien Stücken zustimmen. Nein, sage ich sofort. Allein die Vorstellung, mich in die Hände dieses Quacksalbers zu begeben, löst Panik in mir aus. Ich höre einen erstickten Laut. Casey, bitte, fleht Livy. Ich schiebe trotzig das Kinn vor, auch wenn es mir wehtut, sie so zu sehen. Meine Reaktion lässt ihre mühsam aufrecht erhaltende Beherrschung in sich zusammenbrechen und ihre Augen funkeln auf einmal vor Zorn. Du bist nicht die Einzige, die ihre Eltern verloren hat, Casey. Hier geht es nicht mehr nur um dich. Sie springt aus dem Bett und blickt mit geballten Fäusten auf mich Ich halte das nicht mehr aus, schreit sie. Die ständigen Albträume, das Kämpfen, deine zynische Distanziertheit. Seit vier Jahren ertrage ich das jetzt schon Casey. Ich habe Livy noch nie so außer sich gesehen und befürchte, dass jeden Moment der Sicherheitsdienst durch die Tür gestürmt kommt. Seit vier Jahren muss ich damit leben, dass ich dich jederzeit von Neuem verlieren könnte, dass heute vielleicht der Tag ist, an dem ich dich erhängt in einem Schrank finde oder in einem Fluss ertränkt. Ja, ich weiß, dass du in diesem Wagen warst. Ich weiß, dass du das alles mit ansehen musstest. Aber was ist mit mir? Sie holt zitternd Luft und die Wut, die sie angetrieben hat, erlischt und lässt sie erschöpft und verzweifelt zurück. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Ihre Worte treffen mich wie ein Vorschlaghammer gegen die Brust. Ich dachte, mein Herz wäre bereits gebrochen. Aber so war es nicht. Jedenfalls nicht ganz. Bis jetzt. Ich weiß, was an dem Abend passiert ist, als Storm mit einem Messer angegriffen wurde, Casey. Ich weiß es, sagt Livy und sieht mich unverwandt an. Storm. Als ich ihr einen wütenden Blick zuwerfen will, deutet Livy warnend mit dem Finger auf mich. Wage es ja nicht, Storm deswegen Vorwürfe zu machen, Casey Dillon Cleary. Sie hat es mir erzählt, weil du ihr etwas bedeutest und weil sie will, dass du Hilfe bekommst. Du wärst beinahe mit einem zersplitterten Flaschenhals auf einen Mann Problemen davonzulaufen. Hast du verstanden? Livy wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Ich werde dir nicht mehr dabei helfen. Wie oft habe ich mir gesagt, dass ich das alles nur für Livy tue, dass es mir nur darum geht, sie zu beschützen. Wenn ich sie jetzt so sehe, wenn ich mir noch einmal deutlich mache, womit sie klarkommen musste, frage ich Zeit nur darum ging, mich selbst zu beschützen. Ich weiß, dass Livy ihre Eltern verloren hat und in gewisser Weise auch mich. Aber habe ich mir jemals wirklich Gedanken darüber gemacht, wie sie sich fühlt? Versucht mich in sie hinein zu versetzen? Ich dachte immer, von allen das schwerste los zu tragen. Und Livy hat sich nie gehen lassen. Sie ist immer stark und vernünftig geblieben. Sie ist immer Livy geblieben, mit oder ohne unsere Eltern. Ich dachte einfach, ich habe überhaupt nicht gedacht, verdammt! Weder über mein Verhalten noch darüber, was es mit Livy macht. Ich glaubte, es reicht, am Leben zu sein und zu atmen und für sie da zu sein, aber im Grunde habe ich sie im Stich gelassen. Plötzlich würde ich am liebsten tot sein. Ich nicke und scheine nicht mehr damit aufhören zu können, während mein Widerstand in sich zusammenfällt und einem ganz neuen Schmerz Platz macht. Erkenntnis. Die ganze Zeit, in der ich mir vorgemacht habe, meine kleine Schwester beschützen zu wollen, ging es in Wirklichkeit darum, mich selbst zu beschützen. Alles, was ich damit erreicht habe, ist, ihr immer wieder aufs Neue weh zu tun und allen anderen in meinem Leben. Gut, sagt Dr. Steiner, der mein Nicken wohl als Zustimmung wertet. Ich werde ihr Zimmer fertig machen lassen, aber der erste Teil ihrer Therapie beginnt jetzt sofort. Seine schnelle Vorgehensweise verunsichert mich. Das mag effizient und professionell sein, fühlt sich für mich jedoch eher wie ein zerstörerischer Tornado an. Er geht zur Tür und winkt jemanden herein. Ich ziehe entsetzt den Kopf ein und drücke Levis Hand so fest, dass sie leise aufschreit. Nein, bitte so weit würde er nicht gehen. Eine ältere Version von Trent tritt ins Zimmer. Seine attraktiven Züge sind von Kummer gezeichnet. Trents Vater. Colts Vater. Gott, ich weiß noch nicht einmal, wie ich ihn jetzt nennen soll. Ich möchte, dass Sie zuhören, was Mr. Reynolds zu sagen hat, Casey. Das ist alles. Einfach zuhören. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Fragt mich Dr. Steiner. Ich glaube, ich nicke, aber sicher bin ich mir nicht, weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, diesen Mann anzustarren, dessen Gesicht mich so sehr an seines erinnert. An seine Augen, die mich Tag für Tag ein bisschen mehr in ihren Bann zogen. Glücklich, verliebt, ja, verliebt. Ich war in Trent verliebt, in den Mörder, der mein Leben zerstört hat. Wir werden die ganze Zeit hier bei dir sein, sagt Storm und greift nach meiner anderen Hand. Trent Coles Vater räuspert sich. Hallo Casey. Ich antworte nicht. Er steckt die Hände in die Hosentaschen. Genau wie sein Sohn immer. Mein Name ist Carter Reynolds, aber bitte nennen Sie mich Carter. Ein Schauder läuft mir über den Rücken, als ich diesen Nachnamen höre. Ich möchte Sie für all das, was mein Sohn Ihnen und Ihrer Schwester angetan hat, um Verzeihung bitten. Das wollte ich schon vor vier Jahren tun, aber es wurde ein Kontaktverbot gegen uns erlassen. Daraufhin haben meine Familie und ich ihre Privatsphäre respektiert. Leider hat Cole Trent Ihnen in der Zwischenzeit erneut großes Leid zugefügt. Er wirft Dr. Steiner einen Blick zu, der ihm lächelnd zunickt, worauf er zögernd an das Fußende meines Betts tritt. Es war unser Wagen Mein Wagen den Sascha an dem Abend des Unfalls fuhr. Ein dunkler Ausdruck huscht über sein Gesicht. Ich nehme an, das wussten Sie bereits, oder? Es wird in den Versicherungsunterlagen gestanden haben. Er hält einen Moment inne, als warte er darauf, dass ich reagiere. Ich tue ihm den Gefallen nicht. Cole entglitt uns nach dem Unfall. Er hörte auf zu existieren. Er schmiss sein Studium an der Michigan State, hörte mit dem Football Spielen auf, brach jeden Kontakt zu seinen Freunden ab. Er verließ seine Freundin, mit der er vier Jahre zusammen war, und rührte keinen Schluck Alkohol mehr an. Er änderte seinen Namen von Cole Reynolds in Trent Emerson, sein zweiter Name und der Mädchenname seiner Mutter. Carter schweigt kurz. Der Unfall hat unsere Familie auseinandergerissen. Seine Mutter und ich ließen uns ein Jahr später scheiden. Er macht eine wegwerfende Geste. Aber das spielt hier keine Rolle. Was ich ihnen zu sagen Versuche ist, dass Cole, ich meine, dass Trent ein aus dem Gleichgewicht geratener junger Mann ist. Zwei Jahre nach dem Unfall habe ich ihn in meiner Garage gefunden. Der Motor des Wagens lief und er hatte einen Schlauch vom Auspuff durch eines der Fenster gesteckt. Wir dachten an diesem Abend, wir hätten ihn für immer verloren. Seine Stimme bricht und das Bild, das ich in meinem Kopf vor mir sehe, versetzt mir einen unerwartet schmerzhaften Stich. Kurz darauf meldeten wir ihn zu einer stationären Behandlung in Dr. Steiners Therapiezentrum für posttraumatische Belastungsstörungen an. Carter schaut erneut zu dem Arzt, der wieder nur ermutigend nickt. Als Trent entlassen wurde, galt er sozusagen als geheilt. Wir waren sicher, dass er es geschafft hatte. Er konnte wieder lachen und fing an, sich regelmäßig bei uns zu melden. Er schrieb sich in Rochester für Grafikdesign ein, schien wieder nach vorn schauen zu können. Er machte sogar eine ambulante Therapie und besuchte Selbsthilfegruppen, um anderen durch ihre Trauer zu helfen. Vor sechs Wochen schien er dann plötzlich einen Rückfall zu haben. Er stand bei seiner Mutter vor der Tür, war völlig neben sich und sprach immer wieder von ihnen und dass sie ihm niemals verzeihen würden. Wir fuhren sofort mit ihm hierher und baten Dr. Steiner um Hilfe. Es fällt mir schwer, mir meine Betroffenheit nicht anmerken zu lassen. Trent war also die ganze Zeit, in der er verschwunden war, hier in Chicago gewesen. In einem Therapiezentrum für posttraumatische Belastungsstörungen, der Sache, von der er mich unbedingt heilen wollte. Ein paar Tage nach seiner Entlassung war Trent plötzlich wieder wie auf einem Höhenflug. Wir hatten keine Erklärung dafür. Wir befürchteten, er manisch sein oder Drogen nehmen. Dr. Steiner konnte uns in beiden Punkten beruhigen, uns aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht aber nicht mehr dazu sagen. Weil ich tatsächlich nicht wusste, was vor sich ging, unterbricht ihn Dr. Steiner. Trent hat mir in unseren Sitzungen wichtige Informationen vorenthalten, weil er wusste, dass ich nicht damit einverstanden gewesen wäre. Richtig. Carter nickt. Wir haben es erst durch Zufall vor drei Tagen herausgefunden, als seine Mutter einer der Mitarbeiterinnen vom Empfang begegnete, die sie fragte, ob zwischen Trent und Casey wieder alles in Ordnung wäre. Da sie die näheren Hintergründe nicht kannte, hat sie sich wohl nichts weiter dabei gedacht, als Trent ihr gegenüber etwas von Problemen mit seiner Freundin Casey erwähnte. Und er ging wahrscheinlich davon aus, mit der Empfangsdame darüber zu sprechen, stelle kein großes Risiko dar. Carter seufzt. Als mein Sohn vor zwei Jahren aus dem Therapieprogramm entlassen wurde, glaubte er fest daran, dass ihm all der Schmerz, den er verursacht hat, vergeben werden würde, wenn es ihm gelingen würde, ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen. Ein beschämter Ausdruck huscht über sein Gesicht und er senkt einen Moment den Blick. Mein Sohn hat sie zwei Jahre lang aus der Ferne beobachtet, Casey, und und auf eine Möglichkeit gewartet, sich ihnen zu nähern. Ich spüre kaum, wie Livys Finger sich in meinen Unterarm graben. Trent hat mich verfolgt? Mich gestalkt? Um zu reparieren, was er zerstört hat? Ich möchte dich glücklich machen, dich zum Lächeln bringen. Seine Worte hallen durch meinen Kopf. Jetzt verstehe ich. Er hat wahrgemacht, was er sagte. Hat eine Mission verfolgt, die zum Ziel hatte, mich zu heilen. Seine Mutter und ich hatten keine Ahnung, Casey, das müssen sie mir glauben. Wir haben erst jetzt erfahren, dass Trent die letzten zwei Jahre praktisch jeden ihrer Schritte verfolgt hat. Jemand, den er noch von der Uni kannte, hat sich für ihn in ihren E-Mail Account gehackt. So erfuhr er von ihrem Umzug nach Miami. Wir hatten keine Ahnung, dass er nicht mehr in Rochester ist, weil er uns täglich mailte oder Sprachnachrichten schickte und einmal sogar seine Mutter besuchte. Aber in Wirklichkeit ist er einfach fortgegangen, hat seine Wohnung und sein Leben zurückgelassen und ist ihnen in dem Glauben gefolgt, er könnte Vergebung erlangen, wenn er es nur irgendwie schaffen würde, wieder gut zu machen, was sie durch ihn erlitten haben. Ich bin also sowas wie ein Projekt gewesen, murmle ich leise vor mich hin. Ein Hilfsprojekt. Bei der Erkenntnis dreht sich mir der Magen um. Es ist ihm nie um mich gegangen. Ich war bloß eine Stufe in einem beschissenen Zwölf-Punkte-Programm, das er sich selbst zusammengezimmert hat. Es spielt keine Rolle. Meine Stimme klingt hohl. Es spielt wirklich keine Rolle. Trent und all das Gute, das er in mein Leben brachte, existieren nicht mehr. Diese Person hat nie wirklich existiert. Casey sagt Storm und ergreift zum ersten Mal, seit Carter das Zimmer betreten hat, das Wort. Dan möchte, dass du Trent anzeigst. Was er getan hat, ist nicht nur kriminell, sondern auch verdammt nochmal völlig krank. Er verdient es, dafür ins Gefängnis zu gehen. Ich lächle traurig. Storm flucht sonst nie. sie muss wirklich sauer sein. Er wollte es selbst tun, aber ich habe ihn gebeten zu warten, bis es dir wieder besser geht und das mit der Anzeige dir zu überlassen, weil ich finde, dass es deine Entscheidung ist. Auch wenn ich dem Bastard am liebsten eine Kugel in den Kopf jagen würde, fügt sie finster hinzu. Ich nicke langsam. Trent anzeigen, ihn vor Gericht bringen, dafür sorgen, dass er ins Gefängnis wandert. Seine Mutter und ich könnten es nachvollziehen, wenn sie gerichtlich gegen ihn vorgehen wollen, sagt Carter gefasst, aber die Sorge um seinen einzigen Sohn ist ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Nein. Ich bin selbst von meiner Antwort überrascht. Carter zieht erstaunt die Brauen zusammen. Nein? Livy drückt meine Hand. Bist du sicher, Casey? Ich sehe sie an und nicke. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich weiß, dass ich das nicht will. Ich bin mir sicher, dass ich ihn hassen muss, weil er Cole ist und ich nichts anderes kenne, als Cole zu hassen. Doch als ich jetzt seinen Vater anschaue und mir vorstelle, wie er den leblosen Körper seines Sohnes aus seinem Wagen gezogen hat, ist das, was ich dabei empfinde, kein Hass, sondern Mitleid. Für ihn und für Trent. Weil ich so sehr mit dem Schmerz vertraut bin, der einen Menschen dazu treiben kann, so etwas zu tun. In den vergangenen Jahren habe ich selbst schon ein oder zwei Mal mit zu einem Gedanken gespielt. Nein, ich verzichte auf eine Anzeige. Wozu? Es würde nichts ändern. Carter schließt einen Moment die Augen. Danke. Seine Stimme klingt heiser und aufgewühlt. Er räuspert sich und sieht kurz zu Livy. Wie ich gehört habe, gibt es noch ein Problem bezüglich Livys gesetzlicher Vormundschaft. Nein, kein Problem. Ich bin ihr Vormund. Ich drehe mich stirnrunzelnd zu Livy um. Warum hat sie ihm davon erzählt? Ich habe Tante Dala angerufen, sagt sie leise. Ich wusste eine Zeit lang nicht, ob du es schaffen würdest. Sie hat sofort angeboten, mich abzuholen und mit nach Hause zu nehmen und nein, rufe ich panisch. Auf keinen Fall. Sie dürfen dich mir nicht weg nehmen. Das wird nicht passieren, Casey, versichert mir Carter. Sie wird lediglich nach Miami zurückkehren und wieder zur Schule gehen. Meine Kanzlei wird alles Notwendige dafür in die Wege leiten. Wobei die Vormundschaft vielleicht fürs Erste an Miss Matthews übertragen werden muss, bis es ihnen wieder besser geht oder Livy alt genug ist. Ich nicke benommen. Das ist... Danke. Er hilft uns. Warum hilft er uns? Er lächelt kurz, bevor sein Blick plötzlich hart wird. Außerdem hatte ich ein Gespräch mit ihrem Onkel. Es ist noch etwas von dem Geld übrig, das die Versicherung damals ausbezahlt hat. Er hat nicht alles verspielt. Ich werde dafür sorgen, dass es auf ihren und den Namen ihrer Schwester übertragen wird. Er zieht etwas aus der Innentasche seines Mantels. Hier ist meine Karte. Falls Sie irgendetwas brauchen, Casey, Livy, egal was es ist, ich bin jederzeit für Sie da. Er legt die Karte auf den Beistelltisch. Dann steuert er auf die Tür zu und nickt im Vorbeigehen Dr. Steiner zu, die Schultern gebeugt, als würde er eine schwere Last tragen. Was er wohl auch tut, nach allem, was sein Sohn getan hat. An der Tür hält er noch einmal kurz inne. Falls es ihnen irgendetwas bedeutet. Ich habe Trent noch nie so glücklich erlebt, wie in der Zeit, in der er mit ihnen zusammen war. Ich starre auf die Eingangstür aus massiven Eichenholz, die einen krassen Kontrast zu der nüchternen, weiß verputzten Außenfassade des Therapiezentrums bildet. Aber trotz der Schlichtheit ist es ein hübsches Gebäude. Es wird für die nächste Zeit mein Zuhause sein. Eine kleine Hand schiebt sich in meine und ich zucke nicht zurück. Keine Sorge, das wird bestimmt nicht so schlimm werden. Und wenn du brav warst, gehen wir ein Eis essen, wenn du wieder rauskommst, sagt Mia mit ernster Miene. Sie und Dan haben die Tage, in denen Storm bei mir im Krankenhaus war, damit verbracht, sich die Chicagoer Zoos und Parks anzuschauen. Drei Kugeln! Sie hält ihre andere Hand hoch und streckt zwei Finger aus. Storm tritt mit Dan, der ihr einen Arm umgelegt hat, zu uns. Genauso machen wir's Mia, sagt sie lachend und zwinkert mir zu. Bist du soweit? fragt Livy und hakt sich bei mir unter. Ich hole Tiefluft und schaue erneut zu dem Gebäude auf. Sieht ganz schön nobel aus. Dan lächelt. Keine Sorge, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Aber das kaufe ich ihm nicht ab. Ich glaube eher, dass Carter Reynolds irgendwie seine gepflegten Hände mit dem Spiel hat. Vielleicht hat er für mich so eine Art Schnäppchendeal zwei Therapieplätze zum Preis von einem ausgehandelt, nachdem Dr. Steiner seinen Sohn nicht vollständig austherapiert hat. Ich weiß nicht, warum er glaubt, mir helfen zu können, aber ausnahmsweise wehre ich mich nicht dagegen. Livy und ich gehen im Gleichschritte auf den Eingang zu. Danke, dass du das tust, Casey, flüstert sie und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Ein Mann in einer hellblauen Uniform kommt aus der Tür, um mir die Tasche abzunehmen. Ich melde mich so oft, wie Dr. Steiner es erlaubt, sagt Livy und drückt ein letztes Mal meinen Arm, bevor sie mich schweren Herzens loslässt. Ich zwinkere ihr zu und setze ihr zuliebe ein zuversichtliches Gesicht auf. Wir sehen uns am Ufer. Kapitel 18 Es ist die Hölle. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Die Therapie besteht aus nichts anderem als reden. Reden, reden, reden. Über meine Gefühle, über meine Albträume, über die Sache mit Storms Angreifer, über meine toten Eltern, über Jenny, über Billy, über Trent. Und kaum habe ich es danach geschafft, all das in die kleine dunkle Kammer zurück zu stopfen, wo es hingehört, kommt Dr. Steiner angerannt und zerrt alles wieder raus, während ich an seinem Arztkittel hänge und zeternd um mich trete. Nichts davon wird bewirken, dass es mir besser geht. Genauso wenig wie die Medikamente gegen meine Angstzustände helfen werden. Sie machen mich bloß müde und übel wird mir davon auch. Es würde eben etwas Zeit brauchen, bis sie anschlagen, sagt Dr. Steiner. Worauf ich sage, dass ich ihm am liebsten den Hals umdrehen würde. Ich hasse ihn. Und wenn ich nachts die Augen mich lacht. Als ich Dr. Steiner während meiner täglichen Einzelsitzung davon erzähle, fragt er, glauben Sie, dass er lacht, Casey? Das habe ich doch gerade gesagt, oder? Nein, Sie haben gesagt, dass Sie davon träumen, wie er über sie lacht. Aber glauben Sie, dass er lacht? Ich zucke mit den Achseln. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht? Ich funkle ihn wütend an. Verdammt, hätte ich doch bloß den Mund gehalten. Sonst sitze ich nur einsilbig da und antworte mit Ja oder Nein, womit ich bisher ziemlich gut gefahren bin. Keine Ahnung, warum ich es heute anders gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich mir eingebildet, es wäre ein eher harmloses Thema. Lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken. In Ordnung, Casey? Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und sieht mich an. Sitzt einfach da und sieht mich an. Denkt er darüber nach? Denkt er, dass ich darüber nachdenke? Gott, ist das zermürbend. Um mich abzulenken, schaue ich mich in seinem Büro um. Es ist klein und funktional und wie in jedem Therapeutenzimmer, das ich bisher von innen gesehen habe, stapeln sich überall Bücher. Nur, dass er selbst ganz anders ist als jeder andere Therapeut, den ich kennengelernt habe. Ich weiß nicht genau, wie ich ihn beschreiben soll. Alles an ihm ist irgendwie eigen, von seiner Stimme bis zu seinem ganzen Auftreten. Trent war ein junger Student, der eines Abends zu viel getrunken hat. So etwas kommt vor. Und dann hat er einen schrecklichen Fehler begangen. Ich lehnte mich mit geballten Fäusten in meinem Stuhl nach vorn und stelle mir vor, wie ich's deiner Säure ins Gesicht schütte. Einen Fehler? Ich hasse dieses Wort. Ich hasse es, wenn es im Zusammenhang mit dem Unfall benutzt wird. Meine Eltern sind tot! Dr. Steiner sticht den Zeigefinger in die Luft. Das ist die Folge dieses schrecklichen Fehlers. Aber nicht der schreckliche Fehler, den Trent begangen hat, oder? Ich starre schweigend auf das Schachbrettmuster des dunkelblauen Teppichs. Plötzlich spüre ich, wie etwas an meiner Stirn abprallt. Als ich in meinen Schoß hinunterschaue, liegt dort eine Büroklammer. Ich sehe ihn fassungslos an. Haben Sie mich gerade mit einer Büroklammer beworfen? Beantworten Sie die Frage. Ich beiße die Zähne aufeinander. Was ist der schreckliche Fehler gewesen, den Trent begangen hat? Lässt Dr. Steiner nicht locker. Nach Hause zu fahren, presse ich hervor. Mich trifft noch eine Büroklammer an der Stirn. Falsch, ruft er und schüttelt energisch den Kopf. Dass er seinen Wagenschlüssel seinem Freund gab und ihn fahren ließ. Richtig. Er hat eine Entscheidung getroffen, die er in seinem betrunkenen Zustand nicht hätte treffen sollen. Eine fatale Entscheidung. Und als er wieder nüchtern war, erfuhr er, dass aufgrund dieser Entscheidung sechs Menschen ums Leben gekommen waren. Es entsteht eine lange Pause. Versetzen Sie sich für einen Moment in seine Lage, Casey. Ich werde nicht, Sie haben bestimmt auch schon mal zu viel getrunken, habe ich recht? Unterbindet Dr. Steiner meinen Ablehnungsautomatismus. Ich presse die Lippen zusammen. Ob ich recht habe? Ich muss an einen Abend sechs Monate vor dem Unfall denken. Viel weiß ich davon nicht mehr, außer, dass Jenny und ich auf einer Party einen Jägermeister nach dem anderen gekippt haben und jede Menge Spaß hatten. Der grauenhafte Kater am nächsten Morgen war eine andere Sache. Sehen Sie, fährt Dr. Steiner fort, als könnte er meine Gedanken lesen. Vielleicht kann er es ja wirklich. Vielleicht ist er ein Seelenklempner mit Superkräften. Vermutlich haben Sie schon ein paar Dummheiten in Ihrem Leben angestellt und gesagt. Ich nicke wieder willig. Wie betrunken waren Sie? Ich zucke mit den Achseln. Keine Ahnung. Ich war... betrunken. Gut, aber wie betrunken. Ich muskere ihn finster. Was stimmt nicht mit Ihnen? Warum bohren Sie so nach? Er geht nicht darauf ein. Hätten Sie sich noch in ein Auto gesetzt und wären nach Hause gefahren? Äh, nein. Und warum nicht? Weil ich damals erst 15 war, Sie Genie. Ich umklammere so fest die Armlehnen meines Stuhls, dass die Fingerknöchel weiß hervortreten. Verstehe. Er winkt ab und versucht es anders. Was war mit Ihren Freunden? Wie betrunken sind Sie gewesen? Ich weiß nicht. Betrunken. Konnte man das sofort sehen? War es offensichtlich, dass Sie betrunken waren? Ich denke daran zurück, wie Jenny auf einem Tisch getanzt und zu Hannah Montana mitgesungen hat. Wie betrunken war sie? Ich kann es nicht sagen. Jenny hätte sowas auch nüchtern gemacht. Schließlich zucke ich mit den Achseln und schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter. Es tut weh, mich an sie zu erinnern. Was, wenn am Ende des Abends einer ihrer Freunde gesagt hätte, dass er schon vor Stunden zu trinken aufgehört hat und noch nach Hause fahren kann? Hätten Sie ihm geglaubt? Nein! Sage ich schnell. Wieder zuckt sein Zeigefinger nach oben. Denken Sie einen Moment darüber nach, Casey. So ziemlich jeder von uns ist schon mal in so einer Situation gewesen. Mich eingeschlossen. Man hat einen netten Abend verbracht, ein bisschen was getrunken. Man weiß, dass man selbst nicht mehr fahren kann. Aber traut man es deswegen auch automatisch niemand anderem zu? Versuchen Sie gerade Entschuldigungen für Trunkenheit am Steuer zu finden, Dr. Steiner? Er schüttelt energisch den Kopf. Nicht im geringsten, Casey. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Nur schreckliche Folgen, mit denen jemand, der eine dumme Entscheidung getroffen hat, für den Rest seines Lebens klarkommen muss. Wir schweigen einen Moment. Er wartet zweifellos immer noch auf meine Antwort. Ich schaue auf meine Hände. Das kann wohl passieren, murmle ich widerstrebend. Wenn ich überlege, könnte es tatsächlich sein, dass ich schon mal in ein Auto gestiegen bin, weil ich der Fahrerin geglaubt habe, es sei in Ordnung. Das kann passieren, Dr. Steiner nickt. Und es ist passiert. Cole ist es passiert. Ich hebe wütend den Kopf. Was soll das? Stehen Sie jetzt auf meiner Seite oder auf seiner? Ich stehe auf niemandes Seite, Casey, erwidert er ruhig. Wenn ich Ihre Geschichte höre, kann ich gar nicht anders, als mit jedem, der in diesen tragischen Unfall involviert war, mitzufühlen. Mit ihnen, mit Ihrer Familie, mit den Familien der jungen Männer, die starben, weil sie so etwas Einfaches versäumt haben, wie sich anzuschnallen. Mit Cole, dem jungen Mann, der jemandem seine Autoschlüssel in die Hand drückte. Wenn ich seine Geschichte höre, empfinde ich... Ich springe auf und stürme aus Dr. Steiners Büro und er ruft mir das Wort Mitgefühl hinterher. Es verfolgt mich den ganzen Weg den Flur, hinunter bis in mein Zimmer, wo es versucht, in meine Seele zu kriechen und mich zu quälen. Wie läuft es? fragt Livy. Ich würde am liebsten durchs Telefon greifen und sie umarmen. Ich bin jetzt seit sieben Tagen hier und vermisse sie schrecklich. So lange bin ich noch nie von ihr getrennt gewesen. Sogar als ich damals nach dem Unfall im Krankenhaus lag, hat sie mich fast jeden Tag besucht. Dr. Steiners Methoden sind definitiv unorthodox. brumme ich. Was meinst du damit? Ich seufze verzweifelt. Der spinnt total, Livy. Er ist autoritär. Er provoziert mich. Er drängt mich. Er sagt mir, was ich denken soll. Macht all die Dinge, die ein Therapeut nicht tun sollte. Keine Ahnung, woher dieser Quacksalber seinen verdammten Doktor hat, aber ich verstehe jetzt, warum Trent hier noch kaputter rauskam, als er reinging. Trennt. Mein Magen zieht sich zusammen. Vergiss ihn, Casey. Er existiert nicht mehr. Er ist für dich gestorben. Es ist einen Moment lang still am anderen Ende der Leitung. Ich weiß, dass sie gehofft hat, etwas Positives zu hören. Aber es ist nicht ganz umsonst, oder? fragt sie. Dir wird es wieder besser gehen, ja? Ich weiß es nicht, Livy. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch mal irgendetwas jemals besser werden wird. Hast du Rayleys Gesicht gesehen, als ich laut Superfreak gesungen habe? fragt Jenny, während wir von einem anderen Wagen überholt werden und lacht hysterisch. Das war mal wieder typisch. Ich pruste. Bist du sicher, dass du noch fahren kannst? Nachdem ich von der Motorhaube von Georges Pick abgesprungen bin und dabei einen von Billys Freunden umgeworfen habe, habe ich gewusst, dass ich auf keinen Fall mehr fahren kann und ihr meinen Schlüssel gegeben. Sie winkt ab. Klar, ich habe schon, keine Ahnung, vor Stunden zu trinken aufgehört. Ich bin... Ein plötzliches Licht blendet uns. Zwei Scheinwerfer, die viel zu schnell auf uns zukommen. Ich werde in meinem Gurt nach vorn geschleudert, als Dads Audi in etwas hineinkracht und es einen ohrenbetäubenden Knall gibt. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. Danach tritt unheimliche Stille ein und ich habe das komische Gefühl, völlig benommen und gleichzeitig hellwach zu sein. Was ist passiert? Keine Antwort. Jenny? Ich drehe den Kopf nach links. Es ist mittlerweile dunkel, aber ich sehe trotzdem, dass sie nicht mehr hinter dem Lenkrad sitzt. Jenny? rufe ich noch einmal mit zitternder Stimme und schaffe es, meinen Gurt zu lösen und die Tür zu öffnen. Es soll Situationen geben, in denen man plötzlich mit einem Schlag nüchtern ist. Als ich um den Wagen herumgehe, den Motor zischen höre und aus der zerquetschten Motorhaube Rauch aufsteigen sehe, weiß ich, dass das stimmt. Ich bin mit einem Mal stopp nüchtern und schiebe mir panisch die Haare aus dem Gesicht. Oh mein Gott, Dad wird mich... Ich verstumme, als mein Blick auf ein paar Sandalen fällt. Jennys Sandalen. Jenny! schreie ich, als ich sie mit dem Gesicht nach unten regungslos auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen sehe. Ich stürze. Jenny! Ich schüttle sie, aber sie reagiert nicht. Ich muss Hilfe holen. Wo ist mein Handy? Ich muss... Ich sehe, dass es noch einen zweiten Metallhaufen gibt. Einen anderen Wagen. Der in einem viel schlimmeren Zustand als Dads Audi ist. Mir dreht sich der Magen um. Es sind Leute darin. Ich kann gerade so ihre Umrisse ausmachen. Hilfe! Ich schwenke verzweifelt die Arme durch die Luft. Ich brauche Hilfe! Es ist sinnlos. Wir sind auf einer dunklen, von dichten Bäumen gesäumten Landstraße mitten im Nirgendwo. Schließlich gebe ich es auf und gehe mit hämmerndem Herzen zu dem Wagen hinüber. Hallo? Meine Stimme ist kaum lauter als ein Flüstern. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe. Dass ich eine Antwort bekomme oder dass ich keine bekomme. Ich bekomme keine. Ich beuge mich näher. Versuche blinzelnd etwas durch die gesprungene Scheibe zu erkennen. Aber es ist zu dunkel. Klick. 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 Die Umgebung ist plötzlich in grelles Licht getaucht, das wie Bühnenscheinwerfer die grauenhafte Szenen im Inneren des Wagens beleuchtet. Ein älteres Paar sitzt vornübergesackt auf den Vordersitzen. Der Anblick ihrer blutenden, klaffenden Wunden ist so schrecklich, dass ich den Blick abwenden muss. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Ich weiß, dass es so ist. Aber auf der Rückbank ist noch jemand. Ich schaue hastig durch das hintere Fenster und sehe eine zierliche Gestalt mit rabenschwarzen Haaren, deren Körper seltsam verrenkt an die eingedellte Tür gepresst ist. Oh mein Gott, keuche ich und sinke auf die Knie. Es ist Livy. Was zur Hölle hat sie in diesem Wagen zu suchen? Casey. Eine eisige Hand schließt sich um mein Herz, als ich meinen Namen höre und auf einmal sehe, dass noch jemand neben ihr liegt. Es ist Trent. Er ist schwer verletzt, aber bei Bewusstsein. Und er sieht mich mit einem Blick an, der mir durch Mark und Bein geht. Du hast meine Eltern getötet, Casey. Du bist eine Mörderin. Ich wache schreiend auf. Sarah, die Nachtschwester, kommt in mein Zimmer gerannt und versucht mich zu beruhigen. Alles gut, Casey. Ich bin da. Sie streicht mir mit kreisenden Bewegungen über den Rücken, während mir am ganzen Körper kalter Schweiß ausbricht und hört auch dann nicht damit auf, als ich mich zusammenrolle und die Knie an die Brust ziehe. Der hier war aber schlimmer als sonst, oder? Das ist nicht die erste Nacht, in der sie mich so findet. Worum ging es in dem Traum? Sie fragt nicht, ob ich darüber reden möchte. Sie geht davon aus, dass ich nicht anders kann, egal ob ich will oder nicht. Und genau das ist das Problem an diesem Ort hier. Ich schlucke den dicken Kloß in meinem Hals hinunter. Mitgefühl. Okay, vielleicht haben Sie recht. Dr. Steiner zieht fragend eine Braue hoch. Geht es um den Traum, den Sie letzte Nacht hatten? Ich schaue ihn finster an, was ihm wohl Antwort genug ist. Ja, Sarah hat mir davon erzählt. Es ist ihr Job, die behandelnden Ärzte über solche Vorfälle zu informieren. Das hat nichts mit Verrat zu tun. Er klingt, als hätte er diesen Satz schon oft gesagt. Was genau ist in dem Traum passiert, Casey? Ich weiß nicht, warum, aber ich erzähle ihm den kompletten Albtraum von Anfang bis Ende. Während ich ihn noch einmal durchlebe, jagen immer wieder kalte Schauer durch meinen Körper. Und was ist so schrecklich daran gewesen? Ich schaue ihn fassungslos an. Hat er mir nicht zugehört? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Alle waren tot. Jenny war tot. Trends Eltern waren tot. Ich habe Livy getötet. Es war einfach grauenhaft. Sie haben Livy getötet? Ja, es war meine Schuld. Hm. Er nickt. Was haben Sie gefühlt, als Sie Jenny tot dort liegen sahen? Ich schlinge die Arme um mich. Sie haben um sie getrauert, nehme ich an, sagt er. Natürlich habe ich das. Sie war tot. Ich bin schließlich keine Soziopathin. Aber sie hat doch den Wagen gefahren, der in den von Trends Eltern gekracht ist. Und Livy. Wie können Sie da um sie trauern? Weil es Jenny war, antworte ich, ohne nachzudenken. Sie hätte niemals irgendjemandem Schaden zufügen wollen. Sie hat es nicht mit Absicht getan. Ich verstumme und sehe ihn finster an. Sascha ist nicht Jenny. Ich weiß, was Sie vorhaben. Was habe ich denn vor? Sie versuchen, mich dazu zu bringen, Sascha und Trent als Menschen zu sehen, die lachen und weinen und eine Familie haben. Er zieht mal wieder auf diese verdammte, allwissende Art die Braue hoch. Das ist nicht dasselbe. Ich hasse sie. Ich hasse Trent. Er ist ein Mörder. Dr. Steiner springt von seinem Sessel auf, läuft zu einem der Bücherregale und holt das dickste Wörterbuch heraus, das ich je gesehen habe. Dann stürmt er zu mir und wirft es mir in den Schoß. Hier, schlagen Sie das Wort Mord nach, Casey. Na los, schlagen Sie es nach. Aber er wartet nicht ab, dass ich es tue. Vermutlich weiß er, dass er deutlich genug gemacht hat, worum es ihm geht. Sie sind alles andere als dumm, Casey. Sie können sich hinter diesem Wort verschanzen oder Sie akzeptieren die Tatsachen, wie Sie sind. Trent ist kein Mörder und Sie hassen ihn nicht. Sie wissen, dass beides wahr ist, also hören Sie auf, mir etwas vorzumachen, aber was noch viel wichtiger ist, hören Sie endlich auf, sich selbst etwas vorzumachen. Doch, ich hasse ihn, gebe ich zurück, aber meine Stimme klingt nicht mehr ganz so fest. Gerade hasse ich Dr. Steiner. Ich hasse ihn, weil ich tief in mir drin weiß, dass er recht hat. Kapitel 19 Dr. Steiner führt mich in einen kleinen weißen Raum, dessen eine Wand fast vollständig verglast ist und in einen anderen kleinen weißen Raum zeigt. Ist das ein Einwegspiegel? Ich klopfe gegen die Scheibe. Ja. Setzen Sie sich, Casey. Okay, Dr. Diktator, brumme ich und lasse mich auf den Stuhl fallen. Vielen Dank, Patientin Plagegeist. Ich grinse. Manchmal machen Dr. Steiners unorthodoxe Methoden die Therapie ein bisschen weniger schmerzhaft. Aber nur manchmal. Welche Folterwerkzeuge haben Sie heute für mich auf Lager? gebe ich trocken zurück, als sich in dem anderen Raum die Tür öffnet und jemand hereinkommt. Ich ziehe keuchend die Luft ein. Es ist Trent. Cole. Trent. Shit. Ich habe ihn seit Wochen nicht mehr gesehen. Mit seinen zerzausten goldbraunen Haaren und seiner hochgewachsenen senigen Gestalt sieht er so umwerfend wie immer aus. Auch wenn ich es nur widerwillig zugebe. Aber auf seinem Gesicht liegt kein Lächeln. Keine Grübchen. Nichts, was an den charmanten jungen Mann erinnert, in den ich mich verliebt hatte. verliebt. Der Schmerz, der mit dieser Erkenntnis einhergeht, lässt mich die Zähne zusammenbeißen. Er nimmt auf dem Stuhl Platz, der in dem anderen Raum, vor dem ein Wegspiegel steht, sodass er mir praktisch direkt gegenüber sitzt. Selbst wenn ich Trent nicht kennen würde, könnte ich in seinen Augen lesen, dass er innerlich Höllenqualen leidet. aber ich kenne ihn oder zumindest einen Teil von ihm und habe das Gefühl, seinen Schmerz beinahe körperlich spüren zu können. Es ist unerträglich und ich will instinktiv die Hand nach ihm ausstrecken, um diesen Schmerz zu lindern. Mein nächster Gedanke ist Flucht, aber bevor ich aufspringen und aus dem Raum stürmen kann, legen sich Dr. Steiners Hände auf meine Schultern. Er kann sie weder sehen noch hören, Casey. Was macht er hier? flüstere ich mit zitternder Stimme. Warum tun sie mir das an? Sie beharren darauf, Trent zu hassen, obwohl wir beide wissen, dass dem nicht so ist. Er ist hier, damit sie es endlich vor sich selbst zugeben und wieder nach vorn schauen können. In ihrem Genesungsprozess ist kein Platz dafür, an ihrem Hass festzuhalten. Ich kann den Blick selbst dann nicht von Trent abwenden, als ich Dr. Steiners Worte leugne. Sie sind ein durchgeknallter Quacksalber! Ich bin auch sein behandelnder Arzt, Casey. Nicht nur ihrer, unterbricht er mich. Und er benötigt ebenso viel Hilfe, wie sie es tun. Auch er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch er hat sich vorgemacht, seinen Schmerz vergraben zu können, statt angemessen damit umzugehen. Er hat es bloß auf eine weniger konventionelle Art getan. Aber darum geht es hier jetzt nicht. Ich zucke zusammen, als er mir auf die Schulter klopft. Ich erlaube mir heute, ein bisschen zu schummeln. Das ist praktisch so etwas wie eine zwei-für-eine- Therapiesitzung. Ich zeige anklagend mit dem Finger auf ihn. Ich wusste es! Dr. Steiner lächelt, als würde er meine Reaktion witzig finden. Ich kann absolut nichts von all dem witzig finden. Was die Ärztekammer wohl dazu sagen würde, wenn ich mich über ihn beschweren würde? Die Maßnahme ist ungewöhnlich, das gebe ich zu, sagt er, als hätte er mal wieder meine Gedanken gelesen. Aber sie dient sowohl Trends Gesundung als auch ihrer Casey. Sie werden hier sitzen bleiben und zuhören, was er zu sagen hat. Danach wird er die Klinik verlassen und nach Hause zurückkehren. Sie werden ihn also nicht wiedersehen. Es geht ihm soweit gut, aber ihn effizient zu behandeln, wenn er weiß, dass sie im selben Gebäude sind, ist quasi unmöglich. Das Risiko, dass sie beide sich hier über den Weg laufen, ist einfach zu groß, verstehen sie? Ich zische nur etwas Unverständliches. Trent war die ganze Zeit hier und man hat mich nicht gewarnt? Mein Magen verkrampft sich bei den Gedanken, um eine Ecke zu biegen und ihm zu begegnen. Dr. Steiner beugt sich zu einem Schalter neben einem Lautsprecher. Noch könnte ich abhauen. Ich könnte aufspringen und aus der Tür laufen und würde ziemlich sicher damit durchkommen. Aber ich tue es nicht. Ich bleibe sitzen und starre diesen Mann an, den ich so gut kenne und von dem ich gleichzeitig absolut nichts weiß und frage mich, was er schon zu sagen haben könnte. Ein Teil von mir will den Blick von ihm abwenden, aber ich kann mich einfach nicht dazu bringen. Er kann sie nicht sehen. Er wollte es so. Ein kleines rotes Licht zeigt ihm, dass sein Mikro jetzt eingeschaltet ist, erklärt Dr. ist deiner. Einen Moment später höre ein leises klicken hinter mir. Als ich mich umdrehe, sehe ich, dass er mich alleine in diesem Raum zurückgelassen hat, um mich dem Menschen zu stellen, der mein Leben gleich zweimal zerstört hat. Ich erstarre und balle die Hände zu Fäusten, als Trent seinen Stuhl so weit nach vorne rückt, dass seine Knie die Scheibe berühren. Dann stützt er die Ellbogen auf die Oberschenkel, senkt den Blick und knetet nervös seine Hände. Vor nicht allzu langer Zeit haben diese Hände noch die Erlösung für mich bedeutet und mir so viel Freude und Glück geschenkt. Wie konnte sich das alles so schnell ändern? Langsam, fast gequält, hebt er den Blick und sieht mich an. Seine blauen, türkisgrün gesprengelten Augen bohren sich mit einer solchen Intensität in meine, dass ich mir sicher bin, er kann mich sehen. Panisch rutsche ich auf meinem Stuhl von links nach rechts. Seine Pupillen folgen meinen Bewegungen nicht. Okay, dann hat Dr. Steiner vielleicht doch nicht gelogen. Hey, Casey, sagt Trent leise. Ich forme reflexartig ein Hi mit den Lippen. Der vertraute Klang seiner Stimme versetzt mir einen Stich. Trent räuspert sich. Ist ein bisschen seltsam, in einen Spiegel zu sprechen, aber ich weiß keine andere Möglichkeit, um all das zu sagen, was ich los werden muss. Also ich bin froh, dass du hier bei Dr. Steiner bist. Er ist ein großartiger Arzt, Casey. Du kannst ihm vertrauen. Ich wünschte, ich hätte es getan. Zumindest habe ich ihm nicht so vertraut, wie ich es hätte tun sollen. Dann hätte ich dir das alles vielleicht erspart. Er presst die Lippen aufeinander und wendet den Blick ab. Ich bin mir sicher, Tränen in seinen Augen zu sehen, aber als er sein Gesicht wieder der Scheibe zuwendet, ist davon nichts mehr zu erkennen. Dass ich an diesem Abend vor vier Jahren meine Autoschlüssel aus der Hand gegeben habe, war die schlimmste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich werde sie für den Rest meines Lebens zutiefst bereuen und würde alles dafür tun, die Zeit zurückdrehen zu können und deine Familie, meine Familie, Sascha und Derek zu retten. Wirklich alles. Er hält kurz inne. Sascha. Er lässt erneut den Kopf sinken und ich schließe die Augen, als ich diesen Namen höre. Aber es tut nicht mehr ganz so weh wie sonst. Dr. Steiners Lektion in Mitgefühl hat angefangen, Wirkung zu zeigen. Als ich die Augen wieder öffne und ihn anschaue, laufen ihm Tränen über die Wangen. Sein Schmerz trifft mich, als wäre es mein eigener. Ich presse mir die Hände auf den Mund und kann nichts gegen die Tränen tun, die mir in die Augen schießen. Wütend wische ich sie weg, aber sie fließen einfach weiter. Es tut zu sehr weh, ihn so leiden zu sehen, trotz allem. Weil ich ihn nicht hasse. Ich kann es nicht. Ich habe ihn geliebt. Wenn ich ehrlich zu mir bin, liebe ich ihn vielleicht immer noch, obwohl er mich getäuscht und belogen und praktisch gestalkt hat. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Sind Sie jetzt endlich zufrieden, Dr. Steiner? Ich gebe es zu. Fahren Sie zur Hölle! Sascha war ein anständiger Kerl, Casey. Du hättest ihn gemocht, auch wenn du das jetzt bestimmt nicht glaubst. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Trent lächelt traurig. Er war wie ein Bruder für mich. Er hatte es nicht verdient, auf so tragische Weise aus dem Leben gerissen zu werden. Aber so seltsam das klingt, in gewisser Weise war es vielleicht besser so. Er hätte keine zehn Minuten mit dieser Schuld leben können. Er ... Trent bricht die Stimme und er fährt sich übers Gesicht, um die Tränen weg zu wischen. Er war ein anständiger Kerl. Sein Blick wandert über die Scheibe. Ich weiß, dass du mich hassen musst, so wie du Cole gehasst hast. Aber ich bin nicht mehr Cole, Casey. Ich bin jemand anderes geworden. Er hält inne und atmet tief durch. Als er weiterspricht, klingt seine Stimme fest. Sein Blick ist wieder klarer und seine Haltung aufrechter. Ich kann das, was ich dir angetan habe, nicht wieder gut machen. Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut und versuchen, andere Menschen dort draußen darüber aufzuklären, wie hoch der Preis ist, den man für so einen Fehler bezahlt. Wie schmerzhaft er ist. Seine Stimme wird leiser. Das ist alles, was ich tun kann. Für mich und für dich Er hebt langsam seine Hand und legt sie an die Scheibe. Ich kann nicht anders. Ich lege die Hand auf meiner Seite der Scheibe an seine und stelle mir vor, wie es wäre, sie noch einmal zu spüren. Noch einmal zu spüren, wie seine Finger sich um meine schließen, mich an ihn ziehen, in seine Wärme. in sein Leben. So bleiben wir lange Zeit sitzen, Hand an Hand, während mir Tränen über die Wangen laufen. Dann lässt er seine Hand wieder sinken, legt sie in seinen Schoß und seine Stimme wird ganz sanft. Ich wollte dir persönlich sagen, dass, obwohl meine Absichten falsch waren, er schluckt. Seine Stimme klingt rau. Ich habe geglaubt, ich könnte wieder gut machen, was ich dir angetan habe, wenn ich es schaffe, dass du dich in mich verliebst. Ich habe geglaubt, dich glücklich machen zu können, Casey. So glücklich, dass du damit klarkommen würdest, falls du es jemals herausfinden würdest. Er vergräbt das Gesicht in den Händen. Als er den Kopf wieder hebt, spielt ein trauriges Lächeln um seine Mundwinkel. Ganz schön krank, oder? Während er einen Moment lang schweigt, betrachte ich ihn und denke an all die Tage und Nächte zurück, die so voller Lachen und Unbeschwertheit waren. War das überhaupt real? Es fühlt sich jedenfalls an, als wäre es eine Ewigkeit her. Was ich getan habe, war falsch. Aber das, was ich für dich empfunden habe, ist echt gewesen, Casey. Sein Blick ist so voller Verlangen und Emotionen, dass meine Knie weich werden. Und an meinen Gefühlen hat sich nichts geändert. Ich darf nur nicht mehr daran festhalten. Wir müssen beide einen Weg finden, um zu heilen. Mein Herz zieht sich zusammen. Es ist echt, bestätige ich leise. Es ist immer noch echt. wieder laufen Tränen meine Wangen hinunter, als mir klar wird, was das hier zu bedeuten hat. Trent verabschiedet sich. Ich hoffe, dass du das alles eines Tages überwunden hast und jemanden findest, der dich zum Lachen bringen kann. Du hast so ein wunderschönes Lachen, Casey Cleary. Nein, flüstere ich und schüttle den Kopf. Nein, ich trommle mit den Händen gegen die Scheibe. Ich will mich nicht verabschieden, nicht auf diese Weise, nicht jetzt schon. Ich bin noch nicht bereit, vielleicht nie. Ich kann nicht erklären, warum ich so fühle. Ich will es verdammt noch mal nicht fühlen, aber ich tue es. Mit angehaltenem Atem schaue ich zu, wie Trent aufsteht und mit hölzernen Bewegungen aus dem Raum geht. Als die Tür sich hinter ihm schließt, als Trent für immer aus meinem Leben verschwindet, breche ich schluchzend zusammen und sinke zu Boden. Kapitel hat, fühle ich mich leerer denn je. Fest steht, dass diesem Mann, egal ob ich ihn Trent nenne oder Cole, egal ob er ein Mensch ist, der einen tragischen Fehler begangen hat oder ein Mörder, mein Herz gehört hat und er einen Teil davon mit sich mitgenommen hat. Meine Söhne nennen den Mittwoch neuerdings der Tag, an dem Dad den Arsch voll kriegt, sagt Dr. Steiner. Tja, jetzt, wo der Elch auf dem Tisch steht, kann ich ihn nur noch schwer ignorieren. Tut mir leid, murmle ich leise. Ich wage einen kurzen Blick in sein Gesicht und zucke zusammen. Er lächelt. Das muss es nicht. Ich weiß, dass ich sie ein bisschen härter angefasst habe, als ich das wahrscheinlich hätte tun sollen. Normalerweise bringe ich meine Patienten auf sanfte Weise dazu, über ihr Trauma zu sprechen. Bei ihnen hatte ich das Gefühl, dass eine aggressivere Vorgehensweise vielleicht eher zum Ziel führen würde. Und was hat sie auf diese geniale Idee gebracht? Sie haben ihre Gefühle und ihren Schmerz so fest eingemauert, dass Dynamit die einzige Lösung schien, an sie ranzukommen, sagt er scherzhaft. Ich meine, schauen sie sich an. Sie sind eine durchtrainierte Kickboxerin. Wahrscheinlich könnten sie es mit meinen beiden Söhnen gleichzeitig aufnehmen. Vielleicht sollte ich sie demnächst zum Abendessen zu mir nach Hause einladen und den beiden eine Tracht Prügel verpassen lassen. Ich verdrehe die Augen. So weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich schon. Sie haben dieses schreckliche Unglück, das ihnen zugestoßen ist, mit einem verflucht wirksamen Verteidigungsmechanismus kompensiert. Seine Stimme wird sanfter. Aber jeder Verteidigungsmechanismus kann umgangen werden. Ich glaube, diese Erfahrung haben sie bereits gemacht. Trent Ich verstumme. Er nickt. Wir werden heute nicht über den Unfall sprechen. Meine Schultern entspannen sich etwas. Normalerweise will Dr. Steiner über nichts anderes reden. Ich warte, bis er sich in seinem Sessel in eine bequeme Position gerückt hat. Sondern darüber, wie man mit etwas umgeht. Welche Möglichkeiten es gibt, um mit etwas fertig zu werden. Gute Möglichkeiten, schlechte, hässliche. Dr. Steiner geht eine Liste mit Bewältigungsmechanismen durch, zählt sie alle an seinen Fingern ab, wofür er mehrere Durchgänge braucht. Drogen, Alkohol, Sex, Anorexie, Anorexie, Gewalt. Ich sitze da, höre zu und frage mich, worauf er hinaus will. Eine Obsession dafür, zu retten oder zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Ich weiß, über wen er hier spricht. Ich war Trends Bewältigungsmechanismus. Anfangs scheinen diese Mechanismen tatsächlich zu helfen, doch am Ende machen sie einen nur noch schwächer und verletzlicher. Sie sind nicht gesund. Sie sind nicht nachhaltig. Mit einem Tütchen Kokain im Nachttisch kann niemand ein gesundes und erfülltes Leben führen. Ist das soweit nachvollziehbar? Ich nicke. Dr. Steiner versucht mir zu sagen, dass ich nicht gut für Trent bin. Deswegen hat er sich von mir verabschiedet. Der Schmerz, den ich seitdem in mir trage, ist immer noch frisch, aber ich vergrabe ihn nicht. Ich habe damit aufgehört, Dinge zu vergraben. Es führt zu nichts. Dr. Steiner zerrt sie sowieso sofort wieder an die Oberfläche zurück und sorgt dafür, dass sie genauso schwer zu ignorieren sind wie der Kadaver eines Büffels auf der Fahrbahn eines Highways. Gut. Unsere Aufgabe ist es nun, einen Bewältigungsmechanismus zu finden, der für sie funktioniert, Casey. Kickboxen gehört nicht dazu. Es hilft ihnen, ihre Wut rauszulassen und sich abzureagieren, ja. Aber ich halte es für wesentlich gesünder, nach Möglichkeiten zu suchen, diese Wut dauerhaft loszuwerden. Lassen sie uns gemeinsam darüber nachdenken. Haben sie eine Idee, was gesunde Bewältigungsmechanismen sein könnten? Wenn ich eine hätte, würde ich sie umsetzen, oder? Ich ernte ein Augenrollen. Ein Augenrollen von einem studierten Psychologen. Kommen Sie, Casey. Sie sind doch eine kluge junge Frau. Denken Sie an all die Dinge zurück, die Sie schon mal gehört haben. Ratschläge, die Sie von anderen bekommen haben. Okay, ich helfe Ihnen ein bisschen auf die Sprünge. Mit anderen über das Trauma zu sprechen wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Jetzt bin ich es, die mit den Augen rollt. Dr. Steiner winkt ab. Ich weiß, ich weiß. Glauben Sie mir, Sie haben Ihren Standpunkt diesbezüglich mehr als deutlich gemacht. Aber über seinen Schmerz zu sprechen und ihnen mit anderen zu teilen, ist eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, mit etwas fertig zu werden. Es hilft ihnen, den Schmerz rauszulassen, statt ihn in sich zu vergraben, bis sie explodieren. Andere Bewältigungsmöglichkeiten sind malen, lesen, sich Ziele setzen, Tagebuch führen. Hm, ich könnte Tagebuch führen. Das ist wenigstens etwas, das man mit sich allein tun kann. Yoga ist ebenfalls großartig. Es hilft einem, den Kopf frei zu bekommen und lenkt die Aufmerksamkeit auf das Atmen. Atmen. Zehn kleine Atemzüge, murmele ich leise vor mich hin und schüttle kurz den Kopf. So was nennt man wohl Ironie des Schicksals. Was haben sie gesagt? Dr. Steiner beugt sich etwas vor und schiebt seine Brille auf der Nase höher. Ich winke ab. Ach, nichts, das hat meine Mutter immer gesagt, dass ich zehn kleine Atemzüge nehmen soll. Wann hat sie das gesagt? Immer, wenn ich wegen irgendwas traurig oder wütend war oder Angst hatte. Dr. Steiner reibt sich übers Kinn. Verstehe. Hat sie sonst noch etwas gesagt? Wissen sie das noch? Ich lächle. Natürlich weiß ich das noch. Ihre Worte sind wie in Stein in mein Gedächtnis gemeißelt. Sie sagte immer, atme einfach. Zehn kleine Atemzüge. Fühle sie. Halte sie. Liebe sie. Es ist eine Weile still. Und was glauben sie, hat sie damit gemeint? Ich runzle irritiert die Stirn. Dass ich atmen soll. Er rollt nachdenklich einen Stift auf seinem Schreibtisch hin und her. Und wie sollen zehn kleine Atemzüge helfen? Warum kleine Atemzüge? Warum keine großen? Ich klatsche mir auf den Schenkel. Genau das habe ich mich auch immer gefragt. Endlich kapiert es mal jemand. Aber seine gekräuselten Mundwinkel deuten an, dass er etwas anderes gemeint hat. Etwas, das ich nicht kapiere. Glauben Sie, es spielt eine Rolle, ob Sie klein oder groß sind? Ich werfe ihm einen finsteren Blick zu. Ich kann diese Art von Spielchen nicht leiden. Was glauben Sie denn, was sie damit gemeint hat? Sagen Sie es mir, Casey. Ich würde ihm am liebsten erneut eine verpassen. Im Ernst, es gibt nichts, was ich in diesem Moment lieber tun würde. Atme einfach. Zehn kleine Atemzüge. Fühle sie. Halte sie. Liebe sie. Wie schon tausendmal zuvor wiederhole ich immer und immer wieder vergeblich diese Worte in meinem Kopf, als ich schlaflos in meiner Zelle liege, die eigentlich keine Zelle ist. Es ist ein hübsches kleines Zimmer mit einem eigenen Bad und sonnengelb gestrichenen Wänden, aber ich fühle mich darin trotzdem wie in einer Gefängniszelle. Dr. Steiner hat sofort gewusst, was meine Mutter meinte. Das habe ich an dem kleinen arroganten Lächeln gesehen, das um seine Lippen spielte. Schätze, man muss super schlau dafür sein. Dr. Steiner ist offensichtlich super schlau. Und ich bin es ganz offensichtlich nicht. Ich hole Tiefluft und gehe noch einmal das Gespräch mit ihm durch. Was genau hat er noch mal gesagt? Dass Yoga ein guter Bewältigungsmechanismus ist, weil man sich dabei auf seinen Atem konzentriert oder so ähnlich. Tiefluft habe ich von dem Ratschlag meiner Mutter erzählt und er hat nachgehakt, was es mit den kleinen Atemzügen auf sich hat. Aber er hat mich auflaufen lassen. Er kannte die Antwort nämlich schon. Und die lautet 1 2 3 Ich zähle bis 10 in der Hoffnung, dass ich endlich eine Erleuchtung habe oder der Blitz der Erkenntnis oder was auch immer in mich einschlägt. Nichts. Glauben Sie, es spielt eine Rolle, ob Sie klein oder groß sind? Hat er mich gefragt. Also wenn es weder kleine noch große Atemzüge sind, dann sind es einfach nur Atemzüge. Dann atmet man einfach, um zu atmen. Fühle sie. Halte sie. Liebe sie. Ich richte mich abrupt auf, als sich ein seltsamer Frieden in mir ausbreitet und ich plötzlich zu verstehen beginne. Es ist so einfach. Gott, es ist so verflucht einfach. Achtes Stadium Genesung Kapitel 21 20 Sechs Wochen später Gruppentherapie Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Sieben Acht Neun Zehn Ich versuche, meine Hände ruhig zu halten, die gefaltet in meinem Schoß liegen. Mein Name ist Casey Cleary. Vor vier Jahren wurde unser Wagen von einem betrunkenen Fahrer gerammt. Meine Mutter und mein Vater, meine beste Freundin und mein Freund starben bei dem Unfall. Ich saß die ganze Zeit schwer verletzt auf der Rückbank, hielt die Hand meines toten Freundes und hörte mit an, wie meine Mutter ihren letzten Atemzug tat, bis die Rettungskräfte es endlich geschafft hatten, mich aus dem Wrack herauszuholen. Ich halte inne und schlucke. Eins Zwei Drei Diesmal atme ich tief ein. Tiefe, langsame Atemzüge. Sie sind nicht klein. Sie sind riesig. Sie sind monumental. Anfangs habe ich den Schmerz mit Alkohol und Drogen betäubt, dann mit Gewalt und Sex. Ich sehe Dr. Steiner an. Ich bin einfach dankbar dafür, dass ich meine Schwester umarmen kann, dass ich mit meinen Freunden lachen kann, dass ich laufen kann, dass ich lebe, dass ich atme. Ich bin an der Wasseroberfläche angekommen und habe das Ufer erreicht. Und dieses Mal bleibe ich, wo ich hingehöre. Lautes Händeklatschen empfängt mich, als ich im Pennys in den Barbereich trete. Sie sind alle da. Nate ist der Erste, der mich begrüßt. Der Hühne beugt sich zu mir herunter und hebt mich in seine baumstammdicken Arme. Ich zucke bei dem Körperkontakt nicht zusammen, sondern erwidere die Umarmung sogar. Ich habe gelernt, mich wieder darauf einzulassen und es zu genießen. Ich habe immer gewusst, dass du völlig durchgeknallt bist, ruft Ben hinter mir. Als ich zu ihm herumwirble, hebt er mich genau wie Nate eben hoch und drückt mich an sich. Und knallhart im Nehmen, fügt er leise in mein Ohr hinzu. Du hast echt ganz schön was durchgemacht. Ich glaube nicht, dass ich das gepackt hätte. Wie geht's dir? Ich tätschle seinen Arm, als er mich wieder absetzt. Ich habe noch einen ziemlich langen Weg vor mir, aber irgendwann werde ich ankommen. Jedenfalls toll, dass du wieder da bist. Ist nicht dasselbe gewesen hier ohne dich. Er grinst. Dann steckt er die Hände in die Hosentaschen und zieht die Schultern hoch. Sag mal, das da, oder? Er deutet mit dem Kopf auf Livy, die bei Storm und Dan steht. Weil ich mir überlegt habe, sie zu fragen, ob... Sie ist fünfzehn, Ben! Ich bockse ihn in den Bauch. Noch nie was von Unzucht mit Minderjährigen an deinem College gehört, angehen das Saaranwalt? Er zieht überrascht die Brauen hoch und hebt beschwichtigend die Hände. Verdammt, murmelt er leise und schaut kopfschüttelnd noch einmal zu Livy rüber. Der Nachtclub öffnet gleich und die Mädchen tragen schon alle ihre Arbeitskluft, also einen Hauch von nichts, weshalb Mia mit einem Babysitter zu Hause geblieben ist. Wo Livy sich vermutlich gerade auch hinwünscht. Ihr Blick ist so starr auf Storm und Dan geheftet, als hätte sie Angst, ihn woanders hinwandern zu lassen. Im Gegensatz zu Tanner, der ebenfalls gekommen ist und gar nicht zu wissen scheint, wo er zuerst hinschauen soll. Aber die größte Überraschung? Mein unorthodoxer Psychotherapeut ist auch da. Ich bin mir nicht sicher, ob man das noch eine gesunde Patient-Arzt-Beziehung nennen kann, sage ich und stupse ihn grinsend in die Seite. Er legt mir prustend einen Arm um die Schulter. Genauso wenig wie seinem behandelnden Arzt ins Gesicht zu schlagen und das gleich zweimal. Aber ich bin bereit, darüber hinweg zu sehen. Also seien sie so lieb und tun sie mir denselben gefallen. Livy und Storm bleibt der Mund offen stehen, während Dan und Ben sich vor Lachen krümmen. Champagner? Kane tritt mit einem Tablett voller Sektgläser zwischen uns hindurch und legt mir kurz eine Hand auf den Rücken. Es versetzt mir einen vertrauten, traurigen Stich, als ich an das letzte Mal denke, dass mir jemand ein Glas Champagner reichte. Ich vermisse Trent so sehr. Ich vermisse seine Augen, seine Berührungen, all das, was ich bei ihm gefühlt habe. Ich kann es jetzt vor mir selbst zugeben, ohne Schuldgefühle, ohne Wut, ohne Feindseligkeit. Ich vermisse Trent. Ich vermisse ihn jeden einzelnen Tag. Storm hakt sich bei mir unter und drückt meinen Arm, als würde sie spüren, was in mir vor sich geht, als würde sie es verstehen. Auf die härteste Nuss, die ich je das Vergnügen hatte, zu knacken. Dr. Steiner hebt sein Glas und wir stoßen alle an. Dann bin ich also geheilt, Doc? frage ich und genieße die prickelnde herbe Süße des Champagners auf meiner Zunge. Nicht so sehr wegen seines Geschmacks, sondern weil es mich an Trent's Lippen erinnert, als er mich das letzte Mal küsste. Dr. Steiner zwinkert mir zu. Ich benutze nicht gern das Wort Gehalt, Casey. Genesen trifft es besser. Wobei sie noch einen letzten großen Schritt vor sich haben, bevor ich sagen würde, dass ihre Genesung wirklich abgeschlossen ist. Ich ziehe eine Braue hoch. Ach ja? Und der wäre? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie werden es wissen, wenn es soweit ist. Vertrauen Sie mir. Ich soll einem Quacksalber wie Ihnen vertrauen? Einem sehr teuren Quacksalber, erwidert er zwinkernd. Ach ja, apropos. Wer ist eigentlich dieser Freund eines Freundes, der dennoch einen Gefallen schuldig war und mir einen Platz bei Ihnen besorgt hat? Frage ich betont beiläufig. Ich würde mich gern bei ihm bedanken. Doktor Steiners Blick zuckt zu Storm und wandert dann schnell zur Theke weiter. Schauen Sie nur, Kaviar, ruft er und macht sich über eines der Tabletts her, auf dem definitiv kein Kaviar ist. Das ist eigentlich Bestätigung genug, aber ich spiele das Spiel mit und schaue stattdessen meine Schwester an. Weißt du irgendwas darüber, Levi? Sie sieht mich wie die sprichwörtliche Katze an, die den Kanarienvogel gefressen hat. Aber nicht sauer werden, okay? Ich setze ein Pokerface auf. Trance Dad ist für deine Behandlung aufgekommen. Ich spiele die Fassungslose und sehe sie mit einem finsteren Blick an. Du hast Hilfe gebraucht, Casey, beginnt Levi hastig zu erklären und wird vor Aufregung ganz rot im Gesicht. Aber unsere Krankenversicherung deckt nur das Nötigste ab und ich wollte auf keinen Fall, dass du noch mal in eine von diesen Einrichtungen landest, wo dir schon das letzte Mal nicht richtig geholfen wurde. Aber das Therapiezentrum von Dr. Steiner hätten wir uns niemals leisten können und es gibt lange Wartelisten. Ihr treten Tränen in die Augen. Carter Reynolds hat es nur einen Anruf gekostet, um dort einen Platz für dich zu bekommen. Dr. Steiner ist ein Freund der Familie und einer der Besten, die es auf dem Gebiet gibt und jetzt strömen ihr nicht alles wieder kaputt. Ich kann mich nicht erinnern, wann es dir das letzte Mal so gut ging. Bitte, Casey. Livy! Ich fasse sie an den Schultern und schüttle sie sanft. Es ist okay. Ich habe es mir sowieso schon gedacht. Und du hast das Richtige getan. Sie schluckt. Hab ich? Dann runzelt sie die Stirn und boxt mich in den Oberarm. Du hast es gewusst und mich absichtlich auflaufen lassen. Ich ziehe sie lachend an mich. Ja, hast du, Livy. Du tust immer das Richtige. Ich denke ständig, ich müsste auf dich aufpassen. Aber in Wahrheit bist du die jenige, die auf mich aufpasst. Das war schon immer so. Sie lacht leise und wischt sich mit dem Handrücken die Tränen weg. Hast du? Ich zögere, stelle die Frage dann aber doch. Hast du mit Carter über Trent gesprochen? Livy nickt und ihr Blick wird mitfühlend. Ich habe ihr bei einem unserer Telefonate von meiner Begegnung mit ihm und seinem Abschied erzählt und bin mir sicher, dass ich gehört habe, wie sie am anderen Ende der Leitung mit den Tränen kämpfte. Selbst sie ist nicht in der Lage, Trent zu hassen. Carter ruft mich regelmäßig an, um von uns zu hören. Trent ist auf einem guten Weg, Casey. Wirklich, sagt sie leise. Ich lächle. Gut. Mehr Fragen stelle ich nicht. Ich weiß, dass es besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Aber es tut trotzdem weh. Gott, und wie es weh tut. Doch mittlerweile kann ich Gefühle wieder zulassen, die guten wie die schlechten. Ich weiß, es wird nicht für immer wehtun. Okay, ich muss euch etwas sagen, unterbricht uns Storm aufgeregt und sieht zu Dan auf. Als er nickt, holt sie Tiefluft und verkündet strahlend, ich werde das Pennys verlassen und eine Artistenschule aufmachen. Livy und mir klappt synchron die Kinnlade herunter. Aber das ist noch nicht alles. Dan hat ein Haus am Strand gekauft und Mia und mich gefragt, ob wir uns vorstellen können, dort gemeinsam mit ihm zu leben und ich habe Ja gesagt. Naja, sie verdreht grinsend die Augen. Mia hat Ja gesagt und was sie sagt gilt. Livy schlingt die Arme um Storm. Das ist toll, Storm, sagt sie und fängt an zu weinen. Oh Gott, ich alte Heulsuse, das sind bloß Freudentränen, wirklich, aber ich werde euch trotzdem ganz schrecklich vermissen. Bittersüße Freude durchströmt mich, als Storm und ich uns über Livys Schulter anschauen. Es wird mir fehlen, Tür an Tür mit ihr zu wohnen. Alles ist in Bewegung und verändert sich. Alle schauen nach vorn und ziehen weiter. Das hatte ich ehrlich gesagt gehofft, weil Storm schiebt Livy etwas von sich weg, um sie anzusehen, atmet tief durch und wirkt auf einmal nervös. Es ist ein ziemlich großes Haus, Dan hat es von dem Geld gekauft, das seine Großmutter ihm hinterlassen hat. Es hat fünf Schlafzimmer. Jedenfalls, ihr beide nehmt mittlerweile einen unglaublich wichtigen Platz in unserem Leben ein und ich wünsche mir, dass das so bleibt. Deswegen haben wir uns gedacht, dass ihr ja einfach zu uns ziehen könntet. Was meint ihr? Ich lasse den Blick von Livy zu Storm wandern und sehe dann Dan an. Bist du sicher, dass du nicht auch eine Therapie brauchst, Dan? Frage ich und meine es vollkommen ernst. Aber er lacht nur leise und zieht Storm an sich. Du könntest dich voll und ganz darauf konzentrieren, das Stipendium von Princeton zu bekommen, Livy, redet Storm aufgeregt weiter. Was du mit Links schaffen wirst, das weiß ich. Und du, Casey? Sie nimmt meine Hände zwischen ihre und sieht mich streng an. Du findest heraus, was du vom Leben willst und dann ziehst du los und holst es dir. Ich werde für dich da sein, bei jedem Schritt, den du auf deinem Weg zurücklegst. Ich verspreche es dir. Ich nicke und versuche den Kloß in meinem Hals hinunter zu schlucken. Es funktioniert nicht. Eine Sekunde später kann ich sie vor lauter Tränen in den Augen kaum noch sehen. Aber es sind Freudentränen. Wird bestimmt still werden ohne euch, sagt Tenner und kratzt sich am Kopf, als er sich im Innenhof neben mich auf die Bank setzt. Es ist neun Uhr abends und bereits dunkel. Morgen kommt der Umzugswagen, um unsere Sachen zu holen. Ist richtig schön hier geworden, Tenner, sage ich anerkennend und lasse den Blick über die mittlerweile ordentlich gestutzten Büsche, in denen kleinen Lichterketten hängen und die vom Unkraut befreiten, mit hübschen, lilafarbenen Blumen bepflanzten Beete wandern. Neben einem Picknicktisch aus Holz steht ein neuer Grill, aus dessen Richtung der Duft von gebratenem Fleisch zu uns herüberweht. Der Innenhof scheint also endlich seinen Sinn und Zweck zu erfüllen und genutzt zu werden. Ist nicht mein Verdienst, antwortet Tenner. Deine Schwester hat sich darum gekümmert, während du weg warst. Er lehnt sich zurück und verschränkt die Arme über seinem ausladenden Bauch. Tja, jetzt werde ich wohl gleich drei Apartments neu vermieten müssen. Eures, das von Storm und 1D. Reflexartig spähe ich über die Schulter zu dem dunklen Fenster hinüber. Sie haben es noch nicht vermietet? Trent ist doch schon seit Monaten fort. Mein Mund wird trocken, als ich seinen Namen ausspreche und in meinem Inneren macht sich Leere breit. Ich weiß, aber er hatte für sechs Monate im Voraus bezahlt. Außerdem hatte ich gehofft, dass er vielleicht zurückkommt. Er zupft einen Moment schweigend an der Nagelhaut seines Daumens herum. Ich weiß, was passiert ist. Livy hat mir eure Geschichte erzählt. Schlimme Sache für euch beide. Ich nicke langsam. Tenna streckt die Beine aus. Habe ich dir je von meinem Bruder erzählt? Ähm, nein. Er hieß Bob. Eines Abends ging er mit seiner Freundin aus. Er hatte ein paar Bier zu viel. Dachte, er könne noch fahren. Sowas kommt vor. Das soll keine Entschuldigung sein, aber es kann nun mal passieren. Er ist mit seinem Wagen gegen einen Baum gerast. Seine Freundin wurde bei dem Unfall getötet. Tenna knetet angespannt seine Hände und zuckt mit einem Bein auf und ab. Danach ist er nie wieder derselbe gewesen. Sechs Monate später habe ich ihn in Dads Schuppen gefunden. Er hängt. Ich... Ich schlucke und strecke zögernd die Hand aus, um ihm über die Schulter zu streichen. Das tut mir so leid, Tenna. Ist alles, was ich sagen kann. Er nickt. So ein Unfall ist immer schrecklich. Für alle Beteiligten. Für den Verursacher. Für die Hinterbliebenen. Jeder geht durch seine eigene Hölle. Glaubst du nicht auch? Doch, antworte ich. Meine Stimme klingt belegt. Ich konzentriere mich auf die kleinen Lichter in den Büschen und frage mich, ob Tenna auch einen zweimonatigen Aufenthalt in einem Therapiezentrum brauchte, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Tja, wie auch immer. Tenna steht auf. Ich hoffe, Bob hat seinen Frieden gefunden. Ich möchte gern glauben, dass er Kimmy im Himmel wieder getroffen und sie ihm seinen schrecklichen Fehler vielleicht verziehen hat. Tenna schlendert davon, die Hände in die Hosentaschen gesteckt und ich schaue erneut zu dem dunklen Fenster in 1D hinüber. Und plötzlich weiß ich, was ich tun muss. Meine Hände zittern so sehr, dass ich Mühe habe, Dr. Steiners Nummer zu wählen, die er mir für Notfälle gegeben hat. Das hier ist ein Notfall. Hallo? meldet er sich mit seiner warmen Stimme. Und ich stelle mir vor, wie er mit seiner Brille auf der Nase in einem Sessel vor einem Kamin sitzt und ein Magazin namens Shrinks Shrinks liest. Dr. Steiner? Casey? Ist alles in Ordnung? Ja, Dr. Steiner, ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Ich weiß, dass das möglicherweise gegen irgendwelche ärztlichen Schweigepflichts Bestimmungen verstößt, aber worum geht es, Casey? Ich kann das geduldige Lächeln in seiner Stimme förmlich hören. Sagen Sie ihm, dass ich ihm verzeihe. Alles. Es ist eine Weile still in der Leitung. Dr. Steiner? Können Sie das für mich tun? Bitte. Natürlich, Casey. Natürlich kann ich das. Neuntes Stadium Vergebung Kapitel 22 Wellen lecken an meinen Füßen, während ich am Strand entlang nach Hause schlendere und zuschaue, wie die Sonne am Horizont versinkt, um der Nacht Platz zu machen. Als Storm von einem ziemlich großen Haus am Strand gesprochen hat, war mir nicht klar gewesen, dass sie damit eine prächtige dreistöckige Villa mit einem Anbau für Livy und mich gemeint hat, die auf einem riesigen Grundstück steht, das direkt an den Miami Beach grenzt. Grandma Ryder hatte ihre runzligen Finger anscheinend tief im Ölgeschäft gehabt und und dadurch dafür gesorgt, dass ihr einziger Enkel Dan nach ihrem Tod niemals irgendwelche finanziellen Sorgen haben wird. Wir wohnen jetzt schon seit fast fünf Monaten hier, aber so richtig eingelebt habe ich mich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es zu schön ist, um wahr zu sein, oder ob vielleicht doch noch irgendetwas fehlt. oder jemand. Jeden Abend spaziere ich am Strand entlang, lausche den Träge über den Sand plätschernden Wellen und bin erfüllt von Dankbarkeit dafür, dass ich leben darf, dass ich laufen und atmen kann und lieben. Und ich frage mich, wo Trent wohl ist, wie es ihm geht, ob er einen Bewältigungsmechanismus gefunden hat, der für ihn funktioniert, und ihm hilft, mit allem fertig zu werden. Seit meinem Anruf bei Dr. Steiner habe ich nichts mehr von ihm gehört. Aber ich vertraue darauf, dass er meine Nachricht weitergegeben hat. Ich bin mir sogar absolut sicher. Und ich kann nur hoffen, dass Trent dadurch so etwas wie Frieden gefunden hat. Ich habe Livy ein paar Mal gefragt, ob sein Vater etwas über ihn erzählt hat, ansonsten habe ich keine Versuche unternommen, mehr über ihn zu erfahren. Ich habe das Gefühl, dass es mir nicht zusteht. Carter lässt es sich nicht nehmen, Livy jeden zweiten Sonntag anzurufen, um sich nach uns zu erkundigen und sich berichten zu lassen, wie es in der Schule läuft. Was sie, glaube ich, sehr genießt. Er scheint so etwas wie eine Vater für sie geworden zu sein, jemand, der ihr hilft, die klaffende Lücke zu füllen, die nach dem Tod unserer Eltern entstanden ist. Vielleicht bin ich eines Tages auch soweit, mit ihm sprechen zu können. Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich sie nach Trent gefragt habe, hat sie mich angefleht, nichts zu tun, das ihm oder mir wehtun und die Wunden erneut aufreißen könnte. Und natürlich hat sie recht. Levy weiß immer, was das Beste ist. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, wie Trent's Leben jetzt aussieht. Die Vorstellung, wie er seinen Arm um eine andere legt, schmerzt zu sehr. Es muss noch ein bisschen mehr Zeit vergehen, bevor ich mich dieser Realität stellen kann. Obwohl ich nicht glaube, dass meine Liebe für ihn jemals nachlassen wird, werde ich genau wie er versuchen, den Blick in die Zukunft zu richten, auch wenn ich nie aufhören werde, mir zu wünschen, er hätte ein Teil davon sein können. Den Blick in die Zukunft richten. Dazu war ich nicht mehr in der Lage, seit meine Eltern starben. Ich bleibe stehen, schaue aufs Meer hinaus, wo die untergehende Sonne gerade ihre letzten Strahlen über die unzähligen kleinen Wellen tanzen lässt und danke Gott dafür, mir eine zweite Chance gegeben zu haben. Dir hier über den Weg zu laufen ist irgendwie schöner als in der Waschküche, sagt eine tiefe Stimme hinter mir. Mein Herz hört auf zu schlagen. Ich wirble herum und schaue in ein paar blaue Augen. Vor mir steht Trent. Die goldbraunen Haare zerzaust, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Er ist es wirklich. Ich hole tief Luft, als mein Herz seine Arbeit wieder aufnimmt, nur dass es jetzt viel schneller schlägt als vorher. Die unterschiedlichsten Empfindungen stürmen auf mich ein. Ich versuche sie zu entwirren, um sie einzuordnen und mit ihnen umgehen zu können, statt sie zu unterdrücken und zu vergraben. Diese Zeiten sind vorbei. Als erstes wird mir klar, dass ich glücklich bin, glücklich ihn zu sehen. Dann ist da eine unglaubliche Sehnsucht, Sehnsucht danach, ihm ganz nah zu sein, von seinen starken Armen gehalten zu werden, seine Lippen auf meinen zu spüren. Und Liebe, was auch immer zwischen uns passiert ist, ist echt gewesen. Ich weiß, dass es echt war. Und ich liebe ihn dafür, dass er mich diese Erfahrung machen ließ. Hoffnung. Hoffnung, dass aus dieser tragischen Geschichte etwas Schönes entstehen könnte. Angst. Angst, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt. Aber vor allem empfinde ich weder Hass noch Wut, Sondern weiß in diesem Moment mit absoluter Sicherheit, dass ich ihm wirklich vergeben habe. Was machst du hier? Frage ich und bebe innerlich. Livy hat mich gebeten zu kommen. Livy. Sie steckt wirklich voller Überraschungen. Trenns Stimme ist so tief, so weich. Am liebsten würde ich die Augen schließen und den ganzen Abend ihrem sanften Vibrieren in meinen Ohren lauschen. Aber das tue ich nicht, weil ich schreckliche Angst habe, dass er nicht mehr hier wäre, wenn ich die Augen wieder öffne. Also sehe ich ihn weiter an und ertappe mich dabei, wie mein Blick immer wieder zu seinen leicht Sie hat sich wohl davon überzeugt, dass du keine Kätzchen an Geldautomaten verfütterst, bringe ich schließlich heraus. Er lacht leise. Tja, ich schätze, das ist eine Sorge weniger für sie. Obwohl er keine drei Schritte von mir entfernt steht, schaffe ich es nicht, den Abstand zwischen uns zu schließen. Dabei wünsche ich mir nichts mehr. Aber ich habe kein Recht dazu. Dieser große, gewachsene, durchtrainierte Körper, dieses schöne Gesicht, dieses hinreißende Lächeln, dieses große Herz, all das gehört mir nur noch in meinen Träumen. Irgendwann wird eine andere das Glück haben, mit ihm zusammen durchs Leben zu gehen. Vielleicht gibt es sie ja sogar schon. »Weiß Dr. Steiner, dass du hier bist?« Trents Brust hebt und senkt sich, als er tief durchatmet. »Ja, ich habe es ihm gesagt. Ich halte nichts mehr vor ihm zurück. Okay. Ich schlinge die Arme um mich. Und wie geht es dir? Einen Moment lang sieht er mich nur an. Dann lächelt er. Mir geht es gut, Casey. Aber es ging mir auch schon mal besser. Warum? Ich ziehe besorgt die Brauen zusammen. Was ist los? Schlägt die Therapie nicht richtig an? Was los ist? Trent schließt den Abstand zwischen uns und fasst mich mit beiden Händen um die Taille. Ich hole zitternd Luft. Seine Nähe ist beruhigend und gleichzeitig berauschend. Jeden Abend, wenn ich einschlafe und jeden Morgen, wenn ich aufwache, frage ich mich, warum du nicht neben mir liegst. Das ist los. Du kennst den Grund dafür, sage ich mit leiser Stimme, während eine andere Stimme in mir verzweifelt aufschreit und die Realität verflucht. Ja, es gab mal einen Grund, aber der zählt nicht mehr. Du hast mich freigegeben, Casey, erinnerst du dich? Sagen sie ihm, dass ich ihm verzeihe. Ich schlucke und nicke. Und es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber sein möchte als bei dir. Er streicht mir über die Wange und fährt mit dem Daumen über meine Unterlippe. Meine Hand zittert, als ich mir eine lose Strähne hinters Ohr streiche. Was sagt denn Dr. Steiner dazu? Ich meine wäre das nicht total falsch? Nein, Case. Trent sieht mich mit einem Lächeln an, bei dem sich seine Grübchen so tief in die Wangen graben, dass ich weiche Knie bekomme. Ich weiß jetzt, dass nichts jemals richtiger gewesen ist. Mehr muss er nicht sagen. Ich schlinge die Arme um seinen Nacken und presse meine Lippen auf seine. Atme ihn ein. Fühle ihn. Halte ihn. Liebe ihn. Epilog Eine leichte Brise kräuselt den zarten Stoff von Storms Kleid, als sie und Dan sich vor dem Meer und der untergehenden Sonne im Hintergrund fotografieren lassen. Sie ist die schönste Braut, die ich je gesehen habe. Erst recht mit ihrem kugelrunden Bauch. Es dauert nur noch drei Monate, bis das Baby kommt, das Mia bloß Alien Baby X nennt. Ich habe keine Ahnung, wo sie sowas immer aufschnappt. Wahrscheinlich bei Dan. Es wird wieder ein Mädchen werden. Dan macht gern Scherze darüber, dass wohl irgendein Fluch auf ihm lastet, aber ich glaube, insgeheim vermisst er es, von vielen Frauen umgeben zu sein. Der Östrogenpegel in der Strandvilla hat nämlich erheblich abgenommen, seit Livy in New Jersey ist und ich meine Zeit zwischen dort, der Uni und Trents Apartment aufteile, das nur fünf Minuten entfernt ist. Wer hätte gedacht, dass man auf einer Hochzeit so viele heiße Frauen zu sehen bekommt? Trent taucht neben mir auf und legt mir einen Arm um die Schultern. Mein Magen schlägt einen kleinen Salto. Das tut er immer, wenn Trent mich berührt. Auch nach drei Jahren schafft er es immer noch, mit einem einzigen Blick Dinge mit mir anzustellen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Hoffentlich wird sich daran nie etwas ändern. Mit so viele meinst du vor allem eine, Stimmt's? Ich lege den Kopf in den Nacken und hauche einen Kuss auf seinen Hals. Er stöhnt. Legst du es etwa darauf an, dass ich vor meinen Eltern eine Erektion bekomme? Lachend drehe ich den Kopf zu Carter und Bonny, die etwas abseits stehen und strahlend zu uns rüberschauen. Im Laufe der Therapie ist mir klar geworden, dass es meine Weigerung war, sie in mein und Libby's Leben zu lassen, die dazu geführt hat, dass ihre Familie auseinander brach. Nachdem Trent und ich wieder zusammengekommen sind, habe ich ihnen einen Brief geschrieben, in dem ich ihnen sagte, wie leid mir das alles tut. Als erstes stand Bonny in Tränen aufgelöst vor meiner Tür, dann Carter. Eines führte zum anderen und heute sind sie hier, halten sich an den Händen und sind wieder eine Familie. Der Wind trägt Livys Lachen zu uns herüber. Sie steht bei mir, die ihr gerade stolz sämtliche nachgewachsenen Erwachsenenzähne präsentiert. Livy hat die Zulassung für Princeton bekommen, genau wie wir es alle immer gesagt haben. Wir werden sie in Zukunft also nicht mehr so oft sehen. Ich bin unfassbar stolz auf sie und weiß, Dad wäre es auch. Aber sie fehlt mir schrecklich. Und ich glaube, es gibt da neuerdings jemanden in ihrem Leben, auch wenn ich es nicht mit Sicherheit weiß. Sie hält sich ziemlich bedeckt, wenn sie von der Uni erzählt, was in der Regel eigentlich immer ein Zeichen dafür ist, dass ein Mann dahinter steckt. Ich hoffe es für sie. Livy hat es so verdient. Das und noch viel mehr. Ich lasse den Blick über die lächelnden Gesichter der Menschen um mich herum wandern. Alle sind gekommen. Kane und Nate, die es in ihren perfekt sitzenden Anzügen auf das Cover jedes Männermagazins schaffen würden. Tanner mit einer Frau, die er über ein Datingportal kennengelernt hat. Ben Arm in Arm mit einer blonden Sexbombe, die als Anwältin in der Kanzlei arbeitet, in der er gerade angefangen hat. Als er sieht, wie ich zu ihm hinüberschaue, zwinkert er mir zu und grinst frech. Ich schüttle leise prustend den Kopf. Oh, Ben! Hast du Lust, nächste Woche einen kleinen Ausflug nach Las Vegas zu machen? flüstert Trent und knabbert spielerisch an meinem Ohr. Ich kichere. Da habe ich doch Prüfungen schon vergessen? Ich habe gerade mein erstes Jahr in Psychologie abgeschlossen. Ich würde mich gern auf die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen spezialisieren. Der renommierte und für seine unorthodoxen Therapiemethoden bekannte Dr. Steiner hat mir bereits eine fantastische Empfehlung geschrieben. Nur ein kurzer Trip zur Kapelle und wieder zurück. Ist das dein Ernst? Ich lehne mich etwas zurück, um ihn anzuschauen. Will er mich bloß aufziehen? Aber ich sehe nichts als Liebe in seinen Augen. Er streicht mir zärtlich über die Wange. Mein voller Ernst. Trent hat sein Versprechen gehalten. Er bringt mich jeden Tag zum Lächeln.